Sie hören Todesritual von David Hewson, gelesen von Matthias Grimm. Das Buch erschien 2022 als Neuauflage im Dot Books Verlag. Die Hörbuchausgabe im Hörbuch München Verlag. Ein Imprint von RB Media. Kapitel 1 La Soledad Die Worte halten im Kopf der alten Frau nach, als sie aus schnell verblassenden Träumen erwachte. Wie das leise Knurren eines unsichtbaren Tieres drang der Lärm der Stadt durch die Tür unter dem Mauerbogen. Oleander Duft mischte sich mit dem Geruch von Diesel und Zigaretten. Von ihrem Sessel aus, dessen brüchiges Rohrgeflecht ihr in die Glieder stach, konnte sie über den Garten in den Patio blicken. Ein paar Orangen- und Zitronenbäume mit schrumpeligen, in der Nachmittagssonne verstaubt wirkenden Früchten. Die wächsernen roten Samenhülsen an einem einsamen Granatapfelbaum. Der plötzliche Gestank von Katzenpisse in der für die Jahreszeit zu warmen Nachmittagsluft. Katharina Lucena sah, wie sich die Geister wieder versammelten. Heiter, unbeschwert, geräuschvoll. Lachen klangen zwischen den glänzenden Wänden wieder. Die Kacheln schimmerten neu in der Sonne. Sie sah, wie die Leute von Gruppe zu Gruppe schlenderten, genau wie vor mehr als sechzig Jahren, als sie sie als junges Mädchen von Hochachtung und Bewunderung erfüllt, von eben diesem Fenster aus beobachtet hatte. Alle großen Persönlichkeiten der Zeit waren hier gewesen. Einmal hatte sie sogar ihn, Lorca, gesehen. Unter Orangenblüten hatten sie Fino und Manzanilla getrunken und über Dinge gesprochen, die sie nicht verstand. Sie hatte gesehen, wie sich der Ausdruck ihrer Minen im Verlauf zweier Jahrzehnte von strahlender Zuversicht in unausgesprochene Besorgnis verwandelt hatte. Dann in bange Furcht und schließlich in nackte, brutale Angst. Und während dieser ganzen Zeit hatten die Bäume geblüht und Früchte getragen. Ungepflückt blieben sie an den Zweigen hängen und wurden von den Kutschen und Autos, die sie hinter der Mauer hören konnte, mit staubigem Sand bedeckt. Eines Tages kam sie von unbekannten Geräuschen geweckt aus ihrem kleinen, sonnigen Zimmer herunter und fand die Erde mit faulenden Früchten bedeckt vor. Es war, als hätte ein plötzliches Erdbeben sie von den Ästen geschüttelt. Zerfetzt und verformt lagen sie auf der trockenen, rotbraunen Erde. Verwesendes Fruchtfleisch quoll aus den aufgeplatzten, orangefarbenen und gelben Schalen hervor. Es hatte etwas Obszönes und war über den reinen Anblick hinaus beängstigend. Eine Lebensspanne später sah sie sich wieder so, wie sie damals war, beobachtete das junge Mädchen in seinem weiten Kleid aus kühler Baumwolle, das an der blau-gold gefließten Tür des Patios in der Sonne stand und schockiert und ahnungsvoll auf die bittere Ernte blickte. Sie wartete. Es würde kommen. Es kam immer. Eine Explosion hinter der Patiomauer, so ohrenbetäubend, so gewaltsam, als würde die Welt auseinandergerissen. Die Luft, der Himmel erbebte. Sie schrie und die Zeit spielte verrückt. Die Sekunden wurden zu Stunden, als wollte sie die Schmerzen, das Leid verlängern. Die Bäume waren wie elektrisiert. Ihre Äste zuckten, als durchliefen sie stahlharte Muskeln, die sich plötzlich aus Wut oder Angst verspannten. Sie ballten sich wie Fäuste, entspannten sich wieder und die Luft füllte sich mit Blättern, Zweigen und dem widerlich süßen Aroma faulender Früchte. Die Detonation der Kanone trieb einen neuen Geruch heran, den scharfen Gestank von Kordit und Verbranntem. Über ihr Flügelschläge, angstvolle Schreie der Vögel, flattern, flattern. Ein Gegenstand taucht vor ihr auf, sinkt vom Himmel, blutige Tränen auf Weiß, nahe genug, um ihn zu berühren. Er schwebt wie eine Feder herab langsam, fast anmutig. Sie kann das Rot tiefdunkel und sehr real auf den Federn sehen, kann den blutigen Streifen am Hals sehen, wo die Explosion den Kopf abgerissen hat und spürt irgendwo in ihrem Hinterkopf, dass sie schreit. Doch da ist kein Laut, kein Schmerz, überhaupt keine Empfindung. Die Welt ist zu einem einzigen Ereignis zusammengeschrumpft. Vor ihr schwebt eine kopflose Taube mit unwirklicher Langsamkeit zu Boden. Sie sieht, wie der Hals krampfhaft zuckt. Sie sieht, wie Blut aus dem Körper pulst. Die Tropfen fliegen langsam durch die Luft, perfekte rote Perlen, halb erstarrt in ihrer Bewegung. Sie fallen auf ihr Kleid, ihre Haut. Sie sieht das Rot auf ihren Armen, spürt es, klebrig in ihrem Nacken. Sie schreit, fühlt den leichten roten Regen auf ihrer Zunge und kommt nicht umhin, ihn zu schmecken. Frisch, warm und salzig, als sie sich automatisch mit der Zunge über die Lippen fährt. Und die gedankliche Umsetzung dreht ihr den Magen um, lange bevor die physische Reaktion einsetzt. Die Zeit bleibt stehen. Die Taube verharrt vor ihr, als wolle sie sagen, das ist der Moment. Mit einem plötzlichen, brutalen Klatschen prallt sie auf der Erde auf. Und als sie zu würgen beginnt, weiß sie, dass dieses Ereignis, obgleich nur Vorbote anderer, weit verhängnisvollerer Geschehnisse, sie für den Rest ihres Lebens prägen wird. Irgendwann, in einer anderen Zeit, erbricht sich ein junges Mädchen im Patio seines Elternhauses, den kleinen, zerfetzten Körper einer Taube, vor seinen Füßen. Draußen der Lärm der Waffen, der Geruch von Blut. La Soledad. Dona Katharina sieht ihre Geister schwinden, langsam in der Nachmittagssonne verblassen. Unvermittelt kommt Ärger in ihr hoch. Warum jetzt? Warum ruhen die Toten nicht in ihren Gräbern? Tränen brennen in ihren Augenwinkeln. Sie empfindet Scham über den sauren, schalen Nachgeschmack von Manzanilla in der Kehle. Ein kleines Mittagessen, ein Schluck aus dem Plastikbehälter, den die Stundenhilfe um die Ecke kauft, heiße, schlafträge Nachmittage. Aber wenigstens hat das die Träume vertrieben, schon seit Jahren, fast so erfolgreich, dass sie sie vergessen konnte. Ein Geräusch erregt ihre Aufmerksamkeit. Bei aller Hinfälligkeit sind ihre Augen, ihre Ohren so scharf wie eh und je. Eine Bewegung in einer Ecke des Patios. Sie beobachtet, wie eine Gestalt hinter der purpurfarbenen Bougainville in Richtung Mauer verschwindet. Die Gestalt ist halb von den Bäumen verdeckt. Sie sieht nur rot, überall rot. Kein Gesicht, keine Identität. Tiefes Rot, die Farbe von Taubenblut. Sie spürt, wie ihre Verärgerung zunimmt, stützt sich auf die Armlehnen ihres Sessels und stemmt sich hoch. Ihre Glieder schmerzen. Sie greift nach dem alten Krückstock, ohne den sie inzwischen nicht mehr auskommt, und ihre Hilflosigkeit macht sie noch zorniger. »Gesindel! Gesindel! Gesindel!« schreit sie durch die geöffnete Tür. Ihre Stimme hallt durch den Patio, klingt in ihren Ohren wie das Krächzen einer Krähe. Neue Tränen treten ihr in die Augen. »Du typischer Nichtsnutz! Spionierst deiner alten Frau hinterher, anstatt dir dein Essen durch ehrliche Arbeit zu verdienen! Komm her, du kriegst von mir, was du verdienst! Ich schiebe dir meinen Stock ins Hinterteil, du nichtsnutziger Lümmel!« Blätter rascheln in der Ecke des Patios. Ein Schnaufen. Die rote Gestalt klimmt an der Mauer empor und verschwindet. Sie verspürt Erleichterung, dann Scham über ihr Leben. Sie erwacht, isst, schläft und zählt dann die Pesetas, um sich zu vergewissern, dass sie morgen das Gleiche machen kann. Und jetzt muss sie junge Diebe anschreien, die sie berauben wollen. Sie lehnt sich in ihrem Sessel zurück und sieht sich im Raum um. Die wertvollsten Möbel sind längst fort, im Auktionshaus, an der Caille Major gelandet. Die Gemälde, das Porzellan, die chinesischen Teppiche. Das Gefüge ihrer Erinnerungen an die Kindheit hat sich aufgelöst. Wurde verstreut. Vor ihrem inneren Auge, dem aktiven, vielgestaltigen Bereich ihrer Imagination, den sie neuerdings bevorzugt, kann sie die Wohnungen der Nouveau-Riche in den neuen Vierteln sehen, in denen sie in engen Schuhkartons leben, Schulter an Schulter wie die Armen, aber mit Fernsehgeräten und lauten Radios. Die Symbole ihres Lebens und ihrer Herkunft verleihen ihren oberflächlichen, schäbigen Existenzen zwischen den dünnen Gipswänden einen Hauch von Authentizität. Aber es fehlt nichts. Dessen ist sie sich fast sofort gewiss. Alles, was noch da ist, stellt einen festen, greifbaren Eckpfeiler in ihrem Leben dar. Den Verlust einer Vase, einer Scherbe der Vergangenheit, hätte sie sofort bemerkt. Blinzelnd macht sich Donna Katharina bewusst, dass ihr Denken für kurze Zeit ausgesetzt hatte. Keine Überlegung, nicht einmal das vertraute und willkommene Aufwallen von Ärger, dieses plötzliche, stechende Gefühl, das sie am Leben erhielt. Das Alter fing an, sie zu versteinern. Langsam. Von Tag zu Tag mehr. Dieser Prozess hatte bereits vor Jahrzehnten begonnen, mit dem sanften Herabstürzen einer kopflosen Taube. Doch dem unvermeidlichen Ende entgegen beschleunigt er sich jetzt. Es macht ihr nichts aus. Sie schnuppert und weiß Bescheid. Es ist der Geruch, der alte Geruch. Wieder quält sie sich aus dem Rohrsessel hoch. Sie trägt ein altes, ausgeblichenes Kleid, das wie ein Sack an ihr herabhängt. Die aufgedruckten, einst azurblauen Rosen heben sich blass vom Untergrund schwärzlicher Blätter ab. Ihre Haare, grau mit wenigen hellbraunen Strähnen, sind zu einem strengen Knoten zusammengefasst. Ihre zerfurchten, walnussbraunen Züge wirken noch immer aristokratisch. Ein Blick, der Unbedachte vernichten kann. Eine Hakennase, mindestens seit der Rekonquista ein Merkmal ihrer Familie. Wangenknochen, die fast spitz unter den Augen aufragen. Als sie sich an ihrem Stock zur Tür müht, sieht sie aus wie ein gebrechlicher alter Adler, der auf Beute aus ist. Donna Katharina dreht am Türknauf und betritt die Halle. Sie ist groß und hoch, vornehmer als ihr Zimmer. Sonnenlicht strömt durch die staubtrüben Fensterscheiben über der messingbeschlagenen Flügeltür. Der Boden ist gefegt. Die Fliesen glänzen, wie das nur hundertjährige Keramik kann. Eine Wand wird von einem riesigen Spiegel bedeckt, blind an den Stellen, wo die Quecksilberbeschichtung schadhaft geworden ist. Sie kann sich aus der Entfernung in ihm sehen. Ein ätherisches, blasses Wesen, das mit dem Haus zu verschmelzen scheint. So enden die großen Familien, denkt sie. Im Verfall, in Schäbigkeit, im blassen Abglanz ihrer Vergangenheit. Das haben die Narren im Krieg nicht begriffen. Es gibt keinen entscheidenden Wendepunkt, keinen apokalyptischen Moment. Alles vergeht einfach, bis nichts bleibt als eine Auswahl zufälliger Eintagserscheinungen ohne Bezug zueinander. Es sei denn für eine Geschichte, die kein Lebender je ergründen kann. Wieder schnuppert sie, und ein kalter Schauer läuft ihr über den Rücken. Sie beginnt zu ahnen, was sie geweckt hat. Der Dieb im Garten war es nicht. Sie schlurft zu den anderen Räumen des Erdgeschosses. Sie sind unbewohnt, aber wer kann sich da heutzutage schon sicher sein? Je weiter sie sich von der Treppe entfernt, desto schwächer wird der Geruch. Dennoch zieht sie die Kette mit den Schlüsseln aus der Tasche, dreht sie rasselnd in den alten Schlössern und blickt hinein, schiebt das Unvermeidliche auf. Doch sie sieht nur mit Tüchern verhüllte Möbel, die wie missgestaltete Gespenster darauf warten, dass jemand sie zum Leben erweckt. Alle drei Räume bieten das gleiche Bild. Leblos, verstaubt, leer. Nachdem sie die Tür des letzten Zimmers wieder verschlossen hat, setzt sich Donna Katharina auf einen kleinen, hochlienigen Stuhl neben dem Spiegel. Gegenüber, auf der anderen Seite des Raums, gibt es bequemere Sitzgelegenheiten, aber sie möchte ihr Spiegelbild nicht sehen. Sogar der Anblick ihres eigenen Gesichts könnte sie erschrecken. »Die Andrel, Brüder«, sagt sie vor sich hin und schüttelt den Kopf. Im letzten Jahr hatten sie gut gezahlt, sie in dieser Hinsicht nicht betrogen. Sie waren nur selten anwesend. Sie hätten einen guten Ruf, sagten sie. Das stimmte. Sie zeigten ihr die Zeitungsausschnitte über die Ausstellungen in London und New York, die Artikel in ausländischen Hochglanzmagazinen. Aber sie hatten auch einen anderen Ruf, was sehr schnell ersichtlich wurde. Das Knallen von Türen zu mitternächtlicher Stunde. Seltsame Besucher in absonderlicher Kleidung. Eine Andersartigkeit, die sie gelegentlich ängstigte, ihr eine Furcht einflößte, die sie nur zu gut kannte. Eines Tages in der Halle sah sie sie gemeinsam die Treppe herunterkommen. Hand in Hand, kichern wie Kinder und in exotische Lederanzüge gekleidet, die sie absolut schwachsinnig aussehen ließen. Sie war nicht dumm. Sie kannte sich mit derlei aus. »Sie sind aus Barcelona,« sagte sie und sah ihnen mit diesem Adlerblick in die Augen, den niemand, nicht einmal die Brüder Angel mit ihren Adern voller Drogen ignorieren konnten. Pedro, der ruhigere, der mit dem blonden Haar, bei dem sie sich immer fragte, ob es gefärbt war, nickte. »Sind sie Brüder? Richtige Brüder?« »Sie, Donna Katharina,« antwortete er, und sie erkannte, dass der andere aus irgendeinem Grund der Sprache nicht mächtig zu sein schien. »Wer als das? Wir sind Zwillinge!« Sie starrte die beiden an. Zwischen ihnen gab es absolut keine Ähnlichkeit. Sie konnte es nicht glauben. Pedro wirkte gekränkt. »Es stimmt. Wir würden sie doch nicht anlügen, sehen Sie!« Er schüttelte seinen Bruder, dessen dunkle Augen leer und unergründlich wirkten. »Wir werden es der guten Frau zeigen!« Sie öffneten die Reißverschlüsse ihrer Lederjacken und zogen ihre weißen, gerüchten Baumwollhemden aus den Hosen. Donna Katharina roch den Duft, der von ihnen ausging. »Schwer. Feminin.« »Sehen Sie hier!« Pedro deutete auf eine blasse Narbe an seiner Taille. Seine Finger waren mit Farbe verschmiert. Rot, blau, gelb. Seine Nägel waren lang und schmutzig. Die Narbe war etwa zehn Zentimeter lang und fünf breit, mit kleinen Schwielen an den Rändern, wie die Risse einer selbst zugefügten Wunde. Sie befand sich an seiner linken Körperseite. Der andere Bruder hob sein Hemd und enthüllte eine blasse, schmale Taille. Auf der rechten Seite sah sie eine nahezu identische Narbe. »Sehen Sie!« sagte Pedro. »Ich bin der rechte Zwilling. Juan ist der linke. Bis zu unserem zweiten Lebensjahr waren wir miteinander verbunden. Wir sind nicht nur Brüder, wir sind Zwillinge. Wir sind nicht nur Zwillinge, wir sind himmlische Zwillinge.« Er lachte wie berauscht, doch da war eine Energie in ihm, die nicht vom Alkohol kommen konnte. »Das ist das Geheimnis, das Geheimnis unserer Kunst. In unseren ersten beiden Lebensjahren waren wir wie ein Wesen mit zwei Seelen. Jetzt sind wir zwei Wesen, zwei Seelen und doch schaffen wir!« Er sprach das Wort aus, als wäre es heilig. »Wie ein Mensch!« »Zwei Seelen, ein Ziel!« Sie sah ihn an. Ihre Abneigung stieß ihr sauer auf. »Verhalten Sie sich nachts bitte ruhiger«, sagte sie, »und unterlassen Sie alles, was dieses Haus in einen schlechten Ruf bringen könnte. Nicht alles, was in Barcelona erlaubt sein mag, ist es auch hier. »Jedenfalls nicht unter meinem Dach!« »Wir werden Ihnen nur Ehre bereiten, Madame!« Das Französisch ging ihm glatt über die Lippen, nicht zum ersten Mal. »Eines Tages wird man eine Gedenktafel an Ihrer Tür anbringen.« Bei diesen Worten waren Sie aus dem Haus gestolpert, aber der Lärm hatte nachgelassen. Im letzten Monat war kaum noch ein Laut von Ihnen zu vernehmen gewesen. Und Ihr Geld war willkommen. Nein, das Geld war lebensnotwendig. Sie steht auf und macht sich bewusst, dass es das ist, was sie am meisten fürchtet. Sie ist zu alt, um neue Menschen unter Ihrem Dach aufzunehmen. Deshalb hat sie sich nie bemüht, auch die anderen Zimmer zu vermieten. Die Aufgabe, neue Gäste zu finden, sie zu überprüfen, sie im Auge zu behalten und dafür zu sorgen, dass sie rechtzeitig zahlten, das alles überstieg ihre Kräfte. Ganz gleich, was sich hinter ihren verschlossenen Türen abspielte. Die Brüder Angel zahlten regelmäßig, und sie störten sie inzwischen nicht mehr. Sie waren ihre Rückversicherung, bis das Ende kam. Zu verkaufen hatte sie nichts mehr, nur noch das Haus selbst, aber wenn sie das tat, würde sie das ebenso umbringen wie eine Krankheit oder ein junger Tu-nicht-gut-von-der-Straße. Donna Katharina seufzt und geht ohne einen Seitenblick an dem riesigen Spiegel vorbei auf die Treppe zu. Früher einmal ist sie das Geländer hinunter in die Arme ihres Vaters gerutscht. Früher einmal. Jetzt umfasst sie es mit einer faltigen, altersschwachen Hand, setzt einen Fuß auf eine Stufe, zieht den anderen nach. 27 Stufen sind es. Als Vierjährige hat sie sie gezählt, und die Bewältigung jeder Einzelnen kostet sie fast eine Minute. Als sie oben angekommen ist, sinkt sie auf den Boden. Tränen laufen ihr über die Wangen. Ihr Atem kommt in keuchenden Stößen. Die Tür zum Zimmer steht halb offen. Der Gestank ist unerträglich. Ein übler, miasmatischer Geruch, der sie bis ins Mark frösteln lässt. La Soledad. Das Telefon, ihr Telefon, steht auf einem kleinen Tisch nur einen Schritt hinter der geöffneten Tür. Aber nichts in der Welt, nicht einmal der Herrgott persönlich, könnte Donna Katharina dazu bewegen, die Schwelle zu überqueren. Sie weiß nicht, wie lange sie dort auf dem Boden sitzt, und die Erinnerungen, die Schrecken, zucken mit einer Deutlichkeit durch ihren Kopf, die ihr die Galle, die Kehle herauftreibt. Als die Welt aufhört, sich um sie zu drehen, wischt sie sich mit dem Ärmel über das Gesicht, steht auf, greift nach dem Geländer und müht sich, Stufe um Stufe, weiter hinauf. Das durch das Fenster über der Tür dringende Sonnenlicht wird blasser. Draußen stimmen die Vögel ihr Abendlied an. Sie braucht weitere 20 Minuten, um an das Telefon in ihrem Zimmer zu gelangen. In der Notrufzentrale des großen Polizeipräsidiums, hinter der Plaza de la Paz, blinkt ein rotes Signal auf. Miguel Domingo, ein übergewichtiger Zivilist, der überzeugt ist, mit seiner Zeit etwas Besseres anfangen zu können, als wirre Anrufe entgegenzunehmen, sieht es vor sich blinken. Er trinkt eine San Miguel-Dose leer, beißt von seinem fetten Schinkenbrot ab, kaut, schluckt, rülpst und streckt die Hand aus. Mit einem Höchstmaß an gelangweilter Aggressivität legt er den Schalter um und knurrt. Digame! Aber es dauert eine Minute, bis Dona Katharina mit dem Schluchzen aufhören und zu sprechen beginnen kann. Kapitel 2 Um sechs Uhr morgens ist die mehrspurige Fernstraße nahezu leer. In einer Stunde werden die schweren Laster aus Cadiz, Sevilla und Cordoba die neue Autobahn verstopfen, die am Rand stehenden Palmen in wolkenschwarzen Diesel raushüllen und Auseinandersetzungen mit den einheimischen Anzetteln, die aus den Vororten zu ihren Arbeitsstätten wollen. Doch noch ist alles paradiesisch friedlich. Maria Gutierrez hält ein gleichmäßiges Tempo von 50 mit ihrem gemieteten Seat Ibiza. Ihre müden, schmerzenden Augen sind auf die Fahrbahn gerichtet. Der kleine rote Wagen bleibt so lange wie möglich auf der inneren Fahrspur. Sie hat keine Eile, lässt sich vom Verkehr treiben und versucht nicht daran zu denken, wohin er sie bringt. Seit zehn Jahren, seit einer Dekade ist sie nicht mehr in der Stadt gewesen. Und die Rückkehr kommt ihr vor wie ein unerwünschtes Eindringen in ihre eigene Vergangenheit. Die Haare fliegen ihr um den Kopf, zerzaust vom Fahrtwind, der durchs halb geöffnete Fenster hereinweht. Sie sind hellbraun mit blonden Strähnen, zu jung, zu ungebärdig für sie. Ein Relikt von gestern. Ihre klaren blauen Augen, sehr intensiv, fast bohrend, verlassen die Fahrbahn, blicken auf Abfahrten und wieder zurück, halten nach Richtungen Ausschau, registrieren Anblicke, die alte Erinnerungen wachrufen, die Vergangenheit aufstören, die irgendwo in ihrem Kopf begraben ist. Es sind kluge, abgeklärte Augen in einem blassen, wachen Gesicht, das eher faszinierend ist als schön. Maria Gutierrez ist 33. Sie hat die Augen einer zehn Jahre älteren Frau und die Frisur einer Zwanzigjährigen. Vor sieben Stunden, mitten in der Nacht, hat sie ihre Wohnung in einem Apartment-Hochhaus in der Neustadt von Salamanca verlassen. Eine helle, saubere, aseptische Umgebung. Der Abstand der Hochhausblöcke ist von den Behörden auf den Zentimeter genau genormt. Die grauen Steinbauten strahlen Exaktheit aus, Korrektheit und eine Art kalte, komfortable Teilnahmslosigkeit. Niemand stellt um drei Uhr morgens seinen Müll vor die Tür. Lautes Singen, nächtliche Partys und lärmende Familienauseinandersetzungen sind nicht gern gesehen. Keiner kennt den anderen. Man steht morgens auf, geht zur Arbeit, kommt heim, legt sich ins Bett. Man ist im Norden und das ist die neue Stadt. Distanziert, abweisend und doch von dem unausgesprochenen Gefühl beherrscht, etwas verloren zu haben. Aber auch sicherer. Im Norden kennen Emotionen ihren Platz. Unter der Oberfläche, wohl verwahrt. Im Süden ist es anders. Sechs Stunden lang fuhr Maria Gutierrez über unbekannte Autobahnen. Ihr gefiel die Dunkelheit, die Anonymität, die Sicherheit, die sie verhieß. Dann, als die Sonne strahlend über der Bergkette im Osten aufging, erreichte sie die Stadt. Die Schnellstraße umfährt die Altstadt entlang der äußeren Stadtmauer, die im 9. Jahrhundert von den Arabern errichtet wurde. 300 Jahre später kehrten die Christen im Triumph zurück. Hinter diesen Mauern planten sie den Feldzug, der zwei Jahrhunderte später die christliche Wiedereroberung Spaniens vollendete. 500 Jahre später zerstörte ein anderer Bürgerkrieg die Hälfte des honigfarbenen Mauerwerks. Den Rest besorgten dann die Städteplaner der 60er Jahre. Sie rissen sie ab, um Platz für eine Verkehrsader aus Asphalt zu schaffen. Aber Reste der alten Umfriedung sind geblieben. Hier ein überwölbtes Tor, dort ein Mauerfragment. Ein junger Mann, jemand, der von ihren Haaren, ihren Augen fasziniert gewesen war, hatte sie ihr einmal gezeigt, als sie die Universität besuchte. Damals, als ihre Gefühle sie verunsicherten, sie noch nicht gelernt hatte, sie zu beherrschen und fest in sich zu verschließen. Jetzt kommt sie an den Mauerresten vorbei, und in dem kleinen inneren Spiegel, der unerwünscht aus dem Nichts auftaucht, sieht sie sein Gesicht. Sie fragt sich, wo er jetzt ist, falls er noch lebt. Irgendwo in ihrem Kopf regt sich eine Erinnerung an ihren letzten Streit, an den Augenblick, als ihr seine Intensität, seine Nähe zu viel wurde. Als sie sich für die Sicherheit des Alleinseins und gegen das Risiko des Zusammenseins entschied. Die Erinnerung rührt sich, dreht sich im Schlaf, und nur für den Fall, dass sie erwacht, hält sie den Atem an, bis alles in ihr wieder ruhig ist. Das Auto fährt an der alten Abzweigung nach Kadis vorbei. Passiert die innere Stadtmauer, biegt rechts ab und hält auf den Fluss zu. Eine träge, braune Wassermasse von rund 200 Meter Breite. Auf seinem Weg aus den Bergen in Kassorla zum Atlantik teilt sich der Gordal-Kiver vor dem niedrigen Felsplateau, auf dem die Stadt ursprünglich erbaut wurde. Er umfließt es, bildet eine kleine, natürliche Insel. Leicht zu verteidigen, aber zu klein, um all die Menschen aufzunehmen, die die Stadt bald anziehen sollte. Vorbei an den mittelalterlichen Kai-Anlagen. Kolumbus ist hier einst gelandet. Vorbei an den Ausflugsbooten, die auf Passagiere warten. Hinter der blankpolierten Messing-Reling eines kleinen Dampfers schrubbt jemand das Deck. Von einer Zigarette fällt Asche auf schimmernde Holzplanken. Sie fährt jetzt direkt am Ufer entlang. Nur ein schmaler, tiefer gelegter Fußweg trennt sie vom Fluss. Auf ihm üben ein paar Jugendliche für die Fiesta. Horn, Trompete und Trommeln quälen sich durch eine der alten Melodien. Sie dringt einen Moment lang durch das halb geöffnete Fenster und verklingt dann über dem Wasser, treibt auf den Alphabia-Park auf dem gegenüberliegenden Ufer zu. Tauben stieben auf, wie hochgescheucht von den Missklängen. Vier Brücken führen in die Altstadt. Jede trägt den Namen des Stadtviertels, in das sie führt. Carmona, Veracruz, Santana und El Viejo. Der Alte, der Barrio. Sie erinnert sich an den Namen. Der Spiegel ist wieder da und diesmal nicht zu verdrängen. Denkt an kleine Räume in kleinen Wohnungen, schmale Betten, das Knacken von Eisengestellen unter dem Gewicht von zwei Körpern. Sie braucht nur an zwei der Brücken vorbei, um dann nach El Viejo einzubiegen. Doch stattdessen umkreist sie die ganze Altstadt, lässt sich Zeit, weitere 20 Minuten, sucht nach Ausreden und denkt an den vor ihr liegenden Tag. Es gibt keine Entschuldigung. Heute wird es ruhig bleiben. Die großen Feiern, die Höhepunkte finden erst am Wochenende statt. Die Semana Santa hat gerade erst begonnen. Die Absperrungsgitter scheinen noch sauber gestapelt zu sein. Sie wurden noch nicht von nächtlichen Zechern in den Fluss geworfen. Niemand hat die Holztribünen für die Paraden in Brand gesetzt. Niemand schläft seinen Rausch aus auf einer Bank am Fluss. Golden und alt, mit drei eleganten Bögen taucht die Brücke nach El Viejo rechts vor ihr auf. Sie gibt Zeichen, sieht in den Rückspiegel und biegt auf die einspurige Straße ein. Die Ampel zeigt grün und der Wagen rauscht durch. Der Fahrtwind heilt an den alten Hauswänden wieder. Sie fährt unter dem Almohadentor hindurch, einem machtvollen, von Alter und Luftverschmutzung verwitterten Triumphbogen und erreicht die Plaza de la Paz, biegt nach links in den Barrio. Sie erinnert sich an die Straße, findet die kleine unterirdische Parkgarage, stellt das Auto ab und läuft zum Apartment hinauf. Sie öffnet die Tür, wirft ihre Tasche auf den Boden, reißt die Fenster auf, wirft sich auf das Bett und starrt zur Decke. Die Geräusche und Gerüche der Stadt treiben von draußen herein. Ein Jahrzehnt ist vergangen, aber sie sind die gleichen. Kapitel 3 Vielleicht ist sie eine Lesbe, das muss es sein, das ist es, eine Lesbe, höchst wahrscheinlich, eindeutig. Sergiant Filippe Turillo, der Bär, hörte intensiv zu, mit hochrotem Gesicht. Das war ungewöhnlich für die Tageszeit. Turillo 1,80 groß, zweieinhalb Zentner schwer und mit dem Gesicht eines übergewichtigen Cherub platzte fast vor unterdrücktem Ärger. Er hörte Kemar dazu, dem Schandmaul des Reviers und wünschte sich, meilenweit weg. Weißt du, Turillo, du bist nicht firm in diesen Dingen. Tief im Innern haben alle Lesben Schuldgefühle. Sie zerreißen sich zwar pausenlos über uns das Maul, aber in Wirklichkeit brennen sie nur darauf, einen richtigen Schwanz zu spüren. Darauf gebe ich dir mein Wort und die da drüben. Kemar da zeigte so auffällig auf die zierliche Gestalt im Warteraum gegenüber dem Dienstzimmer, dass ihr das nicht entgehen konnte. Ist eine waschechte Lesbe. Ich fress einen Besen, wenn ich mich irre. Sie fühlen sich von Bullen angezogen, weil sie wissen, dass wir ganze Kerle sind, anders als die kleinen Tonten, mit denen sie sich sonst umgeben. Und weißt du warum? Weil sie hoffen, dass wir sie eines Tages kurieren. Das elektrische Licht beschien die Halbglatze des älteren Mannes, spiegelte sich in seinem dünnen Lächeln wieder, dem dünnen Stoff seines Anzugs. Ein Jahr trennte die beiden, aber es wirkte wie ein Jahrzehnt. Turillo stand auf. Sein Leinenanzug zeigte Knitterfalten. Seine langen, braunen Haare waren hinten zu einem kurzen Pferdeschwanz zusammengefasst, ein Relikt seiner längst vergangenen Dienstzeit im Drogendezernat. Kimada sah aus wie ein unterbezahlter Bankdirektor. Er war fast 30 Zentimeter kleiner, eindeutig zu dick und hatte sich die verbliebenen Haarsträhnen wie Sardellen um seine Glatze gelegt. Er keuchte beim Sprechen. Schweißperlen bedeckten seine Stirn. Kimada verschob einen Stapel Unterlagen auf dem Schreibtisch, der aussah, als hätte jemand einen Papierkorb darauf ausgeleert. »Sag deiner kleinen Lesbe, wenn sie geheilt werden will, könnte ich mich unter Umständen bereit finden, den Arzt zu spälen.« Drei der anderen Polizisten hinter ihm lachten dreckig auf, sahen Turillos Miene und verstummten. »Du bist ein Blödmann, Kimada«, sagte der größere Mann mit steinernem Gesicht. »Ein Blödmann.« Turillo suchte nach weiteren Worten, fand keine und wiederholte sich noch einmal. Die Tür ging auf und Rodriguez trat ein. Der Kapitan schnupperte. Zigaretten, Schweiß, billige Schorizo und abgestandene Fürze. Er warf einen Blick in den Warteraum, sah Turillo an, dessen Gesicht inzwischen purpurrot war und deutete in die Richtung seines Büros. Die beiden Männer gingen über den Flur und Turillo öffnete die Glastür. Sie traten ein und setzten sich. Aus seinem Ledersessel sah Rodriguez aus dem Fenster über den Platz zur Kathedrale hinüber, einer kuriosen Mischung aus christlicher Gotik und muslimischer Moschee, durch die sich die Touristen tagtäglich in langen Schlangen hindurchwandten. Das war der Ausblick. Sein Ausblick. Er genoss ihn seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Art, wie er nachdenklich zur Kathedrale hinüberblickte, wenn die Fälle knifflig wurden und dort Erkenntnisse zu gewinnen schien, die dem Rest von ihnen verschlossen blieben, war in Polizeikreisen zur Legende geworden. Sie nannten ihn schon den Alten, lange bevor er das seinen Jahren nach verdient hätte. Aus dem Chaos und der Korruption, für die die Polizei unter Franco stand, hatte er etwas geschaffen, was funktionierte, Erfolge vorzuweisen hatte. Und wenn sie nicht immer verstanden, wie er das machte, trug das nur weiter zum Mythos bei, zur Magie. Manchmal brauchte man eben nicht alles zu verstehen. Der Torre del Ordo, der dreihundert Jahre alte Glockenturm, der einmal als Minarett gedient hatte, warf einen langen, schmalen Schatten über den Platz. Es war halb neun Uhr morgens und Rodriguez konnte sehen, dass im Alacon, der kleinen Bar, die die Polizisten frequentierten, ein großer Teil der Morgenschicht Berge von Churros verputzte, Unmengen Kaffee und Schokolade in sich hineinschüttete, Gläser mit Cognac leerte. Thurio ließ dem Kapitan Zeit, sich mit dem Tag anzufreunden und empfand erneut die unbehagliche Besorgnis, die ihn seit kurzem immer wieder überfiel. Der Alte, der Kapitan, zu dem sie seit undenklichen Zeiten aufgeblickt hatten, sah alt aus. Es hatte eine Zeit gegeben, in der sich jeder auf ihn verlassen hatte, in der man sicher sein konnte, dass Rodriguez schon regeln würde, was bei ihnen auch immer schief lief, und das auf eine Weise, die ihnen unerfindlich blieb. Aber das war jetzt schon lange her. Nun wirkte er alt, bequem und zufrieden. Er musste knapp sechzig sein. Am Horizont winkte der Ruhestand und er fing an, zurückzuwinken. Eine kleine Cassita an der Küste. Endlich mehr Zeit für die Familie, von der er so oft sprach. Thurio sah ihn schon als Ruheständler vor sich, wie sich das lebhafte Gesicht unter der Sonne langsam Mahagoni-Braun verfärbte, die lebendigen, dunklen Augen ihren Glanz verloren. Das geschah bereits. Sie wussten es alle. Wenn die Dinge heikel wurden, wenn sie mit einem Fall nicht weiterkamen und dem Alakon missmutig in ihre Gläser starrten, sagte garantiert jemand, der Alte wird's schon richten. Diese Zeit verging. Die Generationen wechselten und mit ihnen veränderte sich die Welt. Thurio dachte darüber nach, wie der Alte abbaute und fragte sich, warum ihm jemand das Übel nehmen sollte. Dann sagte er, großer Gott, warum ausgerechnet zu uns? Rodriguez sah seinen Sergiant lächelnd an. Warum nicht zu uns? Sie will etwas lernen. Und wo könnte sie das besser als bei uns? Es ist eine Anerkennung. Sie scheinen das nicht so zu sehen. Thurio reckte den Daumen über die Schulter Richtung Dienstzimmer. Sie sind eben, wie war doch gleich das Wort, das sich durch die Tür hörte, Blödmänner. Thurio lachte. Das bin ich auch manchmal. Manchmal. Rodriguez Augen funkelten humorvoll und, auch wenn das vielleicht nicht anhielt, hellwach. Thurio rief sich ins Gedächtnis, dass keiner, kein einziger im ganzen Gebäude so agil wirkte. Besonders nicht zu dieser Morgenstunde während der Semana Santa. Holen Sie sie herein und besorgen Sie uns dann Kaffee. Wir werden das ganz sachlich über die Bühne bringen und uns dann um unsere Arbeit kümmern. Thurio sprang auf die Beine. Selbstverständlich. Es gibt da etwas Neues, aber Genaues weiß ich noch nicht. Kam erst kurz vor ihrer Ankunft rein. Der Bericht liegt auf ihrem Tisch. Rodriguez nickte und vertiefte sich in die Unterlagen. Er las noch immer, als sich die Tür wieder öffnete und Maria Gutierrez eintrat. Thurio folgte ihr, schloss die Tür und hüstelte. Ich werde Kaffee besorgen. Und ein Glas Wasser für mich bitte, sagte sie ruhig. Der Akzent war leicht, aber unüberhörbar. Nördlich, Mittelklasse, selbstsicher. Rodriguez sah sie an. Das Memo über den Neuzugang, von ihm kaum gelesen, hatte ihn auf eine andere Frau vorbereitet. Maria Gutierrez war klein und zierlich, kaum größer als ein Meter fünfundfünfzig. Sie trug ein blassblaues Batisthemd und ausgeblichene Beuteljeans, die so aussahen, als hätte sie sie bei einem Straßenhändler gekauft. Ihre Haare schienen vom Kopf in alle Richtungen empor zu streben, um an irgendeinem Punkt wieder von der Gravität herabgezogen zu werden. Rodriguez konnte nicht entscheiden, ob das eine beabsichtigte Frisur oder mangelnde Sorgfalt war. Zusammen mit ihrem feingeschnittenen, faszinierenden Gesicht machte das Ganze den Eindruck nachlässiger Eleganz. Aber dies war keine Frau, die Wert auf Äußerlichkeiten legte. Sie trug kein Make-up auf ihrer hellen Haut, die eher nordeuropäisch als spanisch wirkte. Wache, intelligente Augen sahen ihn an, schätzten auch ihn ab. Rodriguez wünschte sich, das Memo sorgfältiger gelesen zu haben. Er kam nicht auf ihr Alter. Sie konnte nahezu alles zwischen zwanzig und dreißig sein. Alterseinschätzungen waren noch nie seine Stärke gewesen. Torrio kehrte zurück, stellte drei Kaffeegläser auf den Schreibtisch und reichte ihr einen Plastikbecher mit Wasser. Danke, sagte sie. Und vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir Einblick in Ihre Arbeit zu geben. Torrio lächelte errötend. Senora Gutierrez, fragte Rodriguez. Studieren Sie in Salamanca? Nein, Kapitan, ich bin Professorin. Ah, Professorin der Geisteswissenschaften. Ich nahm an, das wäre Ihnen mitgeteilt worden. Geisteswissenschaften? Wiederholte Torrio verblüfft. Wir sind hier bei der Polizei. Was hat die mit Geisteswissenschaften zu tun? Ich bin von der Qualifikation her Professorin für Geisteswissenschaften. Im Moment bin ich für das Innenministerium tätig, erläuterte sie freundlich und geduldig. Wir befassen uns mit einer Reihe von Projekten, die die Effektivität der Polizei untersuchen sollen. Unter Umständen versetzen unsere Arbeitsergebnisse die Regierung in die Lage, Veränderungen in der Ausbildung und in der Ermittlungspraxis zu empfehlen. Auch in den Universitäten sind neue Zeiten angebrochen, Kapitan. Wir müssen uns bezahlt machen, daher übernehmen wir diese Aufträge. Meine Entscheidung war das nicht. Wir haben unsere Untersuchungen in Madrid, Barcelona und Malaga durchgeführt. Wir arbeiten an weiteren, hier ebenso wie in Burgos und Santander. Er. Schließlich wird ein Bericht verfasst. Es gibt eine Methodik für das Projekt, die ich Ihnen zur Verfügung stellen kann, wenn Sie das wünschen. Im Grunde geht es darum, Ihre Arbeit an einem Fall zu verfolgen und später darüber zu berichten. Eine Meto-was? Torrio hob verdutzt die Brauen. Eine Methodik. Die Vorgehensweise, wenn Ihnen das lieber ist. Es ist mir lieber. Erinnert mehr an Polizeiarbeit. Freiarbeit. Kapitan? Rodriguez hatte sich wieder seinen Unterlagen zugewandt. Er ließ nur zögernd davon ab. Möchten Sie, dass ich Ihnen erkläre, wie ich gern vorgehen würde, Kapitan? Nur kurz. Bitte. Ich wurde brieflicher aus Madrid angewiesen, Sie hier bei uns aufzunehmen und Ihnen so weit wie möglich freie Hand zu lassen. Also heißen wir Sie willkommen, aber Sie werden sicher verstehen, dass wir zunächst einmal die Arbeit erledigen müssen, für die wir bezahlt werden. Ich werde Sie nach Kräften unterstützen, vorausgesetzt, und das sollte ganz klar sein, vorausgesetzt, dass es unsere Arbeit in keiner Weise beeinträchtigt. Die blauen Augen blitzten und Rodriguez entging die kühle Entschlossenheit keineswegs. Selbstverständlich. Ich habe nicht vor, Sie zu behindern. Ich möchte lediglich Arbeitsvorgänge beobachten und Notizen machen und danach Ihnen und Ihren Serriant ein paar Fragen stellen, in einer Abschlussbesprechung, wenn Sie so wollen. Und ich werde Ihnen eine Kopie des fertigen Berichts zuschicken. Rodriguez wedelte mit der Hand über den Schreibtisch, zeigte zu den gefüllten Regalen hinüber. Berichte, Berichte, Berichte. Das Leben eines Polizisten besteht aus Papier. Ausdruckslos sah sie ihn an. Nein, verzeihen Sie. Selbstverständlich erhalte ich sehr gern Ihren Bericht. Aber im Moment muss ich mich mit einem anderen befassen. Er hob ein Schriftstück hoch. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es Ihnen darum, einen Fall von Anfang bis zum Ende zu verfolgen. Einen ganz x-beliebigen Fall. Sie nickte. Vielleicht gibt es kein befriedigendes Ende. Wir haben hier eine recht gute Aufklärungsrate. Aber niemand ist vollkommen. Das ist mir klar. Am einfachsten wird es sein, wenn Sie mich an dem verhältnismäßig personalintensiven Fall zuteilen, an dem ich dranbleibe, bis die Ermittlungen erfolgreich abgeschlossen sind oder Sie sie einstellen. Verstehe. Rodriguez blickte wieder die Unterlagen auf seinem Schreibtisch an. Sind Sie empfindlich, Frau Professor? Die blauen Augen zuckten mit keiner Wimper. Nun, das wird sich zeigen. Haben Sie schon einmal von den Angel-Brüdern gehört? Den Künstlern? Ja, selbstverständlich. Wer hätte das nicht? Torrio schüttelte den Kopf. Äh, ich? Sie werden Sie kennenlernen. Sie wurden gestern Abend tot aufgefunden. Wahrscheinlich ermordet. Ausgerechnet am Beginn der Semana Santa, muss ich schon sagen. Ich hatte gehofft, Ihre Aufmerksamkeit auf unser hervorragendes System zur Bewältigung von Verkehrsströmen und Menschenansammlungen zu lenken, Frau Professor. Doch offenbar ist mir das nicht vergönnt. Das Haus liegt in Carmona. Ich habe Hauptkommissar Menendez auf den Fall angesetzt. Sie treffen ihn auf dem Parkplatz. Sie rührte sich nicht. Gestern Abend, Kapitan? Wie ich schon sagte. Und jetzt ist es fast neun Uhr vormittags. Braucht ein höherer Polizeiangehöriger so lange, um am Tatort zu erscheinen? Sie wurden gestern Abend von einer sehr alten Dame entdeckt. Sie ist sehr hinfällig und war von daher begreiflicherweise ein bisschen verwirrt. Als sie unsere Zentrale anrief, beschwerte sie sich lediglich über einen äußerst unangenehmen Geruch. Mehr nicht. Und? Der aufnehmende Beamte vermittelte ihr einen Installateur, der um diese Tageszeit gar nicht leicht zu bekommen ist. Nach seiner Ankunft im Haus rief uns der Installateur an und erläuterte die wahre Sachlage. Ich glaube, man könnte mit einigem Recht sagen, dass es hier ein kleines Problem mit unserer Methodik gab. Bitte, Hauptkommissar Menendez, wartet. Torrio stand auf, ging zum Garderobenhalter und zog seinen Sakko an. Sie folgte ihm zur Tür hinaus und kritzelte beim Laufen fieberhaft etwas in ein kleines Notizbuch. Vor dem Tisch mit dem Dienstbuch blieb Torrio stehen und trug sich aus. Hemada saß am Nebentisch und grinste breit. Er musterte sie von Kopf bis Fuß, schnalzte mit der Zunge und hob die Schultern, als wollte er sagen, vielleicht irgendwann, wenn ich nichts Besseres zu tun habe. Maria Gutierrez hörte auf zu kritzeln, beugte sich vor und sah Hemada direkt in die Augen. Sie war so nahe, dass sie seinen Tabakatem riechen konnte. Torrio spürte die veränderte Atmosphäre und drehte sich neugierig um. Hemada spannte den Arm an. Ein wabbeliges Polster bildete sich zwischen Ellbogen und Schulter. Gefallen Ihnen Muskeln, Senora, grinste Hemada. Nicht, wenn Sie zwischen den Ohren liegen. Torrio lachte laut auf, ein tiefes, sonores Röhren, das durch den ganzen Raum hallte. Stumm und mit hochrotem Gesicht saß Hemada da. Maria Gutierrez straffte die Schultern, steckte ihr Notizbuch in einen kleinen, grauen Lederaktenkoffer und verließ unter schüchternem Applaus den Raum. Torrio sah Hemada an, dessen Kinn sich auf Schreibtischhöhe befand, und empfand fast so etwas wie Mitleid. Sie mag vielleicht eine Lesbierin sein, mein Freund, sagte er. Aber wenn, dann ist sie unsere Lesbierin. Dann folgte er ihr die zwei Treppen hinunter. Auf dem Parkplatz ging Torrio auf einen Ford zu und öffnete ihr die Tür. Der Mann auf dem Beifahrersitz drehte sich nicht einmal um. Das ist Hauptkommissar Menendez, knurrte Torrio, leicht verlegen. »Guten Morgen, Herr Kommissar«, sagte sie zu dem dunkel gekleideten Rücken vor ihr. Sie erhielt keine Antwort. Zwei Minuten später fuhren sie schnell und schweigend auf die Straße hinaus. In diesem Jahr war die Hitze früh gekommen. Schwer und feucht hing sie in der Luft. Auf dem Platz begannen Arbeiter damit, die Tribünen an der Prozessionsstrecke für den folgenden Sonntag zu errichten. Sie erkletterten die riesigen Metallgerüste und hingen an ihnen wie Insekten, die die Knochen eines längst toten Tiers inspizieren. Am Torre del Ordo fuhr Torrio auf die rechte Spur und wartete auf grün, um auf die Campillos einzubiegen und am riesigen Rund der Stierkampf-Arena vorbeizufahren, die sanft golden in der Morgensonne schimmerte. Semana Santa, eine Schande. Er wollte gerade durch das halb geöffnete Fenster spucken, als er sich an die Beifahrerin im Fond erinnerte. Menendez blickte auf die Straßen hinaus, drehte sich dann aber um und sah sie an. Ein langes, kaltes Gesicht, nicht älter als dreißig, mit einem schmalen, schwarzen Schnurrbart. Der Hauptkommissar trug einen adretten, dunkelblauen Anzug über einem makellos weißen Hemd und weinroter Seidenkrawatte. Er sah aus wie ein Börsenmakler. Auf Tradition gibt man nicht allzu viel in Polizeikreisen, Frau Professor, sagte er mit ausdrucksloser Stimme. Wir neigen dazu, in den Tag hineinzuleben. Tradition, knurrte Torrio verächtlich zum offenen Fenster hinaus. Heilige Woche, dass ich nicht lache. Wissen Sie, wie das abläuft? Die ersten drei Tage der Woche liegen Sie auf den Knien und die nächsten vier auf dem Rücken. Sie besaufen sich oder... Sie verstehen schon, was ich meine. Zur Karwoche kommen an die hunderttausend Besucher in die Stadt. Sie benehmen sich genauso. Drei Tage in Sack und Asche. Seine Stimme ging in ein Falsett über. Er ließ kurz das Steuer los und rang die Hände. Bitte, Herr Jesus, vergib uns unsere Schuld. Wir haben im letzten Jahr schwer gesündigt. Und dann nichts wie ab in den Park zur Feria. Die ganze Nacht in den Casitas. Da können Sie zusehen, wie der Gratisfieh nur Ihnen alle Hemmungen wegschwemmt. Während der Semana Santa regelt man als Polizist entweder den Verkehr, schleppt Betrunkene ab oder bekommt Ärger mit Leuten, die sich nicht entscheiden können, ob sie nun saufen oder vögeln wollen. Entschuldigen Sie, Senora, aber das schreiben Sie sich doch hoffentlich nicht auf, oder? Torrio blickte in den Rückspiegel und sah sie lächeln. Gut, wäre mir auch nicht recht. Könnte bei den Leuten, die unsere Löhne zahlen, zu Missverständnissen führen. Das Auto bog um die Ecke in eine kleine Straße, vorbei an weißgetünchten Hauswänden, an Passanten, die über handtuchschmale Bürgersteige stolperten. Dann verbreiterte sich die Straße. Die Häuser waren hier größer. Halb geöffnete Holztore gewährten Einblicke in schattige Innenhöfe, in denen rote Pelagonien und purpurfarbene Jakaranda-Blüten leuchteten. »Das ist Carmona. Sehen Sie die Kirche? Die wohltätigste Jungfrau der Stadt, sagt man. Da, wo ich herkomme, gibt es überhaupt keine Jungfrauen. In Carmona sollen sie noch ein paar haben. Und auf keinen Fall bringen wir hier schmutzige Wörter über die Lippen,« sagte Torrio. »Wenn wir es tun, brechen die Leute auf der Straße tot zusammen. Sie sind so empfindsam.« Torrio beobachtete, wie eine Pferdekutsche mit einer Ladung betrunkener gemächlich in eine Seitenstraße einbog. Er zeigte auf ein großes, altes, quadratisches Gebäude. Davor parkten ein weißer Citroën-Krankenwagen und zwei Polizeikombis. Torrio passierte Eisentore, von denen die Farbe abblätterte, und parkte auf einer Kiesauffahrt unter dem Mimosenbaum. Wie ein Taxifahrer stieg er aus, rannte hinten um den Wagen herum und riss die Fondtür auf. »Sie können mich Bär nennen, wenn Sie wollen. Das macht jeder. Nur der Hauptkommissar nicht.« Maria Gutierrez schwang ihre Beine vom Rücksitz und stieg aus. Ihr Kopf befand sich irgendwo in Torrios Brusthöhe. »Wer?« »Ich denke, es ist liebevoll gemeint. Meistens jedenfalls.« Als sie sich dem Haus zuwandten, unterhielt sich Menendez bereits intensiv mit einem Polizisten. Sein Gesicht hinter der dunklen Sonnenbrille war ausdruckslos. »Wenn sie sich dem Haus zuwandten, unterhielt sich Menendez bereits intensiv mit einem Polizisten.« Ich glaube, der Kapitan hat Sie das schon gefragt, Frau Professor, aber ich möchte mich noch einmal vergewissern. Sind Sie empfindlich? Die Halle erinnerte Sie an Buñuel-Filme der 70er Jahre. Verblichende Größe, Staub, ein Gefühl von Verfall. Menendez Mine zeigte eine Spur von Ungeduld. »Ich folge Ihnen. Notfalls kann ich immer noch umkehren.« »In Ordnung.« Sie gingen die Treppe hinauf, vorbei an Männern in weißen Overalls, die das Gelände mit Pinseln einpuderten, und Kreise um kaum erkennbare Fingerabdrücke zogen. Je näher sie dem Treppenabsatz kamen, desto widerlicher wurde der Geruch. Sie holte ein Taschentuch hervor, besprengte es mit Eau de Cologne und drückte es sich kurz an die Nase. Es half ein bisschen. Wortlos betraten Menendez und Torillo das Zimmer. Sie folgte ihnen auf den Fersen. Die Tür führte in einen riesigen, sonnendurchfluteten Raum. In der Mitte sah sie etwas Dunkles, Undefinierbares, umgeben von Vertretern der Gerichtsmedizin. Über dem Ganzen surrte ein Fliegenschwarm. Von Zeit zu Zeit versuchte eine weiße Hand, ihn zu verscheuchen. Vergeblich. Irgendein innerer Instinkt riet ihr, keinen Blick auf die Mitte zu werfen. Noch nicht. Sie sah daran vorbei und betrachtete das, was für die ermittelnden Beamten nicht von Interesse zu sein schien. Den irdischen Besitz der verstorbenen Brüder Angel. Ein Marmorkamin beherrschte die linke Wand des Raums. Über ihm hing ein großer, vergoldeter Spiegel. Auf dem Kamin Sims stand eine fast meterhohe Uhr aus Goldbronze. Die Zeiger standen auf zwölf. An der gegenüberliegenden Wand ein Sammelsurium moderner Kunst. Ein Wandgemälde, das die Waage, Gilbert und George zuordnete. Ein Seidenparavant von Warhol, sowie einige Werke, die vermutlich von den Brüdern selbst stammten. Nahe der Tür eine Pinnwand mit Zeitungsausschnitten und Fotos. Ein Bild aus einem englischen Magazin zeigte die Brüder auf einer Party in London, die Rezension einer Ausstellung in New York, ein paar Amateuraufnahmen der Brüder mit Angehörigen der internationalen Glitzerwelt. Zwischen ihr und dem Fenster ein Durcheinander von Möbeln. Konnte das ihr Geschmack gewesen sein? Wohl kaum. Die Möbel waren zur Seite geräumt worden, um mitten im Zimmer Platz zu schaffen. Unter anderen Voraussetzungen hätte sie über die Ungereimtheit der Stilarten lachen können. Vier Esstische sahen nach englischem Chippendale aus. Der fünfte Tisch war jedoch die Darstellung einer halbnackten Frau auf allen Vieren, die die Plexiglas-Tischplatte auf dem Rücken balancierte. Sie trug kniehohe Lederstiefel. Ihre Vulva war grotesk vergrößert und ihre Brüste hingen bis fast auf den Boden. Ihre Augen waren geschlossen, die Lippen geöffnet. Ein Ausdruck, den Künstler eines bestimmten Alters für Ekstase zu halten schienen. Aus der Mitte des Raums drang Menendez Stimme zu ihr. Leise, drängend, fragend. Sie konnte es nicht länger aufschieben. Maria Gutiérrez trat auf die von Fliegen umsurrte Männergruppe zu. Turillo bemerkte sie und trat einen Schritt zur Seite. Unwillkürlich musste sie blinzeln und war überrascht, dass sie sich nicht auf der Stelle übergeben musste. Die Brüder Angel lagen direkt unter einer kleinen, modernen Lampe, die tief von der Decke herabhing. Ihre Leichen ruhten Seite an Seite auf der dunkelroten Samtdecke des übergroßen Doppelbetts. Sie waren gekleidet wie spanische Höflinge, in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts, vermutete sie. Ein Zwilling trug grün, der andere rot. Brokarwämser, Kniebundhosen aus Samt, weiße Kniestrümpfe, schwarze Lederschuhe. Die rechte Leiche hielt ein Schwert vor der Brust. Die Hand des anderen Bruders ruhte auf einem kleinen Schmuckkästchen. Menéndez streckte die Hand aus und öffnete den Deckel. Glitzernder Talmi-Schmuck. Menéndez' Hand steckte in einem Plastikhandschuh, wie sie Verkäuferinnen an der Feinkosttheke der Supermärkte benutzen. Beide Brüder trugen Rüschenhemden, von der Art, wie sie von Piccadores in der Stierkampf-Arena noch immer bevorzugt werden. Der Arm mit dem Schwert verdeckte fast die gesamte Brust des Toten, aber auf der seines Bruders sah sie einen großen, schwarzverkrusteten Blutfleck. Darüber und darunter Pfeile, ähnlich den Darts-Pfeilen in englischen Papps. An ihnen waren rote, gelbe und blaue Bänder befestigt, und die Spitzen steckten tief im Fleisch. Mindestens sechs Pfeile durchbohrten den Oberkörper, von knapp unterhalb des Halses bis zum Nabel. Noch weitere Blutflecke bedeckten den Oberkörper, deren Ursache aber nicht ersichtlich war. Menéndez trat an die andere Seite des Betts und hob den starren Arm mit dem Schwert an. Darunter das gleiche Bild. Eine große Wunde in der Mitte, eine Reihe bebänderter Pfeile, weitere Blutflecke. Er ging wieder zurück und berührte das Hemd. Es war nicht zugeknüpft. Er öffnete es und einen Moment lang befürchtete sie, sich übergeben zu müssen. Die Fliegen waren nicht von draußen gekommen. Der Körper wimmelte vor gelben und weißen Maden, belebt durch die Verwesung. Auf unsicheren Knien drehte sie sich um und verließ den Raum. Sie schwankte die Treppe hinunter zur Tür hinaus und sank auf die Eingangsstufen. Selbst hier schien die Luft vom Verwesungsgeruch verpestet zu sein. Sie fragte sich, ob sie ihn jemals wieder loswerden würde. Maria Gutierrez verschwamm es vor den Augen, als sie zum Polizeiwagen ging und die hintere Tür öffnete. Sie ließ sich auf den Rücksitz fallen und verlor das Bewusstsein. Menendez sah sie nicht gehen. Er lief konzentriert um das Totenbett herum, untersuchte die Leichen, hob Kleidungsstücke an, berührte das wächserne Fleisch mit einem Stift und hielt seine Feststellungen auf einem kleinen Tonbandgerät fest. Turillo notierte die Anmerkungen zusätzlich auf seinem Blog. Menendez hatte ihn nie darum gebeten. Es schien irgendwie selbstverständlich zu sein. Der Rest der Truppe trat zurück. Niemand sagte ein Wort. Sie beobachteten die Kriminalpolizisten bei der Arbeit, einige gelangweilt, die meisten fasziniert. Draußen erwachte die Stadt zum Leben. Vögel sangen in den Mimosenbäumen entlang der Straße vor den Patiomauern. Eine Prozession zog vorüber. Erst rang Weihrauchgeruch durch die Fenster, dann das heitere Geplauder der Teilnehmer. Charterjets zogen in tausend Meter Höhe letzte Landesschleifen und luden tausende weitere Besucher der heiligen Woche auf dem Flughafen Murillo ab. Die Straßenhändler bemühten sich halbherzig um Geschäfte mit Touristen und Einheimischen, stellten aber fest, dass die Mischung aus Hitze und kurzlebiger religiöser Leidenschaft für die meisten nur schwer erträglich war. Ein Polizist wurde mit dem Messer angegriffen, aber nicht ernsthaft verletzt, als er den Tumult in einer Bar schlichten wollte, der in einer harmlosen Auseinandersetzung über Fußball seinen Anfang genommen hatte. Auf der Plaza de la Paz errichteten sieben Mitglieder einer Sekte einen Stand, an dem über den bevorstehenden Weltuntergang am nächsten Sonntag informiert wurde. »Vor oder nach dem Stierkampf«, erkundigte sich ein beunruhigter Zuschauer, als sie ihre Transparente entrollten. Und sie nahmen an der Mache sich über sie lustig. Ein unvorschriftsgemäß beladener Lastwagen mit Knoblauch kippte auf der Umgehungsstraße um und verursachte einen Rückstau bis zur Autobahn nach Kadis. Aufgrund der Hitze und der Erregung erlitt ein Mann einen Herzanfall. Diverse Autofahrer gerieten mit den Fäusten aneinander, und eine jugendliche Mutter brachte vorzeitig ein Mädchen zur Welt. Als Hebamme fungierte eine Busschaffnerin. Und Maria Gutierrez schlief und hatte einen Albtraum, in dem kopflose Tauben wie roter Regen aus einem strahlend blauen Himmel zu Boden fielen. Wieder und immer wieder. Abrupt fuhr sie hoch, die grauen, erregenden, scharlachroten Bilder noch immer irgendwo eingebrannt. Einen Moment lang wusste sie nicht, wo sie sich befand. Dann erinnerte sie sich, zog ihre Jeans glatt, fuhr sich durch die Haare, blickte prüfend in den Innenspiegel und stieg aus. Ein Mann mit Arzttasche kam durch das Eingangstor. Zu spät, wie üblich, dachte sie, rief sich dann aber zur Ordnung. Sie war hier, um den Polizisten auf die Finger zu sehen, nicht um einer von ihnen zu werden. Schon gar nicht wie einer zu denken. Als sie das Haus wieder betrat, kamen Menendez und Torillo gerade die Treppe herunter. Der Hauptkommissar wirkte unnatürlich aufgekratzt, auf eine Weise konzentriert, die jede Ablenkung ausschloss. Die Arbeit, die Morde hatten ihm neue Energien verliehen, denen etwas Dunkles, fast Fanatisches anhaftete. Sein Gesicht schien zu leuchten, seinen wachen, braunen Augen entging nichts. Sein Blick fiel auf sie. Er hob eine Hand, winkte ihr zu, sanft, fast weiblich, deutete in die Richtung einer Tür und ging auf sie zu. Torillo im Schlepptau. Geht es Ihnen wieder besser? Sie nickte. Gut, es ist aber auch ein schockierender Anblick. Die meisten Menschen wären auf der Stelle umgefallen. Sie haben sich hervorragend gehalten. Und jetzt? Sie wartete. Jetzt müssen wir kurz mit der Senora sprechen, der das Haus gehört. Ich glaube zwar nicht, dass sie uns viel Neues mitzuteilen hat, dennoch dürfte es eine ganz interessante Unterhaltung werden. Menendez zeigte erneut auf die Tür. Sie betraten den Raum. Eine Polizistin in prall sitzender Uniform stand, neben einer alten Frau die Kerzen gerade auf einem ausgeblichenen Polstersessel saß und mit beiden Händen die Armlehnen umkrallte. Sie wirkte uralt. Zu alt, um überhaupt noch am Leben sein zu können. Ihr Gesicht sah aus wie eine griechische Maske. Resolut. Gelassen. Voller Tragik. Sie wissen, wer ich bin. Ich wünsche keinen Skandal. Der Name meiner Familie sollte in dieser Stadt noch bekannt genug sein, um das zu verhindern, denke ich. Kapitel 5 Menendez konnte Katharina Lucena mehr über die Brüder erzählen als sie ihm. Er hatte sich die Vorstrafenregister sowie Zeitungsausschnitte aus der Bibliothek ins Haus bringen lassen und kurz überflogen. Sie enthüllten fast alles, was bereits in den Printmedien erschienen war. Stubenrein in Olla, Schlümpfriger in Esquire und Playboy. Pedro und Juan Angel waren vor 34 Jahren in einem der ärmsten Viertel von Barcelona zur Welt gekommen. Als siamesische Zwillinge. Seit der Geburt an den Hüften zusammengewachsen. Jedoch nur äußerlich, obwohl das seinerzeit den Ärzten nicht bekannt war. Sie besaßen keine gemeinsamen inneren Organe. Aber im damaligen Spanien waren sie medizinische Monstrositäten und niemand sah sich in der Lage, eine zutreffende Diagnose zu stellen. Ihr Vater verdiente sich sein Geld als Deckarbeiter in der Frachtschifffahrt. Ein Jahr nach ihrer Geburt heuerte er auf einem Frachter nach Colón an. Wurde nie wieder gesehen. Die meisten Leute waren der Ansicht, er hätte den Anblick der Rechnungen nicht mehr ertragen, die das Krankenhaus der heiligen Jungfrau in regelmäßigen Abständen schickte. Kurz vor ihrem zweiten Geburtstag wurden die Brüder durch eine einfache Operation getrennt, für die die öffentliche Gesundheitsfürsorge zahlte. Danach verschwanden sie aus den Zeitungen, aus dem öffentlichen Bewusstsein. Zunächst hatten die Zeitungen das Bild einer armen, aber aufrechten Ghetto-Familie gezeichnet, die sich tapfer mit dem Los herumschlug, das ihr vom Schicksal aufgebürdet worden war. Barcelona ist eine große Stadt, aber dennoch ein Dorf. Die Mutter arbeitete als Hure in den Docks, und das sprach sie schnell herum. Die Operation beruhigte das Gewissen der Leute und versetzte sie in die Lage, sich wieder anderen Dingen zuzuwenden. Für die Familie änderte sich nichts. Die Mutter arbeitete weiter als Prostituierte und überließ die Kinder meistens der Obhut einer Tante, die selbst sechs Kinder hatte. Alles Jungen. Die verabscheute die Aufgabe, vor allem aber die Tatsache, dass es Jungen waren. Seit der Geburt ihres ersten Sohnes hatte sie die Jungfrau Maria um ein Mädchen angefleht, aber ihre Gebete waren nie erhört worden. Petro und Juan waren zierliche, ruhige, brave Kinder, und so ergab es sich für die Tante wie von selbst. In den ersten acht Jahren ihres Lebens wurden beide wie Mädchen behandelt. Sie trugen Kleider, sie erhielten Tanzunterricht, sie nahmen an den Umzügen teil. Sie wurden mit Mädchennamen gerufen. Anna und Belen. Gelegentlich, wenn sie ihren Sonntagsstaat trugen, ein wenig Rusch auf den Wangen, sagten die Leute lächelnd Guapas zu ihnen. Niemand brachte sie mehr mit den siamesischen Zwillingen in Verbindung. Die Sache gehörte der Vergangenheit an. Als sie acht Jahre alt waren, entblößten sich die Brüder während des Kommunionsunterrichts und wurden demzufolge der Kirche wie der Schule verwiesen, die von der Kirche unterhalten wurde. Es bestand allgemeine Übereinstimmung darüber, dass ihre Notlage selbst verschuldet war und ihre Zukunft ihrer eigenen Verantwortung unterlag. Das nahmen sich beide zu Herzen und verbrachten die nächsten anderthalb Jahrzehnte auf der Straße, boten sich als Strichjungen an, verhökerten weiche und harte Drogen und traten in die sattsam bekannte Spirale jugendlicher Verbrechen ein. Diebstähle von Handtaschen und Kameras von Touristen, Spritztouren mit gestohlenen Autos, kleinere Raubzüge im Umkreis der Docks. Viermal wurden sie zu Jugendstrafen verurteilt, später zu Gefängnis, stets gemeinsam, da sie es ablehnten, getrennt zu werden. Bei ihrem letzten Gefängnisaufenthalt beteiligten sie sich an Kursen zum Thema bildende Kunst. Nach ihrer Entlassung erklärten sich die Brüder zu Künstlern und produzierten eine Reihe von Werken, die zunehmend Beifall und Kritik auslösten. Zunächst in Barcelona, dann auch international. Mit Hilfe von Sotheby's in New York verkauften sie ein paar Stierhoden in Acryl für 32.000 Dollar. Lammfromme Katholiken gerieten in höchste Empörung, als sie vor der Kathedrale der heiligen Familie in ihrer Heimatstadt ein 50 Meter hohes Kondom aufblasen ließen. Spätere Werke umfassten die in Kunststoff eingeschweißte Totgeburt eines Lammes, das in London für 25.000 Pfund an den Kunstkenner gebracht wurde. »Das muss ich meinem Cousin Carlo erzählen«, sagte Turillo, als er das hörte. »Er ist Scharfzüchter in Antiquarda. Ich könnte mir vorstellen, dass er bereit ist, genau sowas abzugeben, vielleicht sogar zum halben Preis.« Ein Objekt mit dem Stillleben, ein Karton voller Kleenex-Tücher, auf die die Brüder masturbiert hatten, blieb unverkäuflich, als es auf einer Auktion in Los Angeles zu einem Mindestpreis von 50.000 Dollar angeboten wurde. Im Alter von 30 Jahren, vier Jahre vor ihrem Tod, waren die Brüder Angel feste Größen in den internationalen Kunstkreisen. Sie waren in drei Almodovar-Filmen in Erscheinung getreten und hatten für Benetton eine Werbekampagne entwickelt. Die Magazine schätzten, dass sie beide Dollarmillionäre waren, mit vier Wohnsitzen. In Spanien, einem an der Riviera und einem kleinen Apartment auf der Lower East Side in New York. Die Polizei Akten wiesen nach, dass sie ihre Vergangenheit nicht gänzlich aufgegeben hatten. Mitte der 80er Jahre waren beide wegen Heroinbesitzes belangt worden und es gab den Fall eines zwölfjährigen Jungen in Barcelona, der sie sexuellen Missbrauchs und verschiedener Perversitäten beschuldigte. Aber die Anzeige zurückzog, vermutlich nach der Zahlung eines Schweigegeldes. Zwei Jahre vor ihrem Tod wurde bekannt, dass sie HIV-positiv waren. Aber es gab keinerlei Hinweise darauf, dass die Immunschwäche bei einem von ihnen inzwischen akut ausgebrochen war. Die obszöneren Aspekte verkniff sich Menendez. Signora Lucena war eine alte Frau. Sehr wahrscheinlich vertrat sie höchst katholische Wertvorstellungen. Als er fertig war, funkelte sie ihn zornig an. Sie haben ihre Miete gezahlt, waren aber kaum jemals hier, erklärte sie, verbittert darüber, dass sie ihre Geldnot eingestehen musste. Sie waren nicht, nicht nach meinem Geschmack, aber sie zahlten. Menendez dachte an die Gegebenheiten des Hauses. Sie sahen nichts, sie hörten nichts. Das habe ich nicht gesagt, widersprach die alte Frau bestimmt. Danach haben sie noch nicht gefragt. Bitte. Sie trank einen Schluck Wasser aus dem Glas auf einem antiken Beistelltisch. Als ich gestern erwachte, hörte ich etwas im Patio. Jemand war im Garten, einer von diesen jungen Ganoven. Er ist über die Mauer geklettert. Warum ist er nicht einfach zum Tor hinausgegangen? Weil das verschlossen ist. Und sehr hoch. Das müssen sie doch gesehen haben. Haben sie es selbst verschlossen? Sie musterte ihn verächtlich. Sehe ich so aus, als wäre ich dazu fähig? Das macht die Zugehfrau. Sie kommt stundenweise. Sie kommt auf Anforderung der Angelz. Wenn Sie sie nicht brauchen, hilft sie mir. Das ist eine Übereinkunft. Wie sah dieser Eindringling aus? Rot. Er war rot gekleidet. Er war ganz hinten in der Ecke, hinter den Bäumen. Ich habe nur kurz hinübergeblickt. Aber, ja? Meine Augen sind nicht besonders gut. Sie trank das Glas aus und wandte sich an die Polizistin. In dem Schrank da drüben steht eine Flasche Fino. Ich hätte gerne einen Schluck. Die Polizistin holte die Flasche, eine billige Supermarktmarke, die Menendez nicht kannte. Ich glaube, er könnte ein Kostüm getragen haben. Was für ein Kostüm? Eine Robe vielleicht. Das Gesicht konnte ich nicht erkennen und... Sie verstummte. Und einen Moment lang glaubte Menendez, sie würde in Tränen ausbrechen. Ich glaube, wir haben jetzt genug Fragen gestellt. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Sie nickte und betupfte sich mit einem grauen Taschentuch das Gesicht. Diese Bäume? Meinen Sie die dort neben dem Wein? Menendez deutete aus dem Fenster auf die linke Seite des Innenhofs. Nein, nein. Ganz hinten. Ah, jetzt verstehe ich. Er war ein Ganova. Ein Straßenräuber. Ja, vermutlich. Turiu spähte in den Patio hinaus. Menendez klappte sein Notizbuch zu. »Donna Katharina, wahrscheinlich steht Ihnen noch Geld aus dem Mietverhältnis zu?« Sie sah ihn misstrauisch an. »Wir haben Bargeld im Zimmer der Brüder gefunden. Ich werde dafür sorgen, dass Ihnen sechs Monatsmieten ausgezahlt werden. Das ist, denke ich, zurzeit gängige Praxis in der Stadt.« Sie nickte, umklammerte das feuchte Taschentuch. »Es ist der Geruch.« »Dieser Geruch.« »Ich weiß«, sagte Menendez. »Ich weiß.« Kapitel 6 Turiu lenkte den Fort in Richtung El Viejo. Es war früher Nachmittag und die Straßen halb leer. Er hatte ein gewaltiges Käsesandwich in der linken Faust, hielt es halb zum Fenster hinaus und biss ab, sobald es die Verkehrsverhältnisse erlaubten. »Was werden Sie als nächstes tun?« Sie saß wieder hinten und fühlte sich von ihren Überlegungen ausgeschlossen. »Wenn wir zurückkommen, werden bereits die ersten Untersuchungsergebnisse der Mediziner auf uns warten.« »Die Todesursache ist ziemlich offensichtlich, würde ich meinen.« »Die Oberkörper beider Opfer weisen geringfügige Verletzungen auf.« »Sie haben die Pfeile gesehen.« »Und es gibt noch weitere Wunden, aber keine dieser Verletzungen war ernsthaft genug, um den Tod herbeizuführen.« »Ich vermute, dass er einen Stoß ins Herz, vielleicht mit einem Schwert, die Männer getötet hat.« »Das Vorgehen scheint in beiden Fällen identisch zu sein.« Nach einer kurzen Pause setzte Menendez hinzu, »alles im Zusammenhang mit den Brüdern Angel scheint identisch zu sein.« »Also?« »Also gehen wir vor wie üblich. Wir stellen die Todesursache fest. Wir bringen alles über die letzten Stunden der Opfer in Erfahrung, was möglich ist. Vielleicht wird das nicht leicht sein, denn meiner Schätzung nach sind die beiden seit mindestens einer Woche tot. Und ich begreife noch immer nicht, warum zwei reiche Männer mit Wohnsitzen überall auf der Welt ein solches Zimmer gemietet haben, es aber nur selten nutzten. Und wir sprechen mit Menschen, die sie gekannt haben. Wir haben ein Tagebuch und die Adressbücher aus dem Zimmer, aber er brach ab. Unschlüssig. Aber? Aber interessiert sie unsere Methodik? Für die meisten Morde gibt es eher simple Motive. Familienstreitigkeiten, Auseinandersetzungen unter Liebenden, sie sind nicht komplex. Sie machte sich wieder Notizen. Aber hier haben wir es offenbar mit einem Ritualmord an zwei berühmten und höchst exzentrischen Männern zu tun, die niemand dort vermutet hätte, wo sie aufgefunden wurden. Und die theatralische Pose? Sie stimmen doch mit mir überein, dass diese Aufbewahrung theatralisch wirkte. Ja, mir ist bekannt, dass sich die Angel-Brüder ausgesprochen unkonventionell kleideten, aber das erstreckte sich doch wohl kaum auf, was eigentlich, Brokar, Wämser und Kniebundhosen? Waren sie vielleicht auf einem Maskenball? Ich weiß nicht, es wirkte irgendwie feierlich. Er blickte in den Spiegel und sah, dass sie lächelte. »Polizisten sind selten Kunstkenner, Herr Hauptkommissar.« »Das nennen Sie Kunst?«, murmelte Turillo mit vollem Mund. »Mein Cousin Carlo könnte...« »Sicher, sicher«, unterbrach Menendez. »Ich glaube, die Professorin hat uns etwas zu sagen. Haben wir Zeit für einen kleinen Umweg?« »Wie lange?«, fragte Menendez. »Fünf Minuten für den Weg. Wie lange es dauert, hängt von Ihnen ab.« Sie richtete sich auf und sah aus dem Fenster. »Kennen Sie den alten Fischmarkt in Veracruz?« »Wurde vor fünf Jahren geschlossen,« sagte Turillo. »Es heißt, Sie wollen eine Touristenattraktion rausmachen, sobald sich der Gestank verzogen hat.« »Fahren Sie hin!« Das Auto verließ die Hauptstraße und schlängelte sich durch eine Reihe schmaler Seitenstraßen, vorbei an protestierenden Fußgängern und aus den Fenstern hängender Wäsche. Bald tauchte ein verfallenes, mit Brettern vernageltes Gebäude vor Ihnen auf. »Nach links, vielleicht dreihundert Meter, dann wieder links.« »Es ist eine Sackgasse. Dort müsste ein Hinweisschild auf das Hospiz sein.« Turillo lachte grimmig auf. »Das Hospiz? Das kenne ich. Mein Onkel war da drin.« »Ging hinein wie ein Lamm.« Drei Monate später kam er in einer Kiste wieder heraus. Sie bogen in die Sackgasse ein und parkten auf der gelben Linie. Turillo zeigte auf das Eisentor in der Mauer. »Wollen Sie, dass ich mitkomme? Kann diese Gemäuer nicht ausstehen? Jagen mir Schauer über den Rücken.« »Essen Sie Ihr Sandwich auf und kommen Sie nach«, sagte Menendez und stieg aus, Maria Gutierrez gleich nach ihm. Sie durchquerten das Tor und fanden sich in einem Kopfstein gepflasterten Innenhof wieder. Sie überquerten ihn zur einzigen Tür im gegenüberliegenden Gebäude und traten an einen Empfangstisch. Hinter ihm saß eine ältere Ordensschwester in grau-weißem Habit und las in einem Terminbuch. Bei ihrem Eintritt sah sie auf. »Die Kapelleschwester«, sagte Maria, »ist sie offen?« Die Ordensschwester griff zu einem Schlüsselbund an ihrer Taille und zeigte auf ein hölzernes Spendenkästchen. Menendez steckte einen tausend-Peseta-Schein hinein und murmelte, »hoffentlich ist es das auch wert.« Sie liefen einen langen Flur entlang, dessen Wandkacheln Szenen aus der Bibel zeigten. Ein unvorstellbar dürrer Mann mit hoffnungslosem Gesichtsausdruck beobachtete sie aus seinem Rollstuhl heraus. Die Ordensschwester schloss die Tür auf und ließ sie ein. Mit wenigen Schritten holte Torio sie ein. Überrascht registrierte Maria seine Schnelligkeit. »Kalt ist es hier«, sagte er, »diese Räume lassen mich immer frösteln.« Es war auch dunkel. Nur langsam gewöhnten sich ihre Augen an das dämmerige Licht. Auf dem Altar schimmerte ein goldener Leuchter. Darüber war ein kleiner Scheinwerfer auf ein Gemälde gerichtet. Christi Himmelfahrt. Die Farben erstrahlten selbst in dieser Düsternis. An den Wänden der Kapelle weitere Bilder. Krankenheilungen, der zur Opferung Isaaks bereite Abraham, zwei Darstellungen der Jungfrau mit dem Kind. »Kommen Sie«. Sie folgten Maria über den Mittelgang bis in die Mitte der Kapelle. »Und jetzt drehen Sie sich um.« Über dem Eingang hing ein Gemälde, knapp zwei Meter breit, einen hoch. Zwei kleine Punktstrahler beleuchteten es von beiden Seiten. Es wirkte wie ein Abbild der Szene, die sie gerade verlassen hatten. Zwei Männer, einer rot, der andere grün gekleidet, lagen auf einem toten Bett. Ihre Körper waren in Verwesung übergegangen. Maden krochen aus ihren Augenhöhen. In der rechten Ecke des Gemäldes hielt eine geisterhafte Hand, die Hand Gottes, eine Waage, mit der das Leben der beiden bewertet und als zu mangelhaft befunden wurde. In der linken unteren Ecke loderten die Flammen der Hölle. »Künstler im Leben, Künstler im Tod«, sagte sie mit einer Spur Selbstzufriedenheit. »Vielleicht hätte es den Anjel-Brüdern gefallen.« Kapitel 7 Kapitan Rodriguez kam direkt von der Pressekonferenz. Die Blitzlichter der Kameras brannten ihm noch immer in den Augen. In einer Ecke des Raumes stand eine Tafel. Mit einem Stück Kreide in der Hand stand Menendez davor. Zwei neue Ermittler waren dem Fall zugeordnet worden. Velasco und ein noch immer leicht verlegener Kemada. Es war kurz vor neun Uhr abends. Draußen sank die Sonne und tauchte die Stadt in ein bronzenes Gold. Rodriguez sah nicht aus wie ein Mann, der bald nach Hause gehen würde. »Fragen«, sagte Rodriguez, »nahm Menendez die Kreide ab und begann zu schreiben.« »Erstens. Wen kannten die Brüder in der Stadt? Mit wem haben sie sich in letzter Zeit getroffen?« »Zweitens. Warum haben sie sich hier aufgehalten?« »Drittens. Wer hätte ein Motiv, sie zu töten?« »Viertens. Welche Bedeutung hat die Art der Tatausführung?« »Die Pfeile.« »Fünftens. Warum wurden ihre Leichen nach dem Vorbild eines alten Gemäldes aufgebahrt?« »Weitere.« »Natürlich«, sagte Torrio. »Nach wie vielen Tätern suchen wir hier eigentlich?« »Diese Burschen müssen sich doch gewehrt haben. Sie hätten sich nicht einfach hingelegt und von Pfeilen durchbohren lassen. Waren sie gefesselt oder was?« Rodriguez hob ein Papier von seinem Schreibtisch. »Betäubt«, steht hier im ärztlichen Bericht. »Mit Betäubungsmitteln, die in Krankenhäusern üblich sind.« »Also suchen wir nach jemandem, der Zugang zu Drogen hat? Einem Arzt oder so?« »Möglicherweise«, meinte Menendez. »Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Andhels Fixer waren.« »Ein großer Teil ihres Stoffs stammt vermutlich aus dem öffentlichen Gesundheitswesen.« »Wenn sie von ihrem Lieferanten getötet wurden, kommt der an Betäubungsmittel vermutlich genauso leicht heran wie an Heroin.« »Er könnte die Drogen vertauscht haben, sodass sie es sich unter Umständen selbst injizierten.« »Aber dennoch ist ein wichtiger Punkt...« »Sechstens, wie spielte sich die Tat eigentlich genau ab?« »Noch etwas?« »Liebschaften«, sagte Kemada. »Diese Schwulen sind doch alle gleich, streiten wie die Kesselflicker. Wenn ein Mann seine Frau verprügelt, gibt es ein paar Prellungen, mehr nicht. Kein Problem. Aber diese Schwulen greifen doch gleich zum Messer, die ganze verdammte Bande. Liebhaber, denken Sie an meine Worte.« Rodrigues wirkte wenig beeindruckt, kreiste die dritte Frage auf der Tafel ein und Kemada zuckte mit den Schultern. »Noch etwas?« »Warum ist er zurückgekommen?« Die beiden neuen Ermittler musterten Maria eisig. »Ist das denn nicht interessant?« fuhr sie fort. »Die beiden waren seit einer Woche tot. Warum ist er noch einmal ins Haus zurückgekehrt?« »Er hat etwas verloren oder vergessen vermutlich,« sagte Kemada. »Ja, höchstwahrscheinlich,« stimmte Velasco zu. Maria sah den neuen Kriminalpolizisten an und versuchte, seinen Platz in der Hierarchie der Polizeibehörde zu orten. Und eine Hierarchie gab es, das war ihr schon jetzt klar. Eine Hackordnung, ohne dass darüber ein Wort verloren wurde. Mit Rodrigues an der Spitze, nicht nur qua Position, sondern auch durch seine Persönlichkeit. Velasco sah aus wie Mitte dreißig, mit bräunlich-fahlem Teint, ein hageres, missmutiges Gesicht mit Bartstoppeln. Er trug einen zerknitterten Kunstfaseranzug, der unter der Bürobeleuchtung förmlich schillerte. »Velasco hält das für schick,« dachte sie. »Er irrt sich.« »Höchstwahrscheinlich?«, fragte sie. Kemada blähte empört die Nasenflügel. »Warum hat er dann die Tür offen gelassen? Warum ist er nicht hineingegangen, hat sich geholt, was er wollte, und die Tür wieder geschlossen wie zuvor? Es wirkt so als... Kapitan?« Kemadas Augen richteten sich flehend auf Rodrigues. »Ich weiß, dass wir die Senorna hier unter uns dulden müssen, aber... Müssen wir uns wirklich alles anhören, was sie zu sagen hat?« Rodrigues setzte sich in Positur, verstrahlte Autorität und sagte, »Ideen können uns nur weiterhelfen.« »Und soweit ich weiß, ist von Ihnen niemand auf das Gemälde gekommen. Fahren Sie bitte fort, Frau Professor.« Sie hörte Kemada abfällig knurren. »Es sieht ganz so aus, als wollte er, dass sie gefunden werden. Nicht irgendwann, sondern zu diesem ganz bestimmten Zeitpunkt. Warum sollte er das gewollt haben?«, fragte Rodrigues. »Keine Ahnung.« »Nein«, sagte Rodrigues und machte sich eine Notiz auf seinem Blog. »Aber das ist eine gute Frage.« Siebtens, warum kam er zurück und ließ die Tür offen stehen. »Noch etwas?« Turio klopfte mit dem Stift auf seinen Tisch. »Sarjant?« »Sarjant? Sie kennen doch diese Katharina Lucena, oder?« »Ich habe von ihr gehört. Die meisten, die in dieser Stadt aufgewachsen sind, kennen sie. Eine sehr alte, sehr vornehme Familie. Sie ist die letzte ihres Geschlechts. Der Rest der Familie wurde im Bürgerkrieg getötet.« »Nun ja«, Turio steckte einen Finger ins Ohr und ließ ihn kreisen. »Es kam mir nur so vor, als würde sie vielleicht nicht ganz die Wahrheit sagen, Kapitan.« »Warum?« »Sie ist doch noch durchaus auf Zack, stimmt's? Ich meine, sie ist vielleicht alt, aber ich glaube nicht, dass sie so verdreht ist, wie sie uns glauben lassen will.« Rodriguez wartete schweigend auf Weiteres. »Nun, so kam es mir jedenfalls vor, Kapitan. Nehmen Sie beispielsweise Ihre Behauptung, im Garten nichts gesehen zu haben. Kein Gesicht und nichts?« Als der Hauptkommissar in den Patio hinaus zeigte, wusste sie die richtige Stelle sehr wohl von der falschen zu unterscheiden. Wie kommt es dann, dass sie nichts gesehen haben will? Ist sie nur alt und verwirrt, oder wusste sie vielleicht, wer es getan hat, und fürchtete sich, dass er zurückkommen könnte?« Rodriguez drehte sich zur Tafel um und schrieb. »Achtens, hat Katharina Lucena gelogen?« »Ich glaube, das ist der springende Punkt,« sagte Turillo. Rodriguez unterstrich die letzte Frage und wandte sich wieder um. »Nehmen Sie sich das Tagebuch und die Adressbücher vor, die wir in der Wohnung gefunden haben. Setzen Sie sich mit Barcelona und Madrid in Verbindung. Dort haben die Brüder den größten Teil ihres Lebens verbracht. »Spüren Sie Bekannte, Freunde und Geschäftsverbindungen auf. Finden Sie heraus, mit wem Sie hier Ihre Zeit verbracht haben. Wann Sie hergekommen sind. Was Sie hier machten.« Velasco wischte sich ein paar unsichtbare Stäubchen vom Anzug und stand auf. Kemada sammelte ihre Unterlagen ein, und sie verließen den Raum durch die Glastür. Menendez folgte ihnen. Rodriguez sah Turillo an. »Gehen Sie nach Hause, Sariant.« »Zwar ein langer Tag, und der morgige wird nicht kürzer werden. Gehen Sie schlafen.« »Erst muss ich unbedingt was essen,« grummelte der Riese. »Professor Gutierrez?« Sie schlief bereits halb. Der Tag schien sie völlig ausgelaugt zu haben. Ihr Notizbuch lag auf ihrem Schoß. Seit einer guten halben Stunde hatte sie es nicht mehr angerührt. »Kapitan?« »Es ist schon spät, und ich halte es nicht für ratsam, dass Sie zu dieser Stunde allein nach Hause laufen. In dieser Woche ist es recht lebhaft draußen. Mitunter zu lebhaft. Ich werde Sie fahren.« »Ich kann mir ein Taxi nehmen.« »Falls Sie eins bekommen. Bitte. Ich bestehe drauf.« Sie liefen die zwei Treppen zum Parkplatz hinunter. Rodriguez hielt ihr die Tür auf. Dann lief er um den Wagen herum, setzte sich hinter das Steuer und schnallte sich an. »Wohnen Sie im Barrio?« »Ein Freund hat mir sein Apartment vermietet. Er ist Psychologe. Er ist vor kurzem nach New York gezogen.« »Wohnen Sie allein?« Sie versuchte, seinen Gesichtsausdruck zu ergründen, doch es gelang ihr nicht. »Ja.« »Würden Sie mir bitte erklären, woher Sie von dem Gemälde wussten?« »Ich habe hier vorübergehend gelebt während des Studiums, nach meinem ersten Examen. Manche Studenten verbringen ihre Tage in Bars und Discos. Ich zog Gemälde vor. Das Bild ist in Künstlerkreisen nicht unbekannt. Der Maler stammt aus Sevilla. Valdez Leal. Den Namen habe ich schon gehört. Er ist kein Murillo, gehört aber in dieselbe Zeit. Das goldene Zeitalter. Er hat ein paar kleinere religiöse Werke geschaffen, aber bekannt wurde er für seine Schreckensvision. Ja, ich glaube, so kann man sie nennen. Es gibt noch eins, auch in Sevilla, das besonders schauerlich ist. Murillo sagte, er könne es nicht betrachten, ohne sich die Nase zuzuhalten. Und was bezweckte er mit diesen Motiven? Valdez Leal war tief religiös. Mit seinen Bildern wollte er darauf hinweisen, dass es neben der Herrlichkeit des Lebens den Tod gibt, dass das irdische Leben flüchtig ist und in Verfall und Verwesung endet und dass erst am Ende bewertet wird, ob uns das Heil oder Verdammnis zuteil wird. Glauben Sie, dass die Brüder Angel mit seinem Werk vertraut waren? Dass sie genau dieses Gemälde kannten? Mit Sicherheit, erwiderte sie bestimmt. Es soll schockieren. Es enthält Elemente, die abstoßen, sogar Übelkeit hervorrufen. Es hat apokalyptische Aspekte. Wenn die Brüder ein verfaulendes Lamm in Kunststoff einschweißen und dafür Zehntausende von Dollars verlangen, geht es ihnen damit nicht um die gleiche Sache? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie Leal nicht kannten. Sie? Nein, Ihre Argumente wirken sehr schlüssig. Sie hob die Hand. Die nächste Straße bitte rechts einbiegen. Das dritte Haus, wo der Optiker ist. Mein Apartment liegt im ersten Stock über dem Geschäft. Der Wagen blieb stehen. Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Kapitan? Wenn ich sie beantworten kann, werde ich das gern tun. Diese Katharina Lucena? Was ist das für ein Mensch? Die Leute scheinen von ihr fasziniert zu sein. Seufzend blickte er zum Fenster hinaus. Das ist keine sehr angenehme Geschichte, vor allem nicht nach einem Tag wie heute. Dennoch würde ich Sie gern hören. Sie haben meine Neugier angestachelt. Es wäre unfair, mich im Ungewissen zu lassen. Haben Sie noch nicht ausreichend Stoff für Albträume? Ausreichend ist ausreichend. Mehr kann es nicht schlimmer machen. Wahrscheinlich nicht. Im Schein der Straßenlampe wirkte Rodrigues plötzlich alt und erschöpft. Der Gegensatz zu den Männern, denen er vorstand, war deutlicher als je zuvor. Er hätte ein Universitätsdozent sein können, einer der höflichen, distinguierten alten Männer, die sie während ihres Studiums zu schätzen und zu bewundern gelernt hatte. Männer, die bis in die Nacht hinein redeten und redeten, Geschichten erzählten, Geschichte lebendig machten. Die Lucenas sind eine alte Familie, sehr alt. Sie lassen sich zurückverfolgen bis in die Reconquista. Dazu gibt es eine Geschichte. Die Dynastie wurde von einem Soldaten begründet, den Namen habe ich vergessen, der als Lohn für die Verteidigung einer Festung gegen die Maurenländereien im Süden erhielt. War das so ungewöhnlich? Ungewöhnlich war die Art seiner Verteidigung. Sechs Monate lang belagerten die Mauren die Festung erfolglos. Doch dann ergriffen sie seine Tochter, die im Land herumreiste. Sie brachten sie vor die Mauern der Festung und riefen zum Vater hinauf, dass sie ihr die Kehle durchschneiden würden, wenn er sich nicht endlich ergebe. Ohne zu zögern zog er seinen Dolch aus der Scheide, warf ihn hinunter und sagte, »Nehmt den!« »Was ist dann geschehen?« Die Mauren ließen das Mädchen unversehrt und zogen ab. Danach schienen die Lucenas dazu bestimmt, nicht nur tapfer zu sein, sondern tapferer als alle anderen. Lesen Sie in der Militärgeschichte nach. Der Name Lucena ist überall zu finden, von der Armada bis zum Napoleonisch-Spanischen Krieg. Wenn Katharina Lucena sie über ihre aristokratische Nase hinweg ansieht, dann von der hohen Warte ruhmreicher Jahrhunderte. Können Sie diesen Stolz nachempfinden? Nachempfinden vielleicht, aber nicht verstehen. Ein Stolz ohne Zukunft natürlich. Sie ist eine alte Jungfer und außer ihr hat niemand den Bürgerkrieg überlebt. Niemand? Kein Einziger. Die Menschen hier reden nicht über den Krieg. Selbst mein Vater, der ihn mitgemacht hat, sprach kaum mit mir drüber. Nur sehr wenige Geschichten wurden bekannt und eine davon betrifft die Lucenas. Verhängnisvolle Dinge gingen hier mit den Menschen vor. Sie spalteten sich in links und rechts auf, wurden zu Todfeinden. Die Lucenas vertraten die Linke, die aristokratische Linke und für gewisse Zeit übten sie bestimmenden Einfluss aus. Dann wendete sich das Blatt. Die Rechte gewann die Oberhand durch den Mob, durch Straßenbanden, durch Gewalt. Als bekannt wurde, dass Lorca in Granada von der Falange ermordet worden war, fuhr eine Gruppe von Falangisten, zumindest behaupteten sie Falangisten zu sein, zum Haus der Lucenas, dem Haus, in dem sie heute gewesen sind. Offenbar fühlten sie sich von den Vorgängen in Granada zu weiteren Taten inspiriert. Die Lucenas hatten einen Wachtposten vor der Tür. Er wehrte sich, aber es waren zu viele. Die Bande brach in das Haus ein und verschleppte alle, die sich darin befanden. Katharinas Eltern, Brüder, Schwestern, weitere Verwandte. Eine Zeit lang wurden sie in einem behelfsmäßigen Gefängnis der Falange am Rand der Stadt gefangen gehalten. La Soledad. Eines Tages, genau wie im Fall Lorca, wurden sie ins Freie gebracht. Man forderte sie auf, eine Grube auszuheben und sich vor ihr aufzustellen. Sie wusste bereits, wie es weiterging. Sie richteten ein Maschinengewehr auf die ganze Familie, zwölf, vielleicht fünfzehn Menschen. Die Grube war ihr Grab. Rodriguez blickte in die Dunkelheit hinaus. Und Katharina Lucena? Sie war die Jüngste, dreizehn oder vierzehn Jahre alt. Als ihrem Vater bewusst wurde, was geschah, stieß er sie zu Boden und befahl ihr, sich nicht zu rühren. Die Körper fielen auf sie, schützten sie. Das wissen wir mit ziemlicher Gewissheit. Und diese Geschichte wurde von verschiedenen Quellen bestätigt. Doch soweit ich weiß, hat Katharina Lucena selbst nie darüber gesprochen. Der nicht gesicherten Version zufolge hat sie fast den ganzen Tag unter den Toten und Sterbenden gelegen. Leicht verletzt, sagen manche. Andere behaupten unversehrt. Am frühen Abend, als andere Gefangene erschienen, um die Grube zuzuschütten, quälte sie sich unter den Leichen hervor und entkam. Wie, weiß niemand zu sagen. Manche sagen, einige der Gefangenen hätten ihr dabei geholfen und wären dafür erschossen worden. Aber das sind Mutmaßungen. Ein paar Passanten kamen vorbei, von Kopf bis Fuß in Weiß gekleidet. Sie sprachen im Flüsterton miteinander. Ihre Stimmen heilten leise von den Hausmauern wieder. Wie lebt man nach einem solchen Ereignis? Fragte Maria. Wie? Vielleicht fällt es ihr leichter. Sie ist Katharina Lucena. Denken Sie an den Vater während der Reconquista. Denken Sie an den Dolch, der vom Festungswall heruntergeworfen wurde. Es ist ihr Schicksal, Unglück zu überstehen. Jedes Unglück. Vermutlich empfindet sie es so. Es ist eine schreckliche Stadt, sagte sie, ohne nachzudenken. Das habe ich schon damals so empfunden, als Studentin. Sie hat etwas Dunkles, Unerklärliches an sich. Sie wirkt bedrohlich, selbst wenn sie Feste feiert. Nein, entgegnete Rodrigues entschieden. Es ist eine reale Stadt. Real wie ihr Gemälde von Valdez Leal. Real wie die Brüder Angel auf ihrem Totenbett. Sie erscheint nur bedrohlich, weil sie das nicht versteckt, was wir lieber nicht sehen wollen. Sie nutzt die Nähe des Todes, um uns die Herrlichkeit des Lebens besser schätzen zu lassen. Sie sah ihn in der Dunkelheit an, versuchte den Ausdruck seiner Augen zu erkennen, die jetzt im Widerschein der Windschutzscheibe dunkel funkelten. Und das gefällt ihnen, das spornt sie an. Das war eine Feststellung, keine Frage. Er griff an ihr vorbei und stieß die Beifahrertür auf. Die Abendluft drang ins Auto, kühl und sanft nach Orangenblüten duftend. Ich muss jetzt ins Büro zurück. Bitte entschuldigen Sie meine Unhöflichkeit. Sie hob ihre Tasche vom Boden, stellte sie sich auf den Schoß. Wann soll ich morgen erscheinen? Wann ist Ihnen belebt. Um zehn Uhr haben wir eine Besprechung. Sie sind uns selbstverständlich willkommen. Dann bin ich um zehn da. Um zu beobachten? Sie hob die Schultern. Was sonst? Rodriguez musterte sie in der Dunkelheit, und diese Tatsache war ihr sehr wohl bewusst. Er hatte ein interessantes Gesicht. Fein geschnitten, sympathisch offen. Doch dahinter, wo man ihn fast denken hören konnte, war etwas anderes. Eine scharfe, aggressive Intelligenz, die er zurückhielt, bis sie gebraucht wurde. Sie beneidete niemanden, der ins berufliche Fadenkreuz des Kapitans geriet. Nicht einmal am Ende seiner Laufbahn. Ich habe nichts dagegen einzuwenden, wenn Sie über das Beobachten hinausgehen, sagte er schließlich. Absolut nichts. Menendez ist ein intelligenter Mann, besser ausgebildet als die meisten. Auch ehrgeizig. Aber er denkt recht einspurig. Das tun Sie alle. Sie müssen aus Ihrem Trott aufgescheucht werden. Das ist nicht meine Aufgabe. Nein, sagte er, und jetzt glitzerten seine Augen eindeutig. Nein, das ist es nicht. Aber Sie müssen aussprechen, was Ihrer Ansicht nach gesagt werden muss. Sie schwieg einen Moment. Sie testen ihn, stimmt's? Sagte sie dann. Rodrigues lachte. Es war ein tiefes, angenehmes Lachen. Sie sind Professorin, stimmt's? Ich würde es lieber anders ausdrücken. Ich lasse unseren kleinen Hauptkommissar ein bisschen von der Leine. Er hat lange in meinem Schatten gearbeitet. Er sollte jetzt ein wenig selbstständiger werden. Ich werde mich zurückhalten und zusehen, wohin das führt. Ich bin kein Dummkopf. Er sieht sich natürlich bereits als Kapitan. Aber ich denke, ein paar Jahre habe ich schon noch vor mir. Und wer weiß, vielleicht zeigt dieser merkwürdige kleine Fall, was wirklich in unserem Freund Menendez steckt. Verstehe, sagte Maria und stieg aus. Kapitan? Er lächelte unschuldig zu ihr hoch. Ich möchte keineswegs in irgendeine Intrige hineingezogen werden. Nichts, verehrte Frau Professor Lerge, mir ferner. Unser vorrangiges Ziel ist es, diesen Fall so schnell und effizient wie möglich aufzuklären. Aber ich möchte auch herausfinden, ob Menendez geeignet ist, meine Nachfolge anzutreten. Und das werde ich herausfinden. Damit zog er die Tür zu und der Motor erwachte unter einer Abgaswolke zum Leben. Schnell verschwand der rote Wagen in der samtdunklen Nacht. Maria Gutierrez schloss ihr Apartment auf. Der Klang von Metall gegen Metall heilte durch den langen Flur. Einsamkeit durchflutete sie. Und dahinter, gestaltlos und kaum bewusst, Anzeichen von Angst. Kapitel 8 Mach schon, Bär, du kannst ein bisschen Englisch. Du hast letztes Jahr diesen Kursus besucht. Je mehr der Mann vor ihnen schwatzte, desto intensiver bettelte Kemada. Die Semana Santa geriet langsam in Schwung. Im Polizeirevier befanden sich zwei zu Verwarnungszwecken festgenommene Prostituierte, ein Taschendieb und zwei Touristen, die behaupteten, beraubt worden zu sein. Und Kemadas Mann. Bislang ein Mysterium. Dieser Kerl macht mich noch verrückt, Bär. Er schnattert wie eine Ente, aber ich verstehe kein einziges Wort. Du brauchst dich doch nur so lange mit ihm zu befassen, bis die für Touristen zuständigen Kollegen erscheinen. In Ordnung? Torrio wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn und verfluchte das Wetter. Es war heiß wie im Hochsommer, aber er hatte noch einen anderen Grund zu schwitzen. Er wollte Kemada nicht eingestehen, wie wenig Englisch von dem Einführungskurs hängen geblieben war und wie viel sich davon mit dem Touristenjargon vermischt hatte, den man im Laufe der Jahre so aufschnappt. Er beugte sich über den Mann, starrte ihn lange und bekümmert genug an, um einen Moment der Stille zu erzwingen und sagte dann laut und deutlich »Shut the fuck up!« Der Mann verstummte abrupt, sah tief gekränkt aus und sagte dann mit unüberhörbar amerikanischem Akzent »Jetzt reicht es! Jetzt reicht es endgültig! Holen Sie mir den amerikanischen Konsul sofort! Ich habe von dieser gottverdammten Stadt die Nase gestrichen voll und wenn Sie erst wissen, mit wem Sie es zu tun haben, wird es Ihnen noch leid tun, Sie!« Torrio starrte ihn erneut an und sagte dann noch lauter »Shut the fuck up!« »Verdammter Geier, man!« kreischte der Mann. »Sind das Ihre ganzen Englischsprachkenntnisse?« »Ich bin hier, um einen gemeingefährlichen Irren anzuzeigen, der mich umbringen wollte und mit wem bekomme ich es zu tun? Mit einem schwachsinnigen Pavian mit Pferdeschwanz!« Mit hochrotem Gesicht sprang der Amerikaner auf. Er trug ein rotes Football-Jacket und rote Jogginghosen. »Gut 1,80, kräftig gebaut, dunkle Haare, etwa 30 Jahre alt«, schätzte Torrio. Er sah aus, als könne er sehr gut für sich selbst sorgen. Und jetzt begann er echt wütend zu werden. »Shut the! Ich bin jetzt geschlagene zwei Stunden hier, und jetzt verlange ich, den amerikanischen Konsul zu sprechen!« Er hämmerte mit beiden Fäusten auf den Tisch. Der hopste dabei jedes Mal einen Zentimeter in die Höhe. »Ich will ihn auf der Stelle sprechen!« »Ich verlange ein Flugticket nach Hause!« »Die Stadt ist noch mein Tod!« »Ich bin von Mücken total zerstochen!« »Ich wurde in euren verdammten Bars total ausgeplündert!« »Ich wurde um sieben Uhr morgens Sieben Uhr morgens von einer Nutte belästigt, einer Nutte mit einem Schnurrbart, um den sie mein alter Herr beneiden würde!« »Heiliger Strohsack, Jungs! Ihr seid wohl zu jeder Tageszeit dazu aufgelegt, was?« »Nun, ich nicht, weil es hier so heiß ist wie in einer gottverdammten Sauna, trotz gegenteiliger Behauptung eurer scheißfreundlichen Touristikleute in New York!« »Milde Temperaturen! Frühlingswetter, Mr. Famiani! Mildes Frühlingswetter! Meine Fresse!« Und schließlich? Aber das ist nur die Krönung des Ganzen, verstehen Sie? Nur der letzte Hieb, der mir den Rest gegeben hat, als ich gerade etwas gegessen hatte, das ich nicht einmal einem verdammten Schwein vorsetzen würde, als ich eben in mein Hotel zurückkehren wollte, um meine Mütze voll Schlaf zu bekommen, in der hoffnungsvollen, aber bestimmt irrigen Annahme, dass ihr verfluchten Kerle euren Lärm wenigstens so lange abschalten könnt, dass ich die Augen schließen kann, springt mich aus dem Nichts irgend so ein hirnrissiger Typ an, quasselt auf mich ein, als wäre er gerade einer Klapsmühle entkommen und hat doch die gottverdammte Unverschämtheit, das hier auf mich zu schleudern!« Der Amerikaner griff blitzschnell in die Tasche, holte etwas heraus und streckte es ihm anklagend entgegen. Thurio warf einen Blick auf den Gegenstand, einen auf den empörten Mann, dachte eine Sekunde lang nach, sah ihm in die Augen und schlug ihm voll ins Gesicht. Die Wirkung war beträchtlich. Die Nase des Amerikaners verformte sich. Sein Körper hob ab, flog über Kemadas Schreibtisch und nahm einen Papierstapel mit sich. Der Metallgegenstand segelte hoch in die Luft, fiel wieder herunter und rutschte noch ein Stück über den Kunststoffboden. Der Mann blieb zusammengekrümmt neben einem Drehstuhl liegen. Blut quoll ihm aus der Nase. Tränen standen in seinen Augen und jetzt schrie er wirklich. Schrie so laut und unzusammenhängend, dass Thurio kein einziges Wort verstand. Thurio lief hinüber, ging in die Hocke, griff unter den Schreibtisch, holte etwas hervor und hielt es hoch. Einen silberglänzenden Pfeil. Der Schaft war bis zur Hälfte bräunlich befleckt. Am oberen Ende zierte ein gelbes Band die Plastikfedern. In sicherer Entfernung von dem Mann legte Thurio den Pfeil auf einen Schreibtisch und trat zu ihm hin. Er griff in eine Schublade, holte Handschellen heraus, drehte den Mann grob um und legte sie ihm an. Dann riss er ihn hoch und setzte ihn unsanft auf einen Stuhl. Blut rann ihm aus der Nase, tropfte ihm vom Kinn auf die rote Jacke. Er schrie noch immer mit weit aufgerissenem Mund. »Shut the fuck up«, sagte Thurio betont leise. Der Amerikaner begann hilflos zu schluchzen. Rosafarbene Blasen quollen ihm aus Mund und Nase. Kemada blickte das Häufchen Elend auf dem Stuhl an. Dann Thurio schüttelte den Kopf und ließ einen leisen, langgezogenen Pfiff hören. »Allmächtiger Bär, wenn du dir jemanden vorknöpfst, dann aber richtig!« Kapitel 9 45 Minuten später saßen Menendez, Thurio und Maria Gutierrez im Verhörraum. Ein Polizeiarzt betupfte das Gesicht des Mannes, dessen Identität sie inzwischen kannten. Freddy Famiani, 32 Jahre alt, ein Berufssportler aus Laguna Beach, Kalifornien. Der Arzt hatte auch eine Pfeilwunde am Oberarm des Mannes mit einem Pflaster versorgt. Menendez sprach leidlich Englisch, Maria fließend. Gemeinsam war es ihnen gelungen, so viel aus dem Mann herauszubekommen, um den Irrtum erkennen zu können, ihm dann die Handschellen abzunehmen, einen Arzt zu rufen, Famiani ein wenig zu beruhigen und davon zu überzeugen, dass er weder einen Anwalt noch den amerikanischen Konsul brauchte und dass kein wirklicher Schaden entstanden war. »Seht doch gar nicht so schlimm aus«, erklärte Thurio, nachdem der Arzt Famianis Gesicht gesäubert hatte. »Habe ihm nur einen kleinen Klaps gegeben. Wenn ich wirklich zugelangt hätte, wäre er noch immer im Traumland.« Der Sergiant nahm an, sie wollten ihn angreifen, übersetzte Maria frei. Es gab einen Überfall, bei dem ein Mann, auf den ihre Beschreibung zutrifft, Pfeile wie den benutzte, den sie aus der Tasche zogen. »Einen Überfall?« »Einen sehr ernsten Überfall«, fügte Menendez hinzu. »Ernst? Wurde jemand getötet?« Menendez schwieg. »Mist«, Famiani fuhr sich mit dem Ärmel über das Gesicht. »Hier geht es ja zu wie in New York. Haben Sie einen Schluck Wasser für mich?« Thurio ging hinaus und kam mit einem Plastikbecher zurück. »Muss auf meinen Flüssigkeitshaushalt achten«, sagte Famiani. »Sehr wichtig. Die hier auch.« Er griff in seine Jackentasche und zog ein Tablettenfläschchen heraus. Fasziniert sah Menendez zu, wie er zwei Pillen in die Handfläche schüttete und mit Wasser hinunterschluckte. »Nichts Illegales, Herr Polizist«, sagte Famiani. »Vitamine, Salz. Rein natürlich. Ich gehe gern fair und sauber in meine Läufe. Vielleicht bin ich deshalb so erfolgreich.« Menendez holte Stift und Block hervor. »Sie heißen Frederick Famiani. Sie kommen aus Laguna Beach in Kalifornien. Letzten Mittwoch sind Sie hier angekommen, mit dem Zug aus Malaga. Wann sind Sie in Spanien eingereist? Vor einem Monat habe ich mich mit ein paar alten Freunden an der Küste getroffen. Sie leiten eine Tennisschule in der Nähe von Mirchas, bringen braunen Greisen die Rückhand bei. Auch eine Art, sich seine Brötchen zu verdienen. Dann kam ich her, habe mir die Stadt angesehen und ein bisschen trainiert. Diese verfluchten Tourismusexperten in New York sprachen von, ich zitiere, mildem Klima. Warum haben Sie trainiert? Wohl kein Sportfan, was? Im Herbst findet der Berlin-Marathon statt. Riesenereignis, 16.000 Läufer und eine fette Börse. Quer durch die Stadt und dann durchs Brandenburger Tor. Letztes Jahr bin ich als Fünfzehnter eingelaufen, wohl weil mir das Wetter zugesetzt hat. Und dann war es offengestanden, mein erster europäischer Lauf und ich nicht gewöhnt, durch diese ganze Hundekacke zu rennen. Liegt genug davon auf den Straßen herum, um einen kotzen zu lassen. Ist es sogar noch schlimmer. Wenn ihr hier einen Marathon veranstaltet, könnt ihr ihn glatt den braun-schlüpfrigen Nike-Special nennen und ich rutsche euch vom Startwerk bis direkt durchs Zielband. Aber in diesem Jahr wird es anders. Hundescheiße schreckt mich nicht mehr und ich bin auch fitter. Jedenfalls war ich es, bevor ihr mich fertig gemacht habt. Werdet ihr Jungs eigentlich oft verklagt? Nein? Das wundert mich. Zieht bloß nicht nach Amerika. Dort würdet ihr nie eine Berufsversicherung bekommen. Aus eurem Übergriff könnte ich drüben jede Menge Moos rausschlagen. Mehr als in einem Jahr mit dem Marathonlauf. Kennen Sie irgendjemanden in der Stadt? Nein, mit Ausnahme von euch reizenden Leuten niemanden. Auch wenn während meines Trainings alle möglichen Damen meine Bekanntschaft machen wollen. Sind sie einfach nur freundlich oder haben sie, äh, irgendwelche Hintergedanken? Er lächelte Maria an. Hören Sie, Sie sind erstaunlich ansehnlich. Sind Sie auch ein Cop? Unmöglich. Oh, entschuldigen Sie. Mein Trainer sagt, wenn ich häufiger meinen Mund halten könnte, würde ich häufiger gewinnen. Spart Energien. Wissen Sie, was ich meine? Femieni blickte in kühle blaue Augen und stellte fest, dass sich manche Menschen zum Schweigen nicht erst zwingen müssen. Und nun erzählen Sie uns doch bitte noch einmal ganz genau und ausführlich, wie Sie zu diesem Gegenstand kamen. Menendez hielt den Pfeil hoch, der nun in einem Plastikbeutel steckte. Einwand, lieber Freund. Er kam zu mir. Gewaltsam, okay? Femieni trank wieder einen Schluck Wasser und Dorio konnte sich vor Ungeduld kaum noch beherrschen. Ich laufe gern am frühen Morgen und am späten Abend. Dann kommen einem nicht so viele Leute in die Querde und es ist einigermaßen kühl. Auch gut für die Disziplin, wissen Sie? Früh aus dem Bett und gleich raus auf die Straße. Abends ein leichtes Essen und sobald es ein bisschen verdaut ist, wieder hinaus. Ich wohne in einer Kaschemme, da! Er zeigte aus dem Fenster hinter den Torre del Oro. Ja, da drüben. Entspricht nicht ganz Holiday Inn-Maßstäben und das Lustgestöhnen aus den Nebenzimmern gibt es gratis dazu, nebst den quietschenden Bettfedern, wenn Sie wissen, was ich meine. Aber gleich daneben liegt ein Park, in dem man hervorragend trainieren kann. Sie kennen doch den großen Park mit den vielen Tauben. Den Alphabia? Alphabia? Yeah! Gibt es da blau-weiße Kacheln über dem Eingang? Einen kleinen Torbogen? Eine Art Kanal mit Brücken? Menendez nickte. Ich stehe also gegen fünf Uhr auf, frühstücke einen Happen, wenn man das als Frühstück bezeichnen kann, und laufe durch den Park, wie an den vergangenen drei Tagen auch. Gestern Abend kommt mir der Einfall, auch abends ein wenig zu laufen. Bevor ich mich ins Bett lege. Ja, und dabei ist es passiert. Was? Der Kerl hat mich mit dem Pfeil getroffen. Femieni krempelte sich den Jackenärmel hoch. Hier! Jetzt kann man es wegen des Pflasters nicht mehr sehen, aber der Misttyp wirft mit diesem gottverdammten Ding auf mich. Aus nächster Nähe, nicht weiter entfernt, als Sie jetzt sind. Taucht er einfach hinter einer der kleinen Brücken auf und nimmt mich aufs Korn. Wissen Sie was? Ich glaube, er wollte noch einen auf mich schmeißen. Die Beleuchtung ist da nicht allzu gut, aber ich habe ihn gesehen. Er wollte noch etwas herausholen. Das konnte ich genau sehen. Vielleicht noch einen Pfeil? Keine Ahnung. Vielleicht aber auch etwas Größeres. Schwer zu sagen. Femieni schüttelte den Kopf. Und soll ich Ihnen noch was sagen? Ich glaube, der Irre war verblüfft. Ich glaube, er hat tatsächlich erwartet, dass ich darauf eingehe. Von ihm ging etwas ausgesprochen Aggressives aus. Das erkennt man, wenn man so viel in den Straßen herumkommt wie ich. Das ist so eine Okay-junge-lass-es-uns-austragen-Attitude. In Marina del Rey wollte mir schon mal jemand so kommen, nur weil ich um ein Haar gegen seinen Einkaufswagen gestoßen bin. Nicht mit einem Pfeil natürlich, aber Sie wissen, was ich meine. Er warf die Fäuste hoch. Kommt alles nur von der miesen Ernährung, wissen Sie? Bringt Ying und Yang bedenklich aus dem Gleichgewicht. Zu viel dunkles Fleisch und Krustentiere, das ist schlecht für die innere Balance. Sie sollten mal mit meinem Trainer Benny sprechen. Der kennt sich mit diesen Sachen aus. Fisch, Geflügel, sanft gedämpftes Gemüse. Das ist gut für den Organismus. Das hält einen ausgeglichen. Ihr solltet es wirklich mal versuchen. Soweit ich gesehen habe, lebt Ihr Jungs doch hauptsächlich von Schweinefett. Ich will mich ja nicht einmischen, aber das ist höchst ungesund. Aber stattdessen sind Sie davon gelaufen, fragte Menendez, ohne von seinen Notizen aufzublicken. Gelaufen? Wenn mich jemand mit Pfeilen traktiert, können Sie Ihr letztes Hemd verwetten, dass ich die Beine in die Hand nehme. Ich war schneller aus dem Park als eine Ladung Mist von der Schaufel. Zu schade, dass es kein Wettbewerb war. Den hätte ich garantiert gewonnen. Ist er Ihnen gefolgt? Hatte nicht die geringste Chance. Aber Sie können ihn beschreiben. Nope. Alle drei sahen ihn an, warteten. Entschuldigen Sie, Mr. Femieni, sagte Maria. Aber Sie scheinen die Frage nicht verstanden zu haben. Klar habe ich die verstanden. Sie fragten, ob ich ihn beschreiben kann. Und ich sagte, nein. Hört Ihr Jungs mir eigentlich zu oder nicht? Ich habe den Kerl doch nicht einmal gesehen. Nur, nur das da. Vielleicht sollte ich dem kleinen Scheißer noch eins auf die Nase geben, schlug Torrio auf Spanisch vor. Hey, hey, hey. Ich glaube, das habe ich sehr wohl verstanden, sprudelte Femieni los. Ich mache Ihnen nichts vor. Wirklich nicht. Großes Pfadfinder-Ehrenwort. Es ist die reine Wahrheit. Ich habe nur mitbekommen, dass er eins von diesen komischen Kostümen trug, die ihr immer anzieht, wenn ihr mit eurem Weihrauch rumwedelt. Kostüm? Yeah, Sie wissen schon, diese Kapuzengewänder, wie der Ku Klux Klan. Schlechter Geschmack, wenn ihr mich fragt. Könnte eure Kirche leicht in einen Topf mit diesen Mistkerlen werfen. Schön und gut. In eurem Land könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber für mich ist das ausgesprochen daneben. Menendez riss seinen Zettel von seinem Block ab und zeichnete. Etwa so? Yeah, hatte ich das nicht schon gesagt? Gott, diese verdammten bodenlangen Gewänder mit weiten Ärmeln und spitzen Kapuzen, die das ganze Gesicht verhüllen und Sehschlitzen. Dahinter habe ich nichts gesehen. Absolut nichts. Nicht einmal die Augen. Aber seine Hand. Seine Hand schon. Muss ich ja gesehen haben. Schließlich hat er damit den verdammten Pfeil rausgezogen. Nachdem er mich getroffen hatte, fummelte er noch einmal in seinem Gewand herum, als wollte er noch was rausholen. Keine Ahnung. Was? Eine Utzi? Habt ihr die eigentlich hier? War ziemlich grüßlich, ihn so herumfummeln zu sehen. Man. Habt ihr Alien gesehen? Die Szene, wo der Typ dieses Ding in seinen Bauch kriegt und es sich in seinem Innern herumwindet und auf dem Weg raus sein T-Shirt hochschiebt? So ähnlich sah das aus. Sie können sicher sein, dass ich das Weite gesucht habe. Und wie ich schon sagte, er hatte nicht den Hauch einer Chance, mir zu folgen. Nicht einmal, wenn er Jesse Owens gewesen wäre. Nicht mit diesem Flattergewand um die Beine. Selbst mein alter Herr wäre ihm entkommen. Können Sie seine Hand beschreiben? Weiß, mit Fingern. Großer Gott, wie soll man eine Hand noch beschreiben? Und was kommt jetzt? Legen Sie mir Fotos von Händen vor, damit ich eine davon wiedererkenne? Ist Ihnen an seinem Kleid sonst irgendetwas aufgefallen? Trug er vielleicht Schmuck? Kleid? Schmuck? Hören Sie, geht es hier vielleicht um irgendeine schwulengeschichte? Grundgültiger ist das eine verdrehte Stadt. Nein! Er trug keinen Schmuck an seinem Kleid. Femieni schniefte ausgiebig und streckte die langen Beine von sich. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Kann ich jetzt gehen? Ich möchte mit dem Nachmittagszug nach Madrid. Dort treffe ich mich mit Benni. Nichts für ungut, aber diese Stadt verursacht mir Gänsehaut. Ehrlich. Kerle in Kutten, die einen mit Gott verdammten Pfeilen bewerfen. Menendez ließ sich Kontaktadressen in Madrid, Berlin und Kalifornien nennen und schrieb sie auf. Wir müssen Sie bitten, mit einem unserer Beamten in den Park zu gehen und ihm die Stelle zu zeigen, an der der Überfall stattgefunden hat. Danach bringen wir Sie in Ihr Hotel. Auch zum Bahnhof, wenn Sie das wünschen. Nett von Ihnen, aber in Anbetracht der Situation ist das wohl das Mindeste. Hier ist meine Nummer, falls Ihnen noch etwas einfällt. Menendez überreichte ihm eine kleine weiße Karte mit dem Stadtwappen. Danke, aber da gibt es nicht mehr zu sagen. Alles war in wenigen Sekunden vorbei, Gott sei Dank. Und wenn ich trainiere, trainiere ich. Langstreckenläufe verlangen Konzentration auf das Wesentliche. Vielen Dank, sagte Menendez mit undurchdringlicher Miene. Sagen Sie Ihrem Riesen, dass er mich nicht zur Tür zu begleiten braucht. Für heute wurde mir bereits mehr als genug Aufmerksamkeit zuteil. Femieni stand auf, wischte sich mit dem Ärmel über die Nase, hob eine Ferse an, knickte das Knie, um die Muskeln anzuspannen, wiederholte die Prozedur mit dem anderen Bein und grinste leicht. Alles in allem gar nicht so schlecht. Er ging zur Tür, griff nach der Klinke, drehte sich aber noch einmal zu ihnen um. Das Gewand, es war rot. Aber das habe ich Ihnen schon gesagt, oder? Bestimmt habe ich das gesagt. Dunkelrot, Scharlachrot. Verrückt. Der Klan trägt die Dinger in Weiß, was immerhin Sinn macht, nehme ich an. Rot ist völlig neu für mich. Und um ganz aufrichtig zu sein, Jungs, es passt irgendwie zu euch. Kapitel 10 Mürrisch trat in Kemada und Velasco gegen die Beine ihrer Schreibtische. Femienis Auftritt zögerte sich über das Ende ihrer Schicht um neun Uhr hinaus, und es passte ihnen nicht, hier im Hauptraum Däumchen zu drehen, während Torrio und die Frau sich anderswo vergnügten. Missmutig blickten sie hoch, als der Amerikaner aus dem Verhörraum kam, um mit einem Angehörigen der Tagesschicht zum Park aufzubrechen. Nicht ohne vorher seinem dringenden Wunsch Ausdruck verliehen zu haben, die Stadt so schnell wie möglich verlassen zu wollen. Mit einer Kopfbewegung forderte Torrio sie auf, ihm in Rodrigues Büro zu folgen. Auf dem Flur musterten sie die vor ihnen gehende Frau. Ausgeblichene, locker sitzende Jeans, eine frische Batistbluse. Die Haare sahen noch immer so aus, als bedürften sie dringend ein bisschen mehr Zuwendung. Doch bei gründlicher Überlegung schien es angeraten, sich jede Bemerkung zu verkneifen. Menendez öffnete die Tür und trat als erster ein. Sonnenlicht flutete durch die Fenster herein, schickte staubige Lichtbündel quer durch den Raum. An der Tafel hatte sich seit gestern Abend nichts verändert, aber der Schreibtisch des Kapitan war jetzt mit Papieren überfüllt, meist von Schreibblöcken gerissenen, eng beschrifteten Notizzetteln. Der Hauptkommissar setzte sich hinter den Schreibtisch, bedeutete, den anderen gleichfalls Platz zu nehmen, schickte Torrio Kaffee holen und sagte nach dessen Rückkehr, »Der Kapitan hat mich gebeten, diese Besprechung an seiner Stelle zu leiten. Er ist beschäftigt. Nun, was gibt's?« Velasco holte tief Luft, wischte sich die schwitzenden Handflächen an den Knien seiner Anzughose ab und fragte sich, warum sein Partner immer ihm das Reden überließ. Im Grunde funktionierte ihre ungleiche Partnerschaft ganz gut. Funktionierte seit nunmehr fast drei Jahren. Aber abgesehen von ihren Witzeleien und gelegentlichen spontanen Besäufnissen nach dem Dienst gab es Seiten, viele Seiten an Kemada, die er nicht kannte. Velasco verdrängte seine leichte Verärgerung und sagte, »Es wird Ihnen nicht besonders gefallen!« Dann trank er einen tiefen Schluck vom abgestandenen Kaffee und begann. »Unserer Meinung nach scheinen die Brüder ihre Bleibe im Haus des alten Mädchens zu einer Art, nun ja, Ferien vom Ich genutzt zu haben.« Menendez schrieb wieder und blickte nicht hoch. »Erläutern Sie das ein wenig näher. Nun, gestern Abend haben wir mit Unmengen von Leuten in Madrid und Barcelona gesprochen, die die Opfer kannten, und der Chef vom Dienst gab uns sogar die Erlaubnis für ein Transatlantik-Gespräch mit New York. »Und alle wussten von der Wohnung hier?«, fragte Menendez. »Gewissermaßen«, erwiderte Velasco. »Sehen Sie, diese Burschen hatten kaum Verwandte, nur Bekanntschaften. Soweit wir feststellen konnten, verfügten die Brüder über Wohnsitze in Madrid und sonst wo. Dort hielten sie sich vor allem aus geschäftlichen Gründen auf. Um sich mit Agenten und potenziellen Käufern ihres Schrotts zu treffen, um schicke Partys zu besuchen, um gesehen zu werden. Aber gelebt haben Sie dort offenbar nicht.« »Ja«, Kemada förderte ein Notizbuch zutage. »Wir haben mit Ihrem Agenten in Madrid gesprochen, einem Ausländer namens Mendelssohn, und als wir ihn nach Freunden der Brüder fragten, erwiderte er, da gäbe es keine. Buchstäblich keinen einzigen.« »Nun«, sagte ich, »mit wem trafen Sie sich? Mit wem verbrachten Sie Ihre Zeit?« »Mit allen, die Sie zu Ihren Partys einluden«, antwortete er. »Es sieht so aus, als hätte Ihr Leben ausschließlich aus Partys bestanden, aus Gelegenheiten, sich bekannt zu machen und Geschäfte abzuschließen. Sonst nichts.« »Nun kommen mir die Brüder aber nicht gerade wie Leute vor, die überhaupt keine Bekannten haben. Also frage ich ihn, und was machen Sie, wenn Sie sich wirklich amüsieren wollen?« »Er sei sich zwar nicht ganz sicher«, meinte er, »aber er glaubt, dass Sie dann hierher kamen, wenn Sie die Promi-Feten satt hatten, denn mitunter waren Sie wochenlang fort. Und nach der Rückkehr wären Sie wie verwandelt gewesen. Und die Kollegen in Madrid und Barcelona sagen, dass die Wohnungen dort, außer ein paar schmutzigen Büchern und wenigen Grampot, absolut sauber sind. »Während es so aussieht, dass Sie im Haus der alten Dame knietief in Schund und Schmutz gewartet sind.« Velasco lächelte. Die Pointe würde er sich von seinem Partner nicht nehmen lassen. Dort wurden genügend Spritzen gefunden, um ein mittleres Krankenhaus auszustatten. Aber erstaunlicherweise kein Dope. Dafür anderes Zeug. Perverses Zeug, Handschellen, Leder, Peitschen und Co. Im Schlafzimmer gibt es eine Pritsche. Es wurden Blutspuren gefunden, die nicht von den Brüdern stammen. Sie werden zurzeit genauer untersucht, aber es handelt sich tatsächlich nur um Spuren, verstehen Sie? Nicht genug, um auf ernsthafte Körperverletzungen hinzuweisen. Sexuelle Spielchen eben. »Wir haben auch ein bisschen herumtelefoniert«, fuhr Kemada fort. »In den üblichen Kreisen. Die Stricher kennen Sie, manche offensichtlich recht gut. Irgendwelche Namen? Im Moment nicht. Wir wollen uns heute Abend mit ein paar Leuten treffen. Die wichtigen Burschen dieser Branche arbeiten nicht tagsüber. Und der Himmel mag wissen, wohin sie nach Dienstschluss verschwinden. Gut. Menendez nahm einen Zettel vom Schreibtisch. »Haben Sie sich Ihre Notizbücher angesehen?« »Ja, aber Sie waren zu schlau, um darin irgendetwas Eindeutiges festzuhalten. Vielleicht gibt es noch private Tagebücher, aber die haben wir bisher noch nicht gefunden.« »Gingen Sie zum Stierkampf?« »Ja«, erwiderte Velasco. »Sogar recht häufig in Madrid, Barcelona. Einige Male auch hier. Das war einer der Kreise, in denen Sie verkehrten«, sagte der Agent. »Stierkämpferpartys. Sie ließen sich gern mit den Toreros fotografieren.« »Humos an, die knappen Hosen und so weiter«, steuerte Kemar dabei. Menendez rieb sich die Augen mit den Handrücken. Er wirkte, als hätte er keine Sekunde geschlafen. »Sie beide haben seit zwei Stunden Dienstschluss. Hätten Sie trotzdem noch eine halbe Stunde Zeit für mich?« Sie nickten. Sie mochten Menendez nicht, besonders nicht die Art, wie er auf den Posten des Kapitans aus war. Aber ihnen gefielen seine Ermittlungsüberlegungen. »Gut, vertagen wir uns. In einer Viertelstunde machen wir weiter, wenn ich meine Notizen durchgesehen habe. Versuchen wir, der Sache eine Richtung zu geben.« Sie gingen auseinander. Die beiden Polizisten beendeten ihren Papierkram, während Torrio mit Maria ins Alakon ging, wo er zwischen lautstarken Polizisten zwei ungeheuer große, von Rotem Braten vertriefende Toastscheiben mit einem Kaffee und einer Coppa Brandy hinunterspülte. Sie trank ein Mineralwasser und gab nach 30 Sekunden jeden Versuch auf, die Tabakwolken beiseite zu wedeln, die von allen Seiten aufstiegen. »Werden Sie das in Ihrem Bericht vermerken?« »Was?« »Und nach einer Stunde begeben Sie sich in die Bar um die Ecke, um sich mit miesem Fraß vollzustopfen?« Sie lachte. Und Torrio hatte den Eindruck, dass das nicht allzu häufig vorkam. »Nein.« »Und was schreiben Sie dann?« Sie dachte nach. »Ich weiß es noch nicht. Ich habe mir zwar ein paar Notizen gemacht, aber...« Zwei Verkehrspolizisten drängten sich an den Tresen vor und grölten ihre Bestellungen. »Grundgütiger Himmel!«, fauchte Torrio. »Könnt ihr denn nicht sehen, dass eine Dame im Raum ist?« Einer der Verkehrspolizisten drehte sich um und musterte ihn durch seine Sonnenbrille. »Klar sehe ich das, Bär. Ich weiß nur nicht, warum.« Die dunklen Gläser richteten sich auf sie. »Hä!«, rief der Verkehrspolizist. »Ich weiß, wer sie ist. Kemada hat es mir gesagt. Sie ist die Schneekönigin. Unverkennbar. Wissen Sie schon, wie man diesen Jungs ordentliches Arbeiten beibringt, Senora?« Maria spürte, wie ihr das Blut in die Wangen stieg. Die undurchdringlichen Gläser starrten sie weiter unverwandt an, erstickten jedes Wort in ihrer Kehle. »Diese verfluchten Asphalt-Cowboys müssen immer den Muskelprotz mimen«, knurrte Torrio. »Lass mich gefälligst vorbei!« Er trottete am Verkehrspolizisten vorbei zur Ecke des Tresens, stapelte ein paar schmutzige Teller aufeinander, schob sie zur Seite und postierte seine Hühnengestalt so schützend vor Maria, dass sie zumindest einigermaßen bequem stehen konnte. Sie stellte ihr Wasserglas auf die schmuddelige Kunststofftheke und wünschte sich einen Moment lang, das Rauchen nicht aufgegeben zu haben. »Achten Sie gar nicht auf Sie, Frau Professor. Großmäulichkeit gehört bei denen offenbar zum Beruf. Das hat nichts zu bedeuten.« »Nein«, erwiderte sie und fragte sich, ob sie amüsiert oder verärgert sein sollte. »Nein«, Sie sagten gerade...« Der Riese wollte so schnell wie möglich wieder zum Thema zurück. »Die Sache ist die, Bär. Ich meine, es ist meine Aufgabe, über die bestehende Ermittlungsmethodik zu berichten. Oh, Entschuldigung, Vorgehensweise.« »Ja, und?« »Und hinter die bin ich noch immer nicht gekommen.« Er zwinkerte, verzog sein rundes Gesicht. »Sie wollen also unsere Spielregeln kennenlernen, unsere Bestimmungen.« »Wenn Sie so wollen?« Torrio fragte sich, ob er der Frau trauen konnte. War das etwa ein neuer Versuch der Führungsebene, sie mit weiteren Vorschriften und Papierkram zu knebeln? Das Problem war nur, dass sie so gar nicht nach Führungsebene aussah. Für die meisten Dinge gibt es eindeutige Bestimmungen, aber kaum für den aktuellen Fall. Das ist nun einmal unmöglich. Das ist mir klar. Und sie haben den Kapitan kennengelernt. Sie schwieg, wartete ab, dass er mehr sagte. Der Kapitan ist anders. Er hat ein Gespür für die Dinge. Und das heißt, dass wir in den meisten Fällen ohne Regelwerk auskommen. Sicher haken wir eine Reihe von Punkten auf einer Vorgehensliste ab, aber wesentlich wichtiger ist das, was man nicht abhaken kann. Er stürzte einen Schluck Kaffee hinunter und sie fragte sich, warum er so aussah. Warum dieser Pferdeschwanz, warum der Leinenanzug, der besser zum Manager einer Rockband passen würde. Es ist alles eine Frage der Intuition, der Inspiration. Und die kommt von hier. Er tippte sich an den Kopf. Nicht aus irgendeinem schlauen Buch. Ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Als Kind fuhr ich häufiger zu Verwandten in der Nähe von Santiago. Kennen Sie sich dort ein bisschen aus? Es ist grün. Rund ums Jahr. Es regnet ständig und das macht alles grün. Nicht so verdorrt und wüstenähnlich wie hier. Damals begeisterte ich mich für Vögel. Hier trifft man auf Adler, Bussade, Wiede, Hopfe, alle möglichen selteneren Vögel und hält sie für selbstverständlich. Aber da oben gibt es überall diese Drosseln. Und die haben mich fasziniert, weil man sie hier kaum sieht und sie ganz schlaue Tiere sind. Man kann sie beobachten, über sie nachdenken und versuchen zu ergründen, was sie da eigentlich machen. Tatsache ist, dass ich diese Drosseln genau beobachtet habe, wie sie durchs Gras hüpften und nach Würmern Ausschau hielten. Auf die Schliche bin ich ihnen aber trotzdem nicht gekommen. Sie neigen den Kopf ein wenig zur Seite. Das Auge ist auf den Boden gerichtet. Aber wenn sie zupicken, dann ganz woanders. Das habe ich stundenlang beobachtet, aber nie herausfinden können, wie sie es machen. Bis ich eines Tages ganz plötzlich drauf kam, wie dumm ich gewesen war. Ich hatte angenommen, dass sie mit den Blicken nach den Würmern suchen. Aber das tun sie gar nicht. Wenn sie den Kopf neigen, lauschen sie nach ihnen. Nach einem raschelnden Gras vielleicht. Irgendetwas. Und so ist es auch mit dem Kapitan. Man denkt, er hält nach irgendetwas Ausschau, während er in Wirklichkeit lauscht, angestrengt irgendwo hin lauscht. Also ziehen wir los. Ermitteln Teile von Tatbeständen, berichten sie ihm und er hört zu. Diese Methode wird meines Wissens in keinem Handbuch empfohlen. Sie trank ihr Glas aus und sah auf die billige Uhr an ihrem Handgelenk. Ich glaube, dass Handbücher lediglich eine Unterstützung der Intuition sein sollen, Bär. Dass sie einem Beispiele geben, Anregungen liefern, wenn es an Inspiration mangelt. Wenn man lauscht und doch nichts anderes hört als den Wind. Nun, genau das ist der Punkt, Frau Professor. Wissen Sie, ich arbeite jetzt schon sehr lange mit dem Kapitan zusammen. Wir alle. Für sehr viele von uns ist er so etwas wie eine Legende. Der Mann, der alle Fälle löst. Ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, in der seine Intuition versagt hätte. Letztendlich. Letztendlich. Sie sah ihn neugierig an, versuchte die Tiefe seines Zutrauens zu orten. Er ist kein junger Mann mehr, Bär. Er wirkt mitunter erschöpft. Er lächelte. Damit hatte er gerechnet. Sicher. Aber wissen Sie, und verzeihen Sie mir, wenn ich das sage, aber manchmal hören Sie sich an wie dieser Schleimer Menendez. Er ist hinter der Position des Kapitan her. Aber das wissen Sie vermutlich längst. Er ist ehrgeizig. Was wäre daran so falsch? Nichts. Aber es ist nicht sympathisch, das so deutlich zu zeigen. Zumindest könnte er warten, bis Rodriguez sich zur Ruhe setzt. Allzu lange dauert das ja nicht mehr. Wer? Wer? sagte sie. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Jederzeit, wenn möglich. Nennen Sie mich doch Maria. Bitten Sie auch den Kapitan, mich beim Vornamen zu nennen. Und Menendez. Wenn er sich dazu überwinden kann. Danke, Maria. Denada. Lächelte sie. Zum zweiten Mal an diesem Tag. Nicht schlecht, dachte Torrio. Hin und wieder beginnt die Schneekönigin zu schmelzen. Rodriguez saß hinter seinem Schreibtisch. Hinter seinem Papierberg. Die Tafel war abgewischt. Er wartete, bis jedermann sich gesetzt hatte. Dankte Kemada und Velasco für ihr Bleiben. Bekommen wir Überstunden bezahlt, Kapitan? Erkundigte sich Velasco hoffnungsvoll. Er hielt aber keine Antwort. Stand auf und trat mit einem Stück Kreide an die Tafel. Menendez hielt den Kopf über einen Notizblock gesenkt. Sein Kugelschreiber huschte über das Papier. Drei unterschiedliche Ermittlungswege bieten sich an. Velasco, Kemada, Sie machen da weiter, wo Sie bereits begonnen haben. In Ordnung, Kapitan, erwiderte Velasco. Die Richtung, die wir bereits verfolgen, oder alle drei? Fragte Kemada. Alle drei, sagte Rodriguez. Sie meinen, die Strichungen aufzuspüren und aus ihnen so viel wie möglich herauszuholen? Ja. Gut. Kemada gähnte. Nur, dass ich das nicht missverstehe. Es war eine lange Nacht und bei meiner Begriffsstutzigkeit habe ich es gern, wenn die Dinge deutlich ausgesprochen werden. Schon diese kleine Aufmüpfigkeit brachte Toriyo auf die Palme. Er funkelte Kemada böse an, bis der den Blick abwandte, verlegen auf seine Schuhe starrte und dann sagte, »Ich übernehme die zweite Spur. Das ist der Typ in der roten Kutte, stimmt's? Laufen von dieser Sorte eigentlich viel herum?« »Himmel«, grollte Toriyo, »es ist Semana Santa. Vermutlich gibt es jetzt Zehntausende da draußen. Zehntausende Leute in Büßergewändern, vielleicht sogar noch mehr,« mischte sich Velasco ein. »Aber nicht Zehntausende in roten. Insgesamt gibt es rund sechzig Büßerorten. Die meisten von ihnen tragen weiß, etliche schwarz, wenige braun. Kaum rot. Nicht, dass ich wüsste.« Rodriguez ergriff einen Zettel vom Tisch. »Drei. Die Bruderschaft vom wahren Kreuz.« »Das klingt aber gar nicht nach wahrem Kreuz, eher nach unwahrem Kreuz oder noch etwas anderem. Diese frommen Brüder bringen mich noch um,« meinte Kemada. »Du bist schlichtweg ungebildet,« erklärte Velasco. »Verwandte von mir haben mit diesen Dingen zu tun, und das ist Tradition. Sie arbeiten das ganze Jahr lang und tun Dinge, von denen du nie etwas gehört hast. Sie sammeln Geld für wohltätige Zwecke, unter anderem auch für notleidende Polizisten. Du solltest sie also nicht verspotten. Nun, einer von ihnen beschert Polizisten kein Geld, dafür aber Arbeit.« Kemada beugte sich vor und hielt sich mit den Daumen seine Lieder offen. »Die Bruderschaft vom wahren Kreuz,« wiederholte Rodriguez. »Die Bruderschaft der ewigen Flamme.« »Was können Sie vergessen,« sagte Velasco, »in der hatte ein Cousin von mir ziemliche Bedeutung. Die Kutte ist zwar rot, aber eher orange-rot. Niemand könnte den Farbton als Scharlach-rot bezeichnen. Abgesehen davon tut sich da nicht mehr allzu viel. Mein Cousin hat den Orden vor Jahren verlassen. Er trägt jetzt schwarz. Und wenn ich es mir recht überlege, können wir den Ersten auch ausschalten. Ist wahrscheinlich. Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, haben sie sich vor ein paar Jahren mit der ewigen Flamme vereinigt. Passiert neuerdings häufiger. Die Religion ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Die jungen Leute brausen heutzutage lieber mit dem Motorrad durch die Gegend oder verhökern Stoffe im Park. Jedenfalls einige von ihnen. Hat sich vielleicht noch nicht herumgesprochen, aber sie sind jetzt eine Bruderschaft. Sie tragen das gleiche Habit. Rodriguez machte sich Notizen. Gut, also scheiden sie zunächst einmal aus. Damit bleibt nur die Bruderschaft vom Blut Christi. Kemada riss die Augen auf. Von denen habe ich gehört. Die kenne ich. Velasco verdrehte seufzend die Augen. Meine Güte, die kennt doch jeder. Ja, stimmte Torrio zu. Ausnahmslos. Ich nicht, sagte Maria. Sie sind nur Beobachterin, Signora. Sie gehören nicht zur Ermittlungsmannschaft, stellte Kemada fest. Maria fragte sich, warum sie das kränkte. Streng genommen hatte er doch sogar recht. Sie sah zum Kapitan hinüber, wartete auf ein Zeichen, einen Hinweis darauf, wo sie in der Hackordnung stand. Er reagierte nicht auf Kemadas Bemerkung. Die Bruderschaft vom Blut Christi ist relativ neu, fuhr Rodriguez fort. Wurde erst während des Bürgerkriegs gegründet. Sie hat vielleicht 2000 Mitglieder in der Stadt. Es gibt ein kleines Büro. Menendez wird später mit dem Verantwortlichen sprechen. Jetzt weiß ich es wieder. Kemada fuhr auf seinem Stuhl kerzengerade hoch. Ich weiß, wo ich davon gehört habe. Das ist doch der Orden, in den die Polizisten eintreten, die von göttlicher Berufung erfasst werden, stimmt's? Es kann doch alles nicht wahr sein, stöhnte Velasco auf und schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. Göttliche Berufung! Und dann fragen sie sich noch, warum diese Gesellschaft den Bach untergeht. Sie veröffentlichen keine Mitgliederlisten, sagte Rodriguez. Aber wir könnten ihnen gerichtliche Maßnahmen androhen, falls sie Schwierigkeiten machen. Aber man darf wohl mit Fug und Recht behaupten, dass der Mitgliederkreis recht begrenzt ist. »Polizei, Stadtverwaltung, Politiker. Lokale wie auch Nationale. Welche Politikerrichtung?« fragte Maria. »Ein bisschen rechts von den christlichen Demokraten?« Rodriguez nickte. »Wie ich schon sagte, wurde der Orden während des Bürgerkriegs gegründet. Vielleicht sogar von der Verlange. Natürlich ist sie im Lauf der Jahre konzilianter geworden, auch sehr viel kleiner, verfügt kaum noch über Einfluss. Bei einer sozialistischen Regierung nicht verwunderlich. »Und sowas gehörst du an, Velasco? Du schnüffelst also in deiner Freizeit Weihrauch?« Kemada sah seinen Partner verständnislos an. »Nein, tue ich nicht«, entgegnete der Kommissar heftig. »Und selbst wenn, wäre es eine Unverschämtheit, danach zu fragen. Selbst von einem Partner. Abgesehen davon heißt es noch lange nicht, dass unser Mann in ihren Reihen zu finden ist. Wir suchen nach einem Verrückten, der sich in ihrer Kutte gefällt. Mehr nicht. Großer Gott! Diese Dinger kann man vermutlich in jedem Maskenverleih bekommen, genau wie zur Fasnacht Hexen und Zauberkostüme für deine Kinder. Vielleicht hat er es sich nur ausgeliehen.« Menendez blickte von seinen Notizen auf. »Höchstwahrscheinlich nicht. Ich habe bereits mit den sechs größten Kostümgeschäften in der Stadt gesprochen. Keins von ihnen verleiht Büßergewänder. Sie betrachten das als geschmacklos. Dann hat er es sich unter Umständen schneidern lassen. Vielleicht hat es ihm seine Mutter genäht. »Vielleicht«, sagte Menendez. »Aber selbst wenn das so ist, sollten wir eine Verbindung nicht ausschließen. Direkt oder indirekt, durch Verwandte oder Bekannte vielleicht. Warum sonst sollte er sich für rot entscheiden? Weiß wäre doch unauffälliger.« »Kaum noch«, sagte Turillo. »Es laufen inzwischen auch von denen Tausend da draußen rum. Wir können kaum jeden von ihnen ansprechen. Und selbst wenn, was sollten wir sie fragen?« »Genau«, murrte Velasco düster. »Im nächsten Jahr gehe ich in der Semana Santa auf Urlaub. Dieser Fall könnte mich zum Atheisten machen, wenn das so weitergeht. Und die dritte Sache, um die wir uns kümmern sollen?« »Die Pfeile.« Rodriguez zog die Schublade seines Schreibtisches auf und holte einen Beweismittelbeutel heraus. In ihrer leicht milchigen Plastikhülle wirkten die scharfen, silberfarbenen Gegenstände irgendwie stumpf und harmlos. Er hob den Beutel an seinem Etikett hoch. Den Brüdern bohrte er die Pfeile in die Körper, bevor er sie tötete. Das ergaben die gerichtsmedizinischen Untersuchungen. Sie haben die Haut nicht post mortem durchdrungen. Auch auf Femieni, und wir müssen davon ausgehen, dass es sich um einen weiteren Mordversuch handelte, warf er einen Pfeil, bevor er versuchte, zu einer anderen Waffe zu greifen. »Die Brüder könnten mit den Pfeilspielchen einverstanden gewesen sein«, wandte Kemada ein. »Die frischen Verletzungen befinden sich auf Brust und Arm, aber auf ihren Rückseiten gibt es ältere Hinweise darauf, dass sie sich auch früher schon haben pieken lassen, vielleicht als perverse Stimulanz.« »Dann machte er sie mit Drogen bewusstlos und tötete sie«, fügte Velasco hinzu. Sein Partner nickte. »Das musste er tun, weil er nicht beide gleichzeitig bewältigen konnte. Ja, das macht Sinn. Ich sehe es förmlich vor mir.« »Und was wäre mit Femieni geschehen, wenn er sich gewehrt hätte?« fragte Maria. »Was lässt sich aus dem Fall der Brüder für ihn folgern?« »Nachdem sie von den Pfeilen getroffen worden waren, wurden ihnen mit einem langen, spitzen Gegenstand tiefe Wunden an den Schultern, den Seiten und unter dem Rippenbogen beigebracht«, erklärte Rodrigues. »Doch obwohl genau geplant, waren auch das keine tödlichen Verletzungen, und falls die Brüder noch bei Bewusstsein waren, müssen sie sehr schmerzhaft gewesen sein.« »Fast so, als wollte er sie reizen? Aufstacheln?«, erkundigte sich Torillo verblüfft. »Ja.« »Und dann?« Maria lächelte. Zum dritten Mal an einem Tag, dachte Torillo, und hob dann die Hand wie eine Schülerin. »Frau Professor?« Und dann tötete er sie mit einem zielsicheren Stoß ins Herz? Sie spürte, wie sich alle Blicke auf sie richteten. Ein Anflug von Verdrossenheit zuckte über Rodrigues Gesicht, verschwand wieder. »Korrekt.« »Das ist es. Eine Imitation des Stierkampfes. Die roten Kostüme repräsentieren das Cape des Banderieros, wenn er den Kampf beginnt. Doch dann verändert er die traditionelle Abfolge, und das zeigt seinen Sinn fürs Praktische. Als nächstes setzt er die bebänderten Pfeile ein, um das Opfer weiter aufzureizen. Erst dann wird er ein Picador und setzt eine Art Lanze ein. Schließlich verwandelt er sich in den Matador. Er beendet den Kampf. Er bringt das Opfer mit einem einzigen Stoß in das Herz. Velasco wirkte verwirrt. »Ich weiß von Menschen, die irgendetwas kopierten, aber die bemühten sich stets, dabei höchst präzise zu sein. Sie sind besessen wahnsinnig, deshalb kopieren sie ja auch. Ihnen würde nicht einmal im Traum einfallen, etwas nicht aufs i-Tüpfelchen genau zu imitieren. Also warum hält er sich nicht exakt an die Wirklichkeit, wenn er sie kopieren will?« »Weil er durchaus einen Sinn fürs Praktische hat, wie ich schon sagte. Er will die Wirklichkeit nicht kopieren. Er will ein Ritual auf eine neue Situation übertragen. Auf die Ermordung eines Menschen, der nicht so einfältig ist wie ein Stier. Der Anblick der Pfeile hat die Brüder kaum gewarnt. Sie haben sie vermutlich als Bestandteil des Spiels betrachtet. Als die Lanze oder welche Waffe auch immer gezückt wurde, deutete der Schmerz, die Ernsthaftigkeit der Verletzungen allerdings auf etwas anderes hin. Ähnlich wie bei Femieni. Auch viele andere Männer hätten aggressiv und gewalttätig darauf reagiert, hätte man sie mit Pfeilen beworfen. »Ich hätte den Mistkerl grün und blau geschlagen,« erklärte Kemada. »Nein, das hätten sie nicht. Sie wären gestorben. Jeden Versuch von ihnen hätte die Lanze vereitelt, und dann, durch die Lanze kampfunfähig geworden, hätte sich das Schwert in ihr Herz gebohrt. »Also suchen wir nach einem perversen Sexualtäter, der der Bruderschaft vom Blut Christi angehört und etwas mit dem Stierkampf zu tun hat?«, fragte Torrio. »Wir suchen nach Verbindungen zwischen allen drei Aspekten,« entgegnete Rodrigues. »Ich kenne da einen Stierkämpfer von früher,« sagte Torrio zu Menendez. »Wir könnten mit ihm reden, nachdem wir mit den Leuten von der Bruderschaft gesprochen haben.« »In Ordnung.« »Und die anderen Fragen?« Ihren Blicken entnahm Maria, dass sie sich bereits zu häufig eingemischt hatte. Das würde ihr zwar niemand ins Gesicht sagen, doch es stand unausgesprochen im Raum. »Und das Motiv?«, fragte sie. »Katerina Lucena? Die Wahl des Gemäldes als eine Art Vorbild für den Mord? Die Zufälligkeit, die sich irgendwie aufdrängt? Femieni war mit Sicherheit ein zufälliges Opfer. Woher wollen wir wissen, dass es die Brüder nicht auch waren? »Eins nach dem anderen, Frau Professor. Es hat keinen Sinn, Theorien nachzujagen, bevor wir nicht überprüft haben, was wir bereits wissen. Die Besprechung ist beendet.« Stöhnen stand Velasco auf. »Und wie soll ich nach all dem in den Schlaf kommen?« »Kein Problem,« entgegnete Kemada. »Denk an Jesus. Das lässt jeden einschlafen. Um sechs ist wieder Dienstbeginn.« Langsam bewegten sie sich auf die Tür zu. »Frau Professor?« Maria blieb stehen. »Dürfte ich mit Ihnen vielleicht ein Wort unter vier Augen sprechen?« Die anderen tauschten Blicke aus und verließen den Raum. Maria drehte sich um und setzte sich vor den chaotisch überladenen Schreibtisch. Rodriguez rieb sich die Augen. »Entschuldigen Sie aber, ich habe fast die ganze Nacht gelesen.« Sie nickte. »Auch Sie sollten sich irgendwann einmal ausruhen.« »Das werde ich irgendwann.« »Verzeihen Sie meine Frage, aber ist dieser Fall für Ihren Bericht eigentlich von Nutzen?« »Ja.« »Was sollte Sie mehr sagen?« »Es ist kein gewöhnlicher Fall. Über unsere Routinearbeit sagt er nur wenig aus.« »Haben Sie es mit vielen gewöhnlichen Fällen zu tun?« »Oh ja. Der größte Teil unserer Arbeit kann mit einem herkömmlichen Ermittlungsraster erledigt werden. Selbst die Mordfälle. Vielleicht könnte es ratsam sein, Ihre Erkundungen zu verschieben, bis dieser Fall gelöst ist.« Er versuchte, Ihre Gedanken zu lesen, aber die kühlen, blauen Augen verrieten nichts. »Wollen Sie das? Dass ich mich zurückziehe?« »Ich denke, Sie sollten über die Möglichkeit nachdenken. Um zurückzukommen, wenn unsere Tätigkeit für Ihren Bericht aufschlussreicher ist.« »Sie haben meine Frage nicht beantwortet.« »Nein, das habe ich nicht. Das sollten Sie allein entscheiden.« »Falls Sie den Eindruck haben, dass ich Ihre Ermittlungen behindere, erhob abwehrend die Hand.« »Nein, ganz und gar nicht. Wenn das der Fall wäre, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Sehen Sie...« Er griff zu einer Akte mit Ihrem Namen und schlug sie auf. »Ist das die Verpflichtungserklärung, die Sie vor Ihrer Ankunft hier unterzeichneten?« Maria warf einen Blick auf das eng beschriftete Dokument und Ihre Unterschrift. »Ja.« »Selbstverständlich haben Sie es nicht Zeile für Zeile gelesen. Es ist mir unbegreiflich, wie ein Mensch diese Sprache überhaupt lesen kann. Wer sich so etwas ausdenkt. Aber Sie wissen, was es bedeutet? Ich denke schon. Es bedeutet, dass alle polizeiinternen Informationen, die Sie hier erhalten, ausnahmslos vertraulich sind. Ohne schriftliche Genehmigung eines höheren Verwaltungsbeamten der Nationalpolizei dürfen Sie keineswegs an Dritte weitergegeben werden. »Ja, damit habe ich mich einverstanden erklärt. Das ist mir klar. Aber Sie sollten auch nicht vergessen, dass Sie es unterschrieben haben.« »Werden Sie meine Frage beantworten?« Rodriguez blickte sie über den Schreibtisch hinweg an. Für einen Moment wurde seine Intelligenz, seine Scharfsinnigkeit sichtbar, und sie konnte verstehen, warum Sie ihn alle so schätzten. Dann verschwand das wieder hinter einem höflichen Behördenlächeln. »Ja. Ich hoffe, dass Sie bis zum Abschluss dieser Ermittlungen bei uns bleiben. Es ist kein gewöhnlicher Fall, und er verfügt über Aspekte, möglicherweise sexuelle Aspekte, bei deren Aufklärung die Ansichten eines intelligenten Außenstehenden hilfreich sein könnten. Aber ich ziehe es auch in Zukunft vor, dass Sie mich meine Schlüsse ziehen lassen, ohne mich zu unterbrechen.« Maria spürte ein gewisses Zögern. »Kommt da nicht noch ein Aber, Kapitan?« »Aber Sie sollten sich klarmachen, was da auf uns zukommen könnte.« »Ich denke, dessen bin ich mir bewusst.« »Und das wäre?« »Ein Täter, der zwei Menschen ermordet hat und einen Dritten töten wollte.« »Das ist vermutlich noch nicht alles.« »Was noch?« »Es gibt da ein Schema, das sogar unseren Freunden Kemada und Velasco aufgefallen ist, auch wenn sie es in ihrer Gegenwart nicht erwähnen wollten. Der Mord an den Brüdern Angel war mit Sicherheit keine Zufallstat. Sie müssen ihren Mörder gut gekannt haben, um ihn in ihre Wohnung zu lassen, um so vertraut mit ihm zu werden. Der Angriff auf Femien hat die Qualitäten einer Nachahmertat. Und das Schema? Zwei Möglichkeiten sind denkbar. Unser Mann könnte die Angel-Brüder getötet und Gefallen daran gefunden haben. Oder er könnte ganz geplant vorgehen. Vergessen Sie nicht, dass er uns durch seine Rückkehr zum Tatort auf die Leichen aufmerksam machte. Er wollte, dass sie gefunden werden. In beiden Fällen rechnen Sie damit, dass er erneut mordet? Ist wahrscheinlich. Meine Vermutung geht dahin, dass es sich um den Beginn einer Serie handelt, die in irgendeiner Weise mit der Semana Santa zusammenhängt. In dieser Zeit gerät die Stadt förmlich aus den Fugen. Und das hat gerade erst begonnen. Bis zum Sonntag mit dem abschließenden Umzug und den Stierkämpfen steigt die allgemeine Erregung von Tag zu Tag. Üblicherweise nimmt die Zahl unserer Festnahmen, und das umfasst alle Deliktkategorien, mit jedem Tag der Fiesta exponentiell zu. Vielleicht durch angefachte Leidenschaften. Aber alle so motivierten Taten kommen irgendwann zu einem Ende. Entweder wird der Täter gefasst oder die Serie erschöpft sich. Nur sehr wenige Mehrfachtäter morden über mehrere Jahre hinweg. Studien über die Mörder besagen, dass meist irgendein Ereignis die Serie beendet. Vielleicht befreien Sie sich selbst von Ihrem Drang. Sie heiraten. Sie finden zu Gott. Ich verstehe, was Sie damit sagen wollen. Tatsächlich? Wir haben es hier mit einem Menschen zu tun, der auf jeden Fall intelligent ist. Intelligent genug, um die Tötung zweier moderner Künstler nach dem Vorbild eines jahrhundertealten Gemäldes vorzunehmen. Intelligent genug, um die Parallelen zu erkennen, die Sie gesehen haben. Dieser Mensch, diese Menschen können über den rein physischen Aspekt hinaus gefährlich sein. Ich habe erlebt, dass robuste, einfältige, unsensible Polizisten durch das Böse zerstört wurden, das Menschen in diese Welt tragen. Ihre gestrigen Äußerungen über diese Stadt machen mir Sorgen. Sie müssen zu einer anderen Einstellung finden, sonst könnten sie Schaden nehmen. Ich war müde, niedergeschlagen, grundlos vermutlich. Er blickte wieder in die Akte. Gestern Nacht habe ich das hier erstmals gelesen. Und? Sie waren verheiratet. Ja. Jetzt nicht mehr? Mein Mann starb an einer plötzlichen Krankheit vor zwei Jahren. Er war 32. Und damals fassten Sie den Entschluss, von der Lehre zur Forschung zu wechseln? Ja, ich wollte Veränderungen in meinem Leben. Es kam mir falsch vor, weiterzumachen, als wäre nichts geschehen. Aber Sie trauern noch immer um ihn. Manchmal. Verstehe. Hat das irgendeine Bedeutung? Selbstverständlich ist Ihr Seelenfrieden für mich von Bedeutung. Ich darf also weitermachen? Ja, es würde mich freuen. Sie werden in Kürze mit Menendez und Torrio Befragungen durchführen. Von Mittag an verdopple ich die Kräfte, die mit den Ermittlungen befasst sind. Um halb drei gibt es eine weitere Pressekonferenz. Wir wollen mit Hilfe der Medien um sachdienliche Hinweise bitten. Das ist nicht ganz einfach. Wir müssen die Aufmerksamkeit der Menschen erregen, ohne sie in Panik zu versetzen. Aber vielleicht ist das in der Semana Santa eine grundlose Sorge. Wer sieht in diesen Tagen schon fern, Frau Professor? Wer liest Zeitung? Es wäre mir lieb, Kapitan, wenn Sie mich Maria nennen könnten. Das hat mir der Sergiant bereits gesagt. Sehr gern. Danke. Und falls das alles für Sie zu viel wird, Maria, dann sind Sie hoffentlich nicht zu stolz, mir das zu sagen. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen, denn wir haben nur sehr wenige Frauen bei der Polizei. Aber ich könnte meine Aufgaben besser erledigen, wenn ich mir um Sie keine Gedanken zu machen brauchte. Fast hätte sie gelacht. Ich werde dafür sorgen, dass mein Seelenzustand Ihre berufliche Kompetenz nicht beeinträchtigt, Kapitan. Er nahm die Herausforderung nicht an. Das weiß ich zu schätzen. Würden Sie jetzt Sergianturio bitten, wieder zu mir zu kommen? Der Bär lehnte am Wasserspender. Es schien, als wolle er ihn umstoßen. Er blickte ihr ins Gesicht, sah ihre leicht geröteten Wangen und etwas, was Erheiterung sehr nahe kam. »Es ist heute schon das vierte Mal, Maria«, sagte er, »daraus kann leicht eine Gewohnheit werden.« Die Atmosphäre auf den Straßen hatte sich verändert. Durch die halb geöffneten Fenster des Autos, das sich durch die Menschenmassen kämpfte, konnte Maria den Unterschied fast mit den Händen greifen. Die Atmosphäre war aufgeladen, elektrisch. Ein weißgekleideter Knabenchor überquerte mit Kreuzen und Gesangbüchern den Platz. Langsam, in Reihe und Glied wie eine militärische Formation, angeführt von einem kahlköpfigen Priester. Am Straßenrand stauten sich die Schaulustigen, drückten auf die Auslöser ihrer Kameras, blätterten in Broschüren, bereiteten sich auf die nächste Sehenswürdigkeit vor. An der Ecke neben der Apotheke schmetterte eine Zigeunerin ein Stehgreiflidchen und schob bettelnd eine Hand durch das Wagenfenster. Dorio knurrte etwas, und die Hand verschwand so schnell, wie sie gekommen war. Körper drängelten und stießen gegen das Auto, als es versuchte, den Menschenmassen zu entkommen. Über ihnen erklangen die Glocken des großen Turms und ließen Taubenschwärme in den tiefblauen Himmel schwirren, an dem nur ein paar kaum sichtbare Cirruswolken vor der langsam verbleichenden Mondsichel hingen. Vormittagsdüfte, Kaffee, heißes Fett, süße Churros mischten sich mit den Gerüchen der Semana Santa. Weihrauch und Pferdeäpfel, Diesel und billiger Wein. Traditionell gekleidete Tänzerinnen mit schwarzen Kopfschleiern trippelten vorbei, verbreiteten eine Wolke schwülstigen Parfums und lachten mit hellen, unverdorbenen Mädchenstimmen. Ihre Absätze klapperten auf dem Kopfsteinpflaster, ihre kaminrot geschminkten Lippen summten zum Takt von Kastagnetten. Ihnen folgten zwei Reiter, ein Mann im grauen Anzug und mit dem runden Hut eines Caballero aus Chierres, eine Frau in weißen Reithosen, blutroter Jacke und schwarzen, überknielangen Lederstiefeln. Beide hatten eine Hand an den Zügeln, die andere hielt ein Cherryglas. In der Ferne, in einer Ecke des Platzes nahe dem Seiteneingang zur Kathedrale, sah Maria den Hauptanziehungspunkt der Zuschauermenge. Eine gewaltige Plattform funkelte golden in der Sonne. Sie wurde von Männern auf den Schultern getragen, die in der Hitze Ströme von Schweiß und Tränen vergossen. In der Mitte konnte sie eine Madonna ausmachen, hinter Glas, mit dem Kreuz in der Hand. Sie sah aus wie eine altmodische Wachspuppe. Der heiligen Jungfrau folgten Büßer, langsam, schweigend, anonym. Sie waren ausnahmslos weiß gekleidet. Dann befreite sich der Polizeiwagen aus der Umklammerung der Massen und bog scharf in die breitere El Caño ein. Torio legte den dritten Gang ein, und die Menschenmenge blieb hinter ihnen zurück. Wie Bienen, die einen einzigen Honigtopf umschwärmten. Hier wirkten die Straßen verlassen. Viele der Geschäfte waren geschlossen. Durch eine schmale Nebenstraße hindurch sah sie eine weitere Prozession, hörte das Schmettern einer Trompete, das dumpfe Grollen einer Trommel. Dann verklangen die Töne, verloren sich im Gewirr der mittelalterlichen Sträßchen und Wege von San Isidolo, dem ältesten Viertel der Stadt, dem ältesten Teil von El Viejo, dem Barrio des Barrio, in dem die Menschen fast aufeinander lebten, aus den Fenstern schrien, nie zu schlafen schienen und denen sich die Karte ihrer verwinkelten Umgebung von Kindesbeinen an fest eingeprägt hatte. Als Studentin war sie einmal hier hineingeraten, um dann stundenlang nach einem Ausweg aus diesem Labyrinth zu suchen. Doch keine Sekunde lang hatte sie sich bedroht oder als Eindringling in dieser kleinen, abgeschlossenen Welt gefühlt. Torrio trat auf die Bremse und parkte den Pfort in der engen, kopfsteingepflasterten Straße neben einer Apotheke und so dicht an der Hauswand, dass ihnen keine andere Wahl blieb, als auf der Fahrerseite auszusteigen. »Von hier aus müssen wir zu Fuß weiter«, sagte der Sergiant, »aber es ist nicht weit.« Er duckte sich unter einem Torbogen hindurch, unter dem es nach Katzenpisse stank, und sie folgten ihm, Menendez als Schlusslicht. Die Gasse verbreiterte sich, ausreichend, um zwei Esel fast bequem passieren zu lassen. Die Hauswände waren weiß gekalkt, Pelagonien loderten rot. Wie überall im Barrio roch es nach Wäsche, Blumen, Urin, Kloake und Essen. Immer wieder nach Essen. Ein Kind schrie, eine Mutter schimpfte, ein Fernseher schnatterte hinter einer halbgeschlossenen Tür. Aus einem Fenster im oberen Stockwerk kamen die unverkennbaren Geräusche eines Liebesbares, das rhythmische Quietschen von Bettfedern, das Stöhnen der Lust. Sie erreichten einen hübschen kleinen Platz, hübsch genug, um die Touristen anzuziehen, wenn sie mutig genug waren, den Spuren der Vergangenheit zu folgen, die ihnen das Verkehrsamt in den sicheren Bereichen der Stadt gewissenhaft aufgezeichnet hatte. In der Mitte ein Renaissancebrunnen, die Statue eines Fohlens, das mit erhobenen Vorderläufen in einer Muschel steht. Tourio deutete auf ein Schild an der Wand. »Plaza del Podro. Hier muss es irgendwo sein.« Der Sergiant verschwand in dem Laden, den jemand in seinem Vorderzimmer eingerichtet hatte und der ein Sammelsurium an Brot, Gebäck, Käse und Fleisch feil bot. Er kam wieder heraus und strebte dem Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite zu. Dort gab es eine hellgelb gestrichene, aber verschlossene Tür und eine Sprechanlage mit einer Reihe von Tasten. Tourio drückte auf eine, sagte etwas und stieß nach dem Summton die Tür auf. Das Büro befand sich im ersten Stockwerk. Ein schlichter, eleganter Raum mit Schreibtischen und Schränken aus Teakholz, Ledersesseln und dem Geruch von Möbelpolitur. Miguel Castaneda, der Generalsekretär der Bruderschaft vom Blut Christi, saß auf einem der aufwendigsten Sessel hinter einem riesigen Schreibtisch. Er wirkte wie mindestens siebzig, klein, stämmig, hatte ein faltiges, lederähnliches Gesicht und blinzelte sie durch rechteckige, goldgerahmte Brillengläser unfreundlich an. »Nein!« Die Antwort lautet, »Nein, Herr Hauptkommissar! Unsere Mitgliederlisten sind eine Sache des Vertrauens zwischen der Bruderschaft und Gott! Keineswegs sind sie für den öffentlichen Gebrauch bestimmt!« Menendez sah sich um. Die Wände waren mit alten Schwarz-Weiß-Fotos bedeckt. Von vielen blickte Frankos Gesicht, weiß, gebieterisch, mitunter wie berauscht. Ein Bild zeigte den General in voller Uniform an der Spitze einer Büßerprozession. Ein anderes im dunklen Anzug und mit gelangweilter Miene als Betrachter eines Umzugs. »Hier geht es nicht um öffentlichen Gebrauch, Don Miguel. Die Listen werden von der Polizei mit der gebotenen Vertraulichkeit behandelt. Das kann ich Ihnen zusichern.« Kastaneda räusperte sich. »Die Polizei! Die Polizei! Vor dreißig oder vierzig Jahren hätten Sie eine solche Versicherung abgeben können. Aber jetzt nicht mehr! Sie sind Schachfiguren, Hauptkommissar! Diener dieses vergifteten Staates!« »Wir sind Polizisten, Senior, die zwei Morde und einen Mordversuch untersuchen. Taten, die unseren bisherigen Erkenntnissen zufolge von einem Mitglied ihrer Bruderschaft oder jemandem verübt wurden, der ihr sehr nahe steht. Es ist ihre Bürgerpflicht, uns bei unseren Ermittlungen zu unterstützen.« »Pflicht!« zischte Kastaneda, funkelte sie zornig an und ließ das Wort einen Moment lang im Raum nachhallen. »Pflicht! Sie wissen doch gar nicht, was dieses Wort bedeutet. Keiner von Ihnen weiß das mehr.« »Wir haben die Pflicht, die Einwohner dieser Stadt zu schützen«, sagte Menendez. »Und um dieser Pflicht nachzukommen, müssen wir Einblick in Ihre Mitgliederlisten nehmen. Soweit ich weiß, ist jedes Ihrer Mitglieder unschuldig. Aber verstehen Sie denn nicht, dass jedes von Ihnen als verdächtig betrachtet werden muss, solange wir es nicht einwandfrei entlasten können?« »Das ist eine absurde Feststellung, Herr Hauptkommissar. Was Sie selbst wissen müssen, wenn Sie kein Dummkopf sind, wovon ich nicht ausgehe. Die Ziele unserer Bruderschaft sind Wohltätigkeit, Traditionspflege, Gottesdienst und Pflichterfüllung. Ja, wahre Pflichterfüllung. Sie verschwenden nur Ihre Zeit. Meine Zeit!« »Wir könnten einen gerichtlichen Beschluss erwirken, aber das würde unnötig Zeit kosten. Sehr viel einfacher und diskreter wäre es, wenn Sie sich zur Mitarbeit bereitfinden könnten.« »Versuchen Sie es. Haben Sie eigentlich eine Vorstellung, wer der Bruderschaft angehört? Das ist kein Straßenpöbel, keine gemeinen Diebe, mit denen Sie es für gewöhnlich zu tun haben. Ich könnte hier und jetzt zum Telefon greifen und einen Ihrer Vorgesetzten anrufen. Ich könnte mich mit einer beliebigen Anzahl von höchsten Richtern in Verbindung setzen.« »Das bezweifle ich nicht. Allerdings auch nicht, dass Sie Ihre Verantwortung in dieser Angelegenheit kennen werden. Hier handelt es sich um offizielle polizeiliche Ermittlungen, und Sie können uns Ihre Unterstützung nicht verweigern.« »Sie scheinen nicht begreifen zu wollen, Herr Hauptkommissar. Es ist unvorstellbar, dass einer unserer Brüder Verbrechen, wegen der Sie ermitteln, auch nur in Erwägung ziehen würde.« Der Ekel in Kastaneders Stimme war unüberhörbar. »Sie sind Polizist. Sie wollten wissen, wo Sie den Abschaum finden, der in diesen Kreisen verkehrt? Hier mit Sicherheit nicht.« »Und doch liegen uns gesicherte Beweise dafür vor, dass die Taten von jemandem begangen wurden, der die Kleidung Ihrer Bruderschaft trug.« »Hochstapler! Scharlatane!« »Aber warum sollte sich der Täter, die Täter ausgerechnet Ihre Bruderschaft aussuchen?« »Aus welchem Grund?« »Vielleicht lässt sich ein Kompromiss finden,« mischte sich Maria ein. »Wenn wir Ihnen bestimmte Details nennen, könnten Sie die mit Ihren Unterlagen vergleichen und uns dann sagen, ob es irgendwelche Übereinstimmungen gibt?« Kastaneda sah Menendez an. »Ist die Frau Polizistin?« »Sie ist eine Zivilistin, die uns bei der Aufklärung dieses Falls hilft.« Der alte Mann schüttelte den Kopf. »Unglaublich! Wir suchen nach jemandem mit engen Beziehungen zum Stierkampf,« sagte Turillo. »Wie steht es damit?« »Ich bezweifle, dass es unter unseren Mitgliedern auch nur eins gibt, das nicht hin und wieder die Arena besucht. »Und wie steht es mit der Branche insgesamt? Gibt es Manager unter Ihren Mitgliedern? Schiedsrichter? Matadore?«, fragte Menendez. »Selbstverständlich, aber wir drehen uns im Kreis. Um darauf genauer zu antworten, müsste ich Ihnen unsere umfassende Mitgliederliste zur Verfügung stellen, und das ist unmöglich.« »Und was ist mit ihm?« Turillo deutete mit dem Kopf auf ein kleines Bild in der Ecke. Das Werbeplakat für die Kurida am Ende der vorjährigen Semana Santa. Ganz oben auf der Teilnehmerliste und mit übergroßen Lettern standen die Worte El Guapo. Daneben war das Bild eines jungen Mannes mit blonden Haaren zu sehen, die gefärbt wirkten. Sein Lächeln enthüllte ein ebenmäßiges Gebiss. Eher ein Popstar als ein Matador, dachte Turillo. In seiner kurzen Zeit der Arena-Besuche hatten Toreros anders ausgesehen. »Weitere Stierkampfplakate kann ich hier nicht entdecken. Was ist mit Matteo? Sind Sie vielleicht ein Fan von ihm, Senor?« Der alte Mann wandte sich sichtlich. »Er ist ein sehr beliebter Matador. Manche Puristen schätzen sein Auftreten vielleicht nicht. Aber es kommt mir nicht zu, das zu beurteilen.« »Gehört er der Bruderschaft an?«, fragte Menendez. Castaneda seufzte. »Jetzt wird es heikel. Die Mitgliedschaft ist vertraulich. Ich sage nichts darüber, aber mein Schweigen hat nichts zu bedeuten. Vielleicht ist er Mitglied, vielleicht nicht.«, hält er sich zur Zeit in der Stadt auf. »Ich nehme es an. In der Zeitung las ich, dass er in dieser Woche der erfahrenste Matador in der Arena sein wird. Er stammt von hier. Aber das ist kein Geheimnis. Also ja, ich gehe davon aus, dass er bereits hier ist.« Turillo trat vor das Poster und betrachtete es sich genauer. Er rieb das billige, dicke Papier zwischen Daumen und Zeigefinger und starrte das Foto an, bis er die einzelnen Punkte sehen konnte, aus denen es sich zusammensetzte. »Don Miguel, er ist«, begann er sehr langsam, »ein sehr gut aussehender Junge. Wenn wir die Gäste der Partys überprüfen, an denen die ermordeten Brüder Angel teilgenommen haben, halten Sie es für möglich, dass sich die drei da irgendwann begegnet sind?« Castaneda lachte polternd. »Wenn Sie damit das andeuten wollen, was ich vermute, Serriand, könnten Sie gar nicht ferner liegen. El Guapo ist ein Kämpfer. Im Leben ebenso wie in der Arena. Das gehört zum Beruf, wie man so sagt. Aber verlassen Sie sich nicht auf mein Wort. Finden Sie es selbst heraus. Tun Sie, was Sie tun müssen. Ich betrachte unsere Unterhaltung als beendet.« »Das werde ich an höherer Stelle melden müssen«, sagte Menendez. »Wie ist Ihnen beliebt. Ich habe zu arbeiten.« Er brachte sie zur Tür, und sie liefen zur Treppe. Unten angekommen, verzog Torrio das Gesicht und trat fluchend gegen die Wand. »Was haben diese alten Kerle nur? Er hat doch nichts zu verbergen. Warum kann er uns denn nicht unterstützen?« »Er wird es tun«, erwiderte Menendez. »Er will uns nur dazu zwingen, etwas dafür zu tun. Das ist alles.« Maria blickte sich um, sah einen Hinweis auf Servicios und sagte, »Würden Sie mich bitte einen Moment entschuldigen?« Menendez nickte. »Wir warten.« Sie folgte dem Hinweisschild, kam zu einer durch eine Frauensilhouette mit Fächer gekennzeichneten Tür und trat ein. Sie hängte ihre Tasche an den Haken, streifte ihre Jeans hinunter und setzte sich. Durch den Spalt über der Tür roch sie kräftigen Tabak. Der Rauch drang in einen winzigen Waschraum, hing wie eine graue Wolke unter der Decke und trieb träge durch das halb geöffnete Fenster ins Freie. Sie trat vor das kleine Becken, wusch sich die Hände mit einem rosafarbenen, feuchten Stück Seife und trocknete sie an einem verschlissenen, grünen Handtuch ab, rieb sie sich gewohnheitsmäßig noch einmal an ihren Jeans, griff nach ihrer Tasche, schob den Riegel der Tür zurück und drückte auf die Klinke. Nichts rührte sich. Die Tür ließ sich zwar einen Spalt aufschieben, federte aber sofort wieder zurück. Irgendetwas blockierte die Tür, etwas, das leicht nachgab, wenn sie dagegen drückte. Der Tabakgeruch wurde beißender. Maria spürte, wie es ihr kalt über den Rücken rieselte. Warum? fragte sie sich verwundert. Erneut stemmte sie sich gegen die Tür. Sie gab ein bisschen weiter nach, fünf Zentimeter vielleicht. Sie sah den sonnengefleckten Kachelfußboden und noch etwas. Den Rand irgendeines Gegenstands, bevor sich die Tür sanft, aber fest wieder schloss. Maria versuchte sich, das Ganze zu erklären und fragte sich, ob sie nach Torrio und Menendez rufen sollte. Aber sie konnten sie mit Sicherheit nicht hören. Sie sah zum Fenster. Aber das war zu klein, um ihn durchzukriechen. Außerdem hatte sie keine Ahnung, wohin es führte. Wieder drückte sie auf die Klinke, stemmte sich mit aller Kraft ihres zierlichen Körpers gegen die Tür. Wieder ließ sie sich ein paar Zentimeter aufdrücken. Als sie es erneut und noch energischer versuchte, flog die Tür auf. Sie verlor das Gleichgewicht, kippte nach vorn, sah schon den gekachelten Fußboden auf sich zukommen. Sie fiel, schlug mit den Knien auf, rollte herum, um den Aufprall abzufedern und fand sich mit angezogenen Knien, Hände um die Schienbeine gekrallt, im Schatten eines von Kopf bis Fuß in scharlachrotes Tuch gehüllten Riesen wieder, der sie aus schmalen Augenschlitzen anstarrte. Er war ungeheuer groß, anonym, tödlich bedrohend. Der Gigant nahm die Hände aus den Falten des Gewandes und Maria stellte fest, dass sie schrie, ohne zu wissen, wann sie den Mund geöffnet hatte. Sie schrie aus Leibeskräften, rollte sich über den Boden, versuchte verzweifelt der drohenden Gestalt zu entkommen, schlug mit beiden Händen um sich. Ihre Handtasche flog auf und verstreute ihren Inhalt über die Fliesen. Sie sah, wie sich seine Finger langsam streckten. Tödlich langsam, sah weiße Haut, dunkle, pelzartige Haare, sah große, fettige Poren und sah, dass die Hände leer waren, bevor es dunkel um sie wurde. Torrio stürmte als Erster durch die Tür. Sie lag auf dem Boden und schrie. Mit erhobenen Händen stand der Mann mit dem Rücken zur Toilettentür, Torrio zwischen ihnen. Keuchend, mit Tränen überströmten Wangen richtete sie sich auf. »Polizei!« herrschte Torrio den Mann an. »Alles in Ordnung?« erkundigte sich Menendez besorgt. »Er hat mich erschreckt.« Der Mann nahm die Kapuze ab. Er war etwa dreißig Jahre alt, hatte einen sauber gestutzten Vollbart, einen gesunden Tarn und hellbraune, leicht wirre Augen. Er schwankte leicht hin und her. »Mir fehlt nichts«, sagte Maria. Sie wischte sich Staub von den Jeans, zupfte ihre Bluse zurecht und stopfte ihre Habseligkeiten in die Tasche zurück. »Er hat mich erschreckt.« »Das ist alles.« »Ich konnte nicht hinaus.« »Als es mir endlich gelang, stand er da. Es geschah alles blitzschnell.« »Ich wusste nicht, dass jemand da drinnen war«, sagte der Mann. »Das Männerklo war zu. Verschlossen, was weiß ich. Deshalb habe ich gewartet, ob bei Damen jemand rauskommt. Vermutlich bin ich nicht ganz bei mir.« Die Stimme hörte sich leicht berauscht und gewöhnlich an. »Ich wollte niemandem Angst einjagen. Wir haben da draußen bei dem Umzug so gepichelt, dass ich unbedingt die Toilette aufsuchen musste. Ich wollte sie nicht erschrecken.« Torrio grunzte etwas Unverständliches und filzte ihn von Kopf bis Fuß. Aus einer Tasche in der Kutte holte er einige Münzen, Autoschlüssel, ein paar tausend Pesetas, eine Packung Zigaretten, ein billiges Feuerzeug und einen Ausweis. Torrio sah erst das Bild, dann den Mann an. Es entsprach ihm. Er schrieb sich den Namen des Mannes in sein Notizbuch. Der Mann fasste sich in den Schritt. »Entschuldigung, aber es ist wirklich dringend. Sie füllen einen auf diesen Umzügen buchstäblich ab.« Menendez nickte in Richtung Tür. »Danke, Senor.« Er hielt seine Kapuze in einer Hand. Noch bevor er die Tür erreicht hatte, hob er mit der anderen sein Gewand. Maria sah Sandalen, blaue Socken, weiße, behaarte Beine, dann cremefarbene Unterhosen. Der Mann stolperte in die Toilette, schlug die Tür halb zu. Dann hörten sie ein erleichtertes Aufstöhnen und ein sprudelndes Rauschen. Sie sah Menendez an. »Offenbar leichter Anfall vom Panik. Tut mir leid,« sagte sie bedrückt. »Da draußen laufen an die zweitausend dieser Typen herum,« erwiderte er. »Sie können nicht jedes Mal in Panik geraten, wenn Sie einen von ihnen erblicken.« »Nein.« Aber Torrio bemerkte, dass sie noch immer Tränen in den Augen hatte. Die Männer verließen das Gebäude, ihr voran, damit sie sich sammeln konnte. Sie folgte ihnen durch die schmale Gasse, sah, wie sich Torrio wieder unter dem Torbogen bücken musste, und setzte sich in den Fond. »Fital ist in Ordnung,« sagte sie. »Gut,« Menendez nickte. »Auf der Pressekonferenz sind vermutlich auch Kameras. Das sollte man nicht vergessen.« Der Mann in der roten Kutte wartete, bis sie außer Hörweite waren, wartete weitere fünf Minuten, ging zur Außentür und schob den Riegel vor. Dann trat er zurück in den Waschraum und betrachtete sich lächelnd im Spiegel. Ganz ruhig. Keine Angst. Kein Zittern. Ganz gelassen. Sicher. Er versuchte, sich an das zu erinnern, was er bei seinem letzten Ausflug erlebt hatte. Bemühte sich, die Erinnerungen in seinem Kopf zu sortieren, denn alles war so schnell gegangen. Zu schnell. Dann zog er sich die spitze Kapuze wieder über den Kopf und verließ die Damentoilette. Er zog den Schlüsselbund hervor, den Torrio betrachtet hatte, öffnete mit dem rechten Schlüssel das Einsteckschloss zum Männer-WC, trat ein und griff zu dem Paket, das er hinter dem Wasserkasten versteckt hatte. Es war in Öltuch eingeschlagen und einen knappen Meter lang. Er öffnete es, holte ein paar Gummihandschuhe heraus und streifte sie sich sorgfältig über. Dann lief er zum Büro hinauf, in dem Miguel Castaneda kerzengerade auf seinem Sessel saß und wütend ins Telefon sprach. Er drückte die Tür auf und der Hörer flog auf die Gabel. Der alte Mann wirkte wie ein kleiner, alter Stier, nussbraun und schnaubend vor Zorn. »Wer zum Teufel sind sie?« rief er mit sich überschlagender Stimme. »Sie können hier nicht einfach so hereinkommen. Sie haben gefährlichst anzuklopfen!« Der Mann griff in die Öltuchrolle und zog den ersten Pfeil heraus, spürte das Metall kalt, hart und beruhigend durch den Plastikhandschuh, hob den Arm und fühlte, wie sich die Muskeln spannten. Das kleine Geschoss zischte durch die Luft, erst schwarz, dann silbern, als es durch den Schatten der Jalousetten flog. Castaneda öffnete den Mund zu einem Schrei, als der Pfeil sein linkes Brillenglas zerschmetterte, die Hornhaut durchbohrte, in der Augenhöhle stecken blieb und ihn aus seinem Ledersessel nach hinten schleuderte. Der Lärm, es war viel zu laut. »Scheiße«, sagte der Mann. Er ließ seine Werkzeuge auf den Boden fallen, ergriff das Schwert und trat hinter den Schreibtisch. Der alte Mann krümmte sich verzweifelt und zerrte den Pfeil aus seinem Kopf. Blut und Schleim tropften aus der zerfetzten Augenhöhle. Castaneda zuckte hektisch, gab gurgelnde Geräusche von sich, versuchte zu schreien. Der Kapuzenmann stieß dem alten Mann das Schwert in die Kehle, durchschnitt seine Luftröhre, durchtrennte den Hals bis zum Rückgrat. Ein Blutstrom schoss die Klinge empor. Ihre Spitze durchdrang den Teppich, durchbohrte die Dielen, nagelte Castaneda am Boden fest. Der alte Mann lag auf dem Rücken, rührte sich kaum, gab nur noch leise, gutturale Töne von sich. Um ganz sicher zu gehen, lehnte sich der Mann mit seinem ganzen Gewicht auf das Schwert, drückte es noch tiefer in den Boden. Dann ging er zur Öltuchrolle zurück, wählte weitere Utensilien aus, drehte sich wieder um und betrachtete sein Werk. Es war nicht vollkommen, aber selbst in der Arena konnte man nicht immer alles richtig machen. Selbst in der Arena gab es unvorhersehbare Umstände. Der Kapuzenmann wischte sich die Hände an seiner Robe ab, hob zwei weitere Pfeile sowie einen aus Zaunmaterial gefertigten Spieß auf und machte sich daran, sein Werk so kunstvoll zu vollenden, wie es die Situation zuließ. Zwanzig Minuten später, nachdem er die Aktenschränke durchstöbert hatte, ging er die Treppe wieder hinunter und betrat die Toilette. Er legte Kutte und Kapuze ab, holte die Sporthosen und das blassblaue Hemd aus dem Plastikmüllsack, den er hinter dem Wasserkasten verstaut hatte, wusch sich das Blut von Armen und Händen, entfernte sein Make-up sowie den theatralischen Bad und betrachtete sich im Spiegel. Er steckte das Kostüm in den Plastiksack und wickelte ihn in das Öltuch ein. Er verstaute die Unterlagen aus den Aktenschränken in einer zerknitterten Supermarkttüte, sah sich noch einmal um, ob er auch nichts vergessen hatte und verließ den kleinen Raum. Auf seinem Weg zum Ausgang sah er etwas auf dem Boden liegen. Er bückte sich, hob es auf und steckte es in seine Tasche. »Blöde Pullen«, sagte er. Dann trat er in die strahlende Nachmittagssonne hinaus und wanderte gemächlich durch den Barrio, auf der Suche nach Müllcontainern. Als er einen fast vollen gefunden hatte, vergewisserte er sich, dass er unbeobachtet war und schob das Öltuchbündel unter die oberste Müllschicht. Er trat einen Schritt zurück. Das Paket lag wohl verborgen unter einem Sammelsurium verrottender Lebensmittel, leerer Weinflaschen und Ölkanister. Er lief zehn Minuten in einen anderen Barrio, setzte sich in ein kleines Café und bestellte das Tagesmenü. Sopa de Picadillo, Giulietta de Cerdo con Patatas, Karamellpudding und eine halbe Karaffe Rotwein. Sechshundert Pesetas. Während er auf das Essen wartete, rief er über den Münzfernsprecher die Müllabfuhr an und forderte einen vorrangigen Abtransport des Containers, den er gerade benutzt hatte. Er sei überfüllt und verbreite penetrante Gerüche. Der Angestellte versprach, noch am Nachmittag für Abhilfe zu sorgen. Nachdem er gegessen hatte, lief er in einen anderen Bereich des Barrio, schloss seine schmale Haustür auf und lief die Treppen hinauf in eine ordentliche, weiß getünchte Zwei-Zimmer-Wohnung, duschte, zog sich etwas Sauberes an, goss sich ein Glas Mineralwasser ein, setzte sich auf das billige Habitatsofa, schaltete den Fernseher ein und zappte durch die Kanäle. Die Pressekonferenz wurde live auf Kanal 8 übertragen. Die Medien hatten inzwischen einen Namen für ihn. El Matador. Er lächelte. Das gefiel ihm. Die Bullen erschienen auf dem Bildschirm. Der große Schweigsame, der alte, der Kapitan. Sie sprachen von Sicherheitsvorkehrungen, Wachsamkeit und der Notwendigkeit von Informationen und Hinweisen. Sie nannten eine gebührenfreie Telefonnummer und sicherten Vertraulichkeit zu. Ihre Minen, ihren gelassenen Gesichtern entnahm er, dass sie noch nichts von Castaneda wussten. Die Kamera schwenkte zur Seite und zum ersten Mal konnte er sehen, dass sie hinter ihnen stand. Aufmerksam, konzentriert, die Haare locker nach hinten gekämmt und mit einem Band zusammengehalten. Clara, blasser Tan. Sie sah anders aus als die Frauen, die er kannte, die kleinen Straßenschlampen. Dann drehte sie den Kopf und blickte direkt in die Kamera, durch sie hindurch, sah ihn an, forschend, verwundert. Einen Moment lang hielt die Welt den Atem an. Das Summen in ihm verstummte. Er kam innerlich zur Ruhe, war allein mit ihr. Ein gutes Gefühl. Er streckte die Hand nach seinem Jackett aus, griff in die Innentasche und zog das Adressbuch heraus. Es hatte einen glänzenden Plastikeinband mit Blumenmuster und war nicht sehr dick. Die meisten Seiten waren leer, die wenigen Einträge mit schwarzer Tinte geschrieben, in einer feinen, weiblichen Schrift. Die Adressen befanden sich alle im Norden des Landes. Er schlug die erste Seite auf. Dort standen ihr Name, eine Adresse in Salamanca, eine Dienstnummer, eine Privatnummer, eine Faxnummer, eine E-Mail-Adresse. Auf derselben Seite stand auch eine Adresse hier in der Stadt, nicht weit von der Stelle entfernt, an der er sich gerade befand, mit einer Telefonnummer. Er schloss das Buch, befühlte das Äußere, sah die Frau auf dem Bildschirm an, die ihre Hände züchtig vor sich gefaltet hatte. Er dachte daran, wie oft diese Finger das Buch berührt haben mussten, und fragte sich, wie viele der Eintragungen ihre Liebhaber betrafen, fragte sich, was sie in den langen, dunklen Nächten miteinander getrieben hatten. Er sah sie sich auf dem Schirm genau an und versuchte, sich vorzustellen, wie sie wäre, wie sich ihre Haut anfühlte, wie es sein würde, hart in sie hineinzustoßen und zu spüren, wie sich ihr Körper öffnete, sanft, feucht, wie eine erblühende Rose. Als er hart genug war, begann er langsam vor dem Fernseher zu masturbieren. Eine Hand an seinem Penis, in der anderen das Adressbuch. Die Übertragung wurde durch Werbung unterbrochen. »Vergessen Sie Ihre Sommer-Cassella nicht! Kaufen Sie sich jetzt einen Renault Clio, trinken Sie ein Glas Osborne und machen Sie die Bekanntschaft attraktiver Frauen!« Er spürte es kommen, fühlte, wie die Spannung zunahm. Er strich mit dem kleinen Buch sanft über seinen Penis, spürte den glatten, kühlen Einband an seiner Haut. Dann, kurz davor, schlug er das Buch in der Mitte auf und hielt es unter den rosafarbenen, zuckenden Peniskopf. Es ergoss sich über die ganze Seite mit einem kurzen, heftigen Strahl, der ihn flüchtig zusammenzucken ließ. Er zog ein Zellstofftuch aus der Schachtel auf dem Tisch und wischte den Samen sorgfältig von der Seite. Die Tinte einer Adresse irgendwo in Madrid wirkte verschwommen. Er betrachtete seine Finger, entdeckte Blutreste im Nagelbett, schüttelte pikiert den Kopf, ging ins Bad und suchte nach einer Nagelbürste. Kapitel 12 El Matador, El Matador Himmel, das ist der Gipfel. Genau das, was wir brauchen. Semana Santa, Touristen, Spinner, Trunkenbolde. Als wäre das nicht schon schlimm genug. Nun setzt die Presse allem noch mit El Matador die Krone auf. Wer denkt sich so etwas nur aus? Tourio redete vor sich hin, zum Fenster hinaus, während das Auto die Vororte durcheilte. Menendez hockte auf dem Beifahrersitz am Autotelefon, sprach gelegentlich mit jemandem, machte sich Notizen. Maria saß auf dem Rücksitz und sah die Welt an sich vorbeisausen. Sie befanden sich in einem Teil der Stadt, den Touristen nie zu Gesicht bekamen. Schäbige, vernachlässigte Hochhauskomplexe, ragten zwischen Schrottplätzen und Müllhalden empor. Braune Gestalten in abgerissener Kleidung liefen langsam und ziellos umher. Einige stöberten im Abfall und suchten das heraus, was noch verwertbar war. Sie kamen an einer Olivenpresse vorbei, und die Luft füllte sich mit durchdringendem, beißendem Gestank. Neben der Straße türmten sich die trockenen, bräunlichen Olivenreste, sieben bis acht Meter hoch. Weitere kleine Gewerbebetriebe, eine Reifenfabrik, Autoschrottplätze. An einem Straßenstand wurden Orangen, Melonen, Avocados und Tomaten verkauft. Sie ließen die Hochhäuser hinter sich. Dann verschwanden auch die Betriebe. Nur kleine Gemüseparzellen auf rötlicher Erde, hin und wieder ein Schuppen. Schwarzgekleidete Männer und Frauen bearbeiteten das Land. Gebückt, die Köpfe mit ausgefransten Strohhüten vor der Sonne geschützt, hackten sie die Erde auf. Menendez' Telefongespräch schien kein Ende zu nehmen. Turillo ließ seiner Verärgerung freien Lauf. »Wird mich diese Sache heute Nacht schlafen lassen?«, fragte sich Maria. Und aus dem Nichts, aber scharf wie eine Sichel, schlug die Erinnerung zu. Die grüne Maske und die roten Samtwände. Sie dachte an die Zeit vor zwei Jahren, als Louis aus dem Krankenhaus zurückkam und ihr von den Untersuchungsergebnissen berichtete. Sie hatten an dem kleinen Küchentisch gesessen, an dem Tisch, an dem sie gerade eine Woche zuvor sich endlich doch für Kinder entschieden hatten, um sich, wie er sagte, nicht sie, nein, sie nicht, zu vervollständigen. Man konnte es spüren, unbekannt, unsichtbar, lebensbedrohend. Diese Sache war von irgendwoher, woher, gekommen, in seinen Körper eingedrungen und hatte von ihm Besitz ergriffen. Diese Sache, die sie nicht kannten, nicht benennen konnten, diese Sache, die ihn verzehrte. An diesem Abend hatte sie ihm über den Tisch hinweg ins Gesicht geblickt und seinen Tod gesehen. Da war etwas hinter seinen hellen, grauen Augen. Etwas, das bereits starb. Sein Gesicht, so voll, so gesund, bekam Falten. Seine Haut wurde fahl. Und die Untersuchungsergebnisse hatten nichts ergeben, nur die Tatsache, dass er starb. An irgendeiner inneren Auszehrung. Einem mysteriösen Geschwür, das sein Zellgewebe zerstörte. Seine Muskelfasern, seine Nerven, seine Energie, seine Lebenskraft. Nachdem sie keine Worte mehr hatten, waren sie ins Bett gegangen und hatten sich geliebt. Langsam, freudlos, überzeugt, dass es das letzte Mal sein würde. Doch da irrten sie. Zwei Wochen lang. Vielleicht drei. Sie wussten es nicht mehr genau. Denn diese Tage entzogen sich irgendwie ihrer Erinnerung, hatte er sich an die Normalität geklammert, und die Nähe seines Todes schien ihr Verlangen zu steigern. Morgens, nachmittags, abends griff er plötzlich nach ihrer Hand, und sie folgte ihm. Doch das war nicht einfach sexuelles Verlangen. Es war eine Trotzreaktion, ihre Art, dem Tod die Stirn zu bieten. Ihre Art, sich nicht widerstandslos abzufinden. Dann schlug die Krankheit diese Sache zurück. Er verging. Vor ihren Augen. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wie er in diesen letzten Wochen ausgesehen hatte. Irgendetwas in ihr blockierte die Vorstellung des hageren Gesichts, des ausgezehrten Körpers, der ausgelaugten Hülle eines menschlichen Wesens, das reglos auf einem Krankenhausbett lag. Leblos, mit stumpfen Augen, wie Blei im blassgrauen Licht des Nachmittags. Zwölf Wochen nach jenem Abend an dem Küchentisch war er gestorben. Sie hatte Tage und Nächte lang an seinem Bett gesessen, seine Hand gehalten, das graue, kalte Pergament gefühlt, das einst seine Haut gewesen war. Und dann hatte er einfach aufgehört zu existieren, aufgehört zu atmen. Eine Woche vor seinem Tod hatte sie im Bad gesessen und beobachtet, wie sich ihr Urin in dem kleinen Plastikbehälter verfärbte, während ihr Tränen der Wut über die Wangen liefen. Da war er noch bei klarem Bewusstsein gewesen, aber sie hatte es ihm nicht gesagt. Was hätte sie auch sagen sollen? Dass das Leben etwas war, was man so einfach weitergeben konnte, wie die Rolle des Fängers beim Einkriegen auf dem Kinderspielplatz? Nach der Beerdigung, einer kleinen Feier, an die sie sich kaum erinnern konnte, fuhr sie zum Flughafen, flog nach Madrid, nahm die Maschine nach London, landete in Heathrow, fuhr mit der U-Bahn in die Stadt und bezog ein Hotelzimmer. Sie hatte sich die Telefonnummer vom Plakat auf der U-Bahn-Station aufs Handgelenk geschrieben und rief dort an, sobald sie das Hotelzimmer betreten hatte. Am nächsten Morgen hatte man sie aufgenommen und am folgenden Tag den Eingriff durchgeführt. Sie erinnerte sich daran, wie sie auf dem Rücken lag, an die weiße Decke starrte und sich dazu zwang, sich in ihrer hellen Leere zu verlieren, sich bemühte, nicht auf die Wände zu blicken, die roten Samtwände. Ein anonymes Gesicht hinter einer hellgrünen Maske beugte sich über sie. Ein leichtes Stechen in ihr, zu schwach, um als Schmerz bezeichnet zu werden, und dann war es vorüber. Innerhalb weniger Minuten war alles vorbei. Als sie ein wenig unsicher den Raum verließ, sah sie in einer Operationsschale eine kleine Blutlache und Gewebe, sah, dass die Gestalt mit der grünen Maske sie bemerkte und einer Krankenschwester etwas zurief. Sie griff nach der Schale und schüttete den Inhalt in einen Container neben den Waschbecken. Es war vorbei. Zwei Tod in ebenso vielen Wochen und der Rest des Jahres verschwand hinter Nebelwänden. Bis auf die Träume. Eine kleine Lache aus Blut und Gewebe liegt auf einer silberfarbenen Schale. Bewegt sich. Und schließlich starb auch das. Oder schlief nur ein. Die grüne Maske und die roten Samtwände. Maria konzentrierte sich wieder und stellte fest, dass sie sich auf dem offenen Land befanden. Das Licht ging in das sanfte Gold des Nachmittags über. Menéndez hatte den Hörer aufgelegt und kritzelte angestrengt vor sich hin, während der Wagen über die ungepflasterte Landstraße holperte. Er schien zu spüren, dass sie aus ihren Erinnerungen aufgewacht war. »El Guapo, dieser Stierkämpfer, hält sich bereits seit vier Tagen in der Stadt auf«, sagte Menéndez. »Quemada und Velasco suchen gerade nach ihm und überprüfen die Bekannten der Brüder Angel.« »El Guapos richtiger Name ist Jamey Mateo. Er stammt aus El Viejo. Vielleicht gibt es da eine Verbindung. Katharina Lucena wurde heute Morgen in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht Verdacht auf Lungenentzündung.« »Hat die Pressekonferenz schon irgendetwas ergeben?«, fragte Maria. »Ein halbes Dutzend Anrufe. Meistens wichtig, Dua. Vermutlich. Wir gehen Ihnen nach.« »Hat sich Castaneda schon an höherer Stelle beschwert?« »Nicht, dass ich wüsste.« Torrio lachte. »Interessant. Er kam mir so vor, als würde er sich sofort an seine Freunde in den roten Kutten wenden, sobald er nur einen Strafzettel fürs Falschpacken bekommt.« Menéndez dachte einen Moment darüber nach und nickte. »Nichts Neues von der Spurensicherung?« »Nichts, was wir nicht schon wüssten. Keine Fingerabdrücke. Nichts Auffälliges an den Waffen, was darauf hinweisen würde, dass man sie nicht auf jedem Markt kaufen kann.« Torrio schüttelte den Kopf. »Ist dieser Mann so ausgebufft, oder hat er nur Glück?« »Vielleicht beides,« sagte Maria. Sie starrten sie jetzt nicht mehr sofort an, wenn sie etwas sagte. Die Szene im Gebäude der Bruderschaft schien sie irgendwie mit ihnen zusammengeschweißt zu haben. Oder vielleicht hatten sie auch nicht genügend Zeit, lange darüber nachzudenken. Nicht genügend Zeit, sie von ihrer Arbeit fernzuhalten.« »Vielleicht,« sagte Menéndez. »Von heute an kommt die Karwoche richtig in Schwung,« meinte Torrio. »Heute Abend beteiligen sich an die zwölf bis fünfzehntausend Leute allein an den Prozessionen überall in der Stadt, in fünfzehn bis zwanzig verschiedenen Gemeinden. Besser könnte er gar nicht untertauchen, großer Gott. Wir hätten größere Chancen, wenn er sich als Kellner verkleiden würde. Er ist ungemein schlau.« »Dann können wir nur hoffen, dass seine Glückssträhne abreißt,« sagte Menéndez. Das Auto bog von der Straße ab, mühte sich weitere vierhundert Meter über eine staubige Schotterpiste und hielt vor einem kleinen, lehmbraunen Bauernhaus. Auf der Veranda konnte Maria auf einem großen Rohrsessel die Gestalt eines alten Mannes mit weißem Hemd und hellgrauen Hosen ausmachen. Er hatte sich an den Strohhut über die Augen gezogen. Torrio schmunzelte. »Das wird Ihnen gefallen. Glauben Sie es mir, es wird Ihnen bestimmt gefallen. Zu seiner Zeit war der alte Manolo einer der besten Stierkämpfer weit und breit. Ein richtiger Stierkämpfer, keiner der Hollywood-Typen, die man heutzutage zu sehen bekommt. Also sparen wir uns El Guapo besser bis zum Ende der Unterhaltung auf, ja? Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass seine Erwähnung die Fetzen fliegen lassen könnte.« Sie stiegen aus und gingen auf die schattige Veranda zu. Und abrupt schoss es ihr wieder durch den Kopf. »Wird mich diese Sache heute Abend in den Schlaf kommen lassen?« Reglos saß Manolo Figerda auf seinem Rohrsessel. Bei ihrer Ankunft war er im Haus verschwunden und mit einer Flasche Weißwein, einer Schale Eiswürfel und einem Teller Oliven zurückgekehrt. Er hatte alles auf einem kleinen Rohr Geflechttisch abgestellt und sie gebeten, Platz zu nehmen. Das Haus und der rissige helle Holzboden wirkten hinfällig und alt, wie Figerda selbst. Vor dem Haus wuchsen ein paar Tomaten, eine Handvoll Auberginen. Ein Wassertank war halb gefüllt, seine Oberfläche dunkelgrün, Algen durchzogen. Über ihnen schossen Mauersegler unter dem azurblauen Himmel dahin, stießen hohe Zwitscherlaute aus. »Haben Sie mich kämpfen sehen?« fragte er. Maria und Menendez schüttelten die Köpfe. »Da ist Ihnen viel entgangen«, sagte Turillo. »Als ich ein Junge war, nahm ich meinen Vater mit zur Corrida. Hier, manchmal in El Puerto, einmal auch in Rondo, zur Fiesta. Das war schon etwas.« Figerda lächelte. »Das war wirklich etwas. Aber das ist lange her. Kaum jemand erinnert sich noch daran. Für wie alt halten Sie mich?« Maria musterte ihn. »Siebzig?« »Zweiundachtzig.« »Zweiundachtzig«, sagte er und zeigte sehr weiße, künstliche Zähne. »Ich laufe tagtäglich viereinhalb Kilometer, um meine Tochter im Dorf zu besuchen. Ich halte das Haus in Ordnung. Ich ziehe ein bisschen Gemüse. Man lebt sein Leben wie in der Arena. Und nachdem man in der Arena aufgehört hat, lebt man für immer so weiter.« »Nun«, er zeigte auf den Tisch, goss Wein in vier Gläser und ließ einen Eiswürfel in sein eigenes Glas fallen. Maria hätte fast nach Luft geschnappt. Der Montilla war so kalt, dass er nahezu jeden Geschmack verloren hatte. Er war nur ein hartes, körniges Gefühl auf der Zunge. »Ich war kein Star. Dafür kämpfte ich zu traditionell. Selbst damals waren mit der Tradition keine Massen anzuziehen. Aber die Puristen, die Aficionados, die haben mich gemocht. Die Massen zogen die gut aussehenden Jungs vor. Die flirteten und ihre Mätzchen machten. Nicht so ausgeprägt wie heute. Aber die Anfänge waren bereits da. Ich hatte mein Auskommen. Mein Haus gehört mir. Es ist kein Prachtbau. Aber wenn ich sterbe, hinterlasse ich keine Schulden.« »Don Manolo«, sagte Menendez, »wir brauchen ihren Rat.« Figuera griff nach ein paar Oliven und hörte genau zu. »In der Stadt ist es zu einem Verbrechen gekommen. Vielleicht sogar zu mehreren, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Stierkampf zu stehen scheinen. Mein Sergio Antorio hofft, dass sie uns zu einem besseren Verständnis verhelfen können.« »Verständnis? Wenn ich kann. Aber ich bin ein alter Mann. Ich komme nur noch selten in die Stadt und zu den Stierkämpfen gehe ich gar nicht mehr. Mit Ausnahme der Romeria in Rondo. Und das mehr aus Gewohnheit als aus Freude. Wie auch immer. Dennoch würde ich ihren Rat sehr schätzen.« »Zu welchem Thema?« Menendez spielte mit seinem Glas, ließ den Wein darin sanft kreisen. »Wir haben es mit einem Mann zu tun, der zwei Menschen ermordet hat, einen Dritten töten wollte und dabei Methoden anwendet, die ich nur als Imitation der Corrida beschreiben kann.« »Sie meinen, er tötet Menschen in der Arena.« »Nein, aber er benutzt die Waffen, die Pfeile, die Lanzen, das Schwert. Es ist ein Versuch, die Tode wie die in der Arena aussehen zu lassen.« Figeras Gesicht wurde ausdruckslos. Die Muskeln erschlafften. Seine Wangen sackten herab. Er streckte die Hand nach dem Tisch aus, griff nach einer Sonnenbrille und setzte sie auf. »Mitunter ist es für meine alten Augen zu hell. Reden Sie bitte weiter.« »Wir würden vor allem gern wissen, ob Ihnen ein Fall bekannt ist, bei dem jemand aus Stierkämpferkreisen, ganz gleich in welcher Position, vielleicht Ähnliches getan hat.« »Haben Sie keine Archive?« »Doch, wir haben Archive. Aber sie reichen nur ein paar Jahre zurück.« »Der Papierkram wurde in dieser Stadt schon immer recht gern vernachlässigt.« »Wir kennen keine Parallelen und selbst wenn es sie gibt, wären sie schwer aufzufinden. Und falls es sie irgendwo anders gegeben hat, wäre es ganz unmöglich. Sie sind im Verlauf ihrer Karriere in ganz Spanien herumgekommen. Sie kennen viele Leute. Wozu wir unter Umständen ein Ja brauchten, können Sie uns vielleicht gleich sagen.« Hinter der Sonnenbrille war nichts zu erkennen. Der alte Mann leerte sein Glas, füllte es erneut, ließ zwei Eiswürfel hineinfallen. »Beim Stierkampf geht es um die Ehre, nicht um Verbrechen. Selbst heute noch, selbst für die geschniegelten Jungs, die man auf dem Bildschirm sieht. Oh, ich habe Fernsehen, einen Videorekorder. Selbst für sie ist es eine Sache der Ehre. Ohne Ehre sind sie in der Arena zum Scheitern verurteilt. Das versteht sich von selbst. Sie reden von Verbrechen. Sie wissen, dass der Stierkampf nicht gegen Gesetze verstößt. Der Präsident könnte, wenn er das wollte, jeden Matador, der sich weigert, gegen den Stier zu kämpfen, hinter Gitter bringen. Das wäre ein Verbrechen, und obwohl mir derlei zu Ohren gekommen ist, habe ich es selbst noch nie erlebt. Aber ein Verbrechen, wie man es tagtäglich auf den Straßen erlebt? Niemals. Das ist ganz ausgeschlossen. Aber es braucht kein Matador gewesen zu sein, sagte Torrio. Es könnte ein anderer gewesen sein, vielleicht ein Picador, vielleicht ein Organisator. Niemand, aber auch niemand, der in der Arena auftritt, würde so etwas tun. Aus welchem Grund? Und was den Anhang betrifft, nun vielleicht. Doch das überzeugt mich nicht. Da geht es um lästliche Vergehen, Unterschlagung, Bestechlichkeit. Da steckt man sich hier und da etwas in die Tasche. Aber nach meiner Erfahrung nie mehr als das. Das sind kleine Leute, notwendige Leute, nehme ich an, aber doch kleine Leute. Bankangestellte, Buchhalter, Anwälte. Kleine Leute. Wissen Sie, wie es ist, einen Stier mit einem Schwert zu töten? Nein. Niemand weiß es, bevor er es getan hat. Es ist eine Frage der Stärke. Körperlicher und geistiger. Ein Menschen auf diese Weise zu töten, das kann ich mir nicht vorstellen. Dazu müsste man aus Stahl sein. Und da sind diese kleinen Leute nicht. Er stellte sein Glas ab. Sie sagten, er hätte mehr als einen Menschen auf diese Weise getötet? Ja, zwei, von denen wir wissen. Und bei einem dritten hat er es versucht. Und Sie vermuten, dass er erneut töten könnte? Menendez trank sein Glas aus und goss sich neu ein. Sie durchschauen uns so gut, wie Sie ihre Stiere durchschauten, Don Manolo. Ein Hauptkommissar der Polizei macht sich mit seinem Serrianten und seiner charmanten Begleiterin nicht den langen Weg, nur um mit einem alten Mann über unbedeutende Dinge zu reden. Wir glauben, dass die Ereignisse irgendwie mit der Semana Santa verknüpft sein könnten. Und ja, wir befürchten, dass es sich zu einer Serie auswachsen könnte. Ja, es gibt da einen weiteren Aspekt. Es sieht so aus, als würde der Täter Büßergewänder anziehen. Eine Verkleidung höchstwahrscheinlich. Scharlachrote Kutten, die wir für die Roben der Bruderschaft vom Blut Christi halten. Ah! Sie warteten. Gespannt. Aber vergeblich. »Sagt Ihnen das irgendetwas, Don Manolo?« fragte Menendez schließlich. »Es sieht so aus, als hätte ich den ganzen Wein getrunken, Herr Hauptkommissar. Es ist ein heißer Tag, aber das sieht mir gar nicht ähnlich. Vielleicht kann die Signora eine neue Flasche aus dem Kühlschrank holen. Er steht in der Küche. Rechts! Ein Korkenzieher liegt in der Schublade. Ihr Gesichtsausdruck entging ihm nicht. »Keine Angst, Verehrteste. Ich warte, bis Sie wieder da sind.« Als sie zurückkam, goss sie ihm Wein ein und setzte sich. Menendez' Hand schwebte mit gezücktem Stift über seinem Notizblock. Figuera trank genüsslich einen Schluck. »Das ist ein guter Wein. Von einem der Sherry-Güter in Jerez. Sie haben so viele Trauben, dass sie neuerdings gar nicht wissen, wohin mit ihnen. Niemand will mehr Fino trinken, nicht einmal die Engländer. Also kältern sie sie zu diesem Wein. Zumindest ich habe nichts dagegen einzuwenden.« Er nahm die Brille ab, legte sie auf den Tisch und rieb sich die Augen. Seine Blicke schossen hin und her, aufmerksam, auf der Hut. »Ich weiß nur von einer Gelegenheit, bei der Menschen, in diesem Fall mehr als zwei Menschen, auf derartige Weise getötet wurden. Aber darüber werden sie in ihren Archiven nichts finden. Sie werden in keinen Archiven etwas darüber finden, obwohl ich davon überzeugt bin, dass noch genügend Leute unter uns weilen, die ihnen wesentlich genauer über die Ereignisse Auskunft geben könnten als ich. Falls sie dazu bereit sind, woran ich allerdings beträchtliche Zweifel hege.« »Aber das alles ist vor langer Zeit geschehen, vor ihrer Geburt nehme ich an.« »Dennoch glaube ich, dass wir davon erfahren sollten,« sagte Menendez. »Das sollten sie,« erwiderte Figerer knapp. »Wir haben es fast ein halbes Jahrhundert lang höflich abgelehnt, über den Krieg zu sprechen, an ihn zu denken, und jetzt plötzlich gibt es überall aufnahmebereite Ohren. Aber nun ist es zu spät.« Während des Krieges, erzählte Figerer, sei die Bevölkerung der Stadt aufgespalten gewesen. In die Rechten, die Linken und jene dazwischen, die große schweigende Mehrheit, die schon so genug ums Überleben zu kämpfen hatte, ohne auch noch zu den Waffen greifen zu müssen. Und in die letzte Kategorie gehörte auch ich. Wenn mich Leute fragen, wo ich im Krieg stand, sehe ich ihnen in die Augen und sage »Mittendrin«. Sie können das Feigheit nennen, wenn sie mögen, aber ich halte mich nicht für einen Feigling. Es ist nur so, dass ich nie einen anderen Spanier aus so nichtigen Gründen wie Politik töten könnte. Wenn die Deutschen oder die Briten eingefallen wären, hätte ich natürlich gekämpft. Aber für die Banditen, die Spanien damals regierten? Niemals. Ich war jung. Ich hatte gerade geheiratet. Wir freuten uns auf Kinder. Ich war fest entschlossen, mich auf keinen Fall hineinziehen zu lassen. Aber das waren schließlich die meisten von uns. Die Mitte war ein ungemütlicher Aufenthaltsort. Sie verschob sich nahezu von einem Tag zum anderen. Während die Verlange und die Kommunisten gegeneinander kämpften, veränderte sie sich so, dass es plötzlich nicht mehr wichtig war, was man tat, sondern was man nicht tat. »Der Feind meines Feindes ist mein Freund«. Kennen Sie diesen Spruch? So in etwa war das. Je mehr man bemüht war, sich herauszuhalten, desto heftiger wurden die Versuche, einen hineinzuziehen. Ich hatte Glück. Ich war ein bisschen bekannt aus der Arena. Das gewährte mir eine Art Schutz von beiden Seiten. Hätte ich eine andere Kunst ausgeübt, als Maler vielleicht oder als Dichter wie Lorca, wäre ich ein gebrannt magter Mann gewesen. Aber das war ich nicht. Und das war mein Glück. Viele hatten dieses Glück nicht und wurden mitgerissen, gegen ihren Willen. Und deshalb haben wir so lange nicht darüber gesprochen. Heute können Sie über die Gräuel nachlesen, über Todeslager und Erschießungskommandos, und Sie denken vielleicht, dass das ganz besondere Menschen gewesen sein müssen. Harte, politische Männer mit einem fanatischen Feuer im Leib. Aber das waren sie nicht. Jedenfalls in den meisten Fällen nicht. Es waren ganz gewöhnliche Menschen. Postboten, Bäcker, Kellner, Ladenbesitzer. Männer der Mitte, die von der einen oder anderen Seite vereinnahmt wurden und sich plötzlich in dieser gewalttätigen neuen Welt wiederfanden. Männer, die vor dem Krieg keiner Fliege hätten etwas zu leide tun können, wurden plötzlich zu Menschen, die, ohne nachzudenken, Frauen und sogar Kinder töteten. Nur wegen ihres Namens oder ihres Wohnortes. Es war Bürgerkrieg. Das machte den Unterschied aus. La Soledad, sagte Menendez. Sie waren dort. Nie. Der alte Mann spieh das Wort förmlich aus. Niemals. Wir wussten, dass es existierte. Jedermann wusste es. Es war ein abscheulicher Ort. Kein Mensch, der seine fünf Sinne beisammen hatte, begab sich in seine Nähe. Nur jene, deren Angehörige dort festgehalten wurden. Sie gingen zu den Toren, die sehr gut bewacht wurden, und versuchten, die Posten dazu zu überreden, Lebensmittel weiterzugeben. Ich bezweifle, dass viel davon diejenigen erreicht hat, für die es bestimmt war. Anfangs war La Soledad einfach ein Gefangenenlager. Verstehen Sie? Die Verlange sperrte dort ihre Kriegsgefangenen ein. Doch dann änderte sich das. Die Soldaten verschwanden und Zivilisten nahmen ihre Plätze ein. Ich erinnere mich noch genau an den Zeitpunkt. Mai 36. Einen ganzen Monat lang sprach in der Stadt niemand von La Soledad. Aber jedermann wusste, dass dort etwas geschah. Nur einen Monat lang? Ja. Als Franco in Madrid von den Gerüchten hörte, schickte er einen seiner Vertrauten, um die Vorfälle zu untersuchen. Die gesamte Lagerleitung wurde ausgewechselt. Die verantwortlichen Männer verschwanden. Dann wurde aus La Soledad wieder ein ganz normales Gefangenenlager. Natürlich kam es auch weiterhin zu Exekutionen. Und noch immer verschwanden Leute aus der Stadt, obwohl ich bezweifle, dass sie nach La Soledad kamen. Das hatte Madrid inzwischen unter Kontrolle. Und was ist in diesem Monat geschehen? fragte Maria. Bevor sich die Dinge änderten? Wurden damals Menschen wie in einer Stierkampf-Arena getötet? So, wie wir es beschrieben haben? So ging das Gerücht. Manche, so heißt es, wurden mit einem bereits gereizten Stier in eine behelfsmäßige Arena gesperrt und gezwungen, sich ohne Waffen gegen ihn zur Wehr zu setzen. Andere wurden behandelt, als wären sie Stiere. Das Lagerpersonal griff sie mit Pfeilen an, mit Lanzen und tötete sie schließlich mit einem Schwertstoß ins Herz. Das waren die Geschichten, die man über diesen Monat hörte. Zunächst wollte es niemand glauben, aber dann berichteten Leute, Leichen gesehen, Schreie gehört zu haben. Wir wussten, dass es stimmte. Wir wussten es. Maria schüttelte den Kopf. War das zu der Zeit, in der Katharina Lucenas Familie umgebracht wurde? Als es ihr auf irgendeine Weise gelang, aus dem Lager zu entkommen? Figuera griff nach seiner Brille, nahm einen tiefen Schluck Wein. »Donna Katharina ist eine würdige alte Dame, aus einer der bedeutendsten Familien Spaniens. Das Schicksal ihrer Familie ist eine Schande. Aber wie konnte sie entkommen?« Er spielte mit der Sonnenbrille. »Warum fragen Sie mich?« »Donna Katharina kann für sich selbst sprechen. Es kommt mir nicht zu, Klatsch über solche Persönlichkeiten zu verbreiten.« »Hier geht es um Mord, Don Manolo,« sagte Torrio. »Wir müssen es wissen.« »Wenn die ehrenwerte Dame beschlossen hat, nicht über das zu sprechen, was vor so langer Zeit geschehen ist, darf ich mich über Ihre Entscheidung nicht hinwegsetzen.« »Ich wiederhole mich. Sie müssen sie selbst fragen.« »Aber sie ist alt,« wandte Maria ein. »Hinfällig. Vielleicht sollten wir ihr das ersparen.« Figera schnaubte verächtlich. »Sie ist Katharina Lucena. Sie ist stärker als wir alle. Und wenn Sie sie fragen, wird sie ihnen auch antworten.« »Wenn sie es will.« »Das werden wir tun,« sagte Menendez. »Und was ist mit der Bruderschaft?« »Die Bruderschaft?« Er zog den Kopf zwischen die Schultern. Der Himmel war jetzt voller Mauersegler. Sie machten einen Höllenlärm. »Sie kennen die Antwort, Herr Hauptkommissar,« sagte Figera schließlich. »Warum fragen Sie also?« »Sie wurde nach Kriegsende von den Anführern der örtlichen Verlange gegründet,« sagte Menendez. Maria ließ ihn nicht aus den Augen. Unter ihnen waren Männer, die im Lager gewesen waren. Männer, die von den Gräueltaten wussten, die sich an ihnen beteiligt hatten. »Aber auch andere,« sagte Figera, »unschuldige. Männer, die nicht gut hießen, was da geschah. Vergessen Sie das nicht. Aber, ja, da gab es in der Bruderschaft jene, die nichts in einer Organisation zu suchen hatten, die Christi Namen trägt. Und das wussten wir alle. Wir alle wussten es und wagten nicht, ein Wort darüber verlauten zu lassen.« »Verstehe,« sagte Menendez und wünschte, es wäre so. Kapitel 13 Gegen sechs Uhr abends, als Torillos Auto Manolo Figerdas Haus entgegenholperte, begannen sich überall in der Stadt die Prozessionsteilnehmer zu sammeln. Mit Büßerkapuzen und Priesterhüten, mit Mantillas aus Spitze und grauen Reiterkappen aus Filz. Zu Fuß, zu Pferd und auf knatternden Motorrädern verstopften sie zu Tausenden die engen Gassen der Barrios und die breiteren, schmuddeligen Straßen der Arbeitersiedlungen. In düsteren, verstaubten Gewölben schulterten Männer die vergoldeten und versilberten Podeste, richteten sich stöhnend auf und trugen die prunkvollen Massenmagneten auf die Straßen hinaus, wo sich die Schaulustigen drängelnd um sie scharrten. Es war mitten in der Semana Santa, und der Stress zeigte Wirkung. Streit flackerte auf, zwischen Männern und Frauen, zwischen den Schafen und Hirten der Gemeinden. Unter der Decke heiliger Ideale loderten Leidenschaften auf, nahmen Leben einen neuen Verlauf, wurden in der unbeweglichen, gleichgültigen Hitze der Nacht Schwüre geleistet und wieder gebrochen. In El Viejo, wo drei verschiedene Prozessionen aus drei verschiedenen Gemeinden, jede mit lediglich ein paar hundert Teilnehmern stattfinden sollten, versammelten sich die Feiernden um den Fohlenbrunnen, in weiß, in scharlachrot, in schlichter und in feierlicher Kleidung. Die Stimmung war gedämpft, fast schuldbewusst. Von jetzt an würden die Umzüge immer düsterer werden, bis zur Tragödie des Karfreitag, an dem der Tod triumphierte, wie immer zwei Tage lang triumphierte, bis am Ostersonntag die Welt neu erschaffen wurde. Und dann würden die Stiere in die Arena gelassen. Die Feria würde beginnen, das Leben zurückkehren. Wiederbelebt und geläutert durch das jährliche Ritual von Leidenschaft, Macht und Liebe. Aus dem Gebäude an der Ecke drang ein Schrei, ging aber im allgemeinen Chaos unter. Es dauerte eine Stunde, bis es dem ersten Polizisten gelang, sich seinen Weg durch die Menge zu bahnen. Kapitel 14 »Show-Business«, sagte Manolo Figueira angewidert. »Das ist kein Stierkampf. Das ist Show-Business.« Die drei Besucher saßen hinter zugezogenen Vorhängen im Vorderzimmer des kleinen Hauses und sahen auf einen kleinen japanischen Fernseher, der auf einem Videorekorder stand. »El Guapo«, der »Hübsche«, aber auch »Angeber«. »Nicht unbedingt ein schmeichelhafter Spitzname, finden Sie nicht auch?« Maria betrachtete den Mann auf dem Bildschirm. Er war zwischen 25 und 30 Jahre alt, blond, groß, muskulös und sah aus wie ein Model, für Deus, für Jeans oder ein Darsteller einer Vorabend-TV-Serie. Er lächelte ohne Unterlass, agierte für das Publikum, forderte und belohnte seine Aufmerksamkeit. Er verströmte Herzlichkeit, winkte den Zuschauern spontan zu, warf ihnen sogar einmal ein Ohr zu. Und sie jubelten. Und doch war da auch etwas Unechtes, Gekünsteltes. Als sich die Kameras nach einer gefährlichen Szene auf sein strahlendes, triumphierendes Gesicht richteten, kam es ihr vor, als würde er sich über die Menge lustig machen. Die grauen Augen reflektierten nichts, absolut nichts. Es war Showbiz. Der alte Mann hatte Recht. Showbiz oder etwas gänzlich anderes. »Und jetzt?« sagte Figerda und drückte auf die Fernbedienung. »Möchte ich Ihnen das zeigen?« »Das hat El Guapo in die Arena gebracht. Das ist es, weshalb Sie ihn so lieben.« Auf dem Schirm flackerte es und die Bilder begannen zu rasen. Blassgelber Sand, Visionen von Gold und Rot, dunkelbraun schimmerndes Fell. Erneut drückte Figerda auf die Fernbedienung. Die Bilder erstarrten. Dann setzten sie sich langsamer wieder in Bewegung. Der Kampf neigte sich dem Ende zu. El Guapo war hutlos. Ein leichter Wind und die Bewegung des Kampfes ließen seine goldenen Haare wehen. Die Banderieros, tänzelnden am Rand des Arena-Runs, warteten auf eine plötzliche Gefahr, die ihr Eingreifen erforderlich machen würde. Auf ihren Pferden, mit Augenklappen und dicken Schutzpolstern unter den Bäuchen, verharrten die Picadore reglos am Rand des Bildschirms. Alle Aufmerksamkeit richtete sich auf El Guapo und den Stier. Er erstrahlte förmlich in seinem knappsitzenden Anzug aus Gold und Silber. Schweiß glänzte auf seinem Gesicht. Behände schwang er die Muleta, ließ den Stier um sich kreisen, als wäre er eine Marionette. Das Tier wirkte erschöpft, aber auch maßlos gereizt. Rotz und Speichel troffen ihm aus Nase und Maul. Bebänderte Pfeile durchbohrten seine Schultern. Aus einer von den Lanzen der Picadore verursachten Rückenwunde floss Blut. Der Stier keilte aus, stampfte und schnaubte durch die Arena. Unsicher, wohin mit seiner Wut? »Jetzt passen Sie auf«, sagte Figerda. Er ließ keinen Blick vom Bildschirm. Das alte Ritual rief Erinnerungen wach. »Sehen Sie hin! Das ist der Zeitpunkt, zu dem jeder herkömmliche Matador das Tier töten würde. Genau jetzt!« Er hat es bereits viel zu weit getrieben. Das Tier ist erschöpft, unendlich erschöpft. Es kann nicht mehr. El Guapo jagte das Tier noch dreimal durch die Arena, und sie sahen, wie es strauchelte und an einem Punkt fast zusammenbrach. »Ich hätte ihn schon vor zwei Minuten getötet«, sagte Figerda ausdruckslos. »Es war ein gutes Tier. Es hätte es verdient.« Die Gestalt in dem lichtschimmernden Anzug tänzelte noch einmal ganz nahe an dem Stier vorbei, näher als je zuvor. Dann drehte er sich um und winkte der Menge zu. Er lächelte. Ein Filmstar lächeln. Schneeweiße Zähne. Hob die Hände hoch über den Kopf. Die Kamera schwenkte über die Zuschauer. Sie rasten. Männer, Frauen, Mädchen waren aufgesprungen, jubelten, kreischten, tobten. Eine Gruppe junger Frauen in kurzen Röcken mit Blumen in ihren langen, schwarzen Haaren, schüttelten wie benommen die Köpfe, den Tränen nahe. Maria kam sie so fremd vor, als wären sie Wesen von einem anderen Planeten. Die sexuelle Erregung, die sie offensichtlich empfanden, konnte sie nicht einmal ansatzweise nachvollziehen. Der Mann, das ganze Geschehen wirkten so unecht, so falsch. Er schleuderte Muleta und Stoßdegen von sich und ging langsam ungeschützt auf den Stier zu. Der blieb vor ihm stehen. Reglos. Verdutzt. Speichel tropfte in den Sand. El Guapo öffnete den Mund. Sprach das Tier an. Sie konnten die Worte nicht hören, aber der Sinn war eindeutig. Plötzlich glaubte Maria, den Inhalt seiner Worte zu verstehen. Du wirst sterben, also erweise mir die Ehre. El Guapo fiel auf die Knie, kaum einen Meter vom Stier entfernt. Die Spitzen seiner Hörner glänzten in der Sonne. El Guapo schob sich durch den goldenen Sand vorwärts. Das Tier starrte ihn dumpf an. Als er nicht mehr als dreißig Zentimeter entfernt war, hob er die Hände. Die Kamera zoomte. Man konnte den heißen Atem des Tieres sehen. In kurzen, keuchenden Stößen blies er dem Matador ins Gesicht, verwehte seine blonden Haare. Er streckte die Hände aus, und einen Moment lang sah es so aus, als wolle er den Stier küssen. Er ließ die Hände sinken, rutschte weitere zehn Zentimeter vor, hob sie erneut und berührte die Hörner. Es war ein Augenblick allerhöchster Spannung. In der Arena erstarb jedes Geräusch. Absolut symmetrisch glitten seine Hände vom Hörneransatz aufwärts. Er streckte die Zeigefinger aus und ließ sie langsam mit der Zartheit einer sexuellen Liebkosung über die Außenseiten der Hörner wandern. Das Tier stand reglos, wie erstarrt, rang keuchend nach Atem. Seine Pupillen waren zwei konzentrierte, winzige schwarze Punkte. An den Hornspitzen hielt er inne, umfasste sie mit Daumen und Zeigefinger, befühlte, untersuchte sie. Die Kamera begeisterte sich an den Fingern. Wie sie die Spitze berührten, betasteten, vor der tödlichen Schärfe zurückzuzucken schienen. Ein Bild im Bild wurde eingeblendet. Die Mädchen mit den Blumen in den dunklen Haaren über den hübschen Gesichtern stöhnten ekstasisch auf. Lange schwarze Locken wehten, als sie mit geschlossenen Augen und geöffneten Lippen die Köpfe von einer Seite zur anderen wiegten. Die Hand eines Mädchens schien auf Abwege zu geraten. Abrupt suchte sich die Kamera ein anderes Ziel. El Guapo ließ die Hände sinken und sah den Stier lange an. Ehrfürchtig. Noch immer auf den Knien rutschte er herum, bis er dem Stier den Rücken zukehrte, der jetzt etwa einen Meter entfernt war und Anzeichen von Unruhe zeigte. Er begann zu stampfen. Sein Atem ging regelmäßiger, aber noch immer rührte er sich nicht von der Stelle. Wie gebannt durch das Ritual, dem er unterworfen worden war. Die Kameraeinstellung verschob sich, zeigte den Matador jetzt von vorn. Knieend winkte er den Zuschauern zu, schien den Stier hinter sich völlig vergessen zu haben. Seine Hörner, der massive, dunkle Kopf ragten dicht über der kleinen Gestalt im Sand auf. Fast schienen sie eins zu sein. Ein Mensch-Stier. Leben und Tod, eng verbunden. Dann erhob sich El Guapo. Und das Publikum, das während der gesamten Zeit den Atem angehalten hatte, riss es von den Sitzen. Es sprang hoch, applaudierte, winkte, schrie. Blumen regneten von den Rängen, Taschentücher, Hüte, Mantillas. Die Arena tobte. Sol und Sombra. Noch immer rührte sich der Stier nicht von der Stelle. El Guapo hob die Muleta, den Stoßdegen, auf, verbarg ihn unter dem blutroten Tuch, schlenderte auf den Stier zu, beugte sich mit einer einzigen behenden Bewegung über seine Hörner und stieß ihm den Degen schnell und tief zwischen die Schulterblätter. Das Tier schien zu erschauern, zurückzuweichen, als er wache es sehr plötzlich und sehr heftig aus seinem Traum. Wieder schrie die Menge auf. Ein Knie knickte ein. Langsam sank der Stier auf die rechte Seite. Blut ran ihm aus dem Maul. Ein Beben lief durch seinen ganzen Körper. Dann stürzte der Stier zu Boden und Blut, hellrotes Blut, mischte sich mit dem Sand der Arena. Die Zuschauer begannen zu jubeln. Ihre gellenden Hochrufe ließen den kleinen Lautsprecher des Fernsehers vibrieren. »Show Business«, sagte Figuera und schaltete mit einem angewiderten Blick auf den Bildschirm die Fernbedienung aus. Das Bild schnurrte zu einem winzigen silbernen Punkt zusammen und verschwand. Draußen begann es zu dämmern. Das Zwitschern der Mauersegler war verstummt. Die Flasche auf dem kleinen Tisch war leer. Er starrte sie an. »Dazu ist es verkommen.« »Show Business«. »Sind Sie ihm begegnet?« fragte Menendez. »Persönlich?« »Flüchtig. Er wird sich nicht daran erinnern. Geschichte interessiert ihn nicht. Kennen Sie seine Herkunft? Er stammt aus der Stadt. So viel weiß ich. Er ist eine Weise.« Figuera lachte. »Eine Weise? Das ist neu für mich. Das Wort darf ich nicht vergessen. Eine Weise.« Menendez schwieg. Er spürte, dass Figuera etwas in der Hinterhand hatte, aber nicht sicher war, ob er es sagen sollte. »Ein Bastard!« »Und das meine ich wörtlich. Er ist ein Bastard!« »Keine Weise.« »Sie wissen, wer sein Vater ist?« »Familiengeheimnis, Herr Hauptkommissar. Wie sehr Sie die doch interessieren. Erst Donna Katharina und nun El Guapo.« »Im Zusammenhang mit Donna Katharina wüsste ich von keinen Familiengeheimnissen.« Figuera schaltete Fernseher und Videorekorder aus. »Nein, wohl kaum. Aber ich werde Ihnen ein Familiengeheimnis von El Guapo verraten und Ihnen auch sagen, warum. Lesen Sie es in Ihren Archiven nach. Inzwischen ist sein Vater tot. Aber irgendwann in den 50er Jahren, an den genauen Zeitpunkt kann ich mich nicht erinnern, war er ein bedeutender Mann in unserer feinen Stadt. Kurz für vielleicht zwei Jahre, bis jemand die Bücher überprüfte und sich fragte, wo das ganze Geld geblieben war. »Antonio Alvarez. Ja, schreiben Sie sich den Namen auf. Merken Sie ihn sich gut. Er ist inzwischen tot. Seit gut zehn Jahren, glaube ich. Kaum beweint.« »Und wer war seine Mutter?« fragte Maria. Figuera schüttelte den Kopf. »Halten Sie mich für ein wandelndes Geburten- und Sterberegister?« »Verzeihen Sie. Aber wenn ich müde werde, reagiere ich gereizt.« »Ich kann mich nicht erinnern.« »Ich sagte, er wäre Alvarez Bastard. Aber er ist nicht der Einzige. Dieser Mann war, ich möchte Ihre Ohren nicht beleidigen, Signora, produktiv. Von früh an. Hören Sie sich in der Stadt um. Durchforschen Sie Ihre Archive. El Guapo hat viele Halbbrüder und Halbschwestern, obwohl ich bezweifle, dass er sie auf der Straße erkennen würde.« Menendez beendete seine Notizen. »Ich bin Ihnen sehr dankbar, aber eine Frage habe ich noch. Warum haben Sie uns das erzählt, Don Manolo?« Der alte Mann lächelte ihn an. »Sie sind ein kluger Mann, Herr Hauptkommissar. Sie hören zu. Das ist selten heutzutage. Warum? Antonio Alvarez war ein Bastard im übertragenen Sinne. Beispielsweise war er Sekretär Ihrer Bruderschaft. Das ist eine Tatsache. Das werden Sie in Ihren Archiven finden. Er war auch ein Franco-Freund. Er hat sich dem General nicht nur angeschlossen, weil er sich davon Vergünstigungen für sich selbst erhoffte, oder als eine Art Rückversicherung. Er war auch davon überzeugt. Und das ist schlimmer.« »Ich werde diese Dinge überprüfen. Gut, überprüfen Sie. Archive sind eine feine Sache. Aber etwas werden Sie in Ihren Archiven dennoch nicht finden.« Menendez spürte die innerliche Anspannung des alten Mannes. »Aber ich habe Ihnen das nicht erzählt. Verstehen Sie?« Der Hauptkommissar nickte. »Alvarez war in La Soledad.« »Als es zu den Scheußlichkeiten kam?« »Ja«, sagte Figuera. »Und Sie glauben, er hat sich daran beteiligt?« Figuera stand auf und begann, die Gläser abzuräumen. »Ich glaube, ich bin jetzt müde. Und ich glaube, dass ich Ihnen genug erzählt habe. Darüber hinaus glaube ich, dass es Herr Chianzi sprechen möchte.« Torrio stand an der Tür. Menendez hatte gar nicht bemerkt, dass er aus dem Raum verschwunden war. Jetzt stand er stumm und besorgt neben der Tür. »Ein Anruf über das Autotelefon, Hauptkommissar. Ich hörte es, als Sie sich unterhalten haben.« Menendez wusste sofort, was seine Miene zu bedeuten hatte. »Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit gewidmet haben, Don Manolo. Ich hoffe, wir sprechen uns bald einmal wieder.« Der alte Mann sagte kein Wort, als Sie sein Haus verließen. Kapitel 15 Die Plaza del Portro war voller Menschen, manche in Kostüm, manche in Straßenkleidung, aber alle bedrückt, besorgt, stumm. Menendez, Torrio und Maria bahnten sich ihren Weg durch die Massen der Schultern. In der Nähe des Hauseingangs stand eine Gruppe Reporter zusammen, von den Zeitungen, den Fernsehstationen. Als sie sich näherten, flammten Blitzlichter auf, wurden Fragen gerufen. Menendez beantwortete sie nicht. Torrio und Maria drängten ihm nach. Sie liefen an den wachestehenden Uniformierten vorbei und fanden sich in dem Gebäude wieder, das sie erst vor wenigen Stunden verlassen hatten. Im oberen Stockwerk waren leise Männerstimmen zu hören. Menendez wandte sich der Treppe zu, und sie folgten ihm. Das Büro schien vor Blut zu triefen. Es befand sich in dunkelroten, klebrigen Lachen auf dem Boden. Es war gegen die Wände gespritzt. Ein aufdringlich süßlicher Geruch lag in der Luft. Fünf Polizisten inspizierten den Raum. Maria kannte keinen von ihnen. Ein Mann in einem weißen Nylonkittel untersuchte die Leiche. Auf den ersten Blick wirkte sie wie etwas vom Fleischmarkt. Interessiert beugte sich Menendez über das Opfer. Torrio begann mit den anderen Polizisten zu sprechen. Maria fühlte sich zwischen ihnen hin und her gerissen und fragte sich, was sie von ihr erwarteten. Dann machte sie sich bewusst, dass sie für die beiden im Moment nicht existierte. Der Fall beanspruchte ihre ganze Aufmerksamkeit. Ihre Arbeit, ihre eigentliche Arbeit verlor zunehmend an Bedeutung. Sie fragte sich, warum Menendez sie bislang toleriert hatte, und ob er das auch weiterhin tun würde. Was geschehen würde, wenn sie nicht mehr nützlich war? Ihr fiel eine plausible Antwort ein, und sie ging fast augenblicklich zu Menendez und dem Pathologen hinüber, die auf die sterblichen Überreste von Miguel Castaneda erblickten. Der Gerichtsmediziner trug weiße, jetzt blutbefleckte Gummihandschuhe. Er kniete neben dem Toten und beugte sich über ihn, als wolle er eine Krankheit diagnostizieren. Er schob zerfetzte Hautpartien zur Seite, untersuchte eine Reihe Einstichwunden, sah dem Toten in den Mund, hob die Arme an, um den Grad der Leichenstarre festzustellen, prüfte, wie fest der Ring an seinem Finger der rechten Hand saß. Menendez und Maria sahen schweigend zu. Schließlich stand der Mann auf und drehte sich zu ihnen um. Er hatte ein schmales, leicht nervöses, blasses Gesicht, mit einem bleistiftdünnen Schnurrbart, der so aussah, als hätte er eine Ewigkeit zum Wachsen gebraucht. Er lächelte. Da waren Tabakflecken auf seinen Zähnen. »Hauptkommissar? Guten Abend, Dr. Castades. Sie bekommen jetzt die kurze Version zu hören. Die ausführliche folgt morgen.« »Und wie lautet die kurze?« »Der Tod ist vor längerer Zeit eingetreten. Am Nachmittag, möglicherweise auch schon früher. Dem Opfer wurde eine Vielzahl von Wunden zugefügt, mit drei unterschiedlichen Werkzeugen. Eins davon wurde zurückgelassen.« Er deutete auf einen rotbebänderten Pfeil, der in einem Plastikbeutel neben der Leiche lag. Er befand sich auf dem Boden, nicht in ihm, aber er weist Blut- und Gewebespuren auf. »Ich vermute, da ist eine Augenverletzung, dort.« Er zeigte auf Castaneders Kopf. Die Augenhöhle war ein Chaos aus blutgeronnener Augenflüssigkeit und purpurverfärbtem Gewebe. Sie sah nicht mehr menschlich aus. Wahrscheinlich hat der Pfeil diese Verletzung verursacht. Der Täter schleuderte ihn dem Mann direkt ins Gesicht, zerbrach seine Brille. Im Auge sind Glassplitter nachweisbar und durchbohrte das Auge. Aber die Verletzung war nicht tödlich. Gestorben ist er, weil ihm die Kehle durchschnitten wurde. Die Luftröhre ist glatt durchtrennt. Das kann er nicht länger als wenige Sekunden überlebt haben. In Menendez Kopf drehte es sich. Sechs Stunden? Sieben? Es gibt aber noch weitere Verletzungen? »Ja«, erwiderte Castaneders. »Etliche. Eine genaue Aufzählung finden Sie im Obduktionsbericht, aber ich schätze, dass es wenigstens zwanzig sind. Vermutlich kurz nach Eintritt des Todes verursacht. Manche könnten ebenfalls von Pfeilen stammen. Andere sehen nach einem größeren, spitzen Instrument aus. Aber schwer zu sagen, um was es sich handelt. Sie haben auch die Obduktion der Brüder Angel durchgeführt? Ja. Fallen Ihnen Ähnlichkeiten auf?« Castaneders dachte einen Moment lang nach. »Setzen Sie mich nicht unter Druck, Hauptkommissar. Ich muss in meinen Unterlagen nachsehen, um es Ihnen definitiv sagen zu können. Aber schon jetzt halte ich Ähnlichkeiten nicht für ausgeschlossen.« Sie gehen also davon aus, dass Castaneda zunächst von diesem Pfeil ins Auge getroffen wurde. »Ja.« Venendez drehte sich um, sah zur Tür, blickte sich im Raum um, dachte darüber nach, wie sich der Mord abgespielt haben könnte. »Aber das hat der Täter nicht geplant, also hat er improvisiert. Er ist ein Mann mit Sinn fürs Praktische. Er hat Castaneda mit einer Klinge und einem Degen getötet und die Leiche dann so frisiert, dass sie dem Ritual entspricht.« »Es ist an Ihnen, die notwendigen Schlüsse zu ziehen,« erwiderte Castades. »Ich kann lediglich feststellen, dass es keinen Grund für die anderen Verletzungen gibt. Keine von Ihnen ist lebensgefährlich.« Einer der Polizisten, der sich hinter Castaneders Schreibtisch zu schaffen machte, hob ein Buch hoch, ließ es wieder sinken und sagte, »Gehen wir eigentlich davon aus, dass El Matador der Täter war?« Menendez nickte. »So sieht es aus.« »Nun«, sagte der Polizist, »irgendwas kommt mir komisch vor. Ich war im Haus dieser Tunden und das war voll von Dingen, die etwas wert waren, die nur darauf warteten, gestohlen zu werden. Und doch hat er nichts geklaut.« »Es wurde doch nichts gestohlen, oder?« »Nicht, dass wir wüssten,« sagte Menendez. »Normalerweise arbeite ich im Diebstahlsdezernat.« Er zeigte auf den niedrigen grauen Aktenschrank neben dem Schreibtisch. »Vermutlich fällt mir deshalb so etwas auf. Sehen Sie mal.« Er trat zu dem Aktenschrank, zog ein Taschentuch hervor und öffnete damit die oberste Schublade. »Die meisten anderen Schubladen und Schränke in diesem Büro haben Schlösser, die man mit einer Büroklammer aufbekommt. Frage mich, warum Sie sie dann überhaupt zuschließen. Aber hier ist es anders. Diese Schrankfächer verfügen über kleine Vorhängeschlösser. Sehen Sie?« Menendez trat neben ihn. »Aber jetzt sind alle Vorhängeschlösser geöffnet. Jedes einzelne. Also habe ich hineingeschaut.« Er zog die Schubladen auf, eine nach der anderen. »Voll, wie Sie sehen. Alle. Bis auf die hier.« Er stieß mit dem Fuß leicht gegen die unterste Lade. Menendez bückte sich und warf einen Blick hinein. In ihr befanden sich ein paar Akten ohne Beschriftung. Er zog eine heraus. »Sie sind leer«, sagte der Polizist, »bis auf die unterste.« »Freuen Sie sich nicht auf Fingerabdrücke, Herr Hauptkommissar. Unser Stierkampffreund hat keine hinterlassen.« Menendez griff nach der letzten Akte und schlug sie auf. In ihr befand sich ein hellgelber Briefbogen. Leer, bis auf eine rötliche Markierung in einer Ecke. Sie sah aus wie ein Daumenabdruck. »Handschuhe«, sagte der Polizist. »Nur ein verschmierter Handschuhabdruck. Blut nehme ich an. Aber Sie verstehen, was ich meine?« Menendez nickte. Er hat die Schublade ausgeräumt. »Keine Hinweise auf den Inhalt. In den anderen Schubladen befindet sich das Übliche. Protokolle von Sitzungen, Buchführungsunterlagen, Mitgliederkarteien. Sind Sie sicher, dass es sich um Mitgliederkarteien handelt?« »Absolut. Hier sind sie.« Er zog die zweite Lade von oben auf. »Hier und in der darunter. Alles Mitgliederunterlagen. Manche reichen Jahre zurück. Und sehen Sie hier?« Er zog eine kleine Karte aus seiner Art Steckfach an der Vorderfront der Schublade. »Die drei obersten Laden verfügen über eine Art Inhaltsregister. Der Bursche hatte ein gutes Ablagesystem. Hielt Ordnung. Aber unten? Nichts. Es gibt da zwar auch eine Karte, aber die ist leer. Unser Freund wusste offensichtlich genau, was sich darin befand. Wollte es aber nicht jeden wissen lassen. Vielleicht befanden sich dort gar keine Unterlagen. Vielleicht enthielt die Schublade irgendwelche Wertgegenstände. Nein, ich habe mir die anderen Schubladen angesehen. Auch dort hat jemand gestöbert. Das sieht man an der Unordnung der Papiere. Auf einigen wurden sogar Blutspuren hinterlassen. Verständlich unter den Umständen. Menendez schüttelte verwirrt den Kopf. »Moment mal«, sagte der Polizist. »In diesen alten Aktenablagen verklemmt sich mitunter etwas. Ganz hinten. Diesen Tipp habe ich mal von einem Büroheindy bekommen.« Er zog die Lade heraus, griff in den Leerraum, fingerte eine Weile herum und förderte ein einziges verstaubtes Papier zutage. Menendez griff danach und las. Maria trat hinter ihn und blickte ihm über die Schulter. Es war eine Liste mit Namen, Firmennamen. Hinter jedem stand eine Summe. Es handelte sich um erhebliche Summen. Es stand kein Datum auf der Liste. »Spenden?« fragte sie. »Wer weiß. Kennen Sie einen der Namen?« Sie schüttelte den Kopf. »Nach Multis sieht das nicht aus.« »Nein«, sagte Menendez, faltete das Papier zusammen und steckte es ein. Sie sah ihn neugierig an. Sein Gesicht verriet nichts. »Hat die Frau irgendetwas gesagt, die den Toten gefunden hat?« fragte Menendez. »Nichts, was für sie von Bedeutung wäre. Ein echter Herr, dieser Senor Castaneda«, sagt sie. »Wie konnte man ihm das nur antun? Warum machen Menschen so etwas?« Menendez deutete auf den Aktenschrank. »Bringen Sie die Unterlagen ins Präsidium, nachdem die Leiche abtransportiert ist. Ich möchte, dass jedes Mitglied auf mögliche Beziehungen zu den Angel-Brüdern überprüft wird. Vergleichen Sie die Namen auch mit unseren Unterlagen über Sexualstraftäter und allen führenden Persönlichkeiten aus der Stierkampfbranche. Setzen Sie ein paar Männer von der Nachtschicht daran. Morgen früh möchte ich einen Bericht vorliegen haben. »In Ordnung. Sie wissen, wo ich zu finden bin, wenn Sie mich brauchen.« Sie verließen das Büro. »Hauptkommissar«, ein Polizist in Zivil kam ihnen auf der Treppe entgegen. Er hielt ein fleckiges Taschentuch in der Hand. »Sieht so aus, als hätte der Bursche eine Art Maskierung getragen. Wir haben Spuren von Make-up im Waschbecken gefunden, auch Haarreste.« Torrio zückte seinen Block, fand den Namen, kritzelte ihn auf eine neue Seite, riss sie ab und gab sie dem Mann. »Könnten Sie diesen Namen überprüfen? Wir haben ihn von einem Ausweis.« »Sicher, Bär«, sagte der Mann, verließ das Gebäude und lief zu seinem Dienstauto. Sie blieben in einer Ecke der Eingangshalle zurück, umgeben von Polizisten, die ihnen keine Aufmerksamkeit schenkten. Das Schweigen der beiden Männer bedrückte Maria. »Glauben Sie wirklich, dass er es war? Der Mann, dem wir begegnet sind?« »Der, den ich gefilzt, dessen Personalausweis ich mir angesehen habe?« Düster starrte Torrio zum Fenster hinaus. »Wir werden es wissen, sobald er überprüft ist.« »Der Zeitpunkt könnte hinkommen«, sagte Menendez. »Denken Sie nach. Versuchen Sie, sich zu erinnern.« Sie bemühte sich. Sie versuchte, die Ereignisse in ihr Gedächtnis zurückzuholen wie eine Fotografie, wie etwas, das auf Filmen gebannt werden konnte. Sie versuchte es und erkannte, dass sie Recht hatten. »Er wollte mich gar nicht erschrecken«, sagte sie. Er lehnte an der Tür, weil er darüber nachdachte, was er gleich tun würde. Er war mit seinen Gedanken ganz woanders. Erneut versuchte sie, sich zu erinnern. Sein Gesicht war zu rot. Sein Bart zu schwarz. »Ja«, sagte Menendez. »Jetzt, im Nachhinein, wussten Sie es alle. Der alte Illusionistentrick. Wir sahen, was wir sehen sollten, und nicht das, was wirklich da war.« »Aber, aber«, sie suchte nach Worten. »Sie meinen also, er kam her, um Castaneda zu töten, wurde von uns gestört, führte die Tat aber dennoch aus?« »Sieht ganz so aus«, sagte Torrio. Sie schüttelte den Kopf. »Das ist unmöglich. Ich kann einfach nicht glauben, dass er völlig unbeeindruckt blieb. Durch das Zusammentreffen mit uns, meine ich. Intelligenz, Selbstsicherheit, Impulsivität, Defizite an Schuldgefühlen, Reue oder Scham, zählte Menendez auf. Mangel an automatischen Reaktionen auf antizipatorische Furcht, Gefühllosigkeit. Lehrt man diese Dinge auf der Polizeischule? Wollte Maria wissen. Nicht unbedingt. Aber das heißt keineswegs, dass man sie nicht irgendwie lernt. Irgendwo habe ich gelesen, dass 15, vielleicht sogar 20 Prozent aller Verbrechen dem Bereich der Psychopathie zuzuordnen sind. Bei Gewaltverbrechen ist die Zahl sogar noch höher. Vielleicht soll wir wirklich mehr darüber lernen.« Maria versuchte, sich daran zu erinnern, was sie vor Jahren gelesen hatte. »Aber passt das auch zu den Fakten dieses Falls?« »Ja«, erwiderte er. Und Maria war von der Entschiedenheit in seiner Stimme überrascht. »Absolut.« »Aber wie kann uns das helfen?« Er dachte nach. »Es gibt Hinweise darauf, dass das hier die Tat eines Menschen mit psychopathischen Tendenzen ist. Wir sollten die Unterlagen nach Zusammenhängen überprüfen, mit Ärzten sprechen. Aber in gewisser Weise ist es auch irgendwie deprimierend. In welcher? Für einen Polizisten besteht das vorrangige Problem bei psychopathischem Verhalten darin, dass die ihm zugrunde liegende emotionale Störung nicht durchgängig eklatant ist. Man kann diese Menschen nicht aufgrund ihres Verhaltens aufspüren, mit Ausnahme des Augenblicks, in dem sie ein Verbrechen begehen. Es kann sich um Menschen handeln, die einen ehrenwerten Beruf ausüben, jeden Tag in ein Büro gehen, höfliche, wenn auch stets distanzierte Beziehungen zu den Menschen unterhalten, die sie kennen. Natürlich kennen sie nicht allzu viele, und sie halten sich für normal, auch wenn sie töten. Das erschwert unsere Arbeit beträchtlich.« Torrio versenkte seine Hände in den Jackentaschen und seufzte tief. »Vielleicht sollte ich ein wenig erläutern, was der Hauptkommissar meint, Maria. Wenn wir Leute fassen, dann weil wir wissen, dass sie einen roten Panda fahren, ihre Frauen verprügeln oder etwas mit sich herumtragen, was sie besser nicht bei sich hätten. Irgendwann kommen wir auch hier an unser Ziel, aber wir brauchen mehr Informationen. Wenn wir den Leuten da draußen sagen, dass wir nach einem ganz durchschnittlichen Typen suchen, der seinen Nächsten hasst, mitunter so hasst, dass er ihn umbringen könnte, laufen wir Gefahr, dass uns ein ganzer Raum voller Polizisten verdutzt, fragt, »Na und? Was soll dieser Mist? Auch wir hassen unseren Nächsten und werden von Zeit zu Zeit unwirsch. Das liegt an der Stadt.« »Gehen Sie nach Hause, Herr Chiant«, sagte Menendez. »Warten wir ab, wie die Sache bei Tageslicht aussieht.« Torrio knurrte irgendetwas und blickte zu Boden. Maria wartete ab. Sie war nicht entlassen. »Es ist kein Gemälde«, sagte sie. Menendez sah sie an, und sie wünschte sich unwillkürlich, dass sein Gesicht offener wäre, lesbarer. Was meinen Sie damit? Bei den Brüdern Angel unternahm er ungeheure Anstrengungen, die Morde einem Gemälde nachzuempfinden. Das war nicht einfach ein simpler Mord. Das hatte etwas Symbolhaftes. Aber hier hat er einfach getötet. Sicher auch geplant, aber anders. Er dachte darüber nach. Bei den Angels hatte er Zeit. Hier nicht. Sie konnte, wollte nicht mit ihm streiten. Ich weiß, dennoch ist es anders. Es fühlt sich irgendwie anders an. Aber es war derselbe Täter. Es muss derselbe gewesen sein. Niemand könnte die Tat derart detailgetreu kopieren. Nein, Sie haben recht. Sie sagte es so, dass er wusste, es bedeutete das Gegenteil. Maria, sagte Menendez, könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ich möchte, dass Sie morgen früh Katharina Lucena besuchen und Sie fragen, rundheraus fragen, was in La Solendat geschehen ist. Ihnen wird sie es vielleicht sagen. Ich lasse Sie mit einem Wagen abholen. Er kann dann vor dem Krankenhaus auf Sie warten. Wollen Sie nicht mitkommen? Das wäre sinnlos. Wenn Sie überhaupt bereit ist, über die Ereignisse zu sprechen, dann nur einer Frau gegenüber. Einer, die keine Polizistin ist. Abgesehen davon gibt es andere Dinge zu tun. Der Zivilbeamte kam mit Torrios Zettel zurück. Der Personalausweis ist eine Niete. Wurde vor zwei Monaten als gestohlen gemeldet. Gehört einem Busfahrer. Wir haben bei den Nachbarn nachgefragt. Er macht Urlaub auf Mallorca. Mit Frau und Kindern. Torrio knurrte. Menendez drehte sich um und ging. Sie folgten ihm. Die Nacht draußen war warm und schwül. Schon bald lag der Platz mit den bedrückt flüsternden Schaulustigen hinter ihnen. Hauptkommissar Menendez? Er öffnete ihr die Wagentür. Maria fand, dass er erschöpft aussah. Sie sollten wissen, dass ich die Einzelheiten nicht in meinen Bericht aufnehmen werde. Derartige Details gehören nicht zu meinen Aufgaben. Sie sollten schreiben, was Sie schreiben wollen. Es gibt hier nichts zu verbergen. Ich werde in meinen Berichten sehr ausführlich sein. Sie brauchen nicht zu glauben, mich oder Torrio schützen zu müssen. Sie fühlte sich wie vor den Kopf gestoßen. So habe ich es nicht gemeint. Ich wollte lediglich sagen, dass Sie sich keine Vorwürfe machen sollten. Nein, vielleicht nicht. Fragen Sie mich morgen danach. Schweigend brachte Menendez sie nach Hause. Er wartete, bis sie hineinging. Wartete, bis sie von innen den Schlüssel umdrehte. Oben in der Wohnung lief sie direkt zum Regal im Wohnzimmer, zog fünf Bücher heraus, ging ins Schlafzimmer, warf sie aufs Bett. Sie zog ihre Jacke aus, ließ sich aufs Bett fallen und griff nach dem ersten Buch. Die Maske der Normalität. Kapitel 16 Der Mann trug einen Zapata-Schnauzer und ein rotes Satin-Kleid, das knapp oberhalb der Knie endete. Er war auf die Art übergewichtig, in der dünne Menschen dick werden, wenn sie sich einfach nicht beherrschen können. Braune, behaarte Beine lugten unter dem Kleidersaum hervor und steckten in braunen Kunstlederschuhen. Er war etwa vierzig Jahre alt und rauchte eine Zigarre, die beißende Qualmwolken von sich gab, sobald er daran zog. Die Luft im kleinen Raum, in der Gegend des Barrio, in der die Sexshops hinter geschwärzten Fenstern ihre wahren Feilboten, stank nach Tabak, Schweiß und Amylnitrat. Kemada und Velasco sahen erst ihren Gesprächspartner an, dann einander. Sie waren nicht entzückt. »Ich bin ein Geschäftsmann, das ist alles. Sie haben keinen Grund, mich zu schikanieren. Ich kenne meine Rechte.« Und wenn sie sich Philippe Ordonez ohne das Kleid vorstellten, wirkte er durchaus wie jemand, der seine Rechte kannte. Wie ein Anwalt, ein öffentlicher Angestellter, jemand von der städtischen Busgesellschaft. »Niemand will Sie schikanieren, Señor Ordonez!« Velasco bemühte sich, seine Stimme so sachlich wie möglich klingen zu lassen. Er glaubte, dass es ihm angesichts der Gegebenheiten recht gut gelang. Velasco fühlte sich mehr als Hundeelend. Sein Schädel fühlte sich an wie ein Matscheimer. Das Wetter machte alles noch schlimmer. Ihn plagte das Gefühl, Heuschnupfen, die chinesische Grippe und Typhus gleichzeitig zu bekommen. Sein Gesicht hatte eine kränkliche Pergamentfarbe, genau wie die alten Bücher, die er sich so gern im Museum ansah, wenn er an einem ruhigen Tag ein paar Dienststunden schwänzte. Er schwitzte in seinem Anzug aus Polyester, fühlte sich von Minute zu Minute mieser und versuchte angestrengt, sehr angestrengt, so verständnisvoll wie möglich zu sein. »Wir sind nicht gekommen, um uns nach Ihren Geschäften zu erkundigen. Wir versuchen lediglich von Ihnen ein paar Informationen über Leute zu erhalten, die Sie unter Umständen kennen. Leute, denen etwas sehr Unerfreuliches zugestoßen ist. Mehr nicht. Ich bin Geschäftsmann. Bei mir geht alles legal zu. Sehen Sie sich ruhig meine Unterlagen an. Ich zahle meine Steuern, vermutlich mehr als Sie.« »Wir haben keine Lust, uns mit Ihnen herumzustreiten, mein Herr«, sagte Kemada und betrachtete sich die Bilder an den Wänden. Sie zeigten junge Männer in den unterschiedlichsten Posen, in knappen Höschen, hingegossen am Strand, in die Kamera schmollend. Er sah sie nicht gern an, aber Philippe Ordonez noch weniger. Jedes Mal, wenn er dem Typen ins Gesicht sehen wollte, ertappte er sich dabei, stattdessen auf sein Kleid zu starren. »Wir wollen nur wissen, ob Sie den beiden ermordeten Männern ein Rendezvous vermittelt haben. Wenn ja, kein Problem. Wir sind nicht pingelig. Wir unterhalten uns mit jedem aus Ihrer Branche, ausnahmslos. Wir hätten nur gern, dass Sie uns endlich eine Auskunft geben.« Ordonez sah aus, als wolle er die Farbe seines Gesichts mit der seines Kleids in Übereinstimmung bringen. »Ich vermittle keine, oh Gott, allein diese Vorstellung, keine Rendezvous für irgendwelche Leute. Geht das nicht in Ihre Köpfe?« Kemada angelte eine Farbbroschüre vom Schreibtisch. Sie trug Namen und Adresse des Unternehmens, in dem sie sich gerade befanden. Das Titelbild zierte eine Strandszene. Junge, braune, schlanke, muskulöse Männer strahlten in die Kamera. Darunter stand »Abraxas Presentations« – besondere Partner für besondere Männer. Kemada studierte die Broschüre in seiner Hand. »Und was tun Sie dann für Ihre Kunden? Verkaufen Sie ihnen Karten für die Oper? Ein paar Runden auf dem Golfplatz? Worum geht es hier eigentlich? Wohltätigkeit?« Ordonez deponierte die Zigarre auf dem Rand des Aschenbechers. Ein nervöses Zucken erschien über dem rechten Auge des Mannes, und er versuchte es, mit einem leichten Klopfen seines dicken Zeigefingers zu verscheuchen. Kemada und Velasco warfen sich einen Blick zu. Das war jemand, der bereits in die Zange genommen war und dem das gar nicht gefallen hatte. Das war jemand, den Sie kleinkriegen konnten.« Ordonez hatte sein Zucken erfolgreich bekämpft. »Ich führe eine Kontaktagentur. Wissen Sie, was das ist?« »Eine Art Bordell? Mit dem einzigen Unterschied, dass Sie die Augen zudrücken, wenn Sie zu Vögeln beginnen«, erkundigte sich Kemada. »Gott bewahre!« Ordonez sank auf einen Metallstuhl hinter dem Schreibtisch. »Warum können Sie uns nicht einfach in Ruhe lassen? Warum muss ich das zwei- oder dreimal monatlich über mich ergehen lassen? Erlauben Sie sich das auch mit Heterosexuellen? Was wollen Sie? Geld?« Velasco beugte sich über den Schreibtisch, blickte ihm in die Augen und zog die Nase hoch. Es klang, als würde sich ein Kamel räuspern. Ordonez zuckte zurück. »Sie bieten uns Geld an? Sie wollen uns bestechen? Ich werde einfach so tun, als hätte ich das nicht gehört, denn wenn ich es gehört hätte, müssten wir Sie gleich hoppnehmen. Und jetzt, Signor Ordonez, ersuche ich Sie dringend, uns endlich zuzuhören. Wir sind an Ihren Geschäften nicht interessiert. Es ist uns gleichgültig, ob in Ihren Büchern Hühner, Ziegen oder Kaninchen auftauchen. Gleichgültig, egal, piepegal. Wir sind nur daran interessiert, wer sich von Ihren Klienten mit den Brüdern Angel getroffen hat. Nennen Sie uns die Namen und Sie sind uns los.« »Ich habe den Brüdern Angel nie irgendwelche Namen genannt.« Sie sagten eine ganze Weile gar nichts, sahen zu, wie er schwitzte. Schließlich schlug sich Kemada mit der Broschüre spielerisch auf die linke Handfläche. »Sie sind die zweitgrößte Schwulenagentur in der Stadt, stimmt's?« »Das stimmt.« »Und insgesamt gibt es nur drei Agenturen Ihrer Art. Legal, meine ich, stimmt's?« »Ja, aber sehr viele Leute wenden sich nicht an Agenturen. Sie sehen einfach in den Zeitungen nach, unter den Kleinanzeigen.« »Nun ja, vielleicht trifft das sogar zu. Aber sehen Sie, wir waren bei Ihren beiden Konkurrenzunternehmen und haben uns deren Bücher angesehen. Sie haben uns diesen Mist nicht aufgetischt. Sie zeigten uns ihre Unterlagen, und denen konnten wir entnehmen, dass die Angel-Brüder nicht zu ihren Kunden gehörten. Wenn doch, wurden sie zumindest nicht in ihren Büchern geführt.« »Was wir für unwahrscheinlich halten,« fügte Velasco hinzu. »In Anbetracht der Tatsache, dass einige der Namen, die sie uns zeigten, einige Wochen lang nicht von der Titelseite des El Diario herunterkommen würden. Daher gehen wir nicht davon aus, dass sie eine geheime Liste für Leute wie die Brüder Angel führten, die keinerlei Hehl daraus machten, dass sie zum anderen Ufer gehörten.« »Da uns ihre Konkurrenten versichert haben, nie mit den Brüdern Angel in Kontakt getreten zu sein«, fuhr Kemada fort, »können wir nicht ausschließen, dass sie sich an sie gewandt haben.« »Vielleicht haben sie es aber auch nicht getan, wie auch immer. Wir würden uns gern vergewissern. Verzeihen Sie, wenn wir zudringlich erscheinen, aber wir möchten von Ihnen gern bewiesen haben, dass Sie ihn nie irgendwelche Namen nannten. Sie haben da drüben einen hübschen kleinen PC. Einen Aktenschrank sehe ich nicht, also nehme ich an, dass Sie alle Daten erfasst haben. Rufen Sie irgendein Programm auf, tippen Sie das Wort an Rel ein und zeigen Sie uns, dass nichts erscheint.« »Ja«, schniefte Velasco, »das würde genügen.« Ordonez warf einen Blick auf den Computer. Er blieb auf seinem Stuhl sitzen und rollte mit ihm vor das Gerät. Die Geste hatte etwas von der Selbstverständlichkeit, mit der sich eine Sekretärin durch ihr vertrautes Büro bewegt. Velasco schüttelte den Kopf. Ordonez verbrachte seine Zeit nicht, damit die Körper sonnengebräunter Jünglinge einzuölen, wie die Broschüre versprach. Er bearbeitete die Tasten eines Bürocomputers wie irgendeine Zeitsekretärin. Ordonez schaltete das Gerät ein und rief ein Windows-Programm auf. Er richtete den Cursor auf ein kleines Feld auf dem Lineal und klickte mit der Maus. Der Computer ließ sich einen Moment Zeit. Dann erschien eine Art Adressbuch auf dem Schirm. Es gab Spalten für Namen, Vornamen, Adressen, Postleitzahlen, Telefon- und Faxnummern. Da, wollen Sie selbst nachsehen? Ordonez funkelte sie böse an. Seine Augen schimmerten feucht. Nein, wehrte Kemada an. Das überlassen wir Ihnen. Ordonez' Finger huschten mit der Schnelligkeit eines Blindschreibers über die Tasten. Das Wort Angel tauchte im Namensfeld auf. In Ordnung? In Ordnung, erwiderte Kemada. Er hieb auf die Return-Taste. Der PC surrte einen Augenblick lang. Dann erschien die Botschaft »Name nicht gefunden« auf dem Bildschirm. »Zufrieden?«, fragte Ordonez, sah sie aber nicht an. »Senior Ordonez«, sagte Velasco. Der Mann hantierte weiter am Computer, schob die Maus herum, schloss Fenster. »Senior Ordonez, würden Sie mich gefälligst ansehen?« Velasco spürte, dass er mit dieser Lautstärke seinem Hals zu viel zugemutet hatte. Ein stechender Schmerz breitete sich zwischen seinen Schläfen aus. Ordonez wischte sich mit dem Ärmel über die Augen und drehte sich um. »Glauben Sie, uns für dumm verkaufen zu können, Senor Ordonez?« Velasco schob ihn zur Seite und griff nach der Maus. »Sehe ich aus, als wäre ich bescheuert oder was? Meine Kinder haben so ein Ding zu Hause. Manchmal benutze ich es auch. Sehe ich aus, als wäre ich bescheuert? Ihnen passt nicht, dass wir Sie ansehen und denken, was ist das denn für eine Tunte in dem roten Kleid? Lassen Sie mich Ihnen jetzt einmal etwas sagen. Mir passt es nicht, dass wir hier reinkommen und Sie denken, das ist ein verdammter Bulle. Ist mit Sicherheit total bescheuert. Sehen Sie her. Sehen Sie genau her, denn das ist es, wovon ich rede.« Velasco hatte sich vorgebeugt, Ordonez' Auftrag gelöscht, eine neue Datei aufgerufen und deutete nun auf eine Ikone mit der Bedeutung Kundenkartei. »Sie haben uns lediglich den Speichermist vorgeführt, den Sie nutzen, wenn Sie Ihre Briefe schreiben wollen. Den kenne ich, Senor Ordonez. Meine Kinder nutzen den. Ich nutze ihn. Aber als Geschäftsmann will man mehr. Man will Daten, Orte und Geldsummen speichern. Geld, Senor Ordonez. Kennen Sie dieses Wort? Das bezeichnet etwas, was Sie von Leuten einnehmen, die Sie Kunden nennen.« Er klickte die Ikone zweimal an. Der Computer schnurrte und summte. Schon bald erschien Text auf dem Bildschirm. »Kennwort eingeben.« »Ja, ein Kennwort. Keine schlechte Idee, Senor Ordonez. Und nun seien Sie so gut und geben Sie es ein. Je schneller Sie das tun, desto schneller können wir endlich Tacheles miteinander reden. Desto schneller sind Sie uns wieder los.« Ordonez griff nach seiner Zigarre, zündete sie wieder an, nahm ein paar Züge und schien darauf zu warten, dass sie noch etwas sagten. Kemada und Velasco blieben stumm. »Kann ich mich auf Sie verlassen? Keine Folgen? Keine Hinweise darauf, woher das Zeug stammt? Keine Anzeigen oder sowas?« »Senor Ordonez«, murrte Kemada, »müssen wir uns denn stets und ständig wiederholen?« »In Ordnung«, fügte sich der Mann endlich ins Unvermeidliche. »Also in Ordnung.« Er tippte ein Wort. Sternchen erschienen auf dem Bildschirm. Dann öffnete sich die Kartei. Namen und Adressen kamen in Sicht. Er gab das Wort »Angel« ein, erteilte den Auftrag »Suchen« und ließ dann ausdrucken. Wenige Sekunden später begann ein kleiner Laserdrucker in der Ecke des Raumes zu laufen. »Diese Typen waren Mistkerle«, sagte Ordonez und paffte. »Es überrascht mich, dass das nicht schon früher passiert ist.« Der Rauch trieb durch seinen Schnauzer, kräuselte sich um seine Wangen. »Soll ich Ihnen was sagen?«, fragte Ordonez rhetorisch. »Als Sie zum ersten Mal herkamen, als Sie anriefen, betrachtete ich das tatsächlich als Ehre. Ist das zu fassen?« Er hatte eine Flasche Sobrano aus dem Schreibtisch geholt und reichte den Brandy nun in Pappbechern herum. Zunächst lehnte Velasco ab, aber als er sah, dass Kemada trank, griff er auch zu einem. Es brannte ihm in der Kehle, tat aber auch gut. Das muss vor zwei Jahren gewesen sein. Zunächst riefen sie an, dann kamen sie persönlich vorbei. Immerhin waren sie berühmt, oder? Wir hatten schon zuvor mal Prominente, aber nicht so. Offen, direkt, es war ihnen egal. »Eins verstehe ich nicht«, sagte Velasco. »Warum mussten Sie sich denn an eine Agentur wenden, um Freunde zu finden? Ich hätte angenommen, dass Sie über Mangel daran nicht zu klagen hatten, bei den pausenlosen Partys und so weiter.« Ordonez lächelte. »So einfach ist das nicht. Jedenfalls nicht, wenn man das will, was Sie wollten.« »Sie hängen es an die große Glocke?« »Nicht unbedingt. Hätte ich von Anfang an Bescheid gewusst, hätte ich Sie abgelehnt. Aber ich hatte keine Ahnung.« »Und die Leute auf dieser Liste?« Kemada warf einen Blick auf die rund dreißig Namen auf dem Ausdruck. Hinter jedem standen eine Adresse und ein paar Daten. »Sie wussten es zunächst auch nicht?« »Genau.« Ordonez füllte ihre Pappbecher auf. »Die Brüder sagten lediglich, dass sie andere Burschen kennenlernen wollten, in ihrem Alter, vielleicht auch ein bisschen jünger, mit Sinn für Spaß, Liebe zur Kunst. Sie kennen das sicher.« »Nicht unbedingt«, sagte Kemada. »Ja«, meinte Velasco gedehnt. »Ich habe es schon gesehen. Man findet diese Formulierungen in den kleinen Zeigen der Zeitungen.« Kemada warf seinem Partner einen Seitenblick zu. »Ja, Kommissar, so ist es«, meinte Ordonez. »Die meisten Leute drücken sich spezifischer aus. Um ganz offen zu sein, und vielleicht werden Sie mir jetzt nicht glauben, geht es den meisten nur um ein wenig Gesellschaft. Wenn Sie sich sympathisch sind, na prima. Wenn mehr daraus wird, dann hat das nichts mehr mit mir zu tun. Die meisten, die hier anrufen, sind geschäftlich in der Stadt, ein bisschen einsam. Sie suchen jemanden, mit dem sie zu Abend essen können. Jemanden auf der gleichen Wellenlänge.« »Und die Brüder Angel?« »Die Angels waren auf S und M aus, aber das sagten sie nicht. Das stellte ich erst fest, als die Leute anfingen, sich zu beschweren.« »Sah du Masochismus? Prügel und Peitschen?«, fragte Kemada. »Ja, aber die Angels wollten mehr. Sie haben die Liste. Fragen Sie diese Leute.« Ordonez beugte sich vor und kreuzte etwa zehn Namen an. »Das sind die, die sich am heftigsten beklagt haben. Für die Angel-Brüder war das eine Art Spiel. Sie waren sehr charmant zu den Burschen, die sie kennenlernten. Sie gingen mit ihnen in ein super teures Restaurant und luden sie danach zu sich auf einen Kaffee und ein Glas.« »Und dann?« »Dann verliefen die Dinge anders als vereinbart.« »Was heißt das?«, fragte Kemada. »Sie schlugen sie zusammen und versuchten, sie zu vergewaltigen,« erklärte Ordonez ausdruckslos. »Manchmal gelang es ihnen. Manchmal bezogen aber auch die Brüder ganz hübsche Prügel. Doch vielleicht gehörte das mit zum Spiel.« »Und warum hat uns niemand eingeschaltet?«, erkundigte sich Kemada. »Machen Sie Witze? Was hätten sie denn getan?« »Uns die Brüder vorgeknüpft, sie festgenommen. Körperverletzung ist noch immer ein Verbrechen, ganz gleich, um wen es sich dabei handelt.« Ordonez trank einen tiefen Schluck Weinbrand. »So funktioniert das nicht. Nie.« »Könnte irgendjemand von dieser Liste besonders wütend auf die Brüder gewesen sein?« Ordonez dachte einen Moment lang nach. »Da kann man keinen hervorheben. Sie haben sich alle beschwert. Vielleicht wurden auch einige der anderen so behandelt, aber sie haben sich nicht beklagt.« »Vielleicht hat es Ihnen gefallen,« bemerkte Kemada. Ordonez blickte ihn fast gequält an. »Vielleicht.« »Sind Sie auch dort gewesen, Signor Ordonez?« »Nein.« »Wurden Sie eingeladen?« »Ja.« »Und warum sind Sie der Einladung nicht gefolgt?« Ordonez steckte sich eine neue Zigarre an. »Ich bin verheiratet.« Kemada bekam den Mund nicht mehr zu. »Bevor Sie fragen, mit einer Frau.« »Heißt das, wollen Sie damit sagen, hier geht es nur ums Geschäft?« Er nickte. »Geschäft und auch ein wenig Spaß. Hin und wieder.« Velasco blickte von seinen Notizen hoch. »Sind Sie ein Anhänger des Stierkampfes, Signor Ordonez?« Er schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht nur kein Anhänger, ich verabscheue ihn. Barbarisch, grausam.« »Haben Sie jemals zu einer dieser Bruderschaften gehört? Sie wissen schon, zu diesen Religiösen?« »Nein.« Kemada wirkte nachdenklich. »Gibt es eigentlich eine homosexuelle Bruderschaft? So eine wie diese Büßervereinigungen?« Wieder schüttelte Ordonez den Kopf. »Nicht, dass ich wüsste. Es gibt natürlich eine schwulen Bewegung innerhalb der Kirche, aber darüber hinaus wohl nicht. Nichts Separates.« »Ist einer der Leute auf dieser Liste hier ein besonderer Stierkampf-Fan? Gehört jemand einer Bruderschaft an?« »Keine Ahnung. Sie rufen an, ich vermittle Ihnen ein Treffen.« »In den meisten Fällen lerne ich Sie gar nicht persönlich kennen. Nur telefonisch.« »Und das wär's dann? Mehr nicht?« »Mehr nicht. Nach der letzten Beschwerde vor drei oder vier Wochen – das genaue Datum finden Sie auf der Liste – habe ich den Angelz erklärt, mit Ihnen nichts mehr zu tun haben zu wollen. Es lohnte den Ärger nicht. Wie haben Sie reagiert? Sie meinten, Sie würden mir das Haus über dem Kopf anzünden. Heizende Leute, was? Kann man wohl sagen.« Velasco machte sich Notizen. »Danke, Signor Ordonez«, sagte er dann. »Wir werden uns mit den Leuten auf der Liste in Verbindung setzen, und falls wir noch etwas brauchen, wenden wir uns wieder an Sie.« Kemada musterte ihn von Kopf bis Fuß und griff dann zur Türklinke. »Hübsches Kleid«, sagte er. »Aber die Schuhe passen nicht ganz.« Kapitel 17 Maria stellte fest, dass sie über den Buchseiten einzuschlafen drohte. Sie brachten ihr Dinge ins Gedächtnis zurück, die sie als Studentin gelernt, aber vergessen hatte, da sie so irreal wirkten, ihrem Leben so fern. Aber sie konnte Menendez' Niedergeschlagenheit nachempfinden. Psychopathie war eine Befindlichkeit, die in einer Großstadt perfekt untergehen konnte. Es gab eine Vielfalt von Verhaltensmustern, die urbanem Stress zugeschrieben werden konnten. Der Zustand war gewöhnlich, wurde aber verkannt. Psychopathie manifestierte sich eher durch rücksichtsloses, antisoziales Verhalten, denn durch tatsächliche Verbrechen. Aber erst einmal in Schwung gekommen, war eine bisher latente Neigung zu Gewalttaten häufig genug nicht mehr zu bremsen. Das Problem für Ärzte und die Polizei bestand darin, dass die üblichen Anzeichen einer geistigen Erkrankung fehlten. Psychosen, Neurosen, mentale Ausfälle. Psychopathie hatte ihre Ursachen nicht in irgendeiner geistigen Erkrankung. Sie war kein Verhalten, zu dem man durch das Aufwachsen in krimineller Umgebung konditioniert wurde. Keine Eigenschaft, die vom Vater auf den Sohn weitergegeben wurde. Normale, kriminelle konnten über ihre Vergehen Scham und Schuld empfinden. Sie waren neben ihrer kriminellen Karriere zu konventionellen, durchaus liebevollen Beziehungen fähig. Im Gegensatz zum Psychopathen. Zwischenmenschliche Kontakte bedeuteten ihm nichts. Wenn der psychopathische Zustand zu Verbrechen führte, und er konnte sich ebenso gut als Hedonismus, Intoleranz, cholerisches oder allgemein antisoziales Verhalten manifestieren, dann war das Verbrechen etwas, was einfach passierte. Eine absichtsvolle Tat aus nichts anderem herausgeboren, als dem Verlangen, sie zu begehen. Es gab Anzeichen dafür, dass es für extrem psychopathisches Verhalten Auslöser gab. Doch das waren aller Welts Ereignisse. Ein kleiner Autounfall, eine Beleidigung, Kopfschmerzen. Dem Psychopathen fehlt der Sinn für die Maßstäbe, der die Reaktionen normaler Menschen bestimmt. Wenn einem Psychopathen beispielsweise im Straßenverkehr die Vorfahrt genommen wird und der Sünder ihm vielleicht noch den Vogel oder den Mittelfinger zeigt, kann das zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung führen, mitunter sogar zum Totschlag. Und später, nach den Gründen für sein absurdes Verhalten befragt, kann der Psychopath nicht begreifen, warum das von anderen als unsinnig übersteigert betrachtet wird. Sie waren Menschen, in denen ein Monster schlummerte. Ganz gewöhnliche Menschen mit ein paar wunden Stellen. Ein leichter Druck auf eine der wunden Stellen und das Ungeheuer erwachte, beging seine Taten und legte sich wieder zur Ruhe. Bis zum nächsten Mal. Maria erschauerte, schlug das Buch zu und legte sich auf den Rücken. Dieser Täter würde sich nicht dadurch offenbaren, dass er amok lief, sich in einem Haus einschloss und die Polizei dazu herausforderte, ihn da herauszuholen. Er würde sich nicht offenbaren, indem er die Gewalttätigkeit so weit eskalieren ließ, dass selbst der einfältigste Polizist darüber stolpern musste. Sie dachte an eine Formulierung in dem Buch. Bemühungen, das Verhalten von Psychopathen zu mäßigen, erweisen sich vermutlich deshalb als erfolglos, weil sie keinerlei Leid empfinden, nichts Falsches an ihrem Verhalten feststellen können und sich von daher zu Änderungen nicht motiviert fühlen. Dieser Mann würde sich seine Tat sehr genau überlegen, wen er töten wollte. Und dann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen war, würde er losziehen, das Verbrechen begehen, nach Hause zurückkehren, sich waschen und umziehen, den Fernseher einschalten und darauf warten, dass über seine Tat in den Abendnachrichten berichtet wurde. Wie auf die Fußballergebnisse. Objektiv, interessiert, geduldig. Und zwischen den Taten würde er zu Hause sitzen oder zur Arbeit gehen. Unauffällig, unverdächtig. Auf Nachbarn, Kollegen und Bekannte. Denn Freunde hätte er mit Sicherheit nicht. Vielleicht ein bisschen introvertiert wirkend. Menendez hatte recht. Ihm blieb nichts anderes übrig, als die Fakten dahingehend zu überprüfen, ob es vielleicht irgendwelche Hinweise in den Details gab. Und abzuwarten. Sie stand auf, ging in die Küche, nahm die Mineralwasserflasche aus dem Kühlschrank und goss sich ein Glas ein. Dann kehrte sie ins Wohnzimmer zurück und setzte sich auf das niedrige Ledersofa. Maria befühlte die glänzende Chromröhre der Armlehne und dachte, genau das, was ein Mann kaufen würde. Nur schöner Schein und keine Bequemlichkeit. Draußen hörte sie die Nachtschwärmer. Sie sangen, riefen, manche grölten betrunken. Auto hupen, schrillten durch die engen Straßen. Es war noch nicht einmal Mitternacht und der Krach würde bis in die frühen Morgenstunden hinein anhalten. Die Wohnung befand sich im oberen Geschoss eines zweistöckigen Hauses, über einem kleinen Optikergeschäft und war durch einen eigenen Eingang neben dem Schaufenster mit seinen Brillen und Werbeplakaten für Kontaktlinsen erreichbar. Man öffnete die Haustür und stieg dann die Treppe zur Wohnungstür hinauf. Sie führte direkt ins Wohnzimmer, dreimal so lang wie breit und mit italienischen Möbeln in beige und braun Tönen ausgestattet. In der Mitte der gegenüberliegenden Wand ein mit Schirm verdeckter Kamin, daneben Bücherregale. Zwei Türen führten vom Wohnraum in die Küche und in das Schlafzimmer mit angeschlossenem Bad. Eine Junggesellenwohnung, eine Welt für einen Einzelnen. Abgeschlossen, privat, abgesondert. Maria dachte einen Moment lang an den Eigentümer. Als sie beide in dieser Stadt Studenten gewesen waren, vor so langer Zeit, hatten sie sich geliebt. Kurz, vielleicht einen Monat lang. Sie erinnerte sich daran, wie sie durch El Viejo gestreift waren, billigen Wein getrunken und von Tapas gelebt hatten. An heiße Abende in einer winzigen Studentenbehausung, an ein Bett mit Metallrahmen und Sprungfedern, die kreischten wie streunende, liebeskranke Kater. Und dann war alles in eine einfache, etwas langweilige Freundschaft übergegangen. Allmählich, unbewusst, irgendwie selbstverständlich. Die Leidenschaft, wenn es überhaupt Leidenschaft gewesen war, hatte ein Ende gefunden. Ganz so, als hätte sie ein Eigenleben gehabt. Ein endliches Leben, das an eine bestimmte Zeitspanne gebunden war, wie das einer Eintagsfliege. Und danach war sie verschieden, unauffällig, unbeachtet, unbetrauert. Paolo, flüsterte sie, und sogar sein Name klang nach all diesen Jahren anders, beschwor einen ganz anderen Menschen herauf, nicht mehr den ruhigen, jungen Büchernarren, mit dem sie einst so schüchtern ins Bett gegangen war. Maria trank einen Schluck Wasser, stand auf und zog sich aus. Nackt trat sie vor den großen Spiegel an der Wohnungstür. Ihre Haare waren ungebärdig wie immer. Unter ihren Augen lagen die ersten Ansätze von Tränensäcken. Sie war 33 Jahre und fühlte sich alt. Sie berührte ihre linke Brust, drückte sanft die Brustwarze, bis sie hart wurde und dachte, ist das noch der Körper, der vor mehr als einem Jahrzehnt in dieser Stadt eine so flüchtige Erregung verspürt hat? Es kam ihr nicht so vor. Die unbeschwerte, naive junge Frau, die sie damals gewesen war, schien die Darstellerin in einem unbedeutenden, längst vergessenen Stück zu sein, die einen Text sprach, der ihr nichts mehr sagte und von Wünschen und Motiven beherrscht wurde, die für sie keine Bedeutung mehr hatten. Sie wusste kaum noch, dass sie einmal dieses Mädchen gewesen war, spürte keine Verbindung mehr zwischen der Maria von damals und der Maria von heute. Sie waren durch die inzwischen vergangenen Jahre unwiderruflich voneinander getrennt. Die Jahre, in denen sie sich dem trockenen, leidenschaftslosen akademischen Leben hingegeben hatte und die kurze, unbegreiflich strahlende Zeit mit Louis. Es war eine Kluft, die sie nie wieder überwinden konnte. Eine Kluft, in die einige unermessliche Elemente ihres Lebens gefallen waren und ihr nichts geblieben war, was sie berühren könnte, nichts, was sie vorweisen könnte. Sie betrachtete sich im Spiegel. Nackt, die linke Hand an der Brust, die Brust war zu halb steif, das Wasserglas in der rechten und fragte sich, bin ich noch attraktiv? Und ist mir das eigentlich wichtig? Dann, sehr plötzlich, sehr laut klingelte das Telefon. Sie fuhr zusammen, spürte, wie das Glas ihrer Hand entglitt und sah fasziniert zu, wie es fiel, scheinbar im Zeitlupentempo. Es traf auf dem Steinfußboden auf und zersprang in blitzende Glasscherben und Flüssigkeit. Mist, sagte Maria und trat schnell einen Schritt zurück. Dann ging sie zum niedrigen Tisch hinüber und fragte sich, warum ihre Nacktheit so unbehaglich war. Sie griff nach dem Hörer und wartete darauf, dass sich jemand meldete. Doch da war nur ein leises, kontrolliertes Atmen zu hören. Ist da jemand? Sie blickte auf die Uhr. Es war fast Mitternacht. Automatisch vergewisserte sie sich erneut, dass die Vorhänge zugezogen waren. Ist da jemand in der Leitung? Sonst lege ich auf. Sie hörte etwas, das wie ein Lachen klang. Kalt und trocken. Sie wissen nicht einmal, dass sie es verloren haben, sagte eine Männerstimme. Sie hörte sich jung an, ein wenig berauscht, vielleicht sogar betrunken. Ich glaube, sie haben sich verwählt. Wieder das Lachen. Wirklich? Wirklich, sagte Maria und legte den Hörer auf. Sie blieb noch einen Augenblick lang sitzen, wartete darauf, dass es noch einmal klingelte. Als das nicht geschah, ging sie ins Bett und fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf, in dem die nächtliche Welt nichts anderes war als eine graue, leblose Landschaft, unentrinnbar zweidimensional. Kapitel 18 Velasco und Kemada saßen an ihren Schreibtischen. Die Hälfte der Nachtschicht lag hinter ihnen. Der Raum war fast leer. Auf dem Flur krakelte ein Betrunkener, der unter einem Minimum an Fürsorglichkeit in eine Ausnüchterungszelle gebracht wurde. Wie soll man bei diesem Krach nachdenken können? erkundigte sich Kemada gequält. Das ist eine rhetorische Frage, nehme ich an, sagte Velasco. Was? Nicht so wichtig. Ist mit dir alles in Ordnung? Du siehst ziemlich mies aus. Du siehst ohnehin nicht gerade aus wie das blühende Leben. Aber ich würde sagen, du verfällst. Zusehns. Velasco schloss die Augen. Er gab seiner Erkältung noch ein paar Tage. Höchstens. Wenn sie dann nicht vorbei war, würde er sich ins Bett legen. Garantiert. Aber allein die Vorstellung vergrößerte sein Leiden. Das hier war ein Riesenfall. Ein Kriminalknaller. Einer, mit dem man es nur einmal im Leben zu tun bekam. Und er war nicht bereit, sich den Spaß entgehen zu lassen. Sie sollten mir für die Zusammenarbeit mit dir eine Zulage geben. Das sollten sie wirklich. So wie die Zuschüsse für die Betreuung von Waisen oder Behinderten. Ich will nur nicht, dass du mich ansteckst. Das ist alles. Und hör endlich auf, so widerlich zu schniefen und zu schnaufen. Es handelt sich um eine menschliche Krankheit. Wie solltest du sie dann bekommen? Kimada nickte friedfertig. Dann trank er einen Schluck Kaffee und warf einen Blick auf Ordonez' Liste. Velasco beobachtete ihn. Meiner Meinung nach sollten wir uns jeden auf dieser Liste vorknöpfen und sehen, was sie zu sagen haben. Jetzt, mitten in der Nacht, willst du, dass sich auf dem Schreibtisch des Kapitan die Beschwerden stapeln, wenn er zum Dienst erscheint? Vermutlich ist die Hälfte dieser Knaben verheiratet. Wenn wir nachts um zwei da anrufen und fragen, ist Senor Sanchez daheim, wir würden ihm gerne ein paar Fragen nach seinen männlichen Gespielen stellen, riskieren wir garantiert Verleumdungsklagen. Immerhin handelt es sich dabei um die Ermittlung in einem Mordfall. Ja, aber das heißt nicht, dass wir kopflos vorgehen müssen. Sicher, irgendjemand muss diese Liste überprüfen, aber ich halte es für das Beste, den Kapitan entscheiden zu lassen, wie und wann. Irgendetwas müssen wir aber tun. Hm. Kemada holte ein Telefonbuch hervor und meinte, Glaubst du, dass unser Mann mit seinem richtigen Namen auf dieser Liste steht, wenn überhaupt? Velasco verzog das Gesicht zu einem Vielleicht, vielleicht auch nicht. Warum nehmen wir uns nicht die Namen vor und überprüfen, ob einige von Ihnen nicht im Telefonbuch stehen? Vermutlich sind sie dann gefälscht, schlug er vor. Einverstanden. Aber würdest du einer Agentur deinen richtigen Namen nennen, selbst wenn es dir nur um das Übliche geht? Handbetrieb, Mund-zu-Penis-Bearbeitung und so weiter? Würdest du das wirklich tun? Vielleicht nicht, aber lass es uns trotzdem versuchen. Schulterzucken griff Kemada nach dem Band A bis M. Ich beginne am Anfang. Du hinten. Arbeiten uns bis zur Mitte durch. Velasco nieste und nahm sich den zweiten Band vor. Eine halbe Stunde später schlug Kemada sein Buch zu und überprüfte die Liste. Er hatte die Namen mit einem roten Stift abgestrichen, Velasco mit einem grünen. Alle Namen trugen Vermerke. Bis auf einen. Nicht zu fassen, sagte Kemada. Offenbar rufen diese Typen da an, sagen, schicken Sie mir einen neuen Freund. Der Alte ist mir abhandengekommen und hinterlassen ihre Namen und Adressen. Scheiße, die Hälfte von ihnen nennt auch ihre Kreditkartennummern. Ich sehe den alten Philippe förmlich vor mir. American Express, mein Herr? Jederzeit. Gern. Unglaublich. Reg dich ab, Kemada. Man sagt, dass die am meisten zu verbergen haben, die sich am meisten empören. Tatsächlich. Tatsächlich. Nun, mir sollte man das besser nicht sagen. Velasco betrachtete nachdenklich den einzigen Namen ohne Vermerk. Offenbar ein echter Witzbold. Miguel Raton. Hotel Inglaterra. Vielleicht war er ohne Mini auf der Durchreise und fühlte sich einsam. Disney sollte ihn verklagen. Weißt du eigentlich, dass es Mickey und Mini in einem Trickfilm einmal wirklich miteinander getrieben haben? Ehrlich? Echt? Echt? Ja, es war ein Scherz. Was du nicht sagst. Es war ein Scherz. Zu Disneys Geburtstag oder so. Er wurde auf einer Party gezeigt. Mickey bespringt Mini. Das habe ich in einer Zeitschrift gelesen. Tatsächlich. Disney sah sich den Film an und fragte, von wem er sei. Offenbar war er wirklich gut und feuerte sie alle. Nach der Party, nachdem er die Geschenke eingeheimst hatte. Du liest vielleicht einen Schund. Danke, Partner, sagte Kemada. Vielen Dank. Erneut blickte er auf die Liste. Sonst nichts. Alle anderen haben den richtigen Namen, die richtige Adresse angegeben. Ja, meinte Velasco, obwohl der gute Philippe nicht besonders gut dem Tippen von Telefonnummern zu sein scheint. Kemada wartete auf weiteres. Sehe dir das hier mal an. Velasco zeigte auf einen abgehakten Eintrag. Da stand Luis Romero. 3 Calle de Calderon. Telefon 5167678. Dahinter der Vermerk, dass er sich mit den Angel-Brüdern vier Monate zuvor getroffen hatte. Die Nummer ist falsch. Eindeutig falsch. Ich habe die richtige notiert. Sie lautet 512-33-97. Ausgesprochen schlampig getippt. Vielleicht hat er eine zweite Nummer. Auf der Arbeitsstelle oder so ähnlich. Nein. Kennst du dich mit unserem Telefonsystem denn nicht aus? Es gibt keinen Ortsanschluss, der mit 516 beginnt. Die Stadt ist säuberlich in Vermittlungsgebiete aufgeteilt. Das weiß ich. Ich wollte einmal einen Telefonbetrüger auf die Spur kommen. War gar nicht leicht, kann ich dir sagen. Diese Nummer kann nicht richtig sein. Pass auf. Velasco drückte auf eine Taste seines Telefons und wartete auf das Freizeichen. Dann wählte er die Nummer. Alles, was sie hörten, war ein anhaltendes Pfeifen. Er wählte noch einmal. Mit dem gleichen Ergebnis. Diese Nummer gibt es nicht. Hat es nie gegeben. Muss ein Fehler sein. Mutmaßte Velasco. Vielleicht. Um seine Identität zu verschleiern, hätte der Bursche doch nie bewusst eine falsche Nummer angegeben. Warum sollte er sonst seinen richtigen Namen nennen? Oder er wollte aus irgendwelchen Gründen sichergehen, dass niemand zurückrief? Kimada dachte einen Moment lang nach. Dann stöberte er in seinen Notizen. Was hat Philippe Ordonez darüber gesagt, wann er seinen Laden schließt? Um welche Zeit? Um drei. Drei Uhr morgens, sagte Velasco. Jede Menge nächtliche Nachfragen. Nehme ich an. Kimada sah auf seine Armbanduhr. Es war halb drei. Eine Sache hätten wir ihn noch fragen sollen, sagte er und wählte. Ordonez kam sofort an den Apparat. »Senior Ordonez, hier Kommissar Kimada. Wir waren heute bei Ihnen. Sie haben noch meine Karte.« »Ja, Senor. Tut mir leid, dass wir Sie wieder belästigen. Aber da gibt es noch eine kleine Sache. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie noch einmal in Ihren Computer blicken könnten. Es kann nicht lange dauern, und danach lassen wir Sie in Ruhe.« Kimada wartete. Er hörte, wie der Schreibtischstuhl durch die Gegend rollte, das Piepen und Surren des Computers. »Haben Sie Ihre Kundenkartei aufgerufen?« »Gut, ich kann warten.« »Macht nichts.« »Jetzt?« »Ich würde gern wissen, ob Sie einen Freddy Famiani gespeichert haben, einen Amerikaner.« Kimada lauschte, nickte und legte dann seine Hand über die Muschel. »Er ruft Famiani auf. Er erinnert sich an ihn. Er erinnert sich an den Amerikaner.« »Großer Gott«, sagte Velasco, »nie im Leben.« »Sie haben einen Eintrag für Mr. Famiani?« »Ja, Senor.« »Er wollte sein Geld zurück, weil der Kontakt nie auftauchte.« »Gut. Und der Name? Kennen Sie ihn? Sind Sie ihm persönlich begegnet? Nein? Verstehe. Seid immer bar, per Post oder indem er einen Briefumschlag durch die Tür schiebt. Gut. Ich bin Ihnen zu Dank verbunden. Einen angenehmen Abend noch.« Kimada legte den Hörer auf, machte sich ein paar Notizen und sah seinen Kollegen an. Freitagabend vereinbarte Famiani ein Treffen mit Luis Romero. Sagte, Romero wäre nie aufgetaucht. Velasco trommelte mit seinem Stift auf den Schreibtisch und grinste. »Willst du den Angeber Menendez wecken, oder soll ich es tun?« Kapitel 19 Eine Stunde später rasten vier Polizeiwagen quer durch die Stadt in eine Gegend, die als gutbürgerliches Wohnviertel durchging. Noch immer waren die Straßen belebt. Benommen vom Alkohol und Mürrisch vor Müdigkeit hingen die Menschen an den Straßenecken herum. Aber die Munterkeit, der Frohsinn waren verflogen. Jetzt war es nur noch spät. Menendez saß im ersten Auto, zusammen mit Velasco und Kimada. In den drei anderen Fahrzeugen saßen zwölf Polizisten, alle in Uniform, alle bewaffnet. Vier von ihnen gehörten einer Spezialeinheit an, die in der Überwältigung bewaffneter Verbrecher ausgebildet war. Zwei waren von der Polizeimannschaft, die im Jahr zuvor in Valencia die nationalen Meisterschaften im Schießen gewonnen hatte. »Wie gehen wir vor, Hauptkommissar?« fragte Kimada. Menendez blickte aus dem Fenster, sah hohe Häuser, gusseiserne Straßenlampen vorbeifliegen. »Wir klingeln und stellen ein paar Fragen. Was sollen wir sonst tun?« Kimada verzog das Gesicht. »Dieser Typ wird sich wohl kaum von uns ohne Widerstand Handschellen anlegen und abführen lassen, oder?« Menendez war offenbar anderer Ansicht. »Vielleicht nicht. Aber wenn wir aus blauem Himmel bei ihm auftauchen, ihn überrumpeln, könnte er auch genau das tun.« »Sie hoffen also auf das ganze psychologische Brimborium?« »Wenn Sie es so nennen wollen?« Der Wagen bog rechts in eine baumbestandene Sackgasse ein und hielt vor einem Haus mit hohem Eisenzaun. Sie stiegen aus und warteten auf die anderen Fahrzeuge. »Nun«, meinte Kimada zu seinem Partner, »wenn er anfängt, mit seinen Pfeilen um sich zu werfen, werde ich jedenfalls nicht versuchen, ihn zur Aufgabe zu überreden. Das überlasse ich den anderen Jungs. Dafür werden sie schließlich bezahlt.« Velasco schüttelte den Kopf. »Überlass das ruhig dem Hauptkommissar. Der weiß schon, was er macht.« »Ja, überlassen wir es dem Hauptkommissar. Wenn einer von uns ins Gras beißt, wird er vielleicht noch schneller befördert.« Missmutig trat Kimada nach einem Steinchen in seinem Weg. Drei Meter vor ihnen fingerte Menendez nach einem Riegel, fand das Tor unverschlossen, öffnete es und trat ein. Der Rest der Mannschaft folgte. Das Haus war eine moderne, einstöckige Villa inmitten eines großen Gartens. In der Ferne schimmerte ein nierenförmiger Swimmingpool im Mondlicht. Blüten durchdufteten die Nacht. Unter einem Baldachin in der Nähe der Hauswand stand ein viertüriger Mercedes. »Der Kerl hat also Geld,« wisperte Kimada, »kann sich bestimmt etliche Freunde leisten, wenn ihm der Sinn danach steht.« Im Haus brannte nirgendwo Licht. Die Eingangstür und alle Fenster im Erdgeschoss waren vergittert. Menendez rüttelte leicht an dem Gitter der Haustür. Es war verschlossen. Er wandte sich zum Leiter der Spezialeinheit um, der einen schweren Hammer geschultert hatte, sah dessen Einsatzbereitschaft und schüttelte den Kopf. Kimada warf einen Blick auf die bewaffneten Kollegen und sagte zu Velasco, »Sie tragen kugelsichere Westen. Siehst du das? Scheiße, warum Sie und wir nicht? Warum?« »Weil Sie es sind, die damit fertig werden müssen, wenn es zu einer Schießerei kommt.« »Wur zu wahr,«, sagte Kimada und begann sich zu fragen, wie viel der Mercedes gekostet hatte. Menendez drückte auf die beleuchtete Klingel. Innen im Haus hallte es, hart und metallisch, wie ein Gong. Sie hörten, wie das Geräusch lange, leere Flure durcheilte, auf der Suche nach einer Reaktion, aber keine erhielt. Erneut drückte Menendez auf die Klingel. Noch einmal. Dann wartete er erst einmal ab. Velasco und Kimada fragten sich, was als nächstes anstand. Es würde nicht leicht sein, in dieses Haus einzudringen, nicht zu dieser Stunde, nicht ohne zu wissen, was darin war. Dann leuchtete im oberen Geschoss ein Fenster auf, gedämpft, gelblich, offenbar eine Nachttischlampe. Sie hörten Geräusche. Im Haus bewegte sich etwas. Mehr Licht, weitere Geräusche, jetzt schon näher. Mit einem unerwartet lauten Rasseln wurde die Tür aufgeschlossen. Unbewusst machten Kimada und Velasco ein paar Schritte zurück, hinter die Uniformierten. Die standen gespannt, die Hände am Griff ihrer Waffen, gut drei Meter hinter Menendez, der durch das Sicherheitsgitter Richtung Tür spähte. Das Licht über dem Eingang ging an. Die Tür öffnete sich und eine verschlafene Frau in langem, schäbigen Morgenrock stand vor Menendez. Kimada und Velasco entspannten sich ein wenig, traten, ohne nachzudenken, wieder vor und fanden sich zwischen den Bewaffneten und Menendez wieder. Sie wollten sich nichts entgehen lassen. »Señora Romero, wir sind von der Polizei«, sagte Menendez. Die Frau musterte ihn, nickte und versuchte, hinter ihm in der Dunkelheit etwas zu erkennen. Sie sah aus, als brauche sie eine Brille. »Was wollen Sie?«, fragte sie leise. »Wie spät ist es eigentlich?« »Verzeihen Sie die späte Stunde, aber wir würden gern mit Ihrem Mann sprechen. Es ist wichtig.« Sie starrte ihn an, und Velasco ertappte sich dabei, nach seinem Holster zu fühlen. Nur für den Fall des Falles. Die Frau wirkte mehr als eine Spur verwirrt. »Sie wollen mit meinem Mann sprechen? Sie sind von der Polizei und wollen meinen Mann sprechen?« »Ja. Ist das ein Witz? Erlauben Sie sich irgendeinen schlechten Scherz?« Menendez schwieg. Irgendetwas störte ihn, unbewusst, seit Velasco und Kemada ihn geweckt hatten. Irgendetwas im Zusammenhang mit dem Namen Luis Romero. Er hatte versucht, dahinter zu kommen, was das war, bislang vergeblich, an die Berichte gedacht, die über seinen Schreibtisch gewandert waren, an Vorfälle, die er gut kannte. Aber da hatte es eine Lücke gegeben. Er war auf Urlaub gewesen, eine knappe Woche lang die Küste entlanggefahren. Nach der Rückkehr hatte er das Dienstbuch durchgeblättert und überprüft, ob irgendetwas seiner Aufmerksamkeit bedurfte. Und da war es. Da war Luis Romero. Tod, begraben, fast vergessen. Er sah die blasse, kummervolle Frau an und sagte, »Verzeihen Sie bitte. Da wurde ein Fehler gemacht. Ich kann mich nur entschuldigen. Aber ich muss mit Ihnen sprechen. Bitte.« »Jetzt!« Er nickte und sie schloss das Sicherheitsgitter auf. Der Hauptkommissar drehte sich zu seinen Männern um und entließ die Uniformierten. Irgendwie enttäuscht verschwanden sie im Dunkel der Nacht, ließen ihn mit Velasco und Kemada allein. »Ist er denn nicht zu Hause?« erkundigte sich Velasco. »Gibt es irgendein Problem?« Menendez schob die Hände in die Taschen und sagte halblaut, »Louis Romero hat vor zwei Monaten Selbstmord begangen. Er stand in den Berichten. Ich hätte mich daran erinnern müssen.« Er trat auf die Haustür zu. »Vor zwei Monaten?« fragte Kemada entgeistert. »Mist!« murmelte Velasco und folgte Menendez ins Haus. Teresa Romero setzte sich im Wohnzimmer auf ein cremefarbenes Sofa unter ein großes, modernes Gemälde. Menendez wusste, dass er den Maler kennen müsste, aber der Name wollte ihm nicht einfallen. Kemada und Velasco nahmen diskret auf Esszimmerstühlen Platz und zogen Notizblöcke hervor. Die Frau wirkte, als stünde sie kurz vor einem Zusammenbruch. Strähnig und farblos fielen ihr die glatten Haare auf die mageren Schultern. Ihr Teint wirkte fahl, fast grau. »Sie ist vermutlich fünfzig Jahre alt,« dachte Menendez, »aber irgendetwas, Leid, Angst, das Leben hat ihre Züge so verwüstet, dass sie sehr viel älter wirkte. In ihren Augen lag etwas Quälendes und Gequältes.« »Verzeihen Sie,« wiederholte Menendez, »wir haben beim Namen ihres Mannes nicht sofort an seinen Tod gedacht.« »Das war der Fehler. Es tut mir sehr leid.« Sie umklammerte ein Glas Weinbrand. Es war vier Uhr morgens. »Was wollen Sie wissen?« Fast schien es so, als fürchte sie sich vor den Fragen. »Señora Romero,« begann Menendez, rang nach den richtigen Worten, brach ab und wünschte sich, Maria wäre bei Ihnen. »Wir sind mit den Ermittlungen einiger sehr schwerer Verbrechen befasst, und im Zusammenhang damit sind wir auch auf den Namen ihres Mannes gestoßen.« In ihrem Gesicht veränderte sich nichts. Sie wollte die auf der Hand liegende Frage nicht stellen. Jemand hat sich seines Namens bedient, eindeutig unberechtigt, da es erst in der letzten Woche geschah. Aber ich muss wissen, ob das noch häufiger der Fall gewesen sein könnte. Ich muss wissen, welchen Umgang er pflegte. Sie trank einen Schluck. »Sie wissen, was mein Mann war? Ein Universitätsprofessor? Ich versuche vergeblich, mich zu erinnern. Er war Professor für Geschichte, die Geschichte an sich. Sie sah ihn prüfend an, ob jetzt etwas bei ihm klickte, und lachte trocken auf, als das nicht der Fall war. War er als Professor beliebt, anerkannt? Wieder lachte Teresa Romero, trank noch einen Schluck. Oh ja, er war beliebt. Tagtäglich, allabendlich. Irgendwo war er immer beliebt. Hier. Sie stand auf, ging zu einem Beistelltisch, nahm ein Foto und reichte es Menendez. Es war das Porträt eines Mannes Ende vierzig in einem gemusterten Hemd, der mit einem Glas der Kamera zuprostete. Ein goldenes Armband lag um sein Handgelenk, eine Goldkette um seinen gebräunten Hals. Seine Haare waren braun gelockt. Er trug einen Schnurrbart und ein breites, strahlendes Lächeln. Ein Professor für Geschichte? Sie lehnte sich über seine Schulter, und er konnte den Alkohol riechen. Oder ein kleiner Schauspieler, der noch immer so tat, als wäre er fünfundzwanzig? Sie stolperte zum Sofa zurück und setzte sich. War ihr Mann homosexuell? fragte Menendez. Nein, erwiderte sie ohne Zögern. Das wohl nicht. Er mochte die Frauen, er mochte die Geschichte. Das können Ihnen viele Menschen bestätigen. Ich war mit dem Mann nur verheiratet. Ich habe keine Ahnung. Wissen Sie, ob er sich der Dienste von Kontaktagenturen für Homosexuelle bediente? Wir haben seinen Namen in einer Kundenkartei gefunden. Sie dachte einen Moment lang nach. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ihre Stimme klang verträumt, unkonzentriert. Menendez zog ein Papier aus der Tasche. Es war die Namensliste von Abraxas. Erreichte sie ihr. Kennen Sie einen dieser Leute? Sie las die Namen, einen nach dem anderen. Nein, sagte sie. Interessierte er sich für den Stierkampf? Oh ja, Kampf, Leidenschaft, Blut. Das liebte er. Einen Torero sah er besonders gern, diesen hübschen mit den blonden Haaren. El Guapo? fragte Velasco. Ja, ihn. Er ließ sich keinen Kampf entgehen. Ich glaube, Luis kannte ihn sogar, flüchtig. Und wie hielt er es mit der Religion? Sie sah ihn an. Dann. Fragen Sie das im Ernst? War er in irgendeiner Weise an den Aktivitäten der Semana Santa beteiligt? Gehörte er vielleicht einer der Bruderschaften an? Mein Mann war ein Anarchist, der alles zutiefst verabscheute, was mit der Kirche zusammenhing, Hauptkommissar. Das Einzige, was ihm an der Semana Santa gefiel, war die Corrida nach ihrem Ende. Verstehe. Menendez stand auf. Es ist sehr spät. Ist es das? fragte sie. Signora Romero? Sie driftete ab. Die Fragen schienen sie kaum noch zu erreichen. Warum hat sich ihr Mann das Leben genommen? Aus welchem Grund, ihrer Meinung nach? Sie schnaubte verächtlich, verschüttete weinbrannt auf den Morgenrock. Warum? Er scheint doch ein glücklicher, zufriedener Mann gewesen zu sein. Vielleicht war sein Lebensstil ein wenig unkonventionell. Aber dem Foto nach zu urteilen, wirkte er durchaus nicht depressiv oder verzweifelt. Sie blickte zum Fenster hinaus. Dort zog langsam die Morgendämmerung herauf. Ich weiß nicht, sagte sie. In den letzten zehn Jahren habe ich Luis kaum noch gekannt. Er war nicht mehr der Mann, den ich geheiratet hatte. Er wurde ein anderer, jemand, der seiner Jugend nachjagte, die er nie hatte. Ich weiß nicht, was in ihm vorging. Darüber hinaus... Menendez wartete einen Moment. Darüber hinaus bohrte er dann sanft nach. Mit angewidertem Gesichtsausdruck stellte sie das Glas auf den Tisch. Da trinke ich sein Mistzeug. Der Himmel mag wissen, warum. Ich mache Luis Vorwürfe. Dabei ist es nicht seine Schuld. Teresa Romero zog ihren Morgenrock enger um sich und starrte ihn an. Sie waren hier, Herr Hauptkommissar. Sie kamen hierher und erzählten mir, dass mein Mann eines Nachts mit seinem Auto in den Alphabia-Park gefahren ist, eine halbe Flasche Whisky austrank, ein Taschenmesser nahm und sich die Pulsadern aufschnitt. Und dann fragten sie, was auch sie wissen wollen. Warum? Ich habe meinen Mann in den letzten paar Jahren vielleicht nicht mehr gekannt, Herr Hauptkommissar. Aber manche Dinge ändern sich nie. Luis war ein Feigling. Ich konnte ihn vor einer Auslandsreise doch nicht einmal zu einer Spritze überreden. Er verabscheute die Vorstellung von Verletzungen, Schmerzen, Operationen. Es ist vorstellbar, dass er sich tötete. Doch dann nur, wenn er unheilbar krank gewesen wäre. Aber so niemals. Nicht Luis. Es hätten Tabletten sein müssen. Etwas in dieser Art. Und was ist dann Ihrer Meinung nach geschehen? Auf diese Frage gebe ich Ihnen die gleiche Antwort wie Ihren Polizistenkollegen, und es ist mir egal, was Sie denken. Jemand hat ihn getötet. Menendez schwieg. Ich bin keine vor Trauer hysterische Witwe, Herr Hauptkommissar. Ich war es gleich nach seinem Tod nicht und bin es auch jetzt nicht. Aber ich kannte Luis gut genug, um zu wissen, dass er sich das nie angetan hätte. Viele andere Dinge vielleicht, aber das nicht. Verstehe. Tatsächlich. Sie griff nach einer Schachtel Zigaretten, öffnete sie, schien es sich aber anders zu überlegen und legte die Packung wieder auf den Tisch. Was zwischen einem Mann und einer Frau vorgeht, die lange miteinander verheiratet sind, sieht keiner. Niemand, Herr Hauptkommissar. Nicht einmal die Eheleute selbst. Das spielt sich unsichtbar ab. Hinter uns, um uns. Und wenn wir etwas bemerken, sind wir meistens zu höflich, um es zu erwähnen. Aber warum sollte jemand Ihren Mann töten wollen? Das weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Menendez steckte sein Notizbuch ein und zermaterte sich das Hirn nach weiteren Fragen. Es fielen ihm keine ein. Er stand auf. Auch Quemada und Velasco erhoben sich. Sie sagten, Ihr Mann wäre Professor für Geschichte gewesen, Senora Romero, meinte Menendez. Ja. Was war sein Fachgebiet? Nun steckte sich Teresa Romero doch eine Zigarette an. Luis war ein hervorragender Historiker, Herr Hauptkommissar. Das kann ihm niemand nehmen. Er begann als Spezialist für klassische Geschichte. Aber in den letzten zehn Jahren befasste er sich eigentlich nur noch mit einem Thema. Der Geschichte des Bürgerkriegs. In der Stadt? Selbstverständlich. Ohne die Stadt gäbe es keine Geschichte. Nein, erwiderte Menendez knapp. Vermutlich nicht. Aber interessierte er sich besonders für das Kriegsgeschehen hier in der Stadt? Was ist hier geschehen? Das könnte wichtig sein. Sie sah ihn an, überrascht von der Dringlichkeit seiner Frage. Das sollten Sie seine Kollegen fragen. Mich hat er nie in Einzelheiten der Dinge eingeweiht, die ihn interessierten. Ja, sagte Menendez und gab Velasco und Quemada ein Zeichen. Wir werden sie auf dem Laufenden halten, sagte er, nachdem sie den Raum verlassen hatten. Worüber? Den Tod ihres Mannes? Die Ursachen? Herr Hauptkommissar, sagte Teresa Romero. Sie scheinen mich nicht verstanden zu haben. Luis könnte getötet worden sein. Nein, er wurde getötet. Aber das ist mir gleichgültig. Es hat keine Bedeutung für mich. Er ist tot. Aber mein Leben hat sich nicht verändert. Menendez nickte und blickte noch einmal auf das Gemälde. Miro. Jetzt konnte er die Symbolik erkennen. Sonne, Stiere, Blut, Tod. Nein, sagte er und trat in die frische Morgenluft hinaus. Kapitel 20 Auf dem Nachttisch klingelte das Telefon. Abrupt wurde Maria aus tiefem Schlaf gerissen und brauchte einen Moment, sich zurechtzufinden. Sie nahm den Hörer ab. Auf dem kleinen Digitalwecker stand die Zahl acht. Sie hatte das Gefühl, in alle Ewigkeit weiterschlafen zu können. Guten Morgen, Maria! Es war Torrio. Einen Moment lang wunderte sie sich, dass sie geglaubt hatte, es könnte ein anderer sein. Dann erinnerte sie sich an den merkwürdigen Anruf um Mitternacht. Sie versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Leicht war es nicht. Tut mir leid, Bär. Ich habe verschlafen. Das sieht mir gar nicht ähnlich. Kein Problem. Es werden noch eine Menge anderer Leute verschlafen. Es war eine unruhige Nacht. Ist wieder ein Mord geschehen? Ihre plötzliche Erregung ließ sie zusammenzucken. Sie kam ihr ungehörig vor. Hatte eine Spur von Sensationsgier, die sie an sich gar nicht kannte. Nein, aber dennoch war viel zu tun. Ein paar Jungs von der Nachtschicht sind auf eine mögliche Spur gestoßen. Wir müssen ein paar Namen überprüfen, und von sowas sind die Leute hier immer besonders begeistert. Ich muss mich nur anziehen. In fünfzehn Minuten bin ich da. Das ist nicht nötig, sagte der Hauptkommissar. Er möchte, dass sie zu Katharina Lucena ins Krankenhaus gehen und versuchen, mit ihr über den Krieg zu sprechen. Um zwölf will er eine Besprechung abhalten. Vielleicht hat sich bis dahin etwas Handfestes ergeben. Er will also tatsächlich, dass ich allein zu ihr gehe? Scheint es sogar für unverzichtbar zu halten. Mit unser eins redet die alte Dame doch nicht. Maria fragte sich, welch simpler Instinkt ihnen sagte, ihr könnte es besser ergehen. Sie wissen, wie Sie zum Krankenhaus kommen? Ich kann von hier aus zu Fuß gehen. In Ordnung. Aber wenn Sie einen Wagen brauchen, rufen Sie an. Wir schicken Ihnen sofort einen. Gut. Viel Glück. Turio legte auf, und sie bewunderte seine Munterkeit zu dieser frühen Morgenstunde. Eine akademische Angewohnheit war das nicht. Sie zwang sich aus dem Bett, duschte, aß im Morgenrock ein frugales Frühstück und zog sich an. Eine weiße Bluse, schlichte, dunkle Hosen. Sie erinnerte sich an den Blick, mit dem Katharina Lucena ihre Jeans bedacht hatte. Zwanzig Minuten vor neun lief sie die Treppe hinunter, verließ das Haus und machte sich auf den Zehn-Minuten-Weg zum Krankenhaus. Um halb zehn, als der Optiker sein Geschäft öffnete, trank ein junger Mann in hellblauer Uniform mit dem Namen der städtischen Elektrizitätswerke unter der linken Schulter im Eckkaffee gegenüber seinen Kaffee aus, überquerte die Straße und betrat das Geschäft. Der Optiker, eine würdevolle, leicht pompöse Gestalt in weißem Nylonkittel, stand hinter dem Tresen. Er trug eine teure Schildpadbrille und verbreitete das aufgesetzte Gehabe eines Halbprofis. Er sah dem Eintretenden mit kaum verhüllter Abneigung entgegen. »Sie wünschen eine Brille?« »Nein«, erwiderte der Mann. »Señora Gutierrez hat uns von ihrem Büro aus angerufen. Mit ihrem Stromanschluss scheint irgendetwas nicht in Ordnung zu sein. Sie bat darum, dass wir uns die Sache möglichst schnell ansehen. Leider könne sie uns die Schlüssel nicht selbst übergeben, aber sie meinte, sie hätten Ersatzschlüssel und würden uns ins Haus lassen.« Der Optiker starrte ihn an. »Uns hat sie nichts davon gesagt.« Der Arbeiter hob die Schultern. »Dafür kann ich nichts. Entweder lassen Sie mich rein oder Sie lassen es bleiben. Aber Sie sollten Sie sicherheitshalber anrufen. Wenn wir noch einmal herkommen müssen, kostet das extra. Ich will lediglich einen Blick auf den Zähler werfen und mich überzeugen, dass er ordentlich funktioniert.« Der Optiker polierte den Glastresen emsig mit einem kleinen gelben Staubtuch. »Ich werde Ihnen eins der Mädchen mitgeben. Sie kann sie im Auge behalten.« »Kein Problem«, sagte der Arbeiter. »Haben Sie keine Werkzeuge?« »Wie ich schon sagte, ich will nur den Zähler überprüfen. Sehen, ob er richtig läuft.« Unter dem Tresen holte der Optiker drei Schlüssel hervor. Er legte sie auf die Glasplatte. »Gina!« Eine hübsche Halbwüchsige mit schulterlangen braunen Haaren trat aus seinem Hinterraum. Sie trug einen pinkfarbenen Overall und in der Hand eine drahtgerahmte Brille. Der Optiker zeigte auf den Tresen. »Er will sich den Zähler der Wohnung ansehen. Der befindet sich gleich hinter der Tür. Weiter kommt er mir nicht.« Sie sah den Mann an und lächelte. Er sah sympathisch aus. »Es ist der messingfarbene Chub-Schlüssel«, sagte der Optiker, als er ihr das Bund überreichte. »Ist er immer so liebenswürdig?« Sie kicherte, sagte aber nichts. Sie schloss die Tür auf und sie traten ein. In dem kleinen Vorraum vor der Treppe war es dunkel. Sie drückte auf den Lichtschalter. Mit Zeitmechanismus. Er hörte, wie er die Sekunden weg tickte, als er die Tür hinter ihnen zuzog. »Da drin ist er.« Sie zeigte auf einen verriegelten Kasten an der Wand. Er öffnete den Riegel und betrachtete die Skalen und Schalter. Nichts Ungewöhnliches. »Ist er in Ordnung?« fragte das Mädchen. »Wir haben denselben Stromkreis. Wenn der Strom in der Wohnung abgeschaltet wird, müssen wir den Laden auch schließen.« Lächelnd drehte er sich zu ihr um. »Kein Problem. Offensichtlich nur falscher Alarm.« Sie fragte sich, wie alt er war. »Dreißig. Vielleicht auch älter. Der Schnurrbart stand ihm nicht. Auch an seiner Frisur wäre einiges zu verbessern.« »Gut, aber jetzt muss ich wieder ins Geschäft.« Der Elektriker kritzelte etwas auf einen Block, den er aus der Brusttasche gezogen hatte. »Ja, geben Sie mir die Schlüssel. Ich schließe für Sie ab.« Er nahm ihr die Schlüssel aus der Hand, steckte sie kurz in seine Jackentasche, legte ihr eine Hand auf den Rücken und sie verließen den Vorraum. Die Beleuchtung tickte noch immer, mindestens zwei Minuten. Er zog die Tür zu, steckte den Messingschlüssel ins Schloss und drehte ihn halb um. Als er dann versuchte, den Schlüssel herauszuziehen, ging es nicht. »Mist«, sagte er, »klemmt!« Sie sah ihn an, reheugig und stumm. Er griff in seine hintere Hosentasche und holte einen Schraubenzieher heraus. »Dauert nur eine Minute.« Sie sah zu, wie er die Deckplatte des Schlosses abschraubte, ein paar Hebel bewegte, den Schlüssel drehte und dann aus dem Schloss zog. Er wischte den Schlüssel mit den Händen ab und betrachtete ihn genau. »Nichts passiert. Nur ein bisschen ungefügig. Das ist alles.« Dann gab er ihr die Schlüssel zurück. Sie ging in das Optikergeschäft zurück. Er befühlte den Kneteblock in seiner Tasche, wusste, dass der Abdruck in Ordnung war und machte sich auf den Heimweg.« Kapitel 21 Katharina Lucena saß aufrecht im Bett eines kleinen Privatzimmers im Hospital der barmherzigen Schwestern. Maria hatte sie nur einmal gesehen, am Tag nach der Entdeckung der Leichen. Ihre Verwirrung damals war nur zu verständlich gewesen. Jetzt, im Krankenhausbett, schien sie ein anderer Mensch zu sein. Ihr Tal hatte zwar eine fahlgraue Färbung angenommen, dennoch strahlte sie eine Ruhe aus, die Maria nicht erwartet hätte. Sonnenlicht strömte durch ein riesiges Fenster neben dem Bett. Der Raum war sehr hoch, die Stück Verzierung an der Decke durch allzu sorgloses Übertünchen nahezu eingeebnet. Man wusste sofort, wo man war. In einem alten Dienstbotenzimmer eines Herrenhauses, das nun dem Öffentlichen wohl diente. Eine Ordensschwester in grau-weißem Habit brachte ihnen die Getränke, um die sie gebeten hatten. Tee mit Zitrone für Maria, warmes Wasser für Katharina Lucena. Sie lächelte sie an und verließ dann wieder das Zimmer. Maria suchte nach einer Gesprächseinleitung, sah sich dieser Aufgabe aber sehr schnell enthoben. Sagen Sie dem Herrn von der Polizei, dass ich ihm dankbar bin. Entschuldigen Sie, aber ich verstehe nicht ganz. Die Schwestern haben es mir gesagt. Dieses Zimmer wird aus dem Wohltätigkeitsfonds der Polizei bezahlt. Ich selbst könnte es mir nicht leisten. Sagen Sie ihm, dass ich dankbar dafür bin. Gern. Maria nahm einen Schluck Tee. Er war lauwarm und hatte einen metallischen Nachgeschmack. Wie geht es Ihnen? Katharina Lucena lächelte. Ich bin alt. Ich fühle mich wie immer. Sie haben von einer beginnenden Lungenentzündung gesprochen. Vielleicht trifft das zu. Ich fühle mich nicht schlechter oder besser als sonst auch. Bis auf die Tatsache, dass Sie mir nicht gestatten, meinen Manzanilla zu trinken. Doch das ist vielleicht gut so. Jedenfalls fehlt er mir nicht. Sie sind sehr liebenswürdig. Sie stellen keine Fragen. Sie nehmen mich so, wie ich bin. Eine einsame, alte Frau am Ende ihres Lebens. Ihr Gottvertrauen ist anrührend. Ich wünschte, ich hätte es auch. Maria lauschte dem Gesang der Vögel vor dem Fenster und dachte, dass es üblere Orte für den Lebensabend gab. Ich bin davon überzeugt, dass es Ihnen bald besser geht. Ja, sagte sie. Sie versuchen nett zu sein. Das tun die Jungen immer gegenüber den Alten. Behandeln uns wie Kinder. Aber sie wollen auch Fragen stellen. Jedenfalls hoffen, sie Fragen stellen zu können. Maria stellte die Teetasse ab und betrachtete die alte Frau im Bett. Sie strahlte eine innere Kraft aus. Eine stählerne Stärke. Ganz unabhängig davon, wie hinfällig ihr Körper wirkte. Ich bin keine Polizistin. Keine professionelle Ermittlerin. Vermutlich merkt man das. Man merkt es, sagte sie. Und deshalb haben Sie sie auch geschickt. Der Hauptkommissar ist kein Dummkopf. Er weiß nicht so viel, wie er zu wissen glaubt. Aber er ist nicht dumm. Wurden noch mehr Menschen getötet? Maria nickte. Das dachte ich mir. Sie geben mir keine Zeitung. Sie behandeln mich wie eine senile alte Frau. Aber wenn es zu weiteren Morden käme, würden sie wiederkommen. Das wusste ich. Was weiß der Hauptkommissar nicht? Katharina Lucenas Augen funkelten aus den runzligen Höhlen. Sie schienen Maria zu durchbohren. Sie können es nicht wissen, die Männer. Sie sind davon ausgeschlossen. Wovon? fragte Maria und unvermittelt tauchte, träge, zögernd eine Vision vor ihr auf, die sie schon einmal gesehen hatte. Das Bild eines weißen, kopflosen Vogels, der langsam aus einem klarblauen Himmel fiel. Blut sickerte wie scharlachrote Perlen aus einem durchschnittenen Hals. Sie schüttelte den Kopf. Die Vision verschwand. Vom Strom, von Leben und Tod, der die Welt durchzieht, sagte die alte Frau, und Maria hatte das Gefühl, dass es im Zimmer eiskalt wurde. Er geht nur von uns aus. Wenn er versiegt, ist das nur uns zu verdanken. Maria erschauerte. Der Raum wirkte noch kleiner als zuvor. Das Licht schien sich verändert zu haben. Schimmerte nicht mehr golden, war jetzt grell, kalt, hart. Von der alten Frau ging etwas Wahnhaftes aus, das sie erschreckte. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. Sie werden es verstehen. Sie werden sie verletzen. Sie beherrschen. Aber letztendlich werden sie verstehen. Und sie durch das Leid besiegen. Das ist das Geschenk, das uns gegeben wurde. Das Geschenk, für das sie uns hassen, weil sie es uns niemals nehmen können. Maria blickte auf ihre Hände und sah, dass sie zitterten. Sie drückte sie zusammen, und langsam beruhigten sie sich. Das Blut kam wieder, die Wärme kehrte zurück, und der Raum nahm seine frühere Atmosphäre an. Er hat sie geschickt, damit sie nach dem Krieg fragen, sagte die alte Frau im Bett. Ihre Stimme hörte sich an, als wäre sie Hunderte von Jahren alt. Er weiß, dass ich ihm nie etwas sagen würde. Er weiß, dass ich noch niemandem davon erzählt habe. Er glaubt, dass Sie das Geheimnis ergründen können. Warum traut er Ihnen das zu? Das weiß ich nicht. Weil er weiß, dass auch Sie gezeichnet sind. Er kann die Narben erkennen. Luis, dachte Maria, waren die Narben so sichtbar, oder waren sie nur Unterlagen in irgendeinem Aktenschrank? Von jemandem verletzt zu werden, den man liebt, ist sehr viel schmerzhafter, als von jemandem verletzt zu werden, den man hasst, sagte Katharina Lucena. Maria bohrte sich die Fingernägel in ihre Handflächen. Woher wissen Sie diese Dinge? Woher kommt das? Ich blicke mich um. Ich habe Augen. Sie lachte. Es klang wie das Rascheln von totem Laub unter den Füßen. Sie wollen also etwas über La Soledad hören? fragte Katharina Lucena. Nein, dachte Maria. Nein, 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 alles, nur das nicht. Ich möchte von Musik hören, von Blumen, Sonne, schattigen Patios, fließendem Wasser, Lachen, Kindern, Licht und Helligkeit. Ich möchte eine Unterhaltung führen, die mich inspiriert, mit Leben erfüllt. Ich möchte etwas über das Leben hören, über Güte, Dankbarkeit. Die grüne Maske und die roten Samtwände. Ja, sagte sie. Ich würde gern Näheres über La Soledad erfahren. Und für einen Moment kehrte die Taube zurück. Drei Meter groß pumpte sie direkt vor ihrem Gesicht unablässig Blut in die Luft. Als sie wieder zu sich kam, als der Schrei tief in ihr sich in nichts aufgelöst hatte, sah sie die alte Frau an. Auf den grauen, runzligen Zügen lag ein Ausdruck von Triumph. Kapitel 22 Als der Krieg ausbrach, war sie gerade 14 Jahre alt geworden. Die Lucenas bewohnten den alten Familiensitz in Carmona. Damals war das ein vornehmer Vorort mit nur wenigen hochherrschaftlichen Willen an breiten, palmenbestandenen Straßen. Hier und da waren Haufen von Pferdeäpfeln zu sehen, hinterlassen von den Pferden der Kutschen, die die Leute noch immer bevorzugten, obwohl sich die meisten ein Auto leisten konnten. Sie war das jüngste Kind, hatte drei Brüder und eine Schwester im Alter von 16 bis 21 Jahren und hatte es nicht leicht, ihre Position in einem Haushalt zu wahren, in dem sie das Kind war. Soweit sie sich zurückerinnern konnte, schloss man sie nahezu von allem aus. Katharina war zu jung, um irgendetwas zu verstehen. Sie durfte sich nicht an ihren Spielen beteiligen, hatte keinen Zugang zu den Kreisen, in denen sie verkehrten. Wenn Papas wichtige Freunde zu Besuch kamen, war sie die Erste, die den Raum verlassen musste. Sie durften bleiben, zumindest für gewisse Zeit, um sich die Neuigkeiten, den Klatsch aus Madrid, aus Barcelona, aus Palma anzuhören. Dann hockte sie auf dem Korridor und lauschte auf das Geflüster hinter der Tür wie auf das Flattern von Nachtfalterflügeln in der Dunkelheit und empfand tiefen, brennenden Zorn über diese Ungerechtigkeit. Sie war die Jüngste, das Baby, und doch hatte sie vor wenigen Wochen, als sie an einem schwülheißen Nachmittag schwitzend auf ihrem Bett lag, einen bohrenden Schmerz in ihrem Unterleib verspürt. Sie hatte an sich heruntergeblickt und den tiefroten Fleck auf ihrem leichten Nachmittagskleid gesehen, sich dorthin gefasst und durch den Batist hindurch die Feuchtigkeit gespürt, hatte gesehen, dass ihre Finger blutrot wurden, und beobachtet, wie sich der Fleck ausbreitete, bis er die fein bestickte Bettdecke beschmutzte. Dann war sie aus dem Kleid geschlüpft und hatte es zusammengefaltet, mit dem Fleck nach oben auf das Bett gelegt, sich geduscht und saubere Sachen angezogen. Mit leuchtendem Gesicht und strahlenden Augen war sie die Treppe hinuntergelaufen und durch alle Zimmer gegangen. Das Kleid hatte sie als eine Art Zeichen zurückgelassen. »Seht her, ich werde erwachsen, ich werde wie ihr!« Als sie schließlich in ihr Zimmer zurückkehrte, war das Kleid verschwunden, die Bettdecke gewechselt. Sie hatte darauf gewartet, dass jemand darauf ansprach, ihre Mutter, ihr Vater, ihre Schwester, selbst ein Dienstmädchen. Aber es war, als wäre überhaupt nichts geschehen. Dreimal hatte es sich seither wiederholt, einmal pro Monat, jedes Mal mit kurzen, aber heftigen Schmerzen, den Schweißausbrüchen, dem Zittern und dann dem Blut. Dreimal hatte sie die Spuren ihrer Veränderung auf dem Bett hinterlassen. Dreimal wurden sie wortlos entfernt, und es gab niemanden, den sie fragen, mit dem sie sprechen konnte. Die Familie entfremdete sich noch mehr voneinander, zog sich von ihr zurück, zog sich voneinander zurück. Sie verstand das nicht. Mit dem Verlauf des Sommers verließ Papa immer weniger das Haus, nur noch zu den seltenen Gelegenheiten, zu denen er die Bank aufsuchen musste. Er wirkte abwesend, sein gutaussehendes Gesicht hager und besorgt. Ein inneres Leiden schien ihn zu verzehren, für das es kein Gegenmittel gab. Ihre Mutter, verschlossener denn je zuvor, schien nicht zu merken, was da vor sich ging. Das alltägliche Leben veränderte sich, wurde eine Abfolge schweigsam eingenommener Mahlzeiten und langer, sehr langer Stunden, in denen es ihr überlassen blieb, allein durch das riesige Haus zu streifen, zu lesen oder sich mit den Dienstboten zu unterhalten. Es kam ihr vor, als ob ein Gewitter heraufzöge. Sie spürte die Veränderung in der Atmosphäre, das Nahen einer Katastrophe. Aber um sie herum tat die Familie so, als wäre alles wie immer. Das Leben von heute wurde eine Parodie des Gestern. Handlungen, Ereignisse wurden so routinehaft, so rituell wiederholt, als könne die Vergangenheit – war das eigentlich eine glückliche Vergangenheit, fragte sie sich – auf magische Weise wiederbelebt und zur Gegenwart werden. Eines Nachts, als sie wegen der Hitze nicht schlafen konnte, saß sie aufrecht im Bett ihres Zimmers, dessen Fenster in den Garten hinausführten, und lauschte, wartete. Die Welt draußen schien aus den Fugen geraten zu sein. Sie hörte Geräusche, fremde Geräusche von Soldaten und Pferden, schweren, unvertrauten Fahrzeugen und über allem dieser merkwürdige, aggressive Tonfall, zu dem Männer greifen, wenn sie ihre Männlichkeit beweisen wollen. Von unten hörte sie Rufe, laut, immer lauter. Es war die Stimme ihrer Mutter, hoch, hysterisch, anklagend, und ihre Worte schienen sich in einem unaufhörlichen Kreis zu drehen. »Warum musstest du Partei ergreifen? Warum? 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 Warum?« Sie lauschte, konnte aber keine Antwort hören. Sie hatte früher schon Vorahnungen gehabt. Als eine Cousine ihr einen Brief schrieb, hatte sie von seiner Ankunft gewusst, bevor der Postbote damit an der Tür erschienen war. Als ihr Vater ohne seinen Schirm ins Amt ging und vorzeitig zurückkehrte, wusste sie den Grund, ohne mit ihm gesprochen zu haben. Ihrem Vater war das nicht entgangen. Unsere kleine Zigeunerin hatte er sie genannt und sie mit seinen sorgenvollen braunen Augen angesehen, als wolle er sich entschuldigen. Als wolle er sagen, es tut mir leid, aber das ist alles, wozu ich in dieser Situation fähig bin. Doch das genügt nicht. Das tut mir leid. In jener Nacht wusste sie nicht, ob sie schlief oder wachte, ob die Angst, die sie gepackt hielt, ein Traum war oder die Vorahnung einer tödlichen Gefahr, die sie alle verschlingen würde. Starr und unbeweglich lag sie auf dem Bett, die Hände hinter dem Kopf verschränkt und lauschte nach unten. Sie glaubte, ihre Mutter schluchzen zu hören und fragte sich erneut, ob sie nicht träumte. Ihre Mutter konnte nicht schluchzen. Das gehörte sich nicht für eine Lucena, nicht einmal für eine, die nur in die Familie hineingeheiratet hatte. Doch dann wurde es unverkennbar, ein atemloses, rhythmisches Schluchzen, das trostloser als alles klang, was Katharina je gehört hatte. Draußen in der heißen, dichten, halbtropischen Dunkelleit knallte ein Gewehrschuss und Katharina erschauerte auf ihrem großen, eisengerahmten Bett. Die Schweißperlen auf ihrer Haut wurden eiskalt, und einen Augenblick lang fühlte sie sich ganz allein auf der Welt. Zwischen ihr und den Sternen gab es nichts mehr. Gott hatte dem Universum den Rücken gekehrt. Es blieb nur eine allesumhüllende Dunkelheit, kalt, unmenschlich und dazu fähig, ihre winzige Existenz auszulöschen, wie die einer Motte, die unbedacht in einen sonnendurchfluteten Raum geflattert war. Erneut erschauerte Katharina, schloss die Augen und versuchte zu schlafen. Vage, wabernde, tiefrote Schatten tauchten vor ihren Lidern auf. Schatten, die sich durch ihr Bewusstsein drehten und wälzten, gestaltlos, stumm, unablässig. Wie riesige, gesichtslose Phantome aus lebendigem Gewebe tanzten sie durch die Nacht. Sie hatten keine Augen, keine Gesichter und waren doch irgendwie menschlich. Glieder formten sich aus dem roten, blutenden Gewebe, drängten gegeneinander, lösten sich aneinander wieder auf. Riesige Torsi entstanden, schoben, drängten sich zuckend gegeneinander. Blut strömte aus dunklen Höhlungen, die sich öffneten und wieder schlossen. Das war die Welt, eine endlose Prozession aus Blut, Gewebe und Muskeln, unauflösbar miteinander verschlungen, rastlos, ruhelos, unaufhörlich gequält. Und in ihr Geräusche, ein tiefes Stöhnen, das Schmerz und Ekstase mit einem tierischen Grunzen vermengte. Daneben Worte, reale Worte, Worte, die Katharina nur ansatzweise verstand. Worte, die sie wegen der Wirkung fürchtete, die sie auf sie ausüben könnten. Sie sah, wie sich zwei Phantome im Zentrum ihres Albtraums wandten, nacheinander griffen, manchmal fast menschlich wirkten. Dann wieder eine Masse aus Sehnen und Fleisch zu sein schienen. Dann trennten sie sich und nahmen flüchtig eine schwach erkennbare Gestalt an. Arme formten sich aus der Masse, lang und fleischig, und jeder lief in einem rötlichen, von Venen und Arterien durchzogenen Ende aus. Da war ein Kopf, ein Körper, Beine massig wie Baumstämme. Von irgendwoher kam ein hohes Lachen, aber nein, es klang zu gezwungen, zu hastig, zu mechanisch. Es hatte auch etwas Flüssiges an sich, dachte sie, und glaubte einen Moment lang, den Verstand zu verlieren. Dann umarmten sich die Wesen, ausgesprochen obszön. Ein Phantom fiel auf den Rücken. Die stämmigen Beine spreizen sich und enthüllten im Schritt eine riesige blutrote Öffnung. Das andere Phantom veränderte die Form, wurde zu etwas massivem, bedrohlichem. Es beugte sich vor, auf das Loch zu, drang ein, stieß rhythmisch zu und schrie, selig erschauernd, ekstatisch. Die Welt erbebte, bestand nur noch aus dem Bild der zwei Wesen, die einander verzehrten. Sie sah zu, wie sich das untere Phantom teilte, von seinem Partner in zwei Stücke gerissen wurde, um sich dann mit ihm zu einer einzigen zuckenden Fleischmasse zu vereinen, die in den Wogen von Blut herumrollte, das von allen Seiten auf sie einströmte, ein rotes, heißes Meer von einer Hitze, die sie auf ihrer Haut spüren konnte, mit einem Geruch, in dem sich Blut mit etwas anderem mischte, einer fundamentalmenschlichen Essenz. Katharina kniff die Lieder zusammen, aber die Obszönität blieb. Sie öffnete die Augen, sah zum Himmel empor, zu Gott. Es war eine klare, wolkenlose Nacht. Hell funkelten die Sterne in der blau-schwarzen Dunkelheit. Unbekannte Formen, konstellationen, die sie nicht erkannte. Sie hatte die Welt hinter sich gelassen. Das Universum. Im Zentrum des Firmaments glomm etwas Helles auf, kam näher. Jetzt konnte sie erkennen, was es war. Eine Taube von einem so strahlenden Weiß, dass sie das Gefühl verspürte, die Augen davor schützen zu müssen. Sie kam näher, und nun vernahm sie ein monotones Geräusch, den beständigen, hohen Ton eines Instruments, das sie nicht kannte, das aber von allen Seiten auf sie einzudringen schien. Die Taube kam näher. Mit langsamer, fast träger Regelmäßigkeit bewegte sie ihre Flügel. Sie konnte jede Feder erkennen. Sanft bewegten sie sich durch den Luftstrom vor und zurück. Die Flügelspitzen waren durchscheinend, ließen die Sterne hindurchschimmern. Sie kam näher, immer näher, bis sie unvorstellbar langsam über ihr schwebte, nur Zentimeter von ihrem Gesicht entfernt war und sie mit einem Auge ansah. Katharina konnte die Luft spüren, die sie mit ihren sanften Flügelschlägen verdrängte. Konnte jeden Quadratzentimeter des makellosen Körpers betrachten. Die Taube strahlte ein blendendes, reines Leuchten von übernatürlicher Intensität aus, strahlte es ganz nah vor ihrem Gesicht aus, verwirrte sie mit ihrem Glanz. Katharina betrachtete den Kopf. Der Schnabel hatte das satte Gelb von gereiftem Mais. Die Taube hielt den Kopf völlig reglos, während sich ihre Schwingen ganz langsam bewegten. Von dem Tier ging eine Würde aus, eine Majestät, die sie mit Ehrfurcht erfüllte. Sie blickte das Auge an, und nur dort konnte sie einen Makel entdecken. Es war dunkel, mit einem schwach-weißen Rand um die Iris. Katharina starrte es an und erkannte dann mit einem Schock, den sie sich nicht erklären konnte, dass der Vogel blind war. Wenn er Gott war, dann ein Gott, der nicht sehen konnte. Und das kam ihr entsetzlicher vor als alles andere in ihrem Albtraum. Sie starrte ihm in das tiefe, schwarze Auge, suchte nach einem Erkennen. Doch das blieb aus. Dann veränderte sich etwas. Das schwarze Zentrum schien das Aussehen zu verändern, noch dunkler zu werden. Jetzt war es eine winzige Masse wirbelnder Flüssigkeit, die den Farbton wechselte, je länger sie es anstarrte. Katharina starrte wie gebannt hin, als sein Nadelspitzen großer Blutstropfen im Zentrum der Retina erschien. Er wurde größer, sah jetzt aus wie ein scharlachroter Strudel, wurde immer größer. Ein Tropfen fiel aus dem Auge des Vogels, befleckte das makellose Gefieder auf seiner Brust. Katharina schrie, aber kein Laut kam über ihre Lippen. Der Vogel war kein Gottesbote mehr. Seine Augen waren rote Höhlen. Unablässig tropfte Blut aus dem maisgelben Schnabel, durchscheinende rote Perlen vorsamt dunklem Himmel. Katharina verbarg die Augen hinter den Händen, aber die Vision blieb, forderte, betrachtet zu werden. Sie blickte durch ihre Finger. Sie waren mit Blut bedeckt. Seinem Blut. Der Vogel öffnete den Schnabel. Weit, weiter als überhaupt möglich. Seine Kehle war ein Bassin heftig strudelnden Rots. Das Geräusch von Schwingen, größeren Schwingen. Schwarze Schatten schwebten über ihr und der Geruch war wieder da. Übel, ekelerregend und doch irgendwie entsetzlich menschlich. Diesmal schrie die Taube auf und sie hörte sich an wie ein angstvolles, schmerzgepeinigtes Kind. Katharina sah, wie ihr Kopf in einer Masse geronnenen Bluts explodierte. Es spritzte ihr ins Gesicht, drang in ihren Mund. Sie spürte ihr Hirn auf der Zunge. Die Welt wurde schwarz, weiß, dann rot. Sie fühlte sich auf den Kopf gestellt und durch einen langen, schmalen Tunnel in die Hölle geschleudert. Licht. Helles, grelles Licht. Sie war wach. In ihrem Zimmer. Es war morgens. Durch die geöffneten Fenster drang die Sonne herein. Von der Straße kamen laute, unbekannte, bedrohliche Geräusche. Sie sah an sich hinunter. Eine riesige Lache halbgetrockneten Blutes durchdrängte ihr Nachthemd von der Taille bis zu den Knien. Laken und Matratze unter ihr waren ruiniert. Sie befühlte sich. Das Blut war warm und klebrig, aber es lief nicht mehr. Sie war nicht krank. Das war normal. Sie betrachtete die bräunlichen Blutklümpchen an ihren Fingern. Sie roch daran und verspürte fast so etwas wie Hochachtung. Im Zimmer hatte sich nichts verändert. Die Welt nur geringfügig. Sie hatte überlebt. Es hatte Rufe gegeben, Schreie, dessen war sie sicher. Aber niemand war zu ihr gekommen. Niemand. Wieder betrachtete Katharina ihre vierzehnjährigen Finger und dachte, ich bin Gott begegnet und er hat mich im Stich gelassen. Ich habe meine Familie geliebt und sie hat mich im Stich gelassen. Ich blute, aber nur ich bemerke es. Doch ich bin eine Lucena und werde mich nicht unterkriegen lassen. Sie ließ sich ein Bad ein und blieb eine gute halbe Stunde in der Wanne liegen, kam nach Seife duftend aus dem Wasser, trocknete sich ab, zog sich ein frisch gebügeltes weißes Kleid an, ging zum Frühstück hinunter und lief danach durch jedes Zimmer. Sie hörte ihren beklommenen, angstvollen Gesprächen zu, beobachtete sie mit einer Spur von Herablassung. Sie hatten keine Ahnung, konnten nichts sehen. Gegen zehn Uhr war sie in ihr Zimmer zurückgekehrt, der angespannten, fast hysterischen Stimmung überdrüssig, die das ganze Haus erfasst zu haben schien, voller Scham über ihre Angst. Sie hatte sich ihr Lieblingskneid aus weiß-rosa Batist angezogen und ein wenig gemalt. Den Patio von ihrem Fenster aus, mit den durch die Äste fallenden Sonnen Strahlen, den honiggoldenen Steinen der Mauer. Auf den Lärm der Straße hatte sie nicht mehr geachtet. Der war inzwischen belanglos. Inzwischen hatte sie ein neues Buch angefangen, entführt von Robert Louis Stevenson und mit ihm eine andere Welt betreten. Sie war eingeschlafen, hatte geträumt. Irgendwann gegen Mittag hatte Lärm Katharina Lucena geweckt. Sie war hinuntergegangen, hatte in den Patio geblickt und war stumm und entsetzt zurückgewichen, weil ein anderes, lauteres Geräusch in ihre Welt eingedrungen war. Als sie die Taube aus dem Himmel herabflattern sah, kopflos und Blut überströmt, erkannte sie so plötzlich und erschüttern, dass sie sich übergeben musste. Der Albtraum war diesmal Wirklichkeit. Kapitel 23 Es waren mindestens ein Dutzend Männer in der Kleidung der Landarbeiter. Groben Jacken, derben Drillichhosen. Sie trugen Gewehre über der Schulter oder bedrohlich im Anschlag. Gewaltbereitschaft klebte an ihnen wie Fliegen an einem toten Tier. Als ihnen Katharina in die Augen blickte, sah sie dort nichts weiter als die vage Andeutung dumpfen Hasses. Entsetzt machte sie sich bewusst, woran sie sie erinnerten. An eine Jagdgesellschaft. Sie trieben die Familie auf die Ladefläche eines geschlossenen Lastwagens. Dort, in der stickigen Dunkelheit, konnte Papa es nicht über sich bringen, einen von ihnen anzusehen. Er starrte die metallene Wagenwand an. Hin und wieder fiel Licht durch die vergitterten Fenster auf sein Gesicht. Er schien irgendwo anders zu sein. Einer der Jungen, Fernando glaubte sie, sagte etwas, und ein Bewacher schrie ihn an, fuchtelte mit seinem Gewehr. Danach schwiegen sie, während das Fahrzeug durch die Straßen holperte, schwiegen bis auf ihre Mutter, die mit den Händen vor dem Gesicht leise vor sich hin schluchzte. Wenn sie uns töten wollen, dachte Katharina, warum dann nicht schon im Haus? Warum bringen sie uns irgendwo hin? Das ergab doch keinen Sinn. Aber das Töten von Menschen machte schließlich nie Sinn. Katharina spürte, wie langsam, aber bestimmt Empörung in ihr hochkam. Nicht über das, was geschehen war oder noch geschehen konnte, sondern über die Stupidität des Ganzen. Männerspielchen. Diese Formulierung hatte ihre Mutter in der Nacht gebraucht, als sie Papa vorwarf, Partei ergriffen zu haben. Es waren Männerspielchen, und sie waren unglaublich, unbeschreiblich stupide. Der Lastwagen schüttelte sie durch, stundenlang, so kam es ihr wenigstens vor. Sie spürte, wie sich die Luft veränderte, als sie die Stadt hinter sich ließen. Die Gerüche von Pferden und Autoabgasen wurden durch die von Äckern, Dünger und Erntereifem Getreide ersetzt. Auch die Geräusche veränderten sich. Die Vögel hörten sich anders an. Die Abstände zwischen ihrem Gezwitscher wurden länger. Nach und nach hörte es ganz auf. Und dann bog der Wagen scharf nach rechts ab, holperte kurz über eine unebene Piste und hielt an. »Bitte,« flehte Katharina, »öffnet die Türe nicht. Macht euch einen Spaß mit uns. Lasst uns hier drinnen in unserer Angst schmoren. Die ganze Nacht, wenn ihr wollt. Lasst uns hier in unserer Furcht verrecken. Amüsiert euch über uns. Auf eure Männerart.« Die Türen öffneten sich. Licht fiel in den Lastwagen. Grell, hart, und sie blickten in eine trostlose, grausame, öde Landschaft hinaus. Katharina hörte ihre Mutter einen Schrei ausstoßen, so verzweifelt, dass sie unwillkürlich erschauerte und spürte, wie ein kollektives Grauen sie umfasste, wie ein weiches, alles bedeckendes Cape. La Soledad. Die Einöde. Das Lager war in einer flachen Senke auf unfruchtbarem Boden vor den Stadtgrenzen errichtet. Die Landschaft war kahl und abweisend. Felsbrocken, Staub und Sand. Sie standen vor den Doppeltüren, die sich nun öffneten, um sie einzulassen. Rechts, in einiger Entfernung, stand ein weißes Bauernhaus. Daneben gab es eine umzäunte Rinderweide sowie, noch ein bisschen ferner, eine der Übungsarenen, in denen die Bauern ihre Tiere prüften, die Schnellen von den langsamen trennten, die Verwegenen von den Vorsichtigen. Eine Gruppe magerer Stiere stand auf der Weide, keuchten mit offenen Mäulern in der reglosen Sommerluft. Sie sahen nicht aus wie Tiere für die Arena. Sie waren dürr und teilnahmslos. Die Knochen ihrer Hinterläufe starken Spitz aus dem Fell. Hier gibt es weder Spaß noch Spiel, Katharina. Der Gedanke flog sie aus dem Nichts an, und ein Schauer lief ihr über den Rücken. Sie fühlte sich wieder feucht und wagte nicht nachzusehen, ob es sich zeigte. Bevor sie durchs Tor gedrängt wurden, sah sie sich noch einmal nach dem kleinen Bauernhof um. Am baufälligen Zaun der kleinen Übungsarena hingen die Utensilien einer Currida. Lanzen, Scheuklappen, Pfeile mit verblichenen Bändern steckten nachlässig im Holz. Im Sand entdeckte sie einen dunklen Fleck, der frisch zu sein schien. Sie schüttelte den Kopf, wollte noch einmal genauer hinsehen, aber ein Arm stieß sie grob weiter. La Soledad sah aus wie aus Strandgut zusammengeschustert. Die äußere Umgrenzung wies in etwa die Form einer Pferderennbahn auf. Ein langgezogenes, an den Ecken abgerundetes Rechteck. Der Zaun wirkte unüberwindlich. In den Boden gerammte Pfähle, mindestens vier Meter hoch, mit hölzernen, palmwedelgedeckten Wachtürmchen an jeder Ecke, die über Leitern zugänglich waren. Aus jedem Postenausguck lugte der lange, silbergraue Lauf eines Maschinengewehrs, eine karkige kleidete Gestalt dahinter. Unterhalb des dem Haupttorn nächsten Postentürmchens stand eine kleine Hütte. Eine Fahne der Verlange hing schlaff aus einem der Fenster. Innerhalb des Zauns standen verstreut niedrige Hütten, zwanzig vielleicht, baufällige Konstruktionen aus Metallschrott, Holz, Stroh und gelegentlich Backstein. Vor einigen von ihnen ein Sonnenschutz aus Palmwedeln auf Bambusstöcken. In ihrem Schatten lagerten Männer und Frauen auf der Erde. Stumm, starr, leblos. Stühle gab es nicht. Kein Laut war zu hören. Katharina konnte Fäkalien riechen. In einer notdürftigen Bretterwand schien sich eine offene Latrine zu befinden. Die Familie hatte das Lager gemeinsam betreten, wurde aber sehr schnell getrennt. Die Männer mit den Gewehren wiesen Katharinas Eltern eine braune Hütte in der Nähe der Latrine zu. Die Kinder wurden zur anderen Seite des Lagers gedrängt, zu einer Hütte, die aussah wie ein ehemaliger Schweinestall. Verstohlen befühlte sich Katharina, spürte die Feuchtigkeit zwischen ihren Beinen und fragte sich, wie sie damit fertig werden sollte. Es gab keine Dienstboten, keinen Hinweis auf Wasser. Sie hatten die Hälfte des Lagers halb durchquert, als sie ihn sah. Vor der Hütte mit der Flagge. So gelassen, wie er da saß, langsam auf seinem Stuhl hin und her schaukelte. Eine Zigarre zwischen den Lippen sah er aus, als besäße er irgendeine Art von Autorität. Sie bemerkte, dass er sie musterte, spürte die unangenehme Zudringlichkeit seiner Blicke, wandte sich ab. Inzwischen befand er sich hinter ihr. Sie konnte so tun, als gäbe es sie nicht, ihren Geschwistern in die Hütte folgen, den Mund halten und tun, was man ihr sagte. Sie könnte es tun. Einer der Bewacher befahl ihnen, stehen zu bleiben. Sie blickte hoch. Über ihnen kreisten dunkle Schatten in der Sonne. Sie hatte überwältigenden Durst. Sie kniff die Augen zusammen, und als sie sie wieder öffnete, stand er vor ihr, sah sie an, lächelte. Das Schweigen um sie dröhnte in ihren Ohren. Der Mann fragte den Bewacher nach ihren Namen. Als der sie nannte, lächelte er. »Wie alt bist du?« fragte er Katharina. Sie schluckte. In der Hitze fiel es ihr schwer. »Vierzehn, Senor«, sagte sie. »So, so«. Hoch ragte er vor ihr auf, verstellte die Sonne. Sie wollte ihn ansehen, schaffte es aber nicht. »Du siehst nicht sehr gut aus, Katharina.« »Ich würde gerne einen Schluck trinken, Senor, wenn das möglich ist.« Er lachte. »Es ist möglich. Komm!« Der Bewacher funkelte ihn zornig an. »Antonio?« Der Mann wandte sich ihm zu, und zum ersten Mal konnte ihm Katharina ins Gesicht sehen, das sie überraschte. Antonio sah aus wie ein Filmschauspieler. Hohe, feingeschnittene Wangenknochen, klare, leicht gebräunte Haut, dunkle, intelligente Augen, ein schwarzer, schmaler Schnurrbart. Er sah aus wie die Männer, die sie im Kino gesehen hatte. Tapfere, verwegene, ehrenhafte Männer. Sie konnte ihren Blick nicht von ihm reißen. »Überschreite deine Grenzen nicht, amigo,« sagte Alvarez kalt. Der Bewacher kniff die Lippen zusammen. »Komm!« Sie liefen quer durch das Lager, er voran, sie hinterher. Ein verwirrtes junges Mädchen in einem rosa-weißen Batistkleid. Er rief den Wachtposten am Tor knapp einen Befehl zu. Zögernd öffneten sich die Plankentüren. Sie folgte ihm zu dem kleinen weißen Bauernhaus, warte während der ganzen Zeit den gleichen Abstand. Als sie auf der Veranda standen, zog er einen Schlüssel hervor und öffnete die alte Holztür, deren dunkelblauer Anstrich verblichen war. Er machte einen Schritt zur Seite, um sie eintreten zu lassen. Drinnen war es kühl und dunkel. Antonio Alvarez ging zum Fenster und zog den verschlissenen Vorhang auf. Licht strömte in den Raum. Sie sah einen Schreibtisch voller Papiere, ein paar Stühle, ein altes Sofa, eine Schüssel mit Wasserkrug auf einem niedrigen Tisch. Links stand eine Tür halb offen, dahinter ein Doppelbett, ungemacht. Er trat an den Tisch und goss Wasser in ein Glas. »Wir haben auch Wein hier, Katharina, und Weinbrand.« Sie schüttelte den Kopf, stürzte das Wasser hinunter, schwieg. Der Raum schien grenzenlos zu sein, mit tiefen Schatten in den Ecken. Da war ein Schaler, organischer Geruch, den sie nicht definieren konnte. »Bist du krank?« »Signor?« Sie sah ihn an und versuchte, so jung wie möglich zu wirken. »Du siehst krank aus. Auf deinem Kleid ist Blut.« Wieder schüttelte sie den Kopf. »Das hat nichts zu bedeuten, Signor. Ich bin nicht krank. Ich würde jetzt gern zu meiner Familie zurückkehren.« Alvarez drehte sich um und zündete eine Petroleumlampe auf dem großen Schreibtisch an. Gedämpftes, gelbes Licht fiel in die düsteren Ecken des Zimmers. »Weißt du, was ich vor dem Krieg gemacht habe?« »Nein, Signor.« »Ich habe in einem Krankenhaus gearbeitet und kranken Menschen geholfen. Menschen, die geblutet haben. Wie du. Ich helfe noch immer Menschen, und das ist gut. Alles, was ich dir sage, dir rate, Katharina, wird gut sein. Alles. Aber ich bin nicht krank, Signor. Das passiert einfach. Es ist keine Krankheit.« »Nein«, sagte Alvarez. Er zog die Vorhänge zu, ging zur Tür und verriegelte sie. »Aber du solltest immer tun, was ein Arzt dir rät, Katharina.« »Hat dir das deine Mutter denn nicht gesagt?« In dem Licht konnte sie nicht deutlich sehen. Im schummrigen Lichtschein der Lampe bewegte er sich vor ihr hin und her. Dann spürte sie seine Arme um sich. Seinen Atem. »Hab keine Angst«, sagte er. Sie fühlte, wie er ihr das Kleid auszog und ließ sich stumm von ihm ins Schlafzimmer führen. »Von mir wirst du nur Gutes erfahren«, sagte er. Aber sie schrie über die Schmerzen, die er ihr zufügte. Schrie, bis er ihr den Mund mit der Hand verschloss, in sie hineinstieß, immer wieder stieß und ihren Körper mit einer brutalen Pein füllte, die kein Ende zu nehmen schien. Dann schrie auch er. Die Welt wurde dunkel, drehte sich, schien eher Traum als Wirklichkeit. Sie befanden sich an einem Ort, an dem Gut und Böse nebeneinander existierten, untrennbar waren. Sie waren gemeinsam dorthin gelangt. Er wirkte ausgelaugt. Sein gutes Aussehen war verschwunden. Sein Atem kam in kurzen, keuchenden Stößen. Sie fühlte mit der Hand zwischen ihre Beine, wo jetzt eine Blutlache war, befühlte sein steifes Ding, das noch immer in ihr war, und fragte sich, was sie getan hatte, warum das geschehen war. Er entzog sich ihr, drehte sich auf den Rücken und wischte sich mit dem Betttuch ab, automatisch, ohne nachzudenken. Sie blickte an sich hinunter und versuchte im dämmerigen Licht zu sehen, was mit ihr geschehen war. Es gelang ihr nicht. Er atmete wieder regelmäßiger, sah zur Decke empor. Dann setzte er sich auf, schwang die Beine vom Bett und begann, sich die Hosen anzuziehen. Sie wollte etwas sagen, sich entschuldigen. Sie fühlte sich auf eine Weise an ihn gebunden, die sie nicht verstand. Er stand auf, schloss seinen Gürtel, schob die Hände in die Taschen und blickte lächelnd auf sie herunter. Seinen Gesichtsausdruck konnte sie nicht deuten. Plötzlich, aus dem Nichts heraus, überkam sie ein brennender Schmerz, ein schreckliches Wundgefühl. Sie legte ihre Hand auf die Stelle, drückte sanft zu, fing an zu weinen. Er beugte sich über sie, fasste sie unter das Kinn. »Wenn du tust, was ich dir sage, wird dir nur Gutes geschehen, dir und deiner Familie. Wir befinden uns in einem Krieg. Wir balancieren auf einem schmalen Grad zwischen Leben und Tod. Wir können einander am Leben erhalten, wenn du tust, was ich dir sage.« Sie nickte und fragte sich, ob sie den Kopf freiwillig bewegte oder durch seinen festen, schmerzenden Griff dazu gezwungen wurde. Tränen brannten in ihren Augen. Sie wischte sie mit der Bettdecke fort. »Nebenan ist ein Bad. Das kannst du benutzen. Ich werde die Tür hinter mir verschließen. Dann bist du ungestört. Während ich fort bin, werde ich mich darum kümmern, dass es deiner Familie an nichts fehlt.« Er sah wieder gut aus. Ein bisschen wie jemand, den sie im Kino gesehen hatte. Ein Amerikaner. In dem Film hatte er einen Piraten gespielt. Die Tür schloss sich. Inzwischen war es im Zimmer nahezu dunkel. Nur schmale Lichtstreifen fielen durch die geschlossenen Vorhänge vor den kleinen, quadratischen Fenstern zu beiden Seiten des Raums. Sie stolperte in das Badezimmer, ließ kaltes Wasser in die Wanne, wusch sich, langsam wie abwesend. Dann kroch sie ins Bett zurück und schlief ein. Kapitel 24 Es war früher Abend. Draußen hörte sie Laute von Tieren. Nur von Tieren? Nein, da waren auch menschliche Stimmen. Irgendwo in einiger Entfernung unterhielten sich Männer aufgeregt miteinander. Die Worte konnte sie nicht verstehen, nahm aber die Anspannung in ihren Stimmen wahr. Katharina verließ das Bett, zog ihr rosa-weißes Batistkleid an und sah sich im Haus um. Es war eine kleine Bauernkarte. Ein Schlafzimmer, ein Wohnraum, ein winziges Bad, eine kleine Küche. Die Haustür und der Hinterausgang durch die Küche waren innen verriegelt. Sie wagte nicht nachzusehen, ob sie auch verschlossen waren. Vor jedem Fenster ein verschlissener Vorhang, der Licht und Hitze abhielt. An der Rückseite des Hauses zog sie einen beiseite und blickte ins Nichts, auf einen felsübersäten, kargen Hang. Ein paar Feigenkakteen kämpften in der ockerfarbenen Erde ums Überleben. Das einströmende Licht ließ den Wohnraum ein wenig besser überblicken. Überall war Männerkleidung verstreut, auf schäbigen Rohrsesseln, auf dem Boden, ein paar Weinflaschen auf einer verstaubten Anrichte. Das war keine x-beliebige Schlafbaracke. Hier wohnte ein Mann, ein Mann, der irgendeine Befehlsgewalt über die anderen da draußen zu haben schien. Der Schmerz hatte sich in ein dumpfes, leichtes Brennen verwandelt. Auf gewisse Weise war sie sogar stolz darauf. Was geschehen war, hatte nichts mit ihrem früheren Leben, mit seinen engen Grenzen, seinen bequemen Belanglosigkeiten, seiner aseptischen Atmosphäre zu tun. Das alte Leben hatte nicht weitergehen können. Sie blutete, sie wurde etwas ganz Neues, auch wenn ihre Familie, selbst ihre Mutter sich weigerten, diese Tatsache zur Kenntnis zu nehmen. Nur Antonio, er war der Einzige, hatte die Veränderung bemerkt. Er hatte sie gesehen, ihre Bedeutung erkannt und sie in eine neue, grausame Welt eingeführt. Eine Welt von Schmerzen, Blut und geheimnisvollen Empfindungen. Eine neue Wirklichkeit, die sie trotz aller Leiden faszinierte. Sie bemühte sich, an ihre Familie zu denken, wollte versuchen, ihr zu helfen. Aber das Bild dieses Mannes wollte ihr nicht aus dem Kopf gehen. So mächtig war es. Und das Bild dessen, was sie gemeinsam getan hatten, so seltsam, so fundamental, so real. Wenn sie jetzt daran dachte, es im Durcheinander der Bilder und schmerzlichen Empfindungen in ihrem Kopf bewertete, erkannte sie, dass es eine Art Tür in eine neue Realität war, eine dichtere, wesentlichere Welt als die, die sie an diesem Morgen für immer hinter sich gelassen hatte. Sie hob die Hände. Sie zitterten nicht. Sie war eine Lucena. Die Stimmen draußen wurden lauter. Katharina blickte zum Vorderfenster hinüber, aber die zerfransten Vorhänge verwehrten jede Sicht. Neben dem Fenster stand ein einfacher Holzstuhl. Sie zog ihn zur Mitte des Fensters, zum Spalt zwischen den Vorhängen, kniete sich auf ihn, beugte sich vor und schob die beiden Stoffbahnen ein wenig auseinander. Ein muffiger Geruch stieg ihr in die Nase. Sie suchte nach der Ursache und stellte fest, dass es der Vorhang selbst war. Schmutz, Feuchtigkeit und Vernachlässigung hatten im Lauf der Jahre ihre Spuren im Stoff hinterlassen. Sie spähte durch den Spalt und sah die Sonne tief am Himmel stehen. Sie konnte bis hinüber zum Lager blicken. Die Tore waren geschlossen. Sie fragte sich, wie es ihrer Familie erging. Ob ihren Eltern gestattet worden war, sich mit ihren Geschwistern zu treffen. Ob sie überhaupt an sie dachten. Vor dem Lager, in der Nähe der Stierweide und der Übungsarena standen Gruppen von Männern zusammen und redeten mit den gedämpften, aufgeregten Stimmen miteinander, die sie schon beim Erwachen gehört hatte. Noch immer standen sie zu fern, um ihre Worte verstehen zu können. In der Ferne, hinter ihnen, konnte sie Bewegung in der Übungsarena ausmachen. Jemand schob ein Gerät vor sich her, das sie schon einmal gesehen hatte, auf einer Ferienreise, irgendwo auf einer Hacienda. Ein Gerät, das sie für einen Angreifer hielt. Hörner auf Rädern, die sie zum Üben benutzten. In der Arena bewegten sich ein paar Leute. Was sie da machten, war nicht zu erkennen. Langsam ließ Katharina die Vorhänge zusammenfallen und kletterte vom Stuhl. Plötzlich hatte sie Hunger. Ihr Magen war zu einem riesigen, schmerzenden Loch geworden. Sie sah in der Küche nach und fand einen Leib trockenes, hartes Brot, ein wenig Käse, alten Schinken. Sie zog die Schublade des Holztisches auf, entdeckte ein scharfes, kleines Messer und begann mit ihm an den Lebensmitteln herumzusäbeln. Sie schnitt einen Hauch Käse ab, etwas Schinken und eine dünne Scheibe Brot. Sie rollte Käse und Schinken zusammen, legte sie auf das Brot und klappte es zusammen. Es war so trocken, dass sie fast daran erstickte. Sie trank einen Schluck Wasser aus dem Krug. Es war lauwarm und schmeckte abgestanden. Dann setzte sie sich und wartete auf seine Rückkehr. Später, als sie sich in der nervösen Stille des Hauses in Keres erholte und sich fragte, ob sich das Klima ändern würde und sie nach La Soledad zurückkehren müsste, versuchte sie, die Tage zu zählen. Vielleicht waren es dreißig gewesen, vielleicht auch mehr. Ein Tag ging in den nächsten über, nahtlos, wie zusammengeschmolzen, Tag und Nacht unauflöslich miteinander verbunden. Sie wurde wach und aß etwas. Er brachte Lebensmittel mit, ließ sie auf dem Tisch zurück. Brot, Käse, gelegentlich Orangen. Sein Leben verlief nicht in konventionellen Bahnen. Das hatte sie sehr schnell erkannt. Manchmal war er da, wenn sie erwachte, weil die Sonne gegen die Vorhänge im Schlafzimmer schien. Dann lag er nackt neben ihr, mit Bartstoppeln auf dem Kinn, den Wangen. Sie sah ihn an, wie er schlief und dachte daran, wie weh die Stoppeln ihrem Gesicht, ihren Schultern getan hatten, als er sich auf sie wälzte, in sie eindrang. Wenn er schlief, dann so tief, dass nichts ihn wecken konnte. Wenn sie in die Küche gehen würde, das kleine Messer aus der Schublade holte, zurückkehrte und ihm die Kehle durchschneiden würde, von einem Ohr zum anderen, das Blut die Bettwäsche tränken würde. Würde er erwachen und sie mit dem in der Sonne funkelnden Messer über sich entdecken? Nein, sie glaubte es nicht. Es wäre also möglich. Aber sie tat es nicht. Sie hätte einen Mann töten können, davon war sie überzeugt. Aber nicht ihn. Zwischen ihnen bestand eine Beziehung, die sie respektierte. Er beschützte sie, und wenn es zunächst auch eine Vergewaltigung gewesen war, so hatte sich das im Lauf der Tage geändert. Jetzt wartete sie, freute sich auf ihn. Er unterwies sie, sorgte für sie, war Beschützer und Liebhaber zugleich, und dafür war sie dankbar. Manchmal tat er Dinge, berührte ihre kleinen Brüste, küßte die Brustwarzen und wartete darauf, dass sie anschwollen, steif wurden, die ihr das Gefühl vermittelten, anders zu sein, erwachsen, eine Frau. Es hatte einen Moment gegeben, schon recht früh, als sie sich bewusst machte, dass sie es sich wünschte. Enttäuscht wäre, wenn er einfach herumrollen und einschlafen würde, wie er es mitunter tun wollte, wenn er, wie so häufig, erschöpft, besorgt und abwesend wirkte. Als es zum ersten Mal geschah, hatte sie seine Brust berührt, die weichen, schwarzen Haare gefühlt, die Wärme seiner Haut, hatte ihre Hand hinunterwandern lassen zwischen seine Beine und zu ihrer Überraschung festgestellt, dass es anschwoll und hart wurde. Sie hörte, wie sich sein Atem veränderte, und dann, ohne darüber nachzudenken, was sie tat, hatte sie ihn dort geküsst. Es war eine Tat der Komplizenschaft und konnte, einmal vollzogen, nicht zurückgenommen werden. Er befahl ihr, das Haus nicht zu verlassen. Er verschloss es jedes Mal, wenn er ging. Sie hörte den Schlüssel im Schloss und versuchte, nie zu fliehen. Sie konnte nirgendwo hin und wollte ihn ohnehin nicht verlassen. Das dämmerige Bauernhaus wurde ihre Welt, ihr Universum. Die Tage zogen sich scheinbar endlos hin. Nur selten kam er vor der Abenddämmerung zurück. Die Nächte verbrachten sie in enger Umarmung, schwitzend, keuchend, wie benommen von der harten, schmerzlichen, berauschenden Faszination, die sie aneinander fanden. Sie begann, sich um das Haus zu kümmern, seine Kleidung in Ordnung zu halten. Jeden Morgen, bevor er sie verließ, brachte er Wasser herein, damit sie etwas waschen konnte, ein paar Lebensmittel. Sie lernte, die Eier zu braten, die er, noch nestwarm, von den Hühnern holte, die sie draußen gackern hörte. Es verging mindestens eine Woche, bevor sie nach ihrer Familie fragte. Sein Gesicht verdüsterte sich. Er wandte den Blick ab, und sie hasste sich die Frage gestellt zu haben. »Wenn du dich ruhig verhältst,« sagte er schließlich, »wenn du tust, was ich dir sage, kann ich dich am Leben erhalten, Katharina. Es gibt wahnsinnige Männer hier in La Soledad. Sie tun Dinge, die ich nicht verhindern kann. Sie würden mich umbringen, wenn ich es versuchte. Du musst Geduld haben. Wenn die Kämpfe in der Stadt ein Ende finden, und lange kann das nicht mehr dauern, dann wird alles sehr viel sicherer werden. Aber dränge mich nicht. Stell keine Fragen. Bleib vor allem im Haus. Mach sie nicht auf dich aufmerksam. Ich versuche mein Bestes für deine Familie.« Das Zögern in seiner Stimme entging ihr nicht. »Und für mich?« »Und für dich. Immer.« Sie lächelte. Es stimmte. Sie beide gegen die ganze Welt. Das hatte sie längst gefühlt, und nun hatte er es bestätigt. »Mit mir hast du eine Vereinbarung, nicht mit meiner Familie,« sagte Katharina. Ihre Augen glitzerten in der Dunkelheit. Antonio Alvarez sah sie an und fragte sich, wodurch er die Veränderung bewirkt hatte, die er miterlebte. Sie sah jetzt älter aus. Sie trug ein bäuerliches Hemdkleid, das er eines Tages für sie gekauft hatte. Sie war noch immer knabenhaft schlank, aber ihre Brüste wuchsen, und sie konnte jederzeit als junge Frau eines Bauern durchgehen. Sehr hübsch und voller Leben. Er dachte an sein eigenes Leben in der Stadt und fragte sich, wie seine Gier ihn so weit hatte treiben können. Dann dachte er an die Nächte und daran, wie sich ihre Körper auf der harten Strohmatratze bewegten, an ihr Gesicht im Mondlicht, ihre geschlossenen Augen, die halb geöffneten Lippen, ihr leises, fast zwitscherndes Stöhnen. Es war unmöglich, und er verabscheute es länger, darüber nachzudenken. »Bleib im Haus. Verhalte dich ruhig. Halt dich von den Fenstern fern«, sagte er, stand vom Tisch auf, griff nach seinem Jackett und ertriegelte die Tür. Im flüchtigen Sonnenschein seines Abschieds hatte sie genickt. »Ja«, hatte sie gesagt. »Aber sie war noch immer ein Kind. Sie würde sich nicht daran halten.« Kapitel 25 Irgendetwas hatte sich da draußen verändert. Sie spürte es, wenn sie in seine Augen sah, hörte es den fernen Stimmen vor der verschlossenen Tür an. Es lag in der Luft. Die Atmosphäre war angespannter geworden. Antonio blieb noch länger vom Haus fort. Sie vermisste ihn. An manchen Abenden war er so erschöpft, dass er sofort einschlief und erst wieder erwachte, wenn sie sich auf ihn setzte, die Beine um seine Taille schlang und ihm zärtlich zwischen die Beine griff. Aber auch das hatte sich zwischen ihnen verändert. Sein Interesse an ihr schien nachgelassen zu haben, seine Gedanken woanders zu sein. Auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck, den sie nicht verstand, der ihr nicht gefiel. Sie wagte nicht zu fragen, weshalb das so war, was draußen passierte. In La Soledad. Eines Abends blieb er noch länger aus als sonst, und sie langweilte sich, war gekränkt, fühlte sich vernachlässigt. Sie hatte seine Sachen gewaschen, etwas zu essen vorbereitet. Die Hälfte davon hatte sie gegessen, hatte von dem herben Rotwein getrunken, den er in grünen, unverkorkten Flaschen mitgebracht hatte. Er machte sie schwindelig, brachte sie auf wilde, verwegene Gedanken. Wenn sie zu viel davon trank, wurde ihr mitunter übel. Aber heute Abend nicht. Heute Abend machte er sie neugierig, mutig, rebellisch. Sie ging zum Vorderfenster, stieß den Stuhl zur Seite und schlüpfte hinter den Vorhang. Es war Nacht, aber ein prachtvoller silberner Vollmond stand am sternenfunkenden Himmel. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals einen so wundervollen Abend erlebt zu haben. Ruhig und still lag alles unter dem klaren, weißen Licht. Sogar das karge Land von La Soledad, die schäbigen kleinen Unterkünfte, die Pfähle der Umzäunung wirkten plötzlich ganz selbstverständlich. Sie erinnerte sich an eine Formulierung, die ihre Brüder verwendeten, wenn sie Soldat spielten. Alles vollständig angetreten. Genauso sah die Landschaft vor ihr jetzt aus. Alles an ihr, der zerklüftete, felsige Boden, die struppigen Feigen, Kakteen, die armseligen Baracken, alles wirkte perfekt an Ort und Stelle, als könnte es gar nicht anders sein. Hingerissen, verzückt, verträumt, starrte Katharina aus dem Fenster und hoffte, dass sich dieser Anblick nie ändern würde. Dann war ein Geräusch zu hören, das sie nie wieder vergessen würde. Da schrie ein Mensch, so schmerzgequält, so gepeinigt, so verzweifelt, dass sie glaubte, seine Qual an sich selbst zu verspüren. Es hörte nicht auf, dauerte an, ging immer weiter, wie der Schrei eines geschlachteten Tiers, und eine innere Stimme sagte zu Katharina, geh vom Fenster weg, denk nicht mehr darüber nach, geh schlafen. Doch das war unmöglich, nicht ohne mehr zu wissen. Wieder ertönten die Schreie, und obwohl die Nacht sehr heiß war, fröstelte sie. Katharina verließ das Fenster, trat an den Tisch, auf dem Antonio seine Unterlagen verwahrte, öffnete die kleine Aktentasche und holte ein Fernglas heraus. Erneut erschollen die Schreie, und sie ging zum Fenster zurück. Sie hatte das Fernglas noch nie benutzt, aber gesehen, wie er damit spielte, ans Fenster trat und schweigend etwas am fernen Horizont beobachtete, was sie nur vermuten konnte. Zunächst war die Handhabung ein bisschen schwierig, doch dann fand sie sich zurecht. Schon bald konnte sie die Einzelheiten der Tore erkennen, die Details der Felsformationen in der Ferne. Ihre Blicke kehrten zum Lager zurück, suchten nach einem Spalt, durch den sie in das Lager hineinsehen könnte. Doch da gab es nirgendwo eine Lücke. Das Schreien wurde schwächer. Sie schwenkte vom Zaun nach links, zur Rinderweide. Dort standen ein paar dunkle Gestalten, reglos. Sie wandte ihre Blicke noch weiter nach links zur Übungsarena. Die Umrisse von Männern und anderen Dingen nahmen Gestalt an, und sie hörte sich unwillkürlich aufstöhnen. Wieder meldete sich ihre innere Stimme. Wieder hörte sie nicht auf sie. Sie konnte Antonio sehen. Vom Mondlicht beschienen saß er in den obersten Bänken der dreireihigen Tribüne. Unter und neben ihm saßen etwa zehn weitere Männer und beobachteten das Geschehen im Sand der Arena. Ihre Minen konnte sie nicht erkennen. Sie bedauerte es nicht. Katharina richtete das Fernglas auf den Mittelpunkt der Arena. Ein Mann war an die Griffe des Angreifers gebunden. Der Mond beschien seinen Rücken, und sie nahm an, dass er bis zur Taille nackt war. Schlaff hing er über den Griffen, fast so, als würde er schlafen. Dann erschien von irgendwoher eine Gestalt mit kleinen Gegenständen in der Hand, an denen Bänder befestigt zu sein schienen. Die Gestalt lief auf den Mann zu, holte aus und schleuderte etwas von sich. Es flog durch die Luft und blieb im Rücken des Mannes stecken. Katharina sah den Kopf des Mannes hochzucken und bereitete sich auf den Schrei vor, der gleich darauf dünn durch die Nacht zu ihr drang. Von einer Seite der Arena näherte sich jemand auf einem kleinen Pferd. Er hielt eine Lanze in der Hand. Sie ragte über das Pferd hinaus, war zu groß, zu ungefügig, sah komisch aus. Sie hörte die Männer auf den Tribünenplätzen lachen. Langsam bewegte sich der Reiter auf die Mitte der Arena zu. Er sah gelangweilt aus. Er sah aus, als hätte er das bereits zu oft getan. Fast träge hob er die Lanze und stieß sie dem Mann zwei-, dreimal in die Seite. Der gehörnte Karren bewegte sich einen halben Meter. Die Männer auf den Bänken begannen zu schreien. Die Lanze hob sich, stieß erneut zu, und der Angreifer rutschte noch ein Stück weiter, bevor die an ihn gefesselte Gestalt wieder in sich zusammensackte. Das Geschrei wurde lauter, ungeduldig gereizt. Die Darbietung schien den Zuschauern nicht zu gefallen. Katharina betrachtete die Männer. Sie machten ihr Angst. Dann sah sie, dass Antonio die Hand zu einer Geste hob, deren Bedeutung sie nicht verstand. Beifall klang auf. Einer der Männer vor Antonio stand auf und betrat das Rund der Arena. Er trug etwas Langes, Dünnes in der Hand. Sie schloss die Augen, riss sie aber fast zwanghaft wieder auf. Es war ein Degen. Jetzt schrien sie, tobten, aber die an den Karren gebundene Gestalt blieb reglos. Vielleicht ist er bereits tot, dachte sie. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn er bereits tot ist. Der Mann mit dem Degen trat vor den gehörnten Karren. Er betrachtete die Gestalt, schüttelte den Kopf, stach mit dem Degen in den Oberkörper. Der Mann bewegte sich leicht. Der Mann mit dem Degen zuckte mit den Schultern. Dann hob er den Kopf des Opfers an, sah in das Gesicht und ließ den Kopf hart auf den Karren zurückfallen. Er hob den Degen, hob ihn so, dass das kalte Mondlicht die Klinge von der Spitze bis zum Heft auffunkeln ließ. Schrie auf und stieß zu, stach wie wahnsinnig in den Kopf, den Rücken, die Seiten und schrie, schrie, schrie. Doch das nahm Katharina kaum noch wahr. Auch sie schrie, so laut, dass zwei Bewacher mit gezogenen Pistolen auf das Haus zugerannt kamen. Sie hatte das Gesicht des Mannes erkannt. Das Gesicht des Mannes, der im Sand der Arena einen grauenhaften, qualvollen Tod starb. Es war das Gesicht ihres Vaters. Als sie gegen die Tür hämmerten und Antonio zuriefen, er solle ihnen den Schlüssel geben, zog sie sich langsam so weit wie möglich zurück, in die Küche, in der sie sie auf dem Boden hockend fanden. Mit tränenverschwollenem Gesicht, die Arme um die Knie geschlungen, sprachlos vor Schrecken. Schreiend zerrten sie sie aus dem Haus, ein junges Mädchen in Todesangst. Sie erinnerten sich nicht mehr daran, dass es Katharina Lucena war, ahnten nicht, dass sie vor ihrem Eindringen geistesgegenwärtig genug gewesen sein könnte, in die Tischschublade zu greifen, das kleine scharfe Messer herauszuholen und tief in der Tasche ihres einfachen Hemdkleides zu verstecken. Antonio saß noch immer in der obersten Tribünenreihe, mit dem Rücken zum inzwischen riesengroßen Mond. Sie wünschte verzweifelt in sein Gesicht sehen, es deuten zu können. Denn sie konnte es deuten. Das wusste sie inzwischen. »Lass sie los!« sagte er aus dem Schatten heraus. »Sie kann nirgendwo hin!« Dann kam er von der Tribüne herunter. Jetzt konnte sie sein Gesicht sehen. Es war kalt und ausdruckslos. Und plötzlich durchzuckte es sie. Es gibt zwei von ihnen. Zwei Antonius unter derselben Haut. Zwillinge. Einer hell, einer dunkel. Im Haus, in dem es Liebe, Wärme und Leidenschaft gab, lebte der Helle. Hier draußen, neben der Arena, dem Ort des Schreckens, herrschte der Dunkle. Und den sah sie jetzt an, mitleidlos, mit keinem anderen Ausdruck als dem einer leichten Enttäuschung. Die Männer scharrten sich um sie. »Sie hat es gesehen, Antonio!« sagte einer mit grober, unkultivierter Stimme. »Du musst sie auch töten! Wir könnten alle ins Gras beißen, wenn sie das ausplaudert!« »Du hast deinen Spaß gehabt! Jetzt ist es damit vorbei!« Er stieß den Fuß in den Sand, ignorierte sie. Er hatte Macht über sie. Das war offensichtlich. Spürbar. »Ich bin der Anführer. Ich sage, wann es vorbei ist!« »Sie hat es gesehen! Sie kann uns in große Schwierigkeiten bringen! Wenn man uns aus irgendeinem Grund schnappt und von diesen Dingen erfährt, sind wir tote Männer!« Er lachte. »Meinst du, das wären wir nicht bereits? Lasst uns allein! Bringt ihn weg! Ich werde mit dir reden!« Murrend gingen sie in die Arena, auf die mondbeschienene, schlaffe Gestalt eines Menschen zu. Antonio beugte sich vor, strich ihr über die Wange. Sie erschauerte. »Kind, Kind, ich habe es dir doch gesagt! Ich habe es dir gesagt! Warum hast du nur nicht auf mich gehört?« Sie weinte. Die Tränen füllten ihre Augen, liefen ihr langsam über das Gesicht. »Es ist mein Vater!« Sie wollte, dass er es verneinte, wusste aber, dass er es nicht tun würde. »Ja, sie sind alle tot, nur du nicht. Du hast Glück gehabt. Die letzte Lucena. Das hier ist ein Todeslager, Katharina. Weißt du, was das heißt? Verstehst du das? Wir beseitigen unsere Feinde, um sicherzustellen, dass wir nicht wieder gegen sie kämpfen müssen. Sie tun das. Wir tun es. Wie ich schon sagte, »Es ist Krieg!« Sie spürte, wie Zorn in ihr hochkam. »Feinde! Meine Brüder! Meine Schwester!« Er hob die Schultern. »Vielleicht heute noch nicht, aber dies ist ein Krieg, der über die Zukunft entscheidet. Wer weiß, was morgen sein wird. Bin ich deine Feindin?« Sie bemerkte, dass sie ihr nicht in die Augen sehen konnte. Antonio wandte sich halb ab und starrte zu den mondweißen Hügeln hinüber. »Du bist... Ich weiß auch nicht, was du bist. Du bist... Eine Quelle des Trostes. Deine Hure!« Er drehte sich wieder zu ihr um. Sie sah die Verärgerung auf seinem Gesicht. »Was für ein Wort von einer Dame deines Alters!« Er packte sie grob am Kleid und zerrte sie mit sich fort. »Komm mit! Ich werde es dir zeigen!« Sie liefen hinter die Arena. Ein paar Männer luden die Leiche ihres Vaters auf einen Karren. Sie wandte sich ab. Er ließ sie los. Sie folgte ihm schweigend. Es war noch eine Minute entfernt, aber der Geruch trieb ihr entgegen. Nie zuvor hatte sie Ähnliches gerochen. Ihr Magen revoltierte. Sie glaubte, sich erbrechen zu müssen. »Nicht weiter!« Er streckte den Arm aus, hinderte sie am Weitergehen, schien sich zu verwandeln. »Das ist wieder der Helle, Antonio«, dachte sie. Seine Stimme hörte sich weicher an. Sein Verhalten wirkte zugänglicher, sanfter. »Sieh hin!« Er deutete nach unten. Es war dunkel. Im Schatten vor ihnen erstreckte sich etwas tiefschwarzes, längliches, tief und unheilverkündend. Von dort kam der Geruch. »Hier!« Er griff in seine Jacketttasche und streckte ihr etwas entgegen. Es war eine schmale, batteriebetriebene Taschenlampe. Sie fingerte nach dem Bakelitschalter, fand ihn, deutete mit dem Lichtstrahl in die Richtung, in die er zeigte, keuchte kurz auf und schaltete wieder aus. »Hast du es gesehen?« Sie fuhr sich mit der Hand an den Mund. »Ihr war übel.« »Hast du es gesehen?« »Ja«, sagte sie und konnte an nichts anderes mehr denken. Körper über Körper, mit verdrehten, verrenkten Gliedern, stumpfen, leeren Augen, aufgerissenen Mündern. Es war eine Totengrube, der Ort, an dem sie die Opfer ihres Gemetzels versteckten. »Ich möchte gehen«, sagte sie leise mit ganz ruhiger Stimme. Er drehte sich um und sie folgte ihm. Sie liefen bis fast zur Arena zurück. Der Geruch nahm ab, verschwand aber nie ganz. Später glaubte sie, ihn noch wochenlang riechen zu müssen, vielleicht sogar jahrelang. »Da liegen sechzig, vielleicht siebzig Menschen, und ich weiß nicht, wie viele sie vor meiner Ankunft hier hineingeworfen haben.« Sie hustete, musste sich übergeben, beugte sich über einen trockenen Strauch und weinte lautlos vor sich hin. Er gab ihr ein Taschentuch, damit sie sich den Mund abwischen konnte. Es roch nach Waffenöl. »Warum?« fragte sie. »Weil«, er suchte nach einem Grund. »Weil es möglich ist. Diese Männer führen keinen Krieg. Sie kämpfen gegen die Welt. Sie würden die ganze Welt verscharren, wenn sie es könnten. Ich bemühe mich, sie zurückzuhalten, soweit ich kann. Aber ich kann sie nicht ändern. Wenn ich es versuchen würde, würden sie mich ebenso töten, wie sie dich töten wollen. Meine Macht hier ist beschränkt, aber ich tue, was ich kann. Sie haben nicht alle getötet. Sie haben dich nicht getötet. Noch nicht. Sie werden dich nicht töten.« »Das sagt der helle Antonio«, dachte sie. »Aber was wird der Dunkle tun?« Sie wischte sich noch einmal den Mund ab, stopfte das Tuch dann in ihre Tasche. »Alst du, als du mich zum ersten Mal genommen hast, sagtest du, du wärst Arzt, stimmt das?« Ich sagte, dass ich in einem Krankenhaus gearbeitet habe. »Du, du hast in mir den Eindruck erweckt, dass du ein Arzt bist.« »Ich war Krankenträger. Ich trug Patienten von Raum zu Raum, manchmal auch Tote. Jemand muss es tun. Jemand muss auch das hier tun.« Sie spürte seine Qual, spürte, dass er von La Soledad nicht unberührt blieb. »Du gehörst zu mir«, sagte er mit dumpfer metallischer Stimme. »Du bist mein. Das musst du begreifen. Dann werden wir beide überleben.« »Du hast eine Frau«, sagte sie, »in der Stadt.« »Sie ist in Madrid, bei ihren Eltern.« »Ist sie hübsch?« Er musterte sie, versuchte, ihre Gedanken zu lesen. »Sie sieht ein bisschen aus wie du. So wie du jetzt aussiehst, nicht vorher.« »Ja.« »Sie ist hübsch.« »Hast du Kinder?« »Nein, keine Kinder.« »Und wir? Danach, wenn es vorüber ist?« Er lachte. »Danach? Wer von uns kann an ein Danach denken?« »Jetzt ist jetzt. Jetzt ist hier.« »Am Leben bleiben, Katharina. Überleben. Ohne das gibt es kein Danach. Komm.« Sie folgte ihm ins Lager und zu den Männern, die sich am Zaun versammelt hatten. »Denk daran, was ich dir gesagt habe, Katharina. Du gehörst zu mir. Wenn du das nicht vergisst, werden wir beide überleben. Diese Männer sind aufgebracht. Sie möchten dich tot sehen.« Die neue Härte in seiner Stimme entging ihr nicht. Es war, als käme er mit jedem Schritt, den er auf die Männer zumachte, denn er sich von ihrer Zweisamkeit entfernte dem anderen Antonio näher, dem dunklen Antonio. Sie blieben vor den Männern stehen, und Antonio lächelte sie an. »Juan!« sagte er. Ein junger Mann, der am Boden hockte und ein altes Gewehr putzte, blickte auf. Er konnte nicht älter als siebzehn sein, dachte Katharina. Seine Haare waren verfilzt und ungeschnitten, seine Kleidung zerlummt. »Steh auf, Juan!« sagte Antonio. Sie spürte, dass die anderen sie nachdenklich musterten. Der Junge stand auf. Er war verblüffend dünn mit hängenden Schultern. Er strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Signor!« Seine Stimme hörte sich bäuerlich an. Einfach. Katharina konnte ihn riechen. Schweiß, dreckige Kleidung, Urin. »Juan!« sagte Antonio. »Hast du schon einmal so etwas gesehen?« Er hob ihr Kleid an. Im Mondlicht wirkten ihre Beine wie sanft geschwungenes Elfenbein. Juan blickte entgeistert. »Keine Angst!« sagte Antonio. »Sieh hin!« Er hob das Kleid höher, über ihre Knie, noch höher, bis sie alle das kleine, dunkle Dreieck zwischen ihren Beinen sehen konnten. Katharina zitterte vor Furcht und Scham. Ihre Augen waren geschlossen. Tränen quollen unter den Lidern hervor. »Warst du schon einmal mit einer Frau zusammen, Juan?« Der Junge schüttelte den Kopf. Er wirkte leicht schwachsinnig. Antonio ließ ihr Kleid los. Sie spürte, wie es ihr über die Beine glitt. »Nimm sie! Da drüben, im Stall! Nimm sie dir! Sie weiß, was zu tun ist. Sie kann dir ein paar Dinge beibringen!« Sie lachten. Es hörte sich grimmig an, unerbittlich. »Geh! Wenn du fertig bist, bring sie zurück ins Haus. Schließ die Tür gut ab. Vielleicht wird sie beim nächsten Mal tun, was man ihr sagt. Wenn nicht, kann sich vielleicht ein anderer mit ihr Vergnügen. Geh!« Der Junge baute sich vor ihr auf, dann lächelte er. Seine Zähne waren gelb, unregelmäßig und schadhaft. Der Gestank, der in erregten Stößen seinem Mund entwich, verschlug ihr den Atem. Sie streckte die Hand nach Antonio aus, aber der ging bereits davon und rief den anderen Befehle zu. Sie blieben ein paar Schritte zurück, grinsten den Jungen breit an und machten obszöne Gesten. Lachend griff sich Juan in den Schritt und stieß sie leicht in den Rücken. Sie lief los, auf den Stall neben dem kleinen Bauernhaus zu. Hell hing der Mond über den fernen Hügel, aber erste Wolken begannen bereits, ihn zu verschleiern. Er klatschte ihr wie einem Stück Vieh aufs Hinterteil, zog die Stalltür auf und schob sie hinein. Tiere sah sie nicht, nur Heu und Stroh, eine Futterkrippe, einen Wassertrog. Wieder stieß er sie, drängte sie in eine Ecke und eine verschlissene Plane. »Dahin! Ich will nicht, dass einer dieser Dreckskerle zusieht!« Seine Stimme klang grau und guttural. Speichelfetzen flogen ihm über die Lippen, wenn er sprach. Sie lief hinüber, kniete sich aufs Stroh, streckte sich lang aus und legte sich auf den Rücken. Er zeigte auf ihr Kleid. Sie zog den Rock hoch, bis er nickte, spreizte die Beine ein wenig. Juan lachte kurz auf, fummelte an seinen Hosen und ließ sie bis zu den Knien fallen. Sein Penis stand blass und halb steif im 90-Grad-Winkel vor. Lachend ging er in die Knie und rutschte vor ihr herum. Sie machte die Beine breiter und er kam näher. Sie konnte seinen Atem riechen, seinen ganzen Körper. Mit seinem Penis in der Hand sah er sie an, irgendwie ratlos. »Steck ihn für mich rein!« sagte er. »Du weißt, was zu tun ist!« Sie nickte und zog langsam die Hand aus der Tasche. Juan beschäftigte sich wohlig mit seinem Penis und lächelte sie an. Er lächelte noch immer, als die Messerklinge wie ein kurzer Blitz vor seinem Gesichtsfeld auftauchte. Und dann fragte sich Juan, was mit seinem Hals passiert war. Dort verspürte er plötzlich ein heißes Gefühl, als wäre er gestochen worden. Er fuhr sich mit der Hand an die Stelle und zog sie schnell wieder fort. Etwas Warmes, Klebriges lief ihm durch die Finger. Sein Magen hob sich. Als er sich bewusst machte, was geschehen war, wollte er schreien. Aber Katharina erkannte den Moment, erkannte, dass sie noch nicht fertig war. Sie glitt unter ihm hervor, drehte sich um, stürzte sich auf einen Ellbogen und stieß ihm das kleine, scharfe Küchenmesser tief in die Kehle. Er krallte beide Hände um seinen Hals, fiel nach vorn, und das Leben entströmte ihm, langsam, wie ein träger, roter Fluss. Er wirkte noch ein paar Mal, dann lag er reglos zu ihren Füßen. Katharina wischte das Messer an ihrem Kleid ab und lauschte. Aber sie hörte nur ungefährliche Geräusche. Eine ferne Eule, Hundegebell, das Zirpen der Zikaden. Sie schnürte die Stiefel des Jungen auf, zerrte sie ihm von den übel riechenden Füßen und zog sie selbst an. Sie waren ihr zu groß, aber sie konnte wohl kaum barfuß durch die steinige Gegend laufen. Dann hastete sie zur Tür hinaus und blieb kurz stehen, um sich umzusehen. Die Männer beschäftigten sich in der Nähe der Arena. Ihre rot glimmelnden Zigaretten verrieten sie. Kapitel 26 Sie folgten ihr nicht. Zumindest bemerkte sie nichts davon. Am nächsten Tag erwachte sie neben der Straße, in einem von Gestrüpp zugewachsenen Graben. Ihre Füße schmerzten, ihre Beine, ihr ganzer Körper. Sie hatte Durst, Hunger. Sie wusste nicht, wo sie sich befand, welcher Wochentag es war. Katharina begann auf die fernen Hügel zuzuwandern. Sie wirkten vertraut, wie die an der Straße nach Ronda. La Soledad erwies sich als gute Schule für die nächsten beiden Wochen. Schon bald erkannte sie, dass sie allein nicht überleben konnte. Hin und wieder stieß sie auf ein Rinnsal von Wasser in einem Arroyo. Hin und wieder fand sie Kräuter oder versuchte, eine Kaktusfeige zu pellen, ohne dass sich die feinen, lästigen Stacheln in ihrer Haut festsetzten. Aber sie blieb auf die Unterstützung anderer angewiesen, und diese musste auf die eine oder andere Weise gefunden werden. Es waren Menschen, die am Krieg nicht direkt beteiligt waren. Sie hielten sich irgendwie aus dem Konflikt heraus und arbeiteten jeweils mit dem zusammen, der den höchsten Gewinn versprach. Es waren Menschen der Berge, zurückhaltend, schweigsam, misstrauisch. Als sie an den Berghängen von einem kleinen weißen Pueblo zum nächsten wanderte, lernte sie, sie zu nehmen. Manchmal wurden die kleinen Gefälligkeiten gratis gewährt. Wasser, Obst, ein Stück harte, fette Wurst. Manchmal konnte sie sich eine Mahlzeit erarbeiten, sogar ein Schlaflager in einem Schuppen, in dem sie die Tätigkeiten übernahm, die sie ihr zuwiesen. Mitunter waren sie nötig. Mitunter taten sie nur so. Sie fegte Ställe, spritzte Schweinekoben aus, rebelte trockenen Mais in der heißen Mittagssonne. Sie hatte es bald heraus, auf die richtige Weise zu fragen, nicht um Wohltätigkeiten zu bitten, sondern um Lohn. Sie gab ihnen zu verstehen, dass sie keine Bettlerin war. Und wenn sie ihr in die Augen blickten und die stahlharte Entschlossenheit sahen, die neuerdings in ihrem Blick lag, wussten sie, das für gewöhnlich zu schätzen. Mitunter bekam sie das, was sie brauchte, auch auf andere Art. Die Entfernungen waren beträchtlich und die Temperaturen unter der sengenden Hitze kaum zu ertragen. Bald hatte sie sich die Geografie der Berge fest eingeprägt. Sie wusste, wo sie war, und sie wusste, wohin sie wollte. Nach Westen, bis die Sierra zur Ebene abfiel und Jerez nur noch wenige Kilometer entfernt war. Aber es würde Wochen dauern, bis sie zu Fuß dorthin gelangte. Also setzte sie sich eines Morgens, nachdem sie sich ein Lager und ein wenig Essen damit verdient hatte, die Wäsche einer alten Frau im Brunnen zu waschen, hinter dem letzten Haus an die Straße und wartete. Eine halbe Stunde später holperte ein alter Lastwagen heran. Der Fahrer sah sie, grinste und winkte sie in sein rostiges Fahrzeug. Sie wusste, dass für gewöhnlich ein Preis zu zahlen war. Von Antonio hatte sie Dinge gelernt, die sie ihnen mit ihren flinken, behenden Fingern zeigen konnte. Dinge, die alles zu einem schnellen Abschluss brachten. Danach fuhren sie weiter, nachdenklich, marginal befriedigt und verblüfft über das Mädchen auf dem Sitz daneben, das noch so jung zu sein schien und gleichzeitig so alt. Mitunter wollten sie weitergehen, weiter, als sie es wollte. Aber nur ein Mann kannte sie so. Nur ein Mann würde sie je so kennen. Und wenn sie allzu zudringlich wurden, hatte sie noch immer das Messer, klein und abgenutzt, aber scharf wie ein Dolch, und sie hatte keine Bedenken, es zu benutzen. Sie wichen zurück, wenn sie es gegen sie zückte, wenn sie die tödliche Entschlossenheit in ihren Augen sahen. Das vierzehnjährige Mädchen in einem rosa-weißen Batistkleid, das in einem alten Herrenhaus mit Marmorsäulen und kühlen, palmenbeschattenen Patios in ihrer eigenen Welt gelebt hatte, dieses Mädchen war tot und begraben. Jetzt war sie sehr viel älter und für immer gezeichnet vom Dunkel dieser Welt. Einen Monat nach dem Tod der alten Katharina fand eine junge Frau in ausgeblichenem bäuerlichen Hemdkleid mit sonnenverbranntem Gesicht in Medina Sidonia eine Mitfahrgelegenheit. Sie hatte auf dem Kirchhof geschlafen, im Schatten einer alten arabischen Festung. Als sie erwachte, fühlte sie sich merkwürdig. Benommen, schwindlich und krank. Trotz ihres leeren Magens musste sie sich übergeben. Danach ging es ihr besser. Der Lastwagenfahrer war ein Bauer, der in Jerez Wein kaufen wollte. Der Mann war etwa Mitte zwanzig und machte sich Sorgen über die Fahrt. Sorgen, dass die Kämpfe in der Ebene vielleicht doch noch nicht beendet waren, wie es die Gerüchte in der Stadt wissen wollten. Er verlangte von ihr nichts, nichts weiter, als dass sie ihm zuhörte, sich seine Befürchtungen anhörte, seine Schilderungen aus zweiter Hand über die Schrecken des Krieges, das Blutvergießen, die Schlachten, die Massaker. Als Katharina am Rand von Jerez aus der Fahrerkabine sprang, empfand sie für ihn nichts als Verachtung. Sie dachte nicht darüber nach, warum das so war. Die Straßen der Stadt wirkten verlassen. Es war früher Nachmittag, aber die Stille war anders als während einer gewöhnlichen Siesta. Jerez wartete ab, hoffte, das Schlimmste des Krieges hinter sich zu haben, hoffte, dass er nicht zurückkehrte. Sie setzte sich auf den Bordstein und versuchte, sich zu orientieren. Es gelang ihr nicht, und so fragte sie einen Briefträger, der die Straße herunterkam nach dem Weg. Er blieb stehen, sagte ihr, was sie wissen wollte und war froh, wieder seiner Wege gehen zu können. Katharina hielt sich vom Zentrum fern, lief eine schattige Allee entlang, bog in eine Seitenstraße ein und erkannte das Haus wieder. Es war drei, vielleicht vier Jahre her, seit sie ihre Tante und ihren Onkel zum letzten Mal gesehen hatte. Das Haus, seine einstöckige Villa mit Bugonvilien an der Fassade und blühenden Jakadanda-Bäumen im Vorgarten, schien viel kleiner geworden zu sein. Sie sah es mit den Augen eines Erwachsenen. Ihre Erinnerung war die eines Kindes. Katharina öffnete das eiserne Tor und ging auf die Haustür zu. Ein Mann kam um das Haus, sah sie an und begann sie anzuschreien. Sie blieb stehen. Es war ihr Onkel Ramon. Verschwinden Sie, sagte er. Wir haben nichts für Sie. Keres ist voll von Bettlern. Wir können Sie nicht alle durchfüttern. Fast hätte Katharina gehorcht. Sie fühlte sich seltsam. Die Welt um sie herum begann zu schwanken. Wurde ihr schon wieder schlecht? Ich muss einen Schluck Wasser trinken, sagte sie. Ramon hielt eine Hacke in der Hand. Er klammerte sich an sie wie an eine Waffe. Links von sich hörte sie eine andere Stimme. Ihre Tante Francesca näherte sich. Sie trug einen geblümten Kittel, von der Art die Frauen zum Saubermachen anziehen. In ihrer Hand war ein Glas Wasser, in ihren Augen ein neugieriger, forschender Blick. Vor Katharinas Augen begann es zu flimmern. Danke, sagte sie und hob das Glas an die Lippen. Das Wasser schmeckte kalt, frisch, wundervoll. Dennoch war ihr schlecht. Francesca starrte sie nachdenklich an. Sie sind tot, sagte Katharina. Sie sind alle tot. Ramon kam näher, versuchte zu sehen, was seine Frau sah. »Wer ist tot?« fragte Francesca. »Papa, Mama, alle. Sie haben sie umgebracht. In La Soledad.« Francesca legte eine Hand an ihre Wange, spürte die Trockenheit der Haut, ihre Rauheit. Sie sah das Mädchen in dem verschmutzten Kleid an. Es wirkte wie mindestens zwanzig. »Katharina?« fragte Francesca ungläubig. »Katharina? Bist du es?« Aber die Welt wurde schwarz, schwarz und spiralförmig. Sie kam auf sie zu, senkte sich wie ein dichter Vorhang auf sie. Und schon bevor ihr Körper auf dem Boden aufschlug, war sie bereits bewusstlos. Kapitel 27 Die ersten Tage verschwanden hinter Nebelschleiern. Es gab ein Schlafzimmer, das zu ihrem Universum wurde. Sie konnte den Standort jeder Kerze bestimmen, jede Verzierung, erinnerte sich an jede einzelne Blüte der Tapete, jedes Kruzifix, jedes religiöse Gemälde, das da hing, reglos und unveränderlich im dämmerigen Licht. Francesca und Ramon kamen und gingen wieder. Sie sah ihnen in die Gesichter und fragte sich, »Glauben Sie mir jetzt?« Sie glaubten ihr. Glaubten ihr von Tag zu Tag mehr, als der Schmutz der Straße verschwand, sich die Falten ihres Gesichts fast unmerklich glätteten und sie ein wenig mehr von der Katharina von früher sehen konnten. Ein bisschen mehr. Ramon bemühte sich nach Kräften, sie die Kälte vergessen zu lassen, mit der er ihr begegnet war, als sie in ihrem Garten aufgetaucht war, abgerissen wie eine Bettlerin, die um Nahrung bat. Seit dem Krieg hatte es so viele von ihnen gegeben. Manche waren weisen, manche einfach sich selbst überlassen worden. Als die Kämpfe ausbrachen, hatte er Francesca beiseite genommen. Sie hatten ernsthaft miteinander geredet und waren zu einem Entschluss gekommen. »Wir kümmern uns nur um uns und die Familie.« Und daran hielten sie sich. Und die Erkenntnis, dass er fast eine Verwandte einen Menschen von seinem Fleisch und Blut abgewiesen hätte, kam für Ramon einer Sünde gleich. Einer Sünde, die er wieder gut machen wollte. Sie erinnerte sich an sie von Besuchen in Jerez und von Familienfesten in der Stadt her. Früher, vor dem Krieg, war ihr Ramon fast wie ein großer Bruder vorgekommen. Er hatte an ihren Spielen teilgenommen, sich mit den Kindern beschäftigt, während die anderen Erwachsenen sie am liebsten vergessen hätten. Warum, hatte sie sich damals gefragt, und Mama hatte etwas von ihrer Tragödie gemurmelt. Später hatte sie mehr darüber herausgefunden. Sie hatten ein Kind gehabt, das schon früh gestorben, kaum älter als ein Jahr geworden war. Weitere Kinder konnten sie nicht bekommen. Die Möglichkeit, mit Kindern zu spielen, in ihrer Nähe zu sein, gewährte Ramon, wenn auch nur kurz, Zugang zu einer Welt, die ihm, die ihnen verschlossen war, bevor sie noch das dreißigste Lebensjahr erreicht hatten. Die Nebel begannen sich zu lichten. Die Tage nahmen einen Rhythmus an. Sie fühlte sich noch immer krank. Anfälle von Übelkeit überkamen sie, üblicherweise morgens. Doch das ging vorüber. Nach einer Weile ging es ihr besser, ging es ihr wieder gut. Nein, mehr als gut. Sie fühlte sich kerngesund, voller Leben. Das Blut pulste mit einer Kraft, einer Vitalität durch ihre Adern, die sie fast mit den Händen greifen konnte. Sie fühlte sich lebendig, durch die Fleischlichkeit ihres Körpers gekräftigt und bestätigt. Doch das war nicht das Gleiche wie Glück. Sie war nicht glücklich. Sie glaubte nicht, je wieder glücklich sein zu können. Sie war nicht sicher, in der Vergangenheit glücklich gewesen zu sein. Was Glück auch sein mochte, auf jeden Fall war es etwas, was sich ihrer Erfahrung entzog. Genau wie manche Menschen nun einmal nicht pfeifen konnten. Sie war nicht fähig, naive, spontane Begeisterung zu empfinden. Das war ihr genommen worden. Und sie vermisste es nicht. Über Lebenswille, Stärke, Mentale wie Körperliche. Darauf kam es an. Und das war erreichbar. Ihr Appetit war ungeheuer. Anfangs machten Francesca und Ramon ihre Scherze darüber. Dann begannen sie Blicke auszutauschen, und Katharina bemühte sich, hinter die Bedeutung dieser heimlichen Botschaften zu kommen. Sie aß alles, was man ihr vorsetzte. Milch, Eier, Schweinefleisch, Würstchen, Hühnchen, Kartoffeln. Unabhängig von der Kriegssituation gab es für sie offenbar keine Schwierigkeiten, Lebensmittel zu beschaffen. Entweder das, oder sie steckten ihr das Beste von dem zu, was sie besaßen. Später, als sie anfing, ihr Zimmer zu verlassen und im Haus herumzulaufen, als sie stundenlang im kühlen, schattigen Wintergarten lag, fand sie heraus, dass es Letzteres war. Sie hatten nur das, was sie kaufen konnten. Aber viel war das nicht. Ohne ein Wort darüber zu verlieren, verzichteten sie ihretwegen auf vieles. Eines Morgens, nachdem die Übelkeit so schnell verschwunden war wie gekommen, lag sie auf dem Bett und betastete ihren Bauch. Seine Form hatte sich verändert. Da war eine ganz neue Rundung, eine warme Ausbuchtung oberhalb des Haars, deren Berührung ein angenehmes Gefühl vermittelte. Sie schob die Hand unter das Nachthemd, legte die Hand auf die Haut und verspürte einen Schauer der Befriedigung, den sie nicht erklären konnte. Es war ein trüber Tag. Der Herbst kündigte sich an. Francesca und Ramon hatten gesagt, dass die örtlichen Kampfhandlungen beendet waren und sich das weitere Kriegsgeschehen fern genug abspielte, sodass sich die Bauern mutig genug fühlten, ihre Ernte einzuholen. Schon bald würden alle wieder auf die Felder hinausgehen und sich mit Strohhüten vor der Sonne geschützt über die Reben beugen. Das alte Ritual konnte wieder beginnen. Wenn sie es nur oft genug wiederholten, würde vielleicht ein Wunder geschehen, würden die Wunden heilen, würde das Land zum Frieden zurückkehren und der Krieg beendet sein. Katharina strich sanft über die Rundung und fragte sich gerade, ob sie aufhören sollte, so viel zu essen, als sie ein anderer Gedanke durchzuckte. Ich blute nicht mehr. Aber es sagte ihr nichts. Die Zusammenhänge waren zu unklar, zu unerklärt. Aber Zusammenhänge gab es. Ich blute nicht mehr. Sie spürte die warme Haut unter ihren Fingern und fast kam es ihr so vor, als wäre dort etwas, als würde sich etwas bewegen. Katharina merkte, dass sich ihr Gesichtsfeld verengte. Es war, als würden die Wände von allen Seiten auf sie eindringen. Sie konnte nichts anderes mehr sehen, als ihrem Körper auf dem Bett. Sie zerrte das Nachthemd hoch über die Hüfte, spürte, wie es sich unter ihrem Rücken zusammenschob. Sie sah an sich hinunter. Da war eine eindeutige Rundung, direkt unter ihrem Magen. Ein kleiner Hügel rund um ihren Nabel, der sehr natürlich wirkte, sehr erwachsen. Vor einem Jahr erst hatten da unten Haare zu wachsen begonnen. Wenn sie sich jetzt betrachtete, sah sie wie eine erwachsene Frau aus, wie ein Torso in einem Museum, wie die Skulpturen, an denen sie immer verstohlen kichern vorbeigeeilt waren. Wieder legte Katharina die Hand auf ihren Bauch, spürte die Wärme ihrer Haut, spürte, obwohl das natürlich unmöglich war, eine eindeutige Bewegung unter ihren Fingern. Sie kniff die Augen zu, hielt den Atem an. Aber als sie es nicht mehr aushalten konnte, als sie wieder an sich hinuntersah, als sie wieder atmete, blieb es das Gleiche. Es war Wirklichkeit. Es war Antonios Abschiedsgeschenk. Sie stand auf, verließ das Zimmer und fand Francesca in der Küche. Sie sahen einander an und Katharina erkannte, dass sie es bereits wusste. In ihrem Blick lagen Zuneigung und Mitgefühl, vielleicht sogar eine Spur Neid. Francesca kam auf sie zu, schlang die Arme um ihren Hals. Katharina spürte die Tränen ihrer Tante auf ihrer Haut, aber sie weinte nicht. Sie würde vor ihrem fünfzehnten Geburtstag Mutter sein. Für Tränen war kein Bedarf, kein Platz. Gegen Mitternacht des Karfreitag 1937 wurde das Kind im kleinen Haus in Jerez geboren. Katharina hatte die Blumen an der Decke angestarrt. Sie hatte sich geweigert, zu weinen, zu schreien, aber letztendlich erwies sich das als unmöglich. Die Schmerzen waren zu groß. Sie hatte das Gefühl, auseinandergerissen zu werden. Nichts, was sie in La Soledad oder durch die Berge erlebt hatte, ließ sich mit der Intensität dieser physischen Qual vergleichen. Die Besorgnis auf dem Gesicht des Arztes entging ihr nicht. Es war keine gewöhnliche Entbindung, keine normale Geburt. Etwas, das Kind, bewegte sich in ihr, bewegte sich aber falsch in eine bedenkliche Lage. Sie konnte spüren, wie es, er, sie in ihr kämpfte und doch nicht wusste, wie es ihren Körper verlassen sollte. Sie drückte, presste, aber die Blockierung wurde nur massiver, solider und die Qual größer, unerträglich. Sie biss hart auf den Lederriemen, den sie ihr zwischen die Zähne geschoben hatten, drückte erneut und verlor sich im Nichts. Dann blickte sie auf und sah im dämmerigen Schein des elektrischen Lichtes etwas silbern schimmern. Zwei Arme wie Hörner, eine Form, die ihr vage bekannt vorkam, wie etwas aus einer Spielzeugkiste. Er kniete sich wieder auf das Bett. Mühsam hob sie den Kopf, versuchte über die ungeheure Fülle ihres Bauchs zu blicken. Schweiß strömte ihr von der Stirn, stach in ihre Augen. Der Arzt hob die Zange. Sein Gesicht war totenblass. Dann bekreuzigte er sich. Die silbernen Arme senkten sich, verließen ihren Gesichtskreis und ein Schmerz überfiel sie, der ungeheuerlicher war als alles, was sie je empfunden hatte oder je empfinden würde. Katharina riss den Mund auf, spürte, wie der Lederriemen fiel, spürte, dass ihr Schrei fast ihren Kopf durchtrennte wie ein rotglühendes Schwert aus Schmerzen und Wut. Und dann war es vorbei. Ein scharlachroter Nebel hüllte sie ein. Der Raum löste sich auf und mit ihm der Schmerz. Das Letzte, was sie hörte, war eine dünne, hohe Stimme. Sie weinte wie aus Mitleid. Dann hörte die Welt abrupt auf zu existieren, und alles, was sie in der Dunkelheit hören konnte, war das Rauschen des Bluts, das durch ihre Adern raste. Es verging eine Woche, bevor sie zu fragen wagte. Eine Woche, in der die Vergangenheit sie heimsuchte. Eine Woche voller Geister und Gespenster. Eine Woche, in der die Toten ihre Toten auferstanden waren, sie angesehen und die Köpfe geschüttelt hatten, um dann wieder in die Dunkelheit zu entschwinden. Sie hatten von Fieber gesprochen, aber es war mehr als das gewesen. In dieser Woche hatte sie zwischen zwei Welten geschwebt. Sie wollte nicht befolgen, was die Toten ihr gesagt hatten. Sie wollte ihrem Drängen nicht nachgeben. Als sie schließlich erwachte, wollte sie in ihrer eigenen Welt sein, nicht in ihrer. Vor dem Fenster hing noch immer die Fahne. Sie hatten keine Zeit gehabt, nicht daran gedacht, sie abzunehmen. Inzwischen war der Krieg fern genug, um die Semana Santa zu begehen, wenn auch auf eine gedämpfte, sehr zurückhaltende Art. Der Arzt kam nur noch einmal am Tag. Ramon und Francesca kümmerten sich unablässig um sie, brachten ihr Suppe und Brot, Obst, mit ein wenig Wein vermischtes Wasser. Sie war jung, sie erholte sich schnell. Sie wartete, bis sie einmal mit Francesca allein war. Dann fragte sie mit leiser, aber nachdrücklicher Stimme. Ihre Tante konnte sie nicht ansehen. Sie wandte sich ab, blickte zum Fenster hinaus. Katharina brauchte sie nicht anzusehen, um zu wissen, dass Tränen in ihren Augen standen. Das Kind ist gestorben, Katharina, sagte sie. Der Arzt konnte nichts tun. Es war eine Steißgeburt. Sie drehte sich um, trat ans Bett und nahm ihre Nichte in die Arme. Katharina fühlte sich merkwürdig abwesend. Das durch die Fenster einströmende Licht war grau, diffus. Es wirkte nicht real. Es war ein Junge, sagte Francesca, ein kleiner Junge. Er war kräftig, aber nicht kräftig genug. Du bist noch jung, sagte der Arzt. Du bist gesund und kräftig. Es gibt keinen Grund, warum du keine Kinder bekommen solltest, wenn du erst einmal verheiratet bist. Katharina lächelte in sich hinein. Aber da gab es einen Grund. Abgesehen davon, Katharina, selbst wenn er es überlebt hätte, du bist noch nicht einmal fünfzehn Jahre alt. Du kannst doch nicht darauf gehofft haben, ihn allein aufzuziehen. Sofort bereute Francesca, diese Worte ausgesprochen zu haben. Das Mädchen sah sie mit einer Wildheit an, die sie erschreckte. Das war nicht das Gesicht einer vierzehnjährigen. In ihm sah sie mehr Leid, mehr Erfahrung, mehr Härte als auf Gesichtern sehr viel älterer Frauen. Er war mein Kind, sagte sie. Er gehörte mir. Francesca griff nach dem Tablett mit dem leeren Geschirr. Dann sah sie ihre Nichte an. Ja, sagte sie. Aber das alles ist etwas, was du vergessen musst. Wir möchten, dass du in der nächsten Woche nach Cadiz fährst, um dich zu erholen. Dort führen Freunde von uns ein nettes Hotel. Wir zahlen natürlich für deinen Aufenthalt. Sie werden gut für dich sorgen. Die Seeluft und das Essen werden dich wieder auf die Beine bringen. Dort wohnen auch Verwandte von uns. Vielleicht kannst du dich nicht an sie erinnern, aber sie werden dich besuchen. Katharina schüttelte den Kopf. Ihr wollt mich nicht mehr bei euch haben? Francesca schob das Geschirr auf dem Tablett zusammen. Das alles ist auch an Ramon und mir nicht spurlos vorübergegangen. Auch wir müssen uns ein wenig erholen, Katharina. Vor einigen Jahren haben wir ein Haus in Melilla gekauft. Es liegt am Meer. Wenn du fort bist, werden wir von Algesillas aus mit der Fähre nach Melilla fahren. Wir haben mit den Anwälten gesprochen. Du erbst das Haus in der Stadt. Es ist ziemlich wertvoll. Aber natürlich geht es erst mit deinem 21. Geburtstag in deinen Besitz über. Und bis dann? Sie spürte, wie Ärger in ihr hochkam. Francesca wollte sie einfach nicht ansehen. Dann wir müssen abwarten. Auf den Zeitpunkt, an dem wir alle Zeit genug hatten, über alles gründlich genug nachzudenken. Genau sieben Tage später erschien ein Auto, um Katharina nach Cadiz zu bringen. Dort verbrachte sie die nächsten sechs Jahre, in demselben Raum, bei derselben distanzierten Familie, von niemandem besucht, mit Ausnahme der Anwälte, die sich bemühten, die Besitzübergabe zu regeln. Von Ramon und Francesca kam gelegentlich ein Brief, abgestempelt in Melilla. Für den Rest der Welt schien sie nicht mehr zu existieren. Dann, als ihr das Haus übertragen worden war, kehrte sie in die Stadt zurück und wurde zum Haus gefahren. Mit dem Gefühl eines zurückkehrenden Geistes drehte sie den Schlüssel im Schloss und betrat ihr Heim, ihr Zuhause. Überall lagen dichte Staubschichten, und in einer Ecke des ersten Stocks entdeckte sie Bombenschäden. Als sie in ihr Zimmer kam, fühlte sie sich einen Moment lang wieder wie vierzehn und hörte unten ihre Stimmen, leise, angespannt, aggressiv. Sie setzte sich aufs Bett. Staubwolken quollen vom Bettzeug hoch. Auf dem inzwischen grauen Kopfkissen lag ein aufgeschlagenes Buch. Sie griff danach und erinnerte sich mit verblüffender Deutlichkeit an den Inhalt, die handelnden Figuren, die Sätze, sogar die Worte auf diesen Seiten. Sie drehte das Buch um, obwohl sie wusste, was sie da sehen würde. Die Goldbuchstaben des Einbands waren inzwischen leicht verblichen. Dennoch war der Titel in halb fetter Serifenschrift deutlich lesbar. Entführt Kapitel 28 Erschöpft lehnte sich Katharina Lucena in ihrem Krankenhausbett zurück. Erschöpft, aber auch irgendwie von Genugtuung erfüllt. Maria versuchte, ihren Gesichtsausdruck zu ergründen. Hinter den Falten des Alters, hinter der Blässe der Haut schien sie etwas zu befriedigen. Was? Maria versuchte auch, sich über ihre eigenen Gefühle klarzuwerden. Es kam ihr so vor, als wäre etwas weitergegeben, übertragen worden und als hätte sich dabei eine Last verlagert. Sie verstand nicht ganz, was sich zwischen ihnen beiden abgespielt, was die Übermittlung dieser alten Geschichten zu bedeuten hatte. Bis auf die Tatsache, dass ihr unbehaglich war. Sie kam sich sensationslüstern vor und irgendwie beschmutzt, zur Mitwisserin von Ereignissen geworden, die in der Stadt noch immer ihre Bedeutung hatten. Sie fühlte sich gebrannt magt. Maria zog einen dicken Strich unter ihre Notizen mit tiefblauer Tinte. Was sollte sie daraus machen? Was glauben? Sie sah auf ihre Uhr. Drei Stunden waren vergangen, ohne dass sie es bemerkt hätte. Sie versuchte, die Mauer zu durchdringen, die Katharina um sich gezogen hatte. Es gelang ihr nicht. Sie müssen müde sein, sagte sie. Katharina schloss die Augen. Das Alter, nur die Erschöpfung des Alters. Ich verabscheue sie. Maria goss Wasser in ihre Gläser. Dann half sie, Katharina sich aufzusetzen, damit sie trinken konnte. Von draußen drangen die blechernden Töne einer Blaskapelle herein, wurden lauter, verklangen wieder. Die Sirene eines Krankenwagens heulte auf, brach ab, jaulte erneut auf, nun schon ferner. Antonio ist gestorben? Sie schloss wieder die Augen. Vor mehr als einem Jahrzehnt. Er war krank. Sie haben einander nicht wiedergesehen? Nein, aber ich sah ihn. Er hat mich nicht bemerkt. Maria wartete. Sie würde es schon erfahren. Drei Jahre nach meiner Rückkehr. In der Arena. Inzwischen stellte er in der Stadt bereits etwas dar. Vom Skandal um La Soledad wurde nicht mehr gesprochen. Andere hatten die Verantwortung übernommen. Und Antonio wusste, den Leuten zu gefallen. Sie schätzten. Sie mochten ihn. Er wusste, wie man ihnen nur Gutes tat. Er machte Karriere in der Verlange. Bekam einen Posten im Rathaus. Er brauchte keine Krankenhausbetten mehr herumzuschieben. Die Worte kamen mit langsamer, methodischer Präzision über ihre Lippen. Ich hatte lange darüber nachgedacht. Ich besaß noch immer das Messer. Das kleine Messer aus dem Haus in La Soledad. Ich habe es noch immer. Ich wartete bis zum Ende der Semana Santa, bis zum großen Stierkampf. Franco war erschienen als Ehrengast. Tausende von Menschen jubelten, rissen sich darum, der Präsidenten-Dosche so nah wie möglich zu kommen. Das war die Zeit, in der die Phalangisten wirklich die Sieger waren. Bevor die Verbitterung, die Furcht einsetzte. Damals waren alle für die Verlange. Etwas anderes existierte nicht. Ich mischte mich unter die Menge. Nach dem letzten Kampf drängten wir uns um die Loge, sprangen hinein. Die Leute küßten den Caudillo, küßten seine Hände, segneten ihn. Auch Antonio stand in der Loge, sah schweigend in die Arena. Ich war hinter ihm. Ich hätte ihn töten können. Es wäre ganz leicht gewesen. Maria bemerkte, wie sie nach Worten suchte. Aber ich habe es nicht getan. Warum? Wie selbstverständlich Sie doch nach Gründen fragen. Glauben Sie denn, dass das Leben sich an Gründen orientiert? Aus einem Grund tun wir dieses, aus einem anderen nicht. Kein Leben verläuft so automatisch. Nicht mal das Ihre. Maria stellte fest, dass sie Katharina Lucena ablehnte, so intensiv, dass es ihr Schuldgefühle verursachte. Über mein Leben sprechen wir nicht. Die dünnen Lippen zuckten. Nein. Warum? Vielleicht, weil ich ihn auf gewisse Weise liebte. Zumindest wusste ich, dass er der einzige Mensch war, den ich in diesem Leben lieben könnte. Ich sehnte mich nicht mehr nach ihm. Aber ich dachte an ihn. An unsere gemeinsame Zeit. An die Echtheit dieser Zeit. Doch das war vorüber. Ihn zu töten, hätte nichts daran ändern können. Ich befühlte das Messer. Ich hätte ihn töten können. Aber es schien, es schien so sinnlos zu sein. Wäre ich ein Mann gewesen, hätte ich es natürlich getan. Männer werden von niedrigeren Instinkten getrieben. Eifersucht, Rachedurst, Hass. Ich empfand nichts davon. Was empfanden sie? Katharina sah sie mit einem Blick an, der Verachtung sehr nahe kam. Dass er mich verraten hatte, was sonst. Und später? Später sah ich ihn hin und wieder in der Stadt. Stets zufällig. Aber nie von Angesicht zu Angesicht. Ich nehme an, dass er mich ohnehin nicht wiedererkannt hätte. Ich unterschied mich sehr von dem Mädchen, an das er sich vielleicht erinnert hätte. Ich verfolgte ihn über die Jahre hinweg. Sein Bild war häufig in der Zeitung. Dann gab es irgendeinen Skandal und er zog sich aus der Politik zurück. Als ich ihn das nächste Mal sah, starb er bereits. Er war stets ein Mann voller Leben gewesen, voller Vitalität. Dann sah ich ihn eines Tages in der Nähe des Rathauses. Der Tod war ihm ins Gesicht geschrieben. Irgendetwas, eine Art Krebs, zehrte ihn von innen heraus auf. Ein Jahr später las ich in der Zeitung von seinem Tod. Einen kurzen Nachruf. Er lebte für seine Familie, zitierte sie mit einer unangenehm abfälligen Geste. Maria hätte sich lieber verabschiedet, ohne die Frage zu stellen. Aber das konnte sie nicht. Wenn sie ins Polizeipräsidium zurückkehrte, würden sie es wissen wollen. Und wenn sie nicht fragte, würde es ein anderer tun. Donna Katharina? Die alte Frau knifft die Lippen zusammen. Sie sah so ausgezehrt und hinfällig aus, als wäre sie ein Teil des Bettes, eine dünne Schicht Mensch zwischen gebleichtem Leinen. Haben sie das Grab des Kindes gesehen, des Jungen? Sind ihre Tante und ihr Onkel mit ihnen dorthin gegangen? Haben sie ihnen gesagt, wo es sich befindet? Sie schnaubte kurz auf, und Maria machte sich keine Illusionen über die Bedeutung. Es war unverhüllte Verachtung. Grab, Grab! Es gab kein Grab! Halten Sie mich für eine Törin? Nein, Donna Katharina, keineswegs. Kapitel 29 Sie saßen in dem stickigen kleinen Raum. Rodriguez, Menendez, Maria und Torrio. Maria sah Rodriguez an und dachte an das, was Torrio über ihn gesagt hatte. Dachte an das unausgesprochene, unerschütterliche Vertrauen, das sie alle in ihn zu haben schienen. Seine Zurückhaltung im Zusammenhang mit dem Fall schien von Stunde zu Stunde zu schwinden. Sie warteten auf Initiativen von ihm, warteten auf seine Folgerungen. Und mit seiner Distanziertheit war bis zu einem gewissen Grad auch seine Höflichkeit geschwunden. Sie fragte sich, wie sie ihn je für einen Akademiker hatte halten können. Er war ein Mann der Tat, mit offenkundigen Führungsqualitäten, mit Feingefühl, aber im Grunde seines Herzens war Rodriguez, Polizist. Sie beobachtete, wie seine Blicke die Seiten auf seinem Schreibtisch überflogen. Ein zutiefst besorgter Polizist. Irgendwann während der Besprechung stießen Kemada und Velasco zu ihnen, die sich offensichtlich ins Unvermeidliche gefügt hatten. In diesem Fall arbeitete man den Bedürfnissen entsprechend. Schichtpläne waren erst einmal Makulatur, eins nach dem anderen. Die Tafel war mit zahllosen Notizen bedeckt. Die Buchstaben verschwammen vor Marias Augen. In nur wenigen Stunden schien so vieles vom Dunkel ans Licht gekommen zu sein, aber ein Licht, das sie blendete. Zu viele Informationen mussten verarbeitet, in eine logische Beziehung zueinander gebracht werden. Menendez fungierte als Koordinator, indem er die bisherigen Erkenntnisse an die Tafel schrieb. Erstens. Waren es gezielte Morde? Gibt es eine Verbindung zwischen ihnen, möglicherweise Homosexualität? Zweitens. Geschichtsprofessor Luis Romero, mögliches Opfer? Drittens. Bruderschaft vom Blut Christi. Welche Motive? Viertens. Antonio Alvarez. Fünftens. El Guapo. Beziehungen zu Alvarez, den Brüdern Angel und Romero. Sechstens. Lebt Katharina Lucenas Sohn noch? Wo? Die Unterhaltung lahmte. So viele Informationen, so viele Spuren zu verfolgen. Es kann nicht der Sohn sein, sagte Maria. Auf keinen Fall, stimmte Menendez zu. Er wäre zu alt. Inzwischen an die Sechzig. Alles weist auf einen jüngeren Täter hin. Er ist zu alt, sagte Maria. Sie müssen es ja wissen, murrte Kemada. Sie haben ihn offenbar gesehen. Sie spürte, dass der Spott an ihr abperlte. Wir müssen uns vergewissern, sagte Menendez. Lebt er noch? Und wenn wo? Kemada und Velasco. Erkundigen Sie sich in Melilla. Fangen Sie dort an. Velasco schrieb in sein Notizbuch und verzog das Gesicht. Sicher. Das Problem ist nur, und damit will ich mich keineswegs in Ihre Kompetenzen einmischen, Hauptkommissar, aber Sie wissen doch, wie das ist, wenn man an dieses Zeug aus dem Krieg heran will. Damals waren Sie sehr vorsichtig mit der Aktenführung. Ich habe es schon in anderen Fällen probiert, aber man erntet nur Schulterzucken. Keinerlei Unterlagen. Null. Rodriguez sah Kemada und Velasco einen Moment lang an. Sie verfolgen diese Spur. Selbst wenn sie ins Nichts führt. Sprechen Sie mit der Polizei in Melilla. Fliegen Sie notfalls hin. Das ist in einem Tag zu schaffen. Ich möchte diese Sache abhaken, damit wir uns auf wesentlichere Dinge konzentrieren können. Die beiden sahen sich an, nickten und machten sich Notizen. Sind neue Erkenntnisse aus den Unterlagen der Kontaktagentur zu erhoffen? fragte sie Menendez. Velasco wirkte missmutig. Das glaube ich kaum. Ein paar Leute überprüfen gerade die Namen. Jede Menge interessanter Leute, aber bisher keine Verbindung zu Romero. Romero scheint sich nur mit den Angel-Brüdern getroffen zu haben. Dann verabredete er das Rendezvous mit unserem amerikanischen Freund. Allerdings war es nicht Romero. Es war unser Matador. Davon sind sie überzeugt? Felsenfest, erwiderte Kemada. Ordonez sagte, er hätte den angeblichen Romero zwar nie persönlich getroffen, aber jedes Mal mit ihm gesprochen, wenn er anrief. Der Bursch hatte eine junge Stimme, sagte er. Eindeutig. In diesem Punkt war er sehr bestimmt. Warum ist er sich so sicher? Dieser Romero bezahlte nicht per Kreditkarte, Scheck oder Überweisung. Er steckte Bares in einen Umschlag, schickte ihn mit der Post oder steckte ihn nach Büroschluss durch die Tür der Agentur. Mitunter tat er das erst nach dem Rendezvous. Also hatte unser Freund Ordonez allen Grund, sehr pingelig zu sein. Er wollte sicher gehen, dass er auch bezahlt wurde. Er achtete sehr genau auf die Stimme. Mit wem hat sich dieser angebliche Romero sonst noch getroffen? Fragte Maria. Das ist das Komische, sagte Kemada. Er vereinbarte Zusammenkünfte mit drei anderen Typen, zahlte dafür, glänzte dann aber durch Abwesenheit. Die Namen sind uns bekannt. Ganz normale Burschen, keinerlei Beziehungen zum Stierkampf, dem Krieg, zur Bruderschaft, nichts dergleichen. Wir haben sie genauer unter die Lupe nehmen lassen, aber sie sind diesem Romero nie begegnet. Sie glauben, ihm nie begegnet zu sein? sagte Maria. Vermutlich, meinte Kemada. Worauf wollen Sie hinaus? Sie sah zur Tafel, versuchte ein paar Wahrheiten aus dem Gewirr der dort verzeichneten Fakten zu filtern. Was ich meine ist, es spricht doch bisher nichts für einen homosexuellen Hintergrund des Falls. Wenn der Mann wirklich homosexuell ist, wäre er doch sicher mit zumindest einem von ihnen zur Sache gegangen. Aber es sieht so aus, als wäre er überhaupt nicht auf Sex aus, als wäre er auf etwas ganz anderes aus. Denken wir nach, sagte Menendez. Er vereinbart Treffen, damit er sich die Leute ansehen kann, ohne dass sie es merken, vermutlich. Erst dann trifft er seine Entscheidung. Irgendetwas an den Brüdern, Angel muss ihn gereizt haben. An Femieni ebenfalls. Das hat nur einen Schönheitsfehler, wandte Kemada ein. Unseren Freund von der Bruderschaft, den hat er umgebracht, obwohl der mit Sicherheit keine Kontakte über eine Agentur gesucht hat. Kastaneda war in etwa so schwul wie eine Kaffeetasse. Womit wir wieder bei der Bruderschaft wären, meinte Kemada düster. Diesem ganzen Geschichtskram. Ich hasse Geschichte. Also haben wir es mit jemandem zu tun, überlegte Menendez laut, der irgendeine direkte Beziehung zu diesen Ereignissen während des Kriegs hat. Vielleicht sogar zu La Soledad selbst. Jemand, der jetzt eine Art von Rache-Feldzug führt. Bis auf die Tatsache, dass er für eine direkte Beziehung zu jung ist, sagte Velasco. Es muss jemand aus der zweiten Generation sein. Und warum passiert das alles ausgerechnet jetzt? Warum hat er nicht schon vor Jahren angefangen, die Leute umzubringen? Weil er noch keinen Anlass sah, sagte Menendez. Er wurde ihm noch nicht geliefert. Vielleicht war er auch nur zu jung, meldete sich Turillo. Vielleicht wartete er noch ab. El Guapo, sagte Kemada. Wir müssen ihn uns unbedingt vornehmen. Er hat sich mit allen von ihnen getroffen, mit Ausnahme von Castaneda vielleicht. Aber Castaneda kannte ihn mit Sicherheit. Als Stierkämpfer weiß er genau, wie man Leute tötet. Und wenn er Alvades Sohn ist, wie der alte Knabe gesagt hat, dann könnte er vielleicht. Er verstummte nachdenklich. Vielleicht. Rodrigues hatte Mühe, sich zu beherrschen. Mit vielleichts lässt sich kein Fall konstruieren. Mist, sagte Kemada ratlos. Vielleicht ist er auch der Nächste auf der Liste. Keine Ahnung. Aber wir müssen auf jeden Fall mit ihm reden. Das finde ich auch, sagte Menendez. Wir treffen uns mit ihm um acht in seiner Wohnung. Serriant? Turillo nickte. Gut. Irgendetwas spukte in Marias Kopf herum, vage, undeutlich, nicht zu greifen. Sie hob fast hilflos die Hand. Aber warum? Warum? Sie spürte, wie sich ihre Stimme steigerte. Der Hysterie näher kam. Katharina Lucenas blasses, graues Gesicht tauchte kurz vor ihr auf. Warum hat er sich Luis Romero ausgesucht? Kemada zuckte mit den Schultern. Warum nicht? Es ist kein ungewöhnlicher Name. Der Mann war Historiker mit besonderem Interesse für den Bürgerkrieg. Vielleicht hat er seine Bücher gelesen. Vielleicht hat er ihn irgendwann kennengelernt. Vielleicht sogar über ein Kontaktbüro. Ihre Meinung, es ginge nicht um Sex, kaufe ich Ihnen nicht ab. Aber er kannte Romeros Adresse, sagte Maria. Er hat sie der Kontaktagentur genannt, bevor Romero starb. Das war kein Zufall. Er hat sich Romero bewusst als Pseudonym gewählt. Aus einem ganz bestimmten Grund. Menendez hob den Kopf. Was könnte das sein? Welchen Grund könnte er gehabt haben? Sie schüttelte den Kopf. Ihre Haare wirkten noch wirrer als sonst. Das weiß ich nicht. An den Unis erlauben sich Studenten manchmal Scherze. Dozenten auch. Sie ordnen Dinge unter den Namen anderer an. Vielleicht... Kemada fuchtelte mit seiner kräftigen, braunen Hand durch die Luft. Er soll sich als Pseudonym für seine Taten ausgerechnet den Namen eines Mannes wählen, der ihm nahesteht. Dazu ist dieser Bursche viel zu schlau. Wir sollten es überprüfen, sagte Turillo. Wir sollten uns unter seinen Studenten umsehen, seinen Kollegen an der Universität. Klar, sagte Velasco. Machen wir. Aber Kemadas Argument hat was für sich. Warum sollte jemand zur Verschleierung den Namen eines so nahestehenden benutzen? Das macht keinen Sinn. An dieser Sache macht nichts Sinn, murrte Kemada. Dieser ganze Fall ist total irre. Nein, sagte Maria überzeugt. Es macht Sinn. Aber den können wir noch nicht erkennen. Hinter all dem steckt eine eiskalte Logik. Seine Logik. Vielleicht die eiskalte Logik, dass er gern hin und wieder Menschen umbringt, sagte Kemada. Andere spielen Golf oder begeistern sich für Fußball, aber er zieht sich seine rote Kutte an, packt seine Werkzeuge zusammen und marschiert los, um jemanden zu töten. Ganz einfach. Welchen Grund sollte es für ihn geben, Femieni umzubringen, den Marathonläufer? Der Typ lebt auch nicht einmal hier. Hat keinerlei Beziehungen zu Spanien. Er vereinbart einen schwulen Treffen. Niemand erscheint und dann schleudert unser Mann Pfeil auf ihn. Wo ist da die Logik? Maria suchte nach einer Erklärung. Kemada hatte Recht und auch wieder nicht. Die Begründung entzog sich ihr. Vielleicht hat es begonnen, wie Maria sagt, eiskalt und logisch. Doch dann hat sich etwas geändert. Er stellte fest, dass es ihm Spaß macht, dass er Gefallen daran findet, nicht nur seine ursprünglichen Opfer zu töten, sondern auch andere Leute. Vielleicht ist er ein bisschen wirr im Kopf. Er weiß nicht, ob er einen Grund dafür hat, die Leute zu töten. Herrlich, Bär, sagte Kemada. Wenn du recht hast, sitzen wir wirklich in der Tinte. Maria starrte aus dem Fenster. Grell und erbarmungslos strahlte die Sonne vom klarblauen Himmel. Mauersegler zischten durch die Luft. Sie haben Recht, Bär, sagte sie. Sie haben absolut Recht. Er weiß es nicht mehr. Er kann nicht mehr differenzieren. Etwas wie Mitgefühl flog sie an, wie eine vom Licht angezogene Motte. Fast unwillig schüttelte sie den Kopf. Das wär's, sagte Menendez. Wir werden den Stierkämpfer besuchen. Sie beide erkundigen sich in Melilla und überprüfen sie auch die Akten, im Hinblick auf Romero, auf Ordonez, auf wen auch immer. Auf wen auch immer, echote Kemada. Das ist mit Alvales, fragte Maria. Die Worte kamen fast verträumt über ihre Lippen, ganz anders, als sie beabsichtigt hatte. Könnte es auch über ihn irgendwelche Unterlagen geben? Die beiden Kommissare tauschten Blicke aus. Sie rissen sich nicht danach, in verstaubten Aktenregalen zu wühlen. »Er ist tot, Signora«, sagte Velasco, »tot und begraben.« Dennoch. Sie verstummte. Sie sahen Menendez an. Er nickte. Murrend verließen die beiden den Raum. »Und was ist mit den Firmennamen, die bei Castaneda gefunden wurden?«, fragte Maria. Menendez schwieg. »Firmennamen?« Rodriguez wirkte überrascht. »Ich weiß nichts von Firmennamen. In keinem ihrer Berichte haben Sie etwas davon erwähnt, Menendez.« »Sie sind noch nicht überprüft«, sagte Menendez, »nicht einmal ansatzweise.« Der Kapitan atmete tief durch. »Auch wenn Sie noch nicht überprüft sind, Hauptkommissar, ich würde Sie dennoch gern sehen, sobald Sie an Ihren Schreibtisch zurückgekehrt sind.« Dann sah er Maria an. Mit einem Blick, der mehr als eindeutig war. »Ich bin nicht Ihre Komplizen«, dachte Maria. »Auf gar keinen Fall.« »Ich werde Sie Ihnen sofort vorlegen«, sagte Menendez. Rodriguez rieb sich die Augen. »In diesem Fall gebe ich Ihnen nicht die Unterstützung, die Sie verdienen, Hauptkommissar. Es ist nicht Ihre Schuld. In diesem Jahr scheint die Karwoche alle Dimensionen zu sprengen. Es sind mehr Besucher denn je in der Stadt, und unser Personal reicht kaum aus, die normalen Aufgaben zu bewältigen, von einem ungewöhnlichen Fall wie diesem ganz zu schweigen. Das kann ich aber in den nächsten Tagen nicht ändern. Also muss ich mich darauf verlassen, dass Sie zunächst einmal allein mit den Ermittlungen fortfahren. Dennoch ist es notwendig, dass mir ausnahmslos alle Erkenntnisse vorgelegt werden.« »Ja, Kapitan«, erwiderte Menendez spröde. Maria hatte den Eindruck, dass Menendez ohnehin kühle Einstellung ihr gegenüber plötzlich um einige gerade frostiger geworden war. Kapitel 30 Die Straßen waren mit Menschen überfüllt. Ihre erregten Stimmen drangen durch die Fenster herein, als das Auto versuchte, sich seinen Weg durch die Massen zu bahnen. Stumm saß Maria auf dem Rücksitz und hörte Torrios Selbstgesprächen hinter dem Steuer zu. Auch Menendez verhielt sich schweigsam, aber auf eine Art, die neu war. Sie bogen um eine Ecke, fuhren an einer Prozession vorbei, die vor den goldenen Mauern der Kathedrale ihre roten, gelben und grünen Fahnen schwenkte. Es war noch immer heiß, heißer, als sie es in dieser Stadt je erlebt hatte. Sie zog ein Tuch aus der Tasche und wischte sich über die Stirn. Als sie das Tuch in die Tasche zurückstecken wollte, stutzte sie. Irgendetwas fehlte da. Aber was? Sie schloss die Tasche und sah wieder aus dem Fenster. Das ruckartige Vorankommen des Wagens begann ihr Übelkeit zu verursachen. »Große Verdiener, diese Stierkämpfer«, sagte Torrio, als er auf die kiesbedeckte Einfahrt fuhr. Die hohen Eisentore standen offen. Sie hielten vor einem zweistöckigen Haus mit cremefarbener Steinfassade und hohen Fenstern. Einem Patrizierhaus. Aus El Viejo hierher ist es ein langer Weg, dachte Maria, öffnete die Wagentür und trat in die unbewegte Abendluft hinaus. Ein Diener mit niedergeschlagenen Augen und braunem, pockennarbigem Gesicht öffnete ihnen die Tür und führte sie in einen kühlen, eleganten Raum mit blassgrünen Satinpolstermöbeln, dazu passenden Vorhängen und ein paar neoklassizistischen Kopien an den Wänden. Maria trat näher, um eines der Gemälde genauer zu betrachten. Einen Murillo, die Jungfrau mit dem Kind. Dann sah sie sich auch die anderen an. Alle gehörten zur Schule von Sevilla. »Was interessiert sie so?«, fragte Menendez. »Die Bilder. Ein Valdez Leal ist nicht darunter, aber sie sind aus derselben Zeit, im gleichen Stil gemalt.« Torrio warf einen Blick auf den Murillo. Es war nicht das beste Werk des Malers. Eine Auftragsarbeit, die Körper zu üppig, die Gesichtszüge zu gefühlsselig. Ein Bild, das für gewöhnlich die Ateliermiete beglich. Sie meinen, jemand, der diese Schinken mag, müsste auch das Gemälde kennen, das sie uns gezeigt haben? Das als eine Art Vorbild für den Mord an den Angelbrüdern diente? »Ich könnte es mir vorstellen. Viele Leute haben ein Faible für diesen Stil, besonders für Murillo. Aber hier stammt alles aus derselben Zeitperiode. Das kann kein Zufall sein.« »Hm«, brummte Torrio. »Mir kommt das vor wie das Zeug, mit dem meine Mutter die Wände bepflastert hat.« »Man bekam es dazu, wenn man Seifenpulver kaufte. Zehn Kartons, eine Madonna. Den Leuten aus dem Barrio gefällt dieser Kram.« »Ja«, sagte sie, zu weiteren Diskussionen nicht aufgelegt. Die Tür öffnete sich und Jaime Mateo betrat den Raum wie ein zweitklassiger Schauspieler die Bühne. Maria konnte ihre Blicke kaum von ihm losreißen. Er trug ein frisch gebügeltes weißes Hemd, cremefarbene Leinenhosen und hatte eine Teetasse in der Hand. Seine Haare zeigten ein geradezu strahlendes Blond. Sein Gesicht war von einer tiefen Bräune, die zu perfekt wirkte, um echt sein zu können. In der Arena, selbst durch das relativ kritische Auge der Kamera, hatte Mateo so gewirkt, als verdiene er seinen Spitznamen »El Guapo«. Aber in der Realität, aus wenigen Zentimetern Entfernung betrachtet, schwand der schöne Schein schnell, und an seine Stelle trat etwas Künstliches, peinlich Übertriebenes. Maria dachte an ihre Theaterbesuche, bei denen sie den Schauspielern oft fasziniert zugesehen hatte, weil sie ihre Rollen so natürlich spielten, ohne Übertreibung, ohne gekünstelte Gesten. Aber dann, nach Ende des Stückes, wenn sie an die Rampe traten, um den Beifall entgegenzunehmen, fielen die Masken, und das Künstliche wurde sichtbar. Dann waren sie nur noch unreale Wesen, so dick und grob geschminkt, dass jedem unbegreiflich schien, das zuvor nicht bemerkt zu haben. Und genau das war Mateos' Fähigkeit, aus der Entfernung so gut, so natürlich auszusehen. Der Preis, den er dafür bezahlte, bestand darin, dass er herumstolzierte wie ein Pfau, sobald die Corrida vorüber war. Er war nicht gutaussehend, er war grotesk. Das Goldblond der Haare, die makellose Bräune der Haut und das strahlende Blau der Augen kamen Maria vor wie die Grundfarben, mit denen ein Kind ein Porträt malen würde. Zu vereinfachend und zu eindeutig, um der Wirklichkeit zu entsprechen. »Die Polizei, wie aufregend!« sagte er mit einer seltsam flachen Stimme, in der sich der Dialekt des Barrio mit dem Bemühen mischte, liebenswürdig zu sein. Dann setzte er sich auf einen hochlehnigen, satinbezogenen Stuhl und sah sie mit unverhüllter Erheiterung an. »Sie wissen, warum wir hier sind, Signor Mateo?« Maria versuchte Menendez' Miene zu deuten. Er schien über den Auftritt des Mannes ebenso schockiert zu sein wie sie. Als sie anriefen, sagten sie irgendetwas über irgendeinen Fall. »Genau, das weiß ich nicht.« Matteo wedelte wild mit den Armen, während er sprach. Sie bemerkte, dass Torrio ihn sehr genau musterte, ihm in die Augen sah. »Warum geht es eigentlich? Warum belästigen Sie mich? Was wollen Sie von mir?« »Alles in Ordnung?«, fragte Torrio. »Was?« »Ich fragte, ob mit Ihnen alles in Ordnung ist. Ich habe den Eindruck, als würde es Ihnen nicht besonders gut gehen.« Matteo zwinkerte. »Die Augen«, dachte Maria. »Wer hat etwas in seinen Augen gesehen, und das lässt er den Mann wissen?« »Mir geht es blendend«, erfuhr sich mit dem Handrücken über den Mund. »Aber so sehen Sie nicht aus,« sagte Torrio. »Sie sehen aus wie ein Mann mit gesundheitlichen Problemen, wenn Sie verstehen, was ich meine.« Weiße Flecken erschienen auf Matteos Lippen. Er sah Menendez an. »Sind Sie deshalb hier, Hauptkommissar, um mich zu schikanieren? Ich habe Freunde, müssen Sie wissen. Ich könnte zu dem Telefon da drüben greifen und Leute anrufen, mit denen Sie bestimmt nicht gerne sprechen würden.« »Das glaube ich gern«, sagte Torrio gelassen und musterte die Bilder an den Wänden. »Es sind mehrere Leute gestorben, die Sie kennen, Signor Matteo. Wir möchten in Erfahrung bringen, was Sie über Sie wissen, wann Sie Sie zum letzten Mal gesehen haben. Das ist alles.« Matteo stürzte einen Schluck Tee hinunter. »Sie meinen die Brüder Angel?« Menendez schwieg einen Moment lang. »Ja, fangen wir mit Ihnen an«, sagte er dann. »Die Brüder habe ich vor drei Monaten zum letzten Mal gesehen. In Madrid auf irgendeiner Party. Ich kannte sie kaum, wenn Sie es unbedingt wissen müssen. Sie gehörten nicht unbedingt zu meinen Freunden.« »Was waren sie dann für Sie?«, fragte Torrio. Matteo kaunte auf seiner Unterlippe. »Flüchtige Bekannte, mehr nicht. Ich lerne alle möglichen Leute kennen. Sie protzen mit mir auf ihren Partys. Das wirkt sich positiv auf ihre Geschäfte aus, nehme ich an. Die Angelz, ich habe sie hin und wieder getroffen. Es waren interessante Leute. Stars.« »Haben Sie sich mit Ihnen verabredet?« »Verabredet?« »Ja, Sie wissen schon, zu eindeutigen Zwecken. Sex beispielsweise.« Matthäus Tee verfärbte sich unübersehbar gräulich. »Ob ich Sex mit den Brüdern hatte? Ist das Ihr Ernst? Wollen Sie tatsächlich wissen, ob ich Sex mit Ihnen hatte?« »Genau das«, erwiderte Torrio gelassen. »Großer Gott!« Matteo wirkte fassungslos. »Hören Sie, in den Kreisen, in denen ich verkehre, begegnet man einer Menge schwuler. Mir persönlich liegt das nicht. Ich komme aus dem Barrio, müssen Sie wissen. Aber ich begegne Ihnen, schüttle Ihnen die Hand, frage »Wie geht's?« »So läuft das ab. Das sind PR-Geschichten.« »Also treffen Sie sich nicht privat mit Ihnen, abseits von Partys? Von Freund zu Freund sozusagen?« »Sozusagen was? Halten Sie mich für schwul?« »Großer Gott! Wenn ich in der Arena kämpfe, kann ich mir unter den Zuschauern jede Frau aussuchen, die mir gefällt. Ist Ihnen das klar? Vergreifen Sie das?« »Nach dem Kampf greife ich, was mir gefällt. Sie gehen nach Hause zu Ihrem braven kleinen Eheweib, Herr Polizist. Ich treffe meine Wahl für eine Nacht. So ist das. Gehört wohl zum Job, was? Nicht schwul zu sein, meine ich. Ja, zischte Matteo. Gehört zum Job. Wenn Sie es so nennen wollen, bitte.« Menendez warf einen Blick in seine Notizen. »Bevor wir herkamen, haben wir uns schon ein bisschen über Sie informiert, Signor Matteo. Warum die Mühe? Lesen Sie denn keine Zeitung?« »Da gab es einen kleinen Diebstahl in Ihrer Jugend.« »Ich wurde geschnappt. Die meisten anderen im Barrio hatten mehr Glück. Lesen Sie Olla? Da steht alles drin, Woche für Woche. Gute Serie aus dem Ghetto zum Ruhm.« Vor zwei Jahren hat in Cardis jemand Anzeige erstattet. Ein Mädchen. »Na und? Aber aus Ihren Akten werden Sie wissen, dass nichts draus geworden ist. Die Polizei hat nichts unternommen.« »Warum nicht?« erkundigte sich Torrio. »Haben Sie Ihre Freunde angerufen?« »War nicht nötig. Die dumme Gans machte mich an, nach dem Kampf. Tut so, als wisse sie genau, um was es geht. Aber dann überlegt sie es sich plötzlich anders, danach, nachdem sie ein bisschen nachgedacht hat.« Erneut sah Menendez in seinen Notizen. Sie warf ihnen vor, sie vergewaltigt zu haben, ihr ein Messer an die Kehle gedrückt und sie vergewaltigt zu haben. »Sie ist eine verdammte Lügnerin. Was soll schon passieren, wenn man nachts um zwei jemandem aufs Zimmer folgt? Eine Partie Canasta?« Sie war fünfzehn. »Mag sein, aber sie wirkte wie einundzwanzig. Erst nachdem ihr einfiel, was Mama dazu sagen könnte, schrie sie Zeta und Mordillo. Erst danach. Deshalb hat die Polizei die Sache auch nicht weiterverfolgt.« Menendez schrieb etwas auf seinen Blog, blätterte die Seite um. »Kannten Sie Luis Romero?« Matteo starrte längere Zeit an die Decke. »Sagt mir nichts. Müsste ich ihn kennen?« »War Professor an der Universität. So sah er aus.« Er streckte ihm das Foto entgegen, auf dem Romero prostend in die Kamera lächelt. »Nun«, borte Turillo. »Drängen Sie mich nicht!« wehrte sich Matteo. »Ihm geht's doch um die Wahrheit, oder nicht?« Er hielt die Aufnahme ins Licht. »Den habe ich schon irgendwo gesehen, wusste aber nicht, wie er heißt.« »Und wo haben Sie ihn gesehen?« fragte Menendez. »Mist, keine Ahnung! Auf irgendeiner Party, irgendeinem Fantreffen. Wissen Sie, wie viele Leute zu sowas zusammenströmen? Hunderte, vielleicht sogar Tausende. Sie hängen sich an einen, klatschen einem vertraulich auf die Schulter, dann gehen sie nach Hause und erzählen überall herum, dass sie mit einem Promi gefeiert haben.« »Sicher, den habe ich schon mal gesehen. Hing auf irgendeiner Vete rum. Aber fragen Sie mich nicht, wo?« »Auf einer Party bei den Brüdern Angel?« fragte Maria. »Waren Sie dort? Haben Sie ihn bei Ihnen gesehen?« Matteo dachte nach. »Möglich. Vor vier oder fünf Monaten haben die Brüder eine Party gegeben. Ich ging hin, weil sie mir versprachen, dass sie nicht nur ihre schwulen Bande einladen würden.« »Und?« fragte sie. »Ausnahmsweise hatten sie tatsächlich die Wahrheit gesagt. Es war eine stinknormale Fete. Ein paar Frauen, einige Geschäftsleute. Wenn sie wollten, bekamen sie solche Dinge durchaus ganz gut hin.« »Und Sie glauben, auch Romero könnte dort gewesen sein?« »Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber möglich ist es. Ich gehe ständig zu solchen Veranstaltungen, mitunter zwei, dreimal in der Woche. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, wen ich wann getroffen habe. Das wäre zu viel verlangt.« »Das sehe ich ein«, sagte Menendez. »Wie steht es mit Miguel Castaneda? Auch ein Fan von Ihnen?« »Nein«, erwiderte Matteo entschieden. »Sie wissen, dass er Sekretär der Bruderschaft war. An Veranstaltungen der Bruderschaft hat er natürlich teilgenommen. Aber ich erinnere mich nicht, ihn auf irgendwelchen Fantreffen gesehen zu haben. Der alte Knabe war ein ziemlicher Snob. Er mischte sich nicht unter den Pöbel.« »Wa?«, sagte Turio. Sie sagten, »wa?« »Ich kann lesen. Er stand in allen Zeitungen, dass er in seinem Büro umgebracht wurde.« »Sie kennen es?« »Natürlich kenne ich es. Schließlich bin ich Mitglied. Haben Sie vergessen, sich Ihre Unterlagen anzusehen? Ich musste mich von Zeit zu Zeit bei Ihren beschissenen Abenden zeigen, auf Tradition machen. Das wurde erwartet.« »Warum?«, fragte Maria. »Warum wurden Sie Mitglied?« Matteo blickte in seine leere Teetasse. Sagen wir, die Mitgliedschaft war eine Art Vermächtnis. Ihres Vaters, von Antonio Alvales, sagte sie. Er wurde blutrot und umklammerte die Tasse so fest, dass Maria befürchtete, sie würde zerbrechen. »Alle Achtung! Sie waren aber fleißig, was?« »Ihr Vater hat Ihnen einen Platz in der Bruderschaft besorgt. Als Geschenk?« »Ein Geschenk?«, Matteo lachte. »Ein Geschenk!« Das Strahlende, die Energie verschwand aus seinem Gesicht. Jetzt wirkten seine Augen stumpf und leer. »Ich habe von meinem Vater keine Geschenke erhalten. Er gab uns Geld, um uns am Leben zu erhalten. Er bezahlte meine Ausbildung zum Stierkämpfer. Er hinterließ mir, was er für angemessen hielt, den richtigen Rahmen für mein Leben. Aber ich betrachte es nicht als Geschenk. Wenn man einen Zaun um seine Rinde errichtet, um sie am Fortlaufen zu hindern, wenn man sie gegen Krankheiten impft, dann sind das keine Geschenke, sondern Vorsichtsmaßnahmen. Etwas, was man aus Pflichtgefühl tut. So wie man Hunde vor Antritt einer Urlaubsreise in einen Zwinger bringt.« Die schwiegen, warteten darauf, dass er noch etwas sagt. »Kannten Sie ihn? Hat er Sie besucht?« Matteo schloss die Augen. Sein Gesicht wirkte wie eine Totenmaske. »Einmal, als ich noch klein war. Ich erinnere mich, dass ein Mann, ein großer, weißgekleideter Mann, zu uns nach Hause gekommen ist. Er hat mit meiner Mutter geredet. Sie ging nach oben. Da waren Geräusche, Dinge, die ich nicht verstand. Sie kamen wieder herunter. Er strich mir über den Kopf. Ich erinnere mich an seine große, braune Hand in meinen Haaren. Ein verlebtes, schmales Gesicht, gelbe Zähne. Er ließ Geld auf dem Küchentisch zurück, und meine Mutter sagte, ich dürfe auf keinen Fall jemandem erzählen, dass ein Signor Alvarez besucht habe. Damals dachte ich, mein Vater wäre vor meiner Geburt gestorben. Das hatte mir meine Mutter erzählt. Erst später, kurz vor ihrem Tod, fand ich die Wahrheit heraus. Ich glaube, ich war der Letzte, der sie erfuhr. In der Schule verspotteten sie mich, nannten mich Antonios Bastard, aber ich wusste nicht, was das bedeutete. Als ich dahinter kam, war er bereits krank. Er weigerte sich, mich zu sehen, schickte aber weiter Geld. Ich nutzte es für meine Ausbildung in der Arena, um kämpfen zu lernen, um zu entkommen. »Ist eigentlich irgendein Mensch Antonio Alvarez wirklich entkommen?«, fragte sich Maria. Als er starb, war er in Ungnade gefallen, aber es gab eine offizielle Aufbahrung. Ich habe ihn mir angesehen. Es war ein Gesicht, das ich nicht erkannte. So ausgezerrt, so verwüstet. Ich konnte nichts für ihn empfinden, auch heute nicht. Ihr Vater hat Ihnen also die Zugehörigkeit zur Bruderschaft hinterlassen? Neben anderen Dingen, ein bisschen Geld, ein paar Gemälde. Ich bin nicht sein einziger Bastard, müssen Sie wissen. Viele Krähen pickten am Kuchen, aber ich bekam mehr als die meisten anderen. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne, schien er mich den anderen vorgezogen zu haben. »Kennen Sie Katharina Lucena?«, fragte Maria. »Sagt Ihnen dieser Name irgendetwas?« Er schüttelte langsam den Kopf. »Nichts, absolut nichts.« »Sie mögen Kunst«, sagte sie. Er hob die Schultern. »Ich habe Geld. Ich kaufe mir gern dies oder das.« »Haben Sie die Bilder bewusst ausgewählt?« »Diese Bilder, fast alle diese Gemälde, entstammen einer Stilepoche, einer Stadt.« »Ja«, sagte er. »Und einer Galerie. Ich kaufe diese Dinge en bloc.« »Meinen Sie, ich hätte die Zeit, die Einrichtungsgegenstände für mein Haus selbst auszusuchen?« »Wissen Sie, wer sie gemalt hat?« »Großer Gott, was wollen Sie?« »Ist das eine Art Test?« »Nein, es sind eben Bilder, wie die, die bei uns zu Hause gehangen haben, als ich ein Kind war. Mir gefallen sie. Oder meinen Sie, ich hätte lieber die Scheiße kaufen sollen, die die Angels produziert haben?« Berätes Schweigen. »Als Mitglied der Bruderschaft haben Sie vermutlich auch eine Kutte?«, fragte Turio. »Ja«, erwiderte Matteo. »Irgendwo im Haus. Es ist lange her, seit ich sie das letzte Mal getragen habe.« »Wir müssen die mitnehmen, um sie zu untersuchen.« Matteo zuckte mit den Schultern, verließ den Raum, rief dem Diener etwas zu und kam zwei Minuten später mit der Robe über dem Arm zurück. Turio schnappte sie sich. Sie war leicht ausgeblichen, rochverstaubt und modrig. »Wissen Sie noch, wann Sie sie das letzte Mal anhatten?« »Nein«, antwortete Matteo gereizt. »Man sieht sie nur in der Semana Santa und zu den Proben an. Aber daran nehme ich nicht teil.« Turio warf die Kutte über eine Stuhllehne. »Die brauchen wir nicht mitzunehmen. Daran werden wir nichts entdecken.« »Wie Sie wollen«, sagte Matteo und ließ sich wieder auf seinen Stuhl fallen. »Dauert es noch lange?« »Haben Sie etwas vor?«, fragte Turio. »Nein, aber ich möchte mich hinlegen. In der Woche vor einem Kampf gehe ich gern früh schlafen.« »Ja«, meinte Turio. »Klingt nur vernünftig.« Menendez stand auf. »Heute Abend haben wir keine weiteren Fragen, Signor Matteo. Aber es ist nicht auszuschließen, dass wir noch einmal auf Sie zukommen. Bis Dienstag bleibe ich in der Stadt, dann fahre ich nach Malaga für einen Kampf am kommenden Wochenende. Gut, dann werden wir jetzt gehen.« Er reagierte kaum noch. Turio verließ als erster das Haus, schloss das Auto auf und öffnete ihnen die Türen. Als er zum Tor hinaus fuhr, drehte er sich um. »Ich nehme an, dass er jetzt einen Schuss setzt. Haben Sie die Augen gesehen?« Maria nickte. »An was denken Sie?« »Heroin. Höchstwahrscheinlich. Ist das zu glauben? Ein Mann, der den Mut aufbringt, sich den Stieren in der Arena zu stellen, kommt nicht ohne Drogen durch den Alltag. Das macht einfach keinen Sinn.« »Für ihn schon«, sagte Menendez. »Es ist nicht die Corrida, die ihm Angst macht«, dachte Maria. »Es ist etwas anderes, etwas Altes, ein Vermächtnis.« Sie sah auf ihre Armbanduhr. Es war fast zehn Uhr. »Ich würde gerne heimgehen. Ich bin hundemüde.« »Setzen Sie mich vor dem Präsidium ab«, sagte Menendez. »Ich möchte noch ein bisschen Papierkram aufarbeiten.« Dann sah er schweigend aus dem Fenster, blickte auf die vorbeitreibenden Menschen, ohne sie wirklich zu sehen. »Heute hat er niemanden getötet«, sagte er vor sich hin. »Vielleicht wissen wir es nur nicht«, erwiderte Thurio. »Nein, er hat niemanden umgebracht. Er lässt es uns wissen, wenn er zugeschlagen hat. Er verheimlicht nichts. Wenn er heute jemanden getötet hätte, würden wir es wissen.« Jetzt sah auch Thurio auf seine Uhr. »Noch zwei Stunden bis Mitternacht. Vielleicht geht er heute später ans Werk.« Es war noch immer warm, aber Maria lief es kalt über den Rücken. Kapitel 31 »Wenn du mich fragst«, sagte Kemada, »ist das alles mal wieder typisch Frau.« Die beiden Kriminalpolizisten saßen sich an einem mit Kugelschreiber beschmierten, grünen Metall-Schreibtisch ihres Dienstzimmers gegenüber. Es war kurz vor elf Uhr abends und das Büro verlassen. Von fern, vom Ende des Ganges, hörte man das übliche Getöse. Trunkenbolde resonierten über Abtransporte in die Ausnüchterungszelle. Taschendiebe beteuerten ihre Unschuld. Prostituierte machten auf gekränkte Unschuld. Velasco sah seinen Kollegen an und hob die Brauen. »Tippisch, Frau?« »Klar.« Velasco schüttelte den Kopf und versuchte, das Zeug loszuwerden, das sich auf Dauer in seinen Nasenhöhlen festgesetzt zu haben schien. »Tippisch, Frau. Wie lange bist du jetzt geschieden?« »Na bitte.« »Du hast doch keine Ahnung. Was du von Frauen verstehst, könntest du auf einen Zwerghuhnpimmel tätowieren lassen und hättest noch immer Platz für deine Steuererklärung.« »Meinst du?« »Meine ich.« »Nun, dann muss ich dich wohl aufklären, Partner.« »Ich verstehe genug von Frauen, um zu wissen, dass sie manchmal echt bescheuert reagieren. Anders als Männer. Richtig bescheuert. Nimm beispielsweise Dolores. Weißt du, warum es letztendlich mit uns auseinanderging? Weißt du das? Du wirst mir nicht glauben. Das prophezeie ich dir jetzt schon. Monatelang hat sie an meiner Kleidung herumgenörgelt. Dein Anzug sieht aus, als hättest du ihn aus der Altkleidersammlung geangelt. Er hat ja mehr blanke Stellen als ein Detzen. Sie ließ einfach nicht locker. Dann komme ich eines Tages an der Galeria vorbei und sehe, dass sie Ausverkauf machen. Ich also rein und kaufe mir einen Anzug. Einen aus Leinen, Baumwolle, was weiß ich. Aus diesem hellen Zeug, das auch die Politiker tragen. Muss beim Pinkeln zwar verdammt vorsichtig sein, damit du vorn keine Flecken kriegst, aber abgesehen davon ein echt starker Zwirn. Und dann auch noch zu einem echt passablen Preis. Ich also nach Hause und ziehe ihn an. Doch sie mustert mich nur so von oben bis unten und fragt dann, seit wann kauft ihr deine Freundin die Anzüge? Aber ich explodiere nicht. Ich bleibe ganz ruhig und betone, dass ich ihn nur gekauft habe, um ihr einen Gefallen zu tun. Nachdem sie mir in den letzten sechs Monaten ständig in den Ohren gelegen hatte, ich sehe aus wie ein Penner. Schließlich scheint sie sich ein wenig zu beruhigen und ich habe den Eindruck, mit ein wenig Glück noch einmal davon kommen zu können. Aber dann sagt sie zu mir, und wie wäscht man den? Ich denke, ich höre nicht richtig. Entschuldige, aber wie macht man was? Frage ich. Du hast es dir also nicht angesehen, oder? Stellt sie fest. Du hast es nicht für nötig gehalten, auch nur einen Blick auf das Schildchen innen zu werfen, um zu erfahren, wie man ihn wäscht, wenn er schmutzig ist. Was bei dir nicht allzu lange dauern kann, aber das ist dir ja egal. Du ziehst los und kaufst. Waschen kann ja jemand anderes. Ich sehe sie an und sage, aber natürlich habe ich es mir angesehen, Dolores. Sehr genau sogar. Darauf stand Waschanleitung. Geben sie den Anzug ihrer Frau und sagen sie ihr, wasch ihn verdammt noch mal. Und weißt du, was sie macht? Velasco sah seinen Kollegen unter halb geschlossenen Liedern an. Lass mich raten, sie sagt, heilige Jungfrau bin ich dankbar, einen so witzigen und bezaubernden Ehemann zu haben. Köpfen wir eine Flasche Champagner zur Feier des Tages. Das denkst du. Sie packt ihre Sachen und haut ab. Ist das zu fassen? Dabei hatte ich ihr in der Vergangenheit einige Gründe gegeben. Hin und wieder ein paar Freundinnen, aber wer hätte die nicht. Ein oder zweimal habe ich sie auch ein bisschen hart angefasst, worauf ich, weiß Gott, nicht stolz bin. Aber immer ist sie geblieben, bis ich irgendeinen dämlichen Anzug kaufe und nicht auf die Waschanleitung achte. Ist das zu fassen? Velasco malte Männchen auf seinen Block. Vielleicht kam einfach zu viel zusammen. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, wie man sagt. Kemada sah ihm direkt in die Augen. Manchmal, dachte Velasco, manchmal macht er mir direkt Angst. Genau das, mein Freund, genau das ist der springende Punkt. Genau das. Du lebst mit ihnen unter einem Dach, schläfst im selben Bett. Du denkst, du kennst sie. Dann passiert irgendeine Lappalie und peng. Du musst feststellen, dass die Person, die in den letzten zehn Jahren neben dir geschlafen hat, der Schrecken vom Amazonas ist. Vielleicht tauscht man sie aus. Vielleicht nach der Trauung, nach der Hochzeit. Sie nehmen die weg, die man geheiratet hat und tauscht sie gegen eine vom Mars aus. Und du bemerkst es nicht mal, weil du deinem Schwiegervater den ganzen Schnaps wegpichelst. Sehr witzig. Der Punkt, auf den ich hinaus will. Punkt, Punkt. Du meinst, es gibt einen Punkt bei der Sache? Er ist folgender. Sieh dir die Männer an. Sie kriegen hin und wieder schlechte Laune. Sie werden gemein. Sie machen manchmal was, was nicht ganz richtig ist. Aber normalerweise sind sie ziemlich leicht zu durchschauen. Ein Dorfpastor betätigt sich in seiner Freizeit für gewöhnlich nicht als Fassadenkletterer. Er rennt nicht rum und murkst Leute ab. Es sei denn, mit ihm stimmt irgendwas nicht. Bei Frauen ist das anders, ganz anders. Bei allen. Eine Kleinigkeit. Etwas, was man nicht einmal mitbekommt, lässt sie durchdrehen. Sie verwandeln sich von der braven kleinen Frau, die zu Hause darauf wartet, dir dein Abendessen vorzusetzen. Mir nichts, dir nichts. In den Schrecken vom Amazonas. Geh in das Gefängnis. Ziehe nicht 4000 Mark ein, wenn du über Los kommst. Und das heißt? Was das heißt? Nimm die Tante dieser Lucena. Sie hätte sich das Kind schnappen und aufziehen können, weil ihr gerade danach war. Sie sieht den Bauch dieses Mädels. Die Vorhänge sind grün auf dem Herd schmurkeln Bohnen. Sie hat ihre Tage, was auch immer. Und prompt verwandelt sie sich von Mutter Teresa in Blaubart. Einfach so. Velasco dachte nach. Ich könnte es mir vorstellen. Ja, das wäre durchaus möglich. Ja, durchaus. Andererseits. Kemada zierte sich mit dem Weitersprechen. Andererseits, hakte Velasco nach. Andererseits kann uns die Lucena aber auch einen Riesenhaufen Scheiße aufgetischt haben. Mit allem? Nein, nicht mit allem, nur teilweise. Details. Die entscheidenden Details. Du meinst, dass das Kind vielleicht doch gestorben ist? Dass diese Leute einfach den Anblick der kleinen Lucena satt hatten und zu der Ansicht kamen, es wäre besser, sich auf der anderen Seite des Meeres zu befinden, als sich ständig anhören zu müssen, wie dieser Teufel in Menschengestalt ihre Familie getötet und mit ihr unaussprechliche Dinge getrieben hat? So ungefähr. Velasco blickte auf den Stapel auf dem Schreibtisch. Es waren alte, verblichene Aktenumschläge aus Manierpapier, beschrieben mit Tinte und fließenden, schwungvollen Buchstaben. Er griff zu einer Akte mit der Aufschrift A.Alvarez und warf sie über den Tisch. Als sie landete, stieg eine kleine Staubwolke hoch. Ich nehme an, wir sollten uns vergewissern. Fangen wir an? Kemada hatte eine tiefe Abneigung gegen Papierkram. Daher warf er Velasco die Akte wieder zu und rief die Polizei in Millia an. Er rechnete nicht mit Wundern. Es geschah auch keins. »Was wollen Sie?«, fragte die Stimme am anderen Ende der Leitung. Der Beamte hatte sich mit Sergiant Flores gemeldet und verströmte die Zugänglichkeit und Begeisterung, die Kemada von einem öffentlichen Bediensteten eine Minute vor Anbruch der Mittagspause erwartet hätte. »Es ist wichtig, Sergiant. Wir ermitteln in einer Mordsache. Wegen mehrfachen Mordes. Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen.« Er hörte Flores schnaufen. »Sie verlangen also, dass ich zwei Menschen aufspüre, die kurz nach dem Krieg hier gelebt haben?« »Und feststelle, was aus ihnen geworden ist? Ihre Familienverhältnisse? Und das alles sofort?« »Ich weiß, der Zeitpunkt ist nicht unbedingt der Beste.« »Sie wissen gar nichts, Kollege.« »Je hier gewesen?« »Nein«, sagte Kemada und hoffte, dass sich daran so schnell auch nichts ändern würde. »Nein, Kollege, noch nie.« »Nun, dann will ich Ihnen mal was sagen. Ich kam aus Galicien hierher. Der Himmel mag wissen, warum, aber hier ist es nicht so, wie Sie es sich vielleicht vorstellen. Hier ist Afrika, verstehen Sie mich?« »Im Prinzip schon.« »Das bezweifle ich. Hier ist Afrika, nicht Spanien. Jedenfalls nicht richtig.« »Afrika, wissen Sie, was das heißt?« »Lassen Sie mich raten, Ihre Aktenablage ist nicht auf dem neuesten Stand.« »Heilige Mutter Gottes, Sie sind nicht existent.« »Ich kann hier auf keinen Knopf drücken, um Ihnen diese Informationen über die jetzigen Bewohner zu geben. Ganz zu schweigen von solchen, die vor 40, 50 Jahren hier gelebt haben.« »Das sehe ich ein, aber irgendwelche Unterlagen müssen Sie doch haben.« »Aber ja, ein ganzes Kellergeschoss voll, begraben unter tausenden toter Käfer. Wenn Sie sich da selbst umsehen wollen, nur zu.« Das hörte Kemada gar nicht gern. »Da wüsste ich nicht, wo ich anfangen soll, Kollege.« »Ich auch nicht. Außerdem habe ich Wichtigeres zu tun. Drogen und Ihre Dealer aufzuspüren beispielsweise. Richtige Polizeiarbeit eben. Die Jagd auf jemanden, der herumläuft und Menschen umbringt, ist auch richtige Polizeiarbeit,« sagte Kemada mit einem leisen Klirren in der Stimme. »Soweit ich weiß, bringt er bei Ihnen im Moment noch niemanden um. Aber bei uns tut er es, und das macht uns nun mal ein bisschen nervös.« »Hm, nun ja, das sehe ich ein,« zeigte sich Flores versöhnlich. Als er einen Moment später weiter sprach, hörte er sich eine Spur freundlicher an. »Aber Sie müssen auch Verständnis für mich aufbringen. Ich verfüge nun einmal nicht über die menschlichen Ressourcen, um derlei Dinge nachgehen zu können.« »Ist das das Gleiche wie Leute, Personal, Männer, Polizisten?«, erkundigte sich Kemada spitz. Er hörte sich an wie die Schneekönigin. Knapp, kühl und sehr überlegen. »Richtig«, sagte Flores. »Der Punkt, den ich Ihnen begreiflich machen will, ist der. Wenn Sie herkommen wollen und sich die Akten selbst ansehen wollen, sind Sie uns jederzeit willkommen. Kommen Sie her und machen Sie sich an die Arbeit, kein Problem. Aber wir werden es nicht für Sie tun. Ich werde Ihre Entscheidung meinem Kapitan mitteilen. Tun Sie das. Und wenn er damit Probleme hat, kann er sich an meinen Kapitan wenden. Unabhängig davon, wenn Sie kommen wollen, lassen Sie es mich wissen. Wir werden für eine Unterkunft sorgen. Ich könnte mich sogar versucht fühlen, Ihnen ein Bier zu spendieren. »Verbindlichsten Dank, Kollege«, sagte Kemada. »Das wäre wundervoll. Noch eine winzige Frage?« »Ja. Es muss bei Ihnen doch etliche Einwohner geben, Leute aus dem Mutterland, die seit vielen Jahren bei Ihnen ansässig sind. Vielleicht können Sie mir einen von Ihnen nennen? Vielleicht erspart es uns allen eine Menge Zeit, wenn Sie mir einfach eine Telefonnummer nennen. Dann rufe ich dort an und frage, ob Sie sich an die Leute erinnern, um die es uns geht.« »Das ist eine gute Idee«, sagte Flordes. »Finde ich auch. Lassen Sie mich nachdenken. Ich rufe Sie wieder an.« »Danke, Kollege. Schon eine Vorstellung wann?« »Wenn wir zu Ende nachgedacht haben. Und je schneller Sie aus der Leitung verschwinden, desto schneller kann ich damit anfangen.« Die Verbindung brach ab. Kemada dachte sich einen schauerlichen Fluch aus und schrie ihn in den Hörer. »Unsere Jungs in den Kolonien waren wohl nicht besonders hilfsbereit,« erkundigte sich Velasco. »Desermann ist ein komplettes Arschloch,« knirschte Kemada. »Ich verfüge nun einmal nicht über die menschlichen Ressourcen. Wo schnappen Sie diesen Mist nur auf? Auf Seminaren, in diesen Fortbildungskursen. Ich habe vor Jahren selbst mal einen mitgemacht. Überhaupt kein Problem. Man muss sich nur des richtigen Kauderwelschs bedienen. Menschliche Ressourcen, Zielsetzungsstrategien und so weiter. Im Ernst? In Führungskreisen kommt das heutzutage ausgesprochen gut an. Prima. Hier sitzt eine menschliche Ressource, die auf eine Strategie aus ist, die in etwa einer Stunde die Zielsetzung eines netten kalten Biers erfüllt. Hast du eine parat?« Velasco nahm ein paar Aktenunterlagen und warf sie quer über den Tisch. »Komisch, dass du das fragst,« sagte er, »ja, ich hätte da unter Umständen eine.« Kemada blickte von den Unterlagen hoch und stieß einen langen Pfiff aus. »Wann ist dieser Bursche gestorben?« »Vor neun oder zehn Jahren an Kehlkopfkrebs.« »Und keine Minute zu früh, wenn du mich fragst. Dieser Typ war nicht gerade eine Zierde der Menschheit. Keine Ahnung, was diese Lucena in ihm gesehen hat. Menschen ändern sich, werden durch die Umstände verändert. Vielleicht war der Alvarez, den sie kennenlernt, ein ganz anderer als der, zu dem er dann wurde. Vielleicht, 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 vielleicht. Keinerlei Verwandte, stimmt's? Keine gesetzlichen Verwandten, soweit ich weiß. Seine Frau ist fünf Jahre vor ihm gestorben. Keine Kinder. Keiner von ihnen scheint irgendwelche Geschwister gehabt zu haben. Die Unterlagen sind recht ausführlich. Sogar Presseausschnitte, ein paar Nachrufe und der Bericht über die Trauerfeier. Aber nirgendwo werden Verwandte erwähnt. »Hm«, brummte Kemada und blätterte. »Aber offenbar jede Menge kleiner, nicht ganz rechtmäßiger Antonius und Antonias. Das heißt, wenn die Angaben stimmen.« Die polizeiliche Akte begann mit einer Anzeige im Jahr 1947. Sie endete 1964. Insgesamt gab es 13 Polizeiberichte. Zwölf von ihnen betrafen Sexualvergehen, mit einer Ausnahme durchgängig an Minderjährigen. »Alles Mädchen, alle zwischen 14 und 16. Ein falsch gewickelter Kinderfreund?« Velasco nickte. »Scheint so. Würde auch mit Signora Lucenas Erzählungen übereinstimmen.« »Dieser Bursche muss irgendwo ein paar Freunde gehabt haben. Gute Freunde. Jeder Fall wurde von einem Kollegen bearbeitet, aber alle kamen zum gleichen Schluss. Und keiner von ihnen kam je zur Anklage. An eine Falschanzeige wegen Vergewaltigung, könnte ich glauben. An zwei vielleicht auch, aber zwölf.« Velasco putzte sich die Nase und konnte nicht umhin, den Inhalt seines Taschentuchs zu inspizieren. »Vielleicht haben die Mädels seine Absichten nicht begriffen.« »Klar«, sagte Kemada. »Beispielsweise Inma Cuellas, zur Teilzeit 14 Jahre alt. Sagt aus, dass Antonio sie wöchentlich dafür bezahlte, dass sie ihn besuchte. Der medizinische Bericht erwähnt Beweise für anale Verletzungen. Ein Augenzeuge sah, wie sie ihn im Park oral befriedigte. Schwanger. Allmächtiger. Sechs von ihnen sind zum Zeitpunkt der Anzeige schwanger. Vielleicht haben sie noch etwas anderes nicht begriffen. Nahm an, er wollte Backe-Backe-Kuchen mit ihnen spielen. Sieh dir die Adressen an. Alle in El Viejo. Sie könnten alle jungen Nutten gewesen sein.« Unter Umständen hat er sie bezahlt, und sie erstatteten die Anzeigen, als er von ihnen nichts mehr wissen wollte, als sie schwanger wurden. »Wir wissen nicht, mit wem sie sonst noch gebumst haben könnten.« »Es interessiert mich nicht, ob sie Nutten aus dem Barrio waren oder Novizinnen mit einer Adresse im Himmel. Gesetz ist Gesetz. Dafür hätte er vor Gericht gestellt werden müssen. Dafür hätte er hinter Gitter gehört. Vielleicht hat man damals den Leuten mehr Ermessensspielraum eingeräumt.« »Ermessensspielraum? Sieht das hier für dich, wie Ermessensspielraum aus? Dieser Typ hatte Beziehungen. Das ist alles. Sieh dir die Art und Weise an, in der die Untersuchungen abgeschlossen werden. Unzureichende Beweise. Zeuge unglaubwürdig. In allen Fällen? Sie wurden alle von irgendwelchen jugendlichen Hengsten in der Nachbarschaft angebummst und beschlossen dann ausnahmslos, dieses Missgeschick dem armen Antonio in die Schule zu schieben? Du weißt nicht, was wirklich geschehen ist. Das alles ist schon sehr lange her. Nein, ich sage dir, dass das nur die Fälle sind, von denen wir wissen. Die Spitze des Eisberges. In seiner besten Zeit hat der gute Antonio vermutlich die Hälfte aller Schulmädchen in El Viejo entjungfert, und das weißt du ebenso gut wie ich. Velasco sah auf die Unterlagen vor sich, auf die dünnen, schwarzen, maschinegeschriebenen Zeilen. Ihm gefiel seine Tätigkeit. Er arbeitete gern mit Kemada zusammen. Der Mann war zwar manchmal unerträglich, aber ebenso oft konnte er hinter die Dinge sehen. Wenn er eine Ahnung hatte, dann für gewöhnlich eine gute. »Ja«, meinte Velasco zögernd, »wahrscheinlich hast du sogar Recht. Und das heißt, dass wir es mit einer ganzen Generation von Alva des Nachkömmlingen zu tun haben könnten. Mit jedem Recht der Welt, ihm und seinem Andenken gegenüber einen gewissen Groll zu empfinden, nicht nur die Lucena. Kinder, die er gevögelt hat, Kinder, die er gezeugt hat. Sauber.« Kemada nickte. Er schlug die letzte Seite von Velaskos Akte auf. »Und das haben sie ihm schließlich vorgeworfen? Aber verantworten musste er sich natürlich auch dafür nicht.« Er zog die Bruderschaft über den Tisch. Er war ihr Schatzmeister, frisierte die Bücher. Die Angaben sind ein bisschen vage, aber es sieht so aus, als hätte er im Verlauf von zwei oder drei Jahren fast zwei Millionen Pesetas in die eigene Tasche gewirtschaftet. Frage mich, wofür er sie ausgegeben hat. Wohltätige Spenden für die Kirche? Mickey Mouse T-Shirts für seinen kleinen Harem? Deswegen hätten sie ihn vor Gericht stellen können. So viel ist sicher. Sie hätten ihn für jeden dieser Fälle vor den Kadhi bringen können. Was steht da?« Kemada knifft die Augen zusammen. Die Tinte war so ausgeblichen, dass die Worte am Fuß der Seite kaum zu entziffern waren. »Señor Alvarez ist aus der Bruderschaft ausgetreten. Eine Strafverfolgung wird nicht empfohlen.« »Nicht empfohlen? Ist das nicht eine Überraschung?« »Und was machen wir jetzt?«, fragte Velasco. »Er wird verlangen, dass wir jedem Namen in diesen Polizeiberichten nachgehen.« »Er wird auch wissen wollen, was aus dem Ehepaar in Melilla geworden ist. Er wird alles wissen wollen.« Velasco seufzte tief auf. Er sah aus, als stünde der Weltuntergang unmittelbar bevor. »Schätze, das wär's dann«, sagte Kemada. »Erlaubst du?« Er holte einen Kamm hervor, beugte sich über den Schreibtisch und tat so, als nutzte er Velaskos Anzug als Spiegel, um die ihm verbliebenen Haarsträhnen sorgfältig über die Glatze zu legen. Dann sah er auf seine Armbanduhr. »Danke, Partner. Manchmal bist du echt nützlich. Da draußen ist heute Nacht schwer was los. Irgendeine besondere Prozession. Ich habe davon im Dienstbuch gelesen. Für das Einsammeln der Trunkenbolde sind mehr Männer eingesetzt als für die Jagd auf unseren Typen mit der roten Kutte. Schätze, der Herr weilt persönlich unter uns, und man ist bemüht, einen guten Eindruck zu machen. Wir sollten uns beeilen. Man weiß nie. Vielleicht treffen wir auf ein paar Damen, voll des heiligen Geistes.« »Sicher«, sagte Velasco und fragte sich, warum er überhaupt darauf einging. »Innerhalb einer Sekunde wenden sie sich von Gott ab und uns zu.« Kemada nickte so heftig, dass die Hautlappen unter seinem Kinn erbebten. »Kapiert, Kollege. Uns bleibt eine Stunde, schätze ich. Wie viele Biere schaffen wir normalerweise in dieser Zeit?« Velasco stand auf, zog seinen Sakko an und dachte an den kalten, metallischen Geschmack, den Bier in der Kehle verursachte, wenn eine Erkältung im Anmarsch war. »Wer zählt, hat schon verloren«, sagte er und ging zur Tür hinaus. Kapitel 32 Menendez stieg aus, sagte der Kapitan erwarte sie alle morgen früh um acht Uhr und ging ins Präsidium. Die Nacht war wie schwarzer Samt. Sogar die Flutlichtbeleuchtung der Kathedrale schien gegen sie machtlos zu sein. Ihre tiefgelben Strahlen wurden von der Dunkelheit verschluckt. Nur eine schwache, rötliche Lichtglocke wölbte sich über der Stadt. Oberhalb der überfüllten Straßen und der Geräusche der Prozessionen war die Welt dunkel und still. Torio legte den ersten Gang ein und fuhr langsam los. Es waren zu viele Leute unterwegs, um schneller als im Kriechgang voranzukommen. »Was wird der Morgen vorschlagen?« fragte Maria. »Was machen wir als nächstes?« Torio dachte nach. »Wir haben ein paar Anhaltspunkte«, sagte er. »Da ist Katharina Lucena, Alvales, Romero. Dieses Gemälde, das sie uns gezeigt haben. Wir müssen ein paar Dingen nachgehen.« »Der Kapitan hängt sich inzwischen mehr rein. Das konnte man heute sehen. Er hat viel zu tun, lässt sich aber über alles genau informieren.« Sie lauschte nach Zweifeln in seiner Stimme und glaubte, sie auch zu vernehmen. Ausgerechnet Torio, der bislang so überzeugt gewirkt hatte. Jetzt begann offenbar auch er sich zu fragen, wie es weiterging. »Wir warten ab. Ist es nicht so? Wir alle.« Überrascht drehte er sich zu ihr um. »Was?« »Wir warten darauf, dass etwas passiert. Ein weiterer Mord. Weil der uns ihm näher bringen könnte. Es ist notwendig, dass er erneut zuschlägt, weil wir ihn nur so fassen können.« Torio umklammerte das Steuer und verzog das Gesicht. »Nein«, sagte er. »Das stimmt nicht. Wir bemühen uns nach Kräften. Wir haben Anhaltspunkte. Verfolgen sie und kommen irgendwann ans Ziel. Und wenn Sie es recht überlegen, haben wir doch schon eine Menge in der Hand. Wir wissen, dass dieser Kerl Gemälde mag. Wir wissen, dass er in irgendwelchen Sexkreisen verkehrt, vielleicht sogar in der Drogenszene. Wir wissen, dass er mit dem Stierkampf zu tun hat. Und dann die Hinweise auf die Vergangenheit. Vielleicht bringen sie etwas. Vielleicht auch nicht. So ist es nun eben manchmal. Man hat nicht immer sofort Erfolg. Das Leben ist ein Chaos, Maria. Polizisten spiegeln das nur wieder. Man glaubt, meilenweit hinterher zu hinken, nie ans Ziel zu kommen. Aber dann kommt man plötzlich um eine Ecke und sieht die Lösung direkt vor sich. Bingo!« »Ja«, sagte Maria. Sie bogen in ihre Straße ein. Im Schaufenster des Optikergeschäfts schaltete sich eine riesige Neonbrille ein und wieder aus. Rot, grün, blau, gelb. Sie dachte über das System nach. Auslöser, Relais, Kabel, die in den Röhren tanzenden Ionen des Gases. Alles funktionierte, sobald sich ein Relais ein- und wieder ausschaltete. Wie wir, dachte sie. Anstoßreaktion. Anstoßreaktion. Turio hielt am Straßenrand und schaltete den Motor aus. »Alles in Ordnung?«, fragte er. Sie nickte. »Sicher. Es war ein langer Tag. Das ist alles. Und die Unterhaltung mit Katharina Lucena war nicht gerade erbaulich. Das ist Polizeiarbeit. Wenn man Märchenliebe hat, sollte man sich eine Tätigkeit in einem Kindergarten suchen.« Maria lächelte. »Auch Märchen können ganz schön furchterregend sein, Bär. Denken Sie an Hänsel und Gretel, Rotkäppchen. Da gibt es Kannibalismus und kaum verhüllte sexuelle Anspielungen.« »Ja«, Turio lächelte. »Als Kind haben mir diese Geschichten immer sehr gefallen. Je gruseliger, desto besser.« »Warum? Warum? Ganz einfach. Wenn einem beim Anhören einer dieser kleinen Schauergeschichten das nackte Grauen über den Rücken läuft, kommt einem die Wirklichkeit so sicher vor, so behaglich. Ist es Ihnen als Kind nicht so gegangen?« Maria schüttelte den Kopf. »Das habe ich nie so empfunden, Bär. Sie leben mit diesen Dingen, aber mich erschrecken sie. Die Welt, die Wirklichkeit macht mir Angst.« »Das geht uns allen so, Maria. Manchmal. Aber man kann nicht das ganze Leben lang Angst haben. Irgendwann müssen wir alle dran glauben, aber dafür lebt man doch nicht. Man lebt für das Davor. Was hätte das alles sonst für einen Sinn? Das Leben sollte sicher sein. Selbst wenn Sie nie vor die Tür treten, sind Sie nicht sicher, Maria. Es könnte ein Erdbeben geben. Oder Ihre Nieren beginnen zu faulen. Nennen Sie das Sicherheit?« Sie antwortete nicht. Ein Bild tauchte vor ihr auf. Sie konnte nicht älter als vier Jahre gewesen sein, und im Fernsehen gab es eine naturkundliche Sendung über den Dschungel. Auf dem Bildschirm erschienen Insekten, Schlangen, giftige Pflanzen, Dinge, die sie verabscheute. Alles Dinge, die einen stechen, beißen und töten wollten, nur weil man in ihre Nähe kam und weil sie so veranlagt waren. Und mit vier Jahren hatte sie die Antwort darauf gefunden. Sie hatte sie aus einer anderen TV-Sendung. Der Junge in der Blase. Man brauchte nur in diesen großen, dichten Plastikanzug zu schlüpfen, der einen von allem Unangenehmen und Gefährlichen abschirmte. In diesen Anzug, der mit einem Verbindungsschlauch zur Außenwelt und jeder Menge Filter ausgerüstet war, die den Schmutz abwehrten. Darin lebte man behaglich, gefahrlos und sicher. Der Junge in der Blase. Die Frau im Kokon. Schon bald wirst du in deiner eigenen Pisse und Scheiße schwimmen, Maria. Und es wird niemand da sein, der dir hilft. Das weißt du doch, oder? Du bist schließlich nicht dumm. Die kleine Stimme in ihrem Kopf lachte hässlich, und sie wartete darauf, dass sie verklang. Sie wollte nach Hause, nach Salamanca. Wollte sicher sein, unbelästigt und allein. Hören Sie, Maria, sagte Torrio, und sie wünschte sich nur einen Moment lang, er würde nicht so beharrlich sein. Sie einfach in Ruhe lassen. Sehen Sie die kleine Bada an der Ecke? Ich würde Sie gern zu einem Bier einladen. Dann können wir uns unterhalten. Es ist noch früh. Frühbär? Es ist fast Mitternacht. In dieser Stadt ist das noch früh, glauben Sie mir. Heute veranstalten Sie einen Ihrer größten Umzüge. Den größten vor dem wirklich Großen am Wochenende. Dann ist wirklich die Hölle los. Aber jetzt haben wir Zeit. Wir können miteinander reden. Über was? Was Sie wollen. Ich rede, Sie hören zu. Auch umgekehrt, wenn Ihnen das lieber ist. Es hilft. Am Ende eines Arbeitstages. Deshalb trinken, Polizisten. Um es loszuwerden. Man braucht dieses Ventil, sonst dreht man durch. Jeder, der Ihnen erzählt, wir würden nur in den Bars rumhängen, um uns einen auf die Lampe zu gießen, ist ein verlogener Kerl. Maria bemühte sich um ein Lächeln. Lieb von Ihnen, Bär, aber ich glaube, mir würden die Augen zufallen, bevor Sie das erste Wort über die Lippen gebracht haben. Nichts für ungut. Es hat nichts mit Ihnen zu tun. Es liegt an mir. Ich bin total erschöpft und wenn ich morgen früh wieder einigermaßen klar denken will, brauche ich unbedingt ein bisschen Schlaf. Schlaf? Eine bürgerliche Unsitte. Die medizinische Wissenschaft hat nachgewiesen, dass die meisten von uns zwei oder drei Stunden pro Nacht benötigen. Mehr nicht. Alles andere ist selbstsüchtiger Luxus, Maria. Und das wissen Sie auch. Wenn das so ist, werde ich mir ein wenig selbstsüchtigen Luxus gestatten. Aber lassen Sie sich von mir nicht abhalten. Trinken Sie Ihr Bier. Ich werde es keinem erzählen. Sie stieß die Autotür auf, verabschiedete sich und überquerte die Straße. Turio sah, wie sie die Schlüssel aus der Handtasche holte, sie ins Schloss steckte, die Haustür öffnete und hineinging. Ein paar Augenblicke später ging oben das Licht an, und dann sah er sie aus dem Fenster blicken. Eine verschwommene, reglose Silhouette. Was für eine einsame, traurige Frau, sagte Turio zu sich selbst. Der Himmel mag wissen, wer sie aus dieser Melancholie herausreißen kann. Er sah auf die Uhr. Halb zwölf. Dann leckte er sich genüsslich die Lippen. Er kannte die Bar an der Ecke. Sie schenkte gutes Bier aus, nicht nur das übliche Cruz Campo, sondern auch einige Importbiere. Turio schloss die Augen und stellte sich ein hohes, kältebeschlagenes Glas vor und darin ein kühles, goldblondes Miller Genuine Draft, frisch aus der Flasche. »Nur eins, nur ein einziges«, sagte er, »es sei denn, ich überlege es mir anders.« Er stieg aus und wartete am Bordstein, um ein paar Passanten vorbeizulassen. Junge Leute in Jeans, ein Priester, einige Ministranten mit Kerzen. Es roch nach Weihrauch und billigen Zigaretten, und von fern drang das Summen der großen Umzüge an sein Ohr, der wirklich großen Prozessionen. Turio betrat den Bürgersteig und lief etwa zwanzig Meter hinter der Gruppe auf die Tür der Bar zu. Erwartungsvoll lächelnd trat er ein. Irgendwas spukte ihm im Hinterkopf herum, aber er konnte es nicht definieren. Als das Glas vor ihn hingestellt wurde, genauso verlockend aussehend, wie er es sich erträumt hatte, klickte es. In der Gruppe der Passanten zwischen dem Weiß und dem Jeansblau hatte sich eine rote Robe befunden. Eine Büßerkutte. Turio schüttelte den Kopf. »Scheiße!« murmelte er vor sich hin. »Offenbar hat sie mich angesteckt.« Dann kippte er das Bier mit einem einzigen Zug, warf 200 Pesetas-Münzen auf den Tresen und trat wieder auf die Straße hinaus. »Es muss am Bier liegen«, dachte Turio. »Es muss zu kalt gewesen sein.« Plötzlich fröstelte er und spürte, wie das schweißnasse Hemd an seinem Oberkörper klebte. Maria drehte sich im Bett um und wollte den Schlaf herbeizwingen. Nackt lag sie unter einer dünnen Decke. Das Fenster stand einen Spalt offen. Ein leichter, fast kühler Windhauch trieb herein. Aber der Schlaf wollte nicht kommen. Sobald sie die Augen schloss, trudelten Formen, Gestalten und Bilder durch die Dunkelheit. In ihrem Kopf drehte es sich. Ihr wurde schwindlig. Hinter ihren Schläfen pochte es schmerzhaft. Fast kam es ihr so vor, als hielte ihre Erschöpfung sie vom Einschlafen ab. Sie setzte sich wieder auf, knipste die Nachttischlampe an, suchte unter dem Kissen nach ihrem zerdrückten Nachthemd und streifte es sich über den Kopf. Dann stand sie auf, ging in die Küche und trank ein Glas Wasser. Es war kurz vor Mitternacht. Mit ein wenig Glück blieben ihr fünf Stunden Schlaf, bis sie wieder aufstehen musste. Vielleicht hatte Bär recht. Vielleicht brauchte sie gar nicht so viel Schlaf. Vielleicht gewöhnte man sich nach einer gewissen Zeit daran und es machte nichts mehr aus. Sie ging ins Wohnzimmer und setzte sich aufs Sofa. War es erst vierundzwanzig Stunden her, seit sie genau hier gesessen und an Paolo gedacht, in den Spiegel gesehen und sich gefragt hatte, »Bin ich es noch? Bin ich noch dieselbe Person wie früher?« Je länger sie in der Stadt war, desto größer schien der Unterschied zwischen ihrem alten Ich, dem gelassenen, kühlen Akademiker-Ich, und dieser neuen Person zu werden, dieser fragilen Person, die für Verletzungen so anfällig schien, für all das Geschehen um sie herum. Bisher war ihr Leben von trostloser Einfachheit gewesen. Wenn man sich um nichts kümmerte, nicht einmal um sich selbst, konnte man auch nicht verletzt werden. Wenn man genügend Mauern und Barrieren zwischen sich und der Welt errichtete, konnte nichts durch die Ritzen dringen. Eine großartige Methode. Das Dumme war nur diese Stadt. Hier waren keine Mauern hoch genug. Hier gab es keinen Platz, den man nicht einsehen konnte. Es lag an der Stadt. Maria war auf dem Sofa fast eingeschlafen, kerzengerade und mit offenen Augen. Träumte vor sich hin, als sein dumpfes Scheppern an ihrem Bewusstsein zerrte. Als sie das Geräusch hörte, brauchte sie einen Moment, um es zu orten, und einen weiteren, um es zu erkennen. Das Telefon klingelte. Sie ging zum Apparat, nahm den Hörer hoch. Die Stimme eines Mannes, der ihr bekannt vorkam. Eine Männerstimme, jugendlich, aber nicht jung. Sie wissen es noch immer nicht, was? Es ist kaum zu glauben. Sie wissen es noch immer nicht. Maria versuchte nachzudenken, einen Sinn in die Worte zu bringen. Der Telefonanruf von gestern kam ihr ins Gedächtnis zurück. »Was soll ich nicht wissen? Wer sind Sie?« Die Stimme am anderen Ende der Leitung lachte. »Müssen Sie das wirklich noch fragen?« sagte er, und Maria überlief es kalt. »Was wollen Sie?« »Erinnerung! Ich möchte, dass Sie sich an mich erinnern, Maria!« Aus seinem Mund hörte sich ihr Name irgendwie ungehörig an. »Ich lege jetzt auf!« sagte sie und hielt den Hörer vom Ohr weg, lauschte aber weiter, lauschte auf das, was er als nächstes sagen würde. »Sehen Sie in Ihrer Handtasche nach!« kam seine Stimme dünn und blechern aus der Muschel. »Sehen Sie nach, was Ihnen fehlt!« »Und dann versuchen Sie sich daran zu erinnern, wann und wo Sie es verloren haben!« »Dann...« Sie warf den Hörer auf die Gabel und verschränkte die Arme. Sie blickte zum Stuhl neben der Wohnungstür. Ihre Jacke und ihre Tasche lagen neben ihm auf dem Boden. »Sehr schlampig, Maria«, dachte sie. Sie griff in die Tasche. Papiertaschentücher, Schlüssel, eine Tüte Bonbons, ein Portemonnaie, ein paar vagabundierende Münzen, zusammengeknüllte Zettel, ein paar Tampons. Es war unmöglich, den Inhalt zu überprüfen, ihn wie auf einer Liste abzuhaken. Sie hob die Tasche hoch, drehte sie um und ging neben dem Inhalt in die Knie. Stück für Stück nahm sie die Gegenstände zur Hand und legte sie zur Seite. Als sie alles sortiert hatte, auch die letzte Büroklammer, die allerletzte Kugelschreiberhülle, sank sie noch immer ratlos auf die Fersen. Die grüne Maske und die roten Samtwände. Es war nicht leicht, sich zu konzentrieren, aber mit einiger Anstrengung gelang es ihr. Jetzt hakte sie mental einen Gegenstand nach dem anderen ab. Ihr Adressbuch war nicht mehr da. Es musste aus ihrer Tasche gefallen sein, als sie sich in der Bruderschaft so erschreckt hatte und von dem Mann in der roten Kutte aufgehoben worden sein, von dem Mann, der danach Miguel Castaneda getötet hatte. Das Telefon stand fünf Meter entfernt. Sie rannte hinüber, hob den Hörer ab und wählte den Polizeinotruf. Dann lauschte sie. Nichts. Die Leitung war tot. Erneut drückte sie auf die Tasten. Wieder nichts. Dann von irgendwoher ein Geräusch, eine Stimme. Sie haben aufgelegt, Maria, nicht ich. Sie können nicht erneut anrufen, wenn noch jemand in der Leitung ist. Sie rang nach Worten. Wer sind Sie? Unwichtig, sagte er. Warum tun Sie so etwas? Meine Sache, in erster Linie. Sie töten Menschen. Ist Ihnen das bewusst? Wissen Sie, was das bedeutet? Aber ja, sagte er. Das ist mir sehr wohl bewusst. Wieder drückte sie mit fliegenden Fingern auf die Tasten. Das bringt nichts, Maria. Sie können die Verbindung nicht unterbrechen, solange ich noch in der Leitung bin. Wissen Sie das denn nicht? Sie brauchen Hilfe, sagte sie. Es gibt Ärzte, die Ihnen helfen können. Sie sind krank. Die Mediziner können Ihnen helfen. Das ist nichts für die Polizei. Sie kommen in eine Klinik, nicht ins Gefängnis. Wieder lachte er und sie war entsetzt, wie alltäglich er sich anhörte. Wie normal. Zu normal. Zu beherrscht. Ich komme nirgendwo hin. Ich kann mich um Hilfe für Sie kümmern. Ich kann Ihnen helfen. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Ich gehöre nicht zur Polizei. Sie können mir nicht helfen, Maria. Warum? fragte sie. Warum nicht? Weil Sie bereits tot sind, sagte er mit ausdrucksloser, monotoner Stimme. Sie konnte sich vorstellen, was jetzt geschah. Er kannte es an den Geräuschen, die aus dem Telefon drangen. Er legte irgendwo den Hörer neben den Apparat, der vielleicht auf einem Tisch stand, vielleicht auch auf dem Brett einer Zelle. Sie hörte, wie er den Hörer hinlegte. Vernahm das Klacken von Kunststoff auf Kunststoff. Dann öffnete sich eine Tür. Andere Geräusche. Popmusik. Menschen plauderten, prosteten einander zu. Eine Bar. Er hatte von einer Bar aus angerufen. Von einem Telefon, das sich nicht im Schankraum befand. Vor den Toiletten vielleicht. Sie hörte, wie er davonging. Dann waren da nur noch Bargeräusche zu hören. Trunkene Stimmen. Billige Musik. Maria holte tief Luft und schrie. Schrie, so laut sie konnte, in die elfenbeinfarbene Sprechmuschel. Aber noch während sie schrie, fragte sie sich, warum. Sie wusste, dass niemand sie hören konnte. Unvermittelt schienen die Straßen vor Menschen zu bersten. Eben noch hatte Torillo auf dem Bürgersteig gestanden und fieberhaft nach rechts und links geblickt. Jetzt schien er in einer Flut von Körpern und Stimmen unterzugehen. Wie eine ungeheure Menschenwurge waren die Teilnehmer der Prozession von einer breiten Avenue aus um die Ecke gebrandet und fanden sich nun in der schmalen Straße wieder, eingekeilt und zusammengeschoben wie Insekten in einem Trichter. In einiger Entfernung kam auf den Schultern von Männern das weiße Puppengesicht einer Madonna auf ihn zu. Künstliche Schmucksteine funkelten auf ihrem Schleier, ruckten auf und ab. Die Träger waren vielleicht acht, neun Meter entfernt, aber es war schwer, etwas zu erkennen. Alles hatte sich verändert. Alles schwankte vor ihm auf und ab von einer Seite zur anderen. Aufgepeitschte Erregung ließ die Luft vibrieren. Hysterie war zu spüren. Fluchen schob er die Menschen beiseite. Sie reagierten mit zornigen Blicken. Jemand hob die Fäuste, ließ sie aber nach einem Blick auf Torrio schnell wieder sinken, weil der riesengroß war, sich bärenstark seinen Weg durch die Menge zu bahnen versuchte und dabei wild um sich blickte. Aber er konnte keine roten Kutten entdecken. Nur Menschen in gewöhnlicher Kleidung. Einige in schwarz, die Gesichter unter Kapuzen verborgen. Die Ministrantin, die er vorhin schon gesehen hatte, noch immer mit Kerzen in den Händen. Im Licht der Straßenlampen sahen ihre Gesichter jetzt fast unheimlich aus. Bleich, ausgelaugt und leer. Torrio fühlte sich von einem blinden, erregten Ungeheuer angegriffen, das alles niederwalzte, was sich ihm in den Weg stellte. Neben ihm war eine Straßenlaterne, gusseisern und schwarz lackiert. Er drängte darauf zu, suchte hinter ihr Schutz vor dem Ansturm der Massen und griff in seine Tasche. Das Gedränge war so heftig, dass er das Funkgerät erst beim dritten Versuch herausziehen konnte. Er sah auf das rote Signallicht und fragte sich, was er sagen sollte. Dass ihm etwas Angst machte? Dass er eine böse Vorahnung hatte? Er drückte auf die Sprechtaste, versuchte zu verstehen, was der Mann in der Zentrale sagte, schrie dreimal etwas ins Mikrofon und gab auf. Er blickte auf die Notruftaste, überlegte es sich aber anders und steckte das Funkgerät wieder ein. Es würde ihm nichts nützen. Er blickte über die Straße zum Fenster im ersten Stockwerk hinauf. Maria stand am Fenster. Die Straßenbeleuchtung warf einen gelblichen Schein auf ihr Gesicht. Sie hatte einen Telefonhörer in der Hand. Ihr Gesicht war verzerrt, eine Maske aus namenloser Angst, ihr Mund weit aufgerissen. Sie schrie, unhörbar, sinnlos, irgendetwas in die Dunkelheit. Er atmete tief durch, verließ den Schutz der Straßenlaterne und tauchte umsichtstoßend in die Menge ein. Es war wie ein Sprung in einen reißenden Strom. Er stemmte sich mit der rechten Schulter der Masse entgegen, aber nicht die kleinste Lücke tat sich auf. Er spürte, wie er mitgerissen wurde, spürte, dass seine Füße den Halt verloren und erinnerte sich an Ereignisse der Vergangenheit, bei denen Menschen gestolpert, gestürzt, niedergetrampelt worden waren. »So passiert etwas«, dachte Torrio, »genau so.« Die Menschen schrien ihn an, wütend zunächst, dann ängstlich, weil auch sie die nervöse Anspannung in der Menge erkannten, sich bewusst machten, dass sie am Rand einer Situation schwebten, die von einem Moment zum anderen zu einer tödlichen Gefahr werden konnte. »Polizei«, schrie Torrio. Es gelang ihm, einen Arm zu recken, doch dann fühlte er sich hochgehoben und vom Menschenstrom davongeschwemmt. Er stellte fest, dass er rennen musste, um aufrecht zu bleiben. Er blickte in die Gesichter und sah Angst in ihnen. Sie wollten flüchten fort von hier, aber das war nicht möglich, denn immer neue Menschen blockierten ihren Weg. Er wusste nicht mehr, wo er sich befand. Mitten auf der Fahrbahn nahm er an. Seit er in die Masse eingetaucht war, war er vielleicht drei, vier Meter abgedrängt worden. Er blickte nach rechts, sah die Neon-Reklame im Optiker-Geschäft aufblitzen. Er musste aus der Mitte heraus, auf die andere Straßenseite, durfte sich nicht von der Menge mitreißen lassen. Rechts von ihm verlor jemand den Boden unter den Füßen. Hinter ihm sackte eine ganze Reihe von Gesichtern ab, als ihre Besitzer über den Gestürzten stolperten. Torrio griff in seine Tasche, fummelte am Funkgerät herum, versuchte sich an die Position der Notruftaste zu erinnern, drückte sie und hoffte inständig, dass er sich nicht geirrt hatte. Irgendwo links von sich hörte er Glassplittern. Im Bemühen der Menschenmasse zu entkommen, schlug jemand auf Schaufensterscheiben ein. Die Menge war inzwischen zu einem gleichmäßigen Tempo übergegangen, halb laufend, halb rennend. Wenn man sich dem anpasste, genau anpasste, blieb man aufrecht. Sobald man zurückbleiben oder schneller sein wollte, ging man zu Boden und riss eine ganze Reihe Menschen hinter einem mit sich. Das Ganze wirkte so präzise wie ein tödliches Metronom, und Torrio wußte nicht, wie er diese Gleichmäßigkeit durchbrechen konnte, um auf die andere Straßenseite zu gelangen, an eine Hausmauer gedrückt abzuwarten, bis die Prozession vorüber war, um dann zu Marias Wohnung zurückzukehren und ... Was? Dennoch schob er, drängte mit beiden Schultern auf die andere Straßenseite zu, weil alles andere noch unsinniger gewesen wäre. Der Druck hatte ein wenig nachgelassen. Es war leichter, auf den Beinen zu bleiben. Vielleicht war das Schlimmste bald vorüber. Hinter sich hörte er laute, anhaltende Schreie, aber er wollte sich nicht umdrehen. Sein Fuß stieß gegen die Bordsteinkante, er strauchelte. Jemand drängte von hinten nach. Ein Bild erschien vor seinem inneren Auge. Er stürzte, stürzte mit ausgestreckten Armen, fiel flach auf die Erde, um von der schreienden Menge zu Tode getrampelt zu werden. Dann schien sich eine Art automatischer Pilot einzuschalten. Seine Füße gehorchten ihm wieder. Sein Kopf schoss hoch, heiß und schmerzhaft drang Luft in seine Lungen. Er blickte hoch, sah etwas und stellte fest, dass er inmitten des Gedränges doch noch denken konnte. Es war die Art von Reklame, die man hin und wieder noch an altmodischen Eisenwarenhandlungen sehen konnte. Eine riesige Schere, vielleicht einen oder anderthalb Meter lang, aus Eisen gefertigt, schwarz und uralt. Die Schere war halb geöffnet. Ihre Griffe, zwei große Kreise, verschwanden im Mauerwerk und wurden dort von etwas gehalten, was Torrio nicht erkennen konnte. Von Schrauben vielleicht, vielleicht auch von etwas anderem. Torrio dachte nicht lange darüber nach. Inzwischen befand er sich am Rand der engen Straße. Er schob seine Hand in eine plötzliche Lücke zwischen Menschenleibern und spürte, wie die Mauer die Haut seiner Knöchel abschürfte. Er drängte weiter. Einen Moment befand sich nichts mehr zwischen ihm und der Hausmauer. Hinter ihm drängte, die Menschen weiter, unablässig, schiebend, stoßend. Irgendwo schluchzte jemand. Er wurde langsamer, gerade so langsam, dass die Körper hinter ihm energischer drängten, gerade so langsam, dass sich zwischen ihm und dem Mann vor ihm eine winzige Lücke auftat. Jetzt konnte er die riesige Schere ganz deutlich vor und über sich sehen. Sie war noch größer, als er zunächst angenommen hatte. Und dafür war er dankbar. Etwas von dieser Größe war mit Sicherheit fest in der Hauswand verankert. »Du hast nur eine Chance«, sagte er sich, »eine einzige Chance«, als der dunkle Schatten über ihm schwebte. Dann federte er hoch, riss die Arme hoch und griff zu. Torrios Finger schlossen sich um rostiges Metall, klammerten sich fest. Er fühlte, dass seine Füße gegen Köpfe und Schultern stießen. Menschen fluchten laut auf. Hastig versuchte Torrio, sich hochzuziehen, um die Katastrophe nicht noch zu vergrößern. Das eiserne Firmenzeichen geriet in leichte, sehr bedenkliche Bewegung. Seine Muskeln schmerzten. Die Arme schienen ihm aus den Schultergelenken gezerrt zu werden. »Nicht abstürzen«, murmelte Torrio vor sich hin. »Alles kannst du machen, aber nicht abstürzen.« Seine linke Hand löste sich vom unteren Griff, fasste höher, die Finger fanden den oberen Griff, umklammerten ihn. Jetzt war der Schmerz nicht mehr zu verdrängen. Er durchschoss seine Arme von der Schulter bis zum Ellbogen. Irgendetwas, vielleicht eine Sehne, schien gerissen zu sein. Er versetzte die Beine in schwingende Bewegung, zog die Knie an und setzte die Füße in den unteren Scherengriff. Sie hielt. Sie musste auch weiterhin halten. Unter ihm strömte die Menge dahin. Niemand schien durch seine erfolgreiche Flucht zu Schaden gekommen zu sein. Torrio stellte sich bequemer, umklammerte mit einem Arm die Schere und sah sich um. Die Straße wirkte wie ein Schlachtfeld gegen Ende der Kampfhandlungen. Der größte Ansturm der Massen schien vorüber zu sein. In wenigen Sekunden würde er sich wieder hinunterwagen können. Er sah Menschen auf der Straße liegen. Manche bewegten sich, stießen leise Schmerzensrufe aus. Andere regten sich nicht. Weiter hinten, am Ende der Straße, entdeckte er etwas Weißes. Es rührte sich nicht. Die Ministranten, dachte er, erschüttert. Dann veränderte er seine Position, fand besseren Halt und drehte sich um, um die gesamte Straße zu überblicken. Er befand sich gut drei Meter über dem Boden. Der Mond war hinter einer Wolke hervorgetreten und tauchte die Szenerie in sein kaltes, silbriges Licht. Torrio musste an ein Bild denken, das er als Junge in einer Gemäldegalerie gesehen hatte. Vielleicht war es von Goya gewesen. Von wem auch immer, auf jeden Fall hatte er noch Wochen danach Albträume gehabt. »Das ist euer Ende«, war seine Aussage. »Keiner von euch wird davon verschont bleiben.« Er riss den Kopf ein wenig weiter nach links und spürte, wie es in seinem Nacken knackte. Vor Marias Haustür war die Straße inzwischen verlassen, bis auf eine einsame, dunkle Gestalt. Torrio wartete noch ein paar Sekunden, beobachtete, wie der Schein der Neon-Reklame im Schaufenster des Optikers über die Gestalt huschte und ließ sich dann auf das Pflaster hinunter. Irgendwo heulte eine Sirene auf, kam näher. »Ein Krankenwagen«, dachte Torrio. »Vielleicht hat die Notruftaste doch funktioniert. Aber selbst wenn nicht, ein Ereignis dieser Art, eine derartige Massenpanik, musste sich einfach herumsprechen und den Alarmzustand auslösen.« Das Fahrzeug bog um die Ecke, langsam, um die auf der Fahrbahn liegenden Menschen nicht zu überfahren. Seine Scheinwerfer leuchteten milchig. Torrio folgte ihrem Licht und sah es ganz deutlich. Die Gestalt vor Marias Haus trug etwas Rotes, eine rote Büßerkutte, und sie versuchte, die Tür zu öffnen. Ohne nachzudenken rannte der Riese los. »Denk nach«, sagte Maria zu sich selbst, »denk nach, verdammt noch mal!« Sie legte den Telefonhörer auf und trat vom Fenster zurück. Dann zog sie sich einen Morgenrock an und verknotete den Gürtel fest um die Taille. Plötzlich hörte sie Tumult auf der Straße. Sie blickte wieder hinunter und sah, wie sich ein unablässiger Strom von Menschen schreiend durch die Straße wälzte, halb im Delirium, halb zu Tode verängstigt. Damit konnte er nicht gerechnet haben. Er hatte von einer Bar aus angerufen. Die nächste befand sich gut zweihundert Meter entfernt, die Bar, in die Torrio sie hatte einladen wollen. Wenn er dort gewesen war, hätte er die Straße rechtzeitig überqueren können. Aber es gab noch etliche andere Bars in der Umgebung. Wenn er von dort angerufen hatte, musste ihm die aus den Fugen geratene Prozession den Zugang zu ihrem Haus versperren. Wenn er sich in der Menge befand, konnte er sie kaum verlassen. Wenn nicht, musste er warten, bis die Straße wieder leer war. Maria ging in die Küche und zog die Schublade neben der Spüle auf. Sie nahm ein mittleres Messer heraus und fuhr mit dem Daumen über die Schneide. Es war scharf. Scharf genug. Mit dem Messer in der rechten Hand kehrte sie ins Wohnzimmer zurück. Maria dachte über die Lage der Wohnung nach. An der Rückseite des Hauses war der Zugang zu den Fenstern im ersten Stock nicht leicht. Es gab keine Veranda, keine vorspringenden Simse. Um von dort aus einzudringen, brauchte er eine Leiter. Und von der Vorderfront aus war der Zugang ganz unmöglich. Sie lief ins Schlafzimmer und schlug das Fenster zu. Die Nacht hinter den Scheiben war schwarz und undurchdringlich. Sie versuchte, sich zu erinnern, was hinter dem Haus lag. Ein Garten? Irgendwelche kleinen Schuppen? Es wollte ihr nicht einfallen. Sie ließ das Messer fallen und versuchte, die kleine Kommode neben dem Bett wegzuschieben. Sie war schwer. Unter Aufbietung aller Kräfte zerrte sie sie zum Fenster, wuchtete sie hochkant und schob sie so vor das Fenster, dass sie es in seiner ganzen Ausdehnung verstellte. Abhalten wird ihn das kaum, dachte sie, aber ihm das Eindringen erschweren. Und wenn er die Kommode überwunden hatte, wäre sie vorn längst zur Tür hinaus. Sie ging ins Wohnzimmer und sah aus dem Fenster. Noch immer strömten die Menschen durch die enge Straße. Doch inzwischen schien da unten die nackte Panik zu herrschen. Sie beobachtete, wie Leute im Gewühl zu Boden fielen, sah das Chaos, das ihre Stürze unter den Nachfolgenden verursachte. Einen Moment lang fragte sie sich, ob er dafür verantwortlich sein könnte. War das möglich? Aber warum hätte er dann angerufen? Nein, diese Panik musste für ihn so überraschend gewesen sein wie für alle anderen auch. Draußen schrien Menschen, andere versuchten, ihnen zu helfen, wurden aber von den Massen fortgespült. Sie sah, wie ein Mann von der Menge gegen eine Hauswand gedrückt wurde und wehrlos aufs Pflaster fiel. Die Menge wogte weiter über ihn hinweg. Sie griff wieder nach dem Telefon, drückte auf den Tasten herum und wäre am liebsten in hilfloses Schluchzen ausgebrochen. Noch immer hörte sie am anderen Ende die Geräusche in der Bar. Popmusik, vielleicht aus einem Fernseher, den Klang von Stimmen, genau wie zuvor. Aber das hieß, dass die Bar nicht sehr nahe sein konnte. Das Getümmel auf der Straße war so laut, dass sie es mit Sicherheit auch aus dem Telefon hätte hören müssen. Sie blickte zur Wohnungstür und fröstelte. Das Schloss war nicht besonders kompliziert und nur mit ein paar Schrauben im Holz befestigt. Selbst sie könnte die Tür mühelos auftreten. »Unten«, sagte sie, »wenn ich ihn unten aufhalte, kann er nicht herein.« Sie öffnete die Wohnungstür und blickte die schmale Stiege hinunter. Es herrschte pechschwarze Dunkelheit. Sie drückte auf den Schalter. Das Licht ging an und sie hörte den Zeitmechanismus ticken. Sie versuchte, sich an die Länge der Schaltphase zu erinnern. Man knipste unten das Licht an, kam die Treppe herauf, suchte nach den Schlüsseln und, noch bevor man sie herausgeholt hatte, ging das Licht schon wieder aus. Als sie hier eingezogen war, hatte sie noch einmal auf den oberen Schalter drücken müssen, um das Schloss finden zu können. Jetzt tat sie das schon ganz automatisch, schon beim Erreichen des Treppenabsatzes. Maria drückte ihre Fingernägel tief in die Handflächen. Sie befürchtete, sich die Haut aufgebohrt zu haben, aber das war ihr egal. Sie musste hinunter zur Haustür, sie sichern. Das Küchenmesser fest in der Hand lief sie die steile Treppe hinab, den Blick auf die Haustür gerichtet. Dort rührte sich nichts. Da unten gab es auch keine Möglichkeit, sich zu verstecken. Wenn sie die Haustür abschließen, zweimal von innen abschließen konnte, kam er nicht herein, jedenfalls nicht so schnell. Und sobald sie die Tür abgesichert hatte, würde sie wieder hinauflaufen, zurück ins Wohnzimmer und darauf warten, dass draußen wieder Ruhe einkehren würde. Dann würde sie das Fenster aufreißen und schreien, bis die Polizei kam. Angesichts des Chaos auf der Straße konnte das nicht lange dauern. Maria erreichte den Fuß der Treppe, hörte das Ticken des Zeitmechanismus langsamer werden und drückte schnell auf den unteren Schalter. Sofort begann er wieder aufgeregt zu ticken, und sie besah sich das Türschloss. Es war ein anständiges Schloss, aus Messing, massiv und solide. Sie dachte an die Anweisungen, die sie erhalten hatte. Von außen musste man den Schlüssel zweimal umdrehen, um das Einriegelschloss zu aktivieren. Von innen verschob man den kleinen Messingriegel, bis er einrastete. Sobald sie das geschafft hatte, war sie sicher. Sie schob das Messer in die Tasche ihres Morgenrocks und verschob den Messingknopf. Er bewegte sich einen Zentimeter nach rechts, und sie hörte es klicken. Dann sah sie zu ihrer Verblüffung, dass der Knopf in seine ursprüngliche Position zurückglitt. »Mist!«, flüsterte sie und versuchte es noch einmal. Wieder verschob sie den Knopf, doch als sie ihn losließ, rutschte er zurück. Sie hielt den Knopf fest und versuchte, den Drücker des Schlosses zu öffnen. Er blieb blockiert. Sie ließ den Knopf in die Ursprungsposition gleiten, und der Drücker ließ sich öffnen. So leicht, dass man ihn mit dem kleinen Finger aufbekam. Sie betrachtete sich das Metall um den Knopf genauer. Und entdeckte Kratzer. Die Art von Kratzern, die ein Schraubenzieher verursachte. Maria schob den Knopf noch einmal zur Seite und hielt ihn fest. Sie konnte sich das Ganze nicht erklären. Das Schloss war nicht defekt. Es war manipuliert worden. Er hatte geplant, durch die Haustür zu ihr vorzudringen. Wollte es noch immer. Sie hielt den Knopf mit der rechten Hand fest und zog mit der linken das Messer aus der Tasche. Aber sehr lange kann ich so nicht stehen bleiben, durchzuckte es sie. Das ist einfach nicht möglich. Hinter sich hörte sie etwas. Das Ticken der Lichtschaltung wurde langsamer. Immer langsamer. Jetzt betrugen die Abstände schon eine halbe Sekunde. Eine. Zwei Sekunden. Das Licht erlosch. Maria stand in der Finsternis und spürte, dass ihr kalter Schweiß über die Stirn lief. In ihren Augen brannte. In ihrer dünnen Bekleidung fühlte sie sich nackt und wehrlos. Wenn sie nicht sofort etwas unternahm, würde sie in der Dunkelheit die Orientierung verlieren und den Lichtschalter überhaupt nicht mehr finden. Und er würde hereinkommen, durch die Tür eindringen, mit dem blendenden Licht von der Straße hinter sich und er würde zuschlagen. Maria wischte sich mit dem Arm über die Stirn, konzentrierte sich auf die Position des Lichtschalters, ließ den Knopf los und schlug mit der Hand heftig gegen die linke Wand. Ihre Finger trafen auf Gips und sie spürte, wie ihr Tränen der Wut in die Augen traten. Erneut schlug sie gegen die Wand, wieder traf sie den Schalter nicht. Je häufiger sie es versuchte, desto verwirrter wurde sie. Sekunden später sank sie schluchzend zu Boden und versuchte sich verzweifelt daran zu erinnern, wo rechts und links war, wo oben und unten. Die Welt um sie war zu einem schwarzen, undurchdringlichen Meer geworden, so groß wie der Kosmos, so winzig wie ein Atom. Blind und vor Angst keuchend hockte sie auf dem Boden und strengte ihre Augen an, bis sie schmerzten, um etwas Erkennbares, Sinnvolles in der Dunkelheit auszumachen. Flüchtig, auch wenn es ihr vorkam wie eine Ewigkeit, wurde sie sich ihrer Selbst und ihrer Umgebung bewusst, des Bluts, das durch ihre Adern pulste, in ihren Ohren rauschte, des Atems in ihren Lungen, des Speichels in ihrem Mund. Alles um sie herum war greifbar und real, ein kleiner Rest in einem komplexen Ganzen. Dann hörte sie nur noch Stille. Auch die Straße hinter der Tür schien zur Ruhe gekommen zu sein. Die Welt hielt inne, hörte auf zu atmen. Laut schreiend, halb vor Wut, halb vor Angst, ließ sie das Messer fallen, hämmerte mit beiden Fäusten gegen die Wand und suchte nach dem Schalter, bevor das Licht für immer von Finsternis verschluckt wurde. Der Schalter zerbarst unter ihrer Faust. Plötzliche, blendende Helle erfüllte den kleinen Raum zwischen Treppe und Tür. Und dann hörte sie das Geräusch, so vertraut, so erschreckend, das Geräusch eines Schlüssels, der sich im Schloss dreht. Dann öffnete sich hinter ihr langsam, verstohlen die Tür. Maria drehte sich um, blickte hoch und sah nur noch rot. Geräusch eines Schlüssels, der sich im Schloss drehte sich um, blickte hoch und sah nur noch rot. Geräusch eines Schlüssels, der sich im Schloss drehte sich um, blickte hoch und sah nur noch rot. Erich Untertitelung des ZDF, 2020